Andreas V. Retui Geheimbasis Area 51 Die Rätsel von Drimland Rätsel an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit Kapitel 1 Die heiße Mittagssonne brannte an diesem Augusttag erbarmungslos auf die ausgedörten weiten Ebenen der Wüste im Hochland von Nevada herab. Die Luft flimmerte über den Steinen und Kargenbüschen der abgelegenen Steppe, über der sich ein tiefblauer Himmel wölbte, ein geradezu typischer Sommertag in jener noch so ursprünglichen Gegend, deren Szenerie gut und gern einem alten Wildweststreifen entstammen hätte können. Über die felsigen Hügel strich ein sanfter Wind, der allerdings kaum Abkühlung verschaffte, sondern eher dafür sorgte, dass alles nochmal austrocknete. Wer sich hier verirrte, wer hier nicht genügend Wasser mit sich trug und keine Möglichkeit fand, Hilfe zu holen, hatte es mit dem Leben verscherzt. Meilenweit bot sich im Umkreis dasselbe Bild, Gestrüpp, Felsen und Geröll, ausgetrocknete Flusstäler, einige sanftere Höhenzüge hier und schroffe Berge am Horizont. Im, Silberstaat, Nevada, der im Westen vom Küstenland Kalifornien und im Osten von Utah und dem, Grand Canyon-Staat, Arizona begrenzt wird, gibt es viel einsames Land, verlassene Minen, ausgetrocknete Salzseen und außer den Spielermetropolen Las Vegas und Reno nicht viel Seehenswertes, so glauben manche. Viele Landstriche machen den Eindruck, als hätte sich an ihnen seit geologischen Zeitaltern nichts geändert. Ein scheinbar unberührtes Land. Doch dieser Eindruck trügt. Die Ruhe an jenem Ort war überwältigend, fast betäubend in ihrer Perfektion. Rein gar nichts war zu hören, kein Vogel, keine Grille, nicht das Rauschen des Windes oder das Raskehlen einer Eidechse. Rund um nur Steine und Sträucher. Geheim Basis Area 51 Wir waren an diesem Tag aufgebrochen, um das Hinterland der Einsamkeit zu erkunden und dabei die eine oder andere ungewöhnliche Entdeckung zu machen. Mit einem alten Vierrad getriebenen Kiwi-Truck ging es nun meilenweit durch die ausgetrocknete Landschaft. Ein kurioses Gefühl, so zu viert nebeneinander auf der Fahrerbank zu sitzen, am Steuer der junge Isaac, daneben sein Freund Roger, dann Marina, die mich auf meinem diesmaligen Streifzug, in Sachen UFOs, begleitete, und schließlich ich. UFOs und streng geheime Regierungsprojekte der USA waren in der Tat der eigentliche Gegenstand unserer Unternehmungen. Ganz besonders galt unser Interesse der, Areas, jenem gespenstischen Geheimstützpunkt, einem zumindest laut offiziellen Verlautbarungen gar nicht vorhandenen Militärkomplex in der abgelegensten Ecke Nevadas. Jahrelang hatte ich mich bereits den Rätseln dieser mittlerweile vor allem durch den Kinoerfolg, Independence Day, des Regisseurs Roland Emmerich bekannt gewordenen Ultra-Geheimen-Anlage gewidmet und war immer wieder in die Gegend des Ticapur-Valleys in Süd-Nevada gefahren, direkt an den Schauplatz von unfassbaren, bis heute zum Teil völlig unerklärlichen Geschehnissen. Area 51, existiert, ich habe sie selbst wiederholt mit eigenen Augen gesehen, die Hangars, die Landebahnen, die riesigen Radarschüsseln und all jene verborgenen Anlagen der Geheimstadt. Und es gibt dort Vorgänge, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen, auch wenn sie nur wenig Ähnlichkeit mit dem Besitzen, was das UFO-Spektakel, Independence Day, uns in der typischen, Hollywood-Haudrauf-Manier, vorführt. Die wahren Geheimnisse von Area 51 sind weitaus faszinierender, subtiler und unheimlicher als alles, was wir auf der Leinwand zu sehen bekommen. Sie belegen, dass die Wahrheit gelegentlich um Dimensionen unfassbarer und verkettenreicher sein kann als unsere kühnsten Träume und Fantasien. Nun, im August 1997, sind wir wieder einmal in unmittelbarer Nähe der geheimen Basis. Wir fahren immer weiter in die Abgeschiedenheit hinein, rumpeln mit dem alten gelben Track, der wohl schon einiges mitgemacht hat, über die Steine eines ehemaligen Flussbäts. Immer wieder hebt es uns mit kräftigen Stößen aus dem Sitzen. Plötzlich bremst Isaac. Er schaut nach links, dann kurz herüber zu Roger, ist das eine Straße? Ja, sagen wir einmal, es ist eine Straße. Fahrt zu, dort geht es weiter. Die vermeintliche, Straße, macht keinen vertrauenserweckenden Eindruck. Wahrscheinlich sind es lediglich die wenigen etwas breiteren Sandflächen zwischen den Büschen, die sich dem geübten Auge als Weg durch die Wildnis auf Henber rennen. Wenn du dann vorne rechts fährst und an dem Hügel vorbei, dann. Rätel an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Sind wir gleich da, stellt Roger fest, was Isaac auch sofort bestätigt, es ist wirklich nicht mehr weit. Und tatsächlich, die beiden haben Recht. Ein Rätsel, wie sie diese Stelle überhaupt finden konnten. Keine Straße, die diesen Namen wirklich auch nur entfernt verdient, führt dorthin. Ein Busch gleicht dem anderen, ein Flussbett sieht aus wie das nächste, die Steine, die Hügel, alles ist wunderbar romantisch wie eine Filmkulisse, aber doch eben scheinbar absolut gleichförmig. Als wir aussteigen, finden wir uns auf einem Hochplattejau, auf dem ist zwischen den Büschen und Steinen im weiten Umkreis überall im hellen Sonnenlicht funkelt und glitzert. Überall liegen metallische Splitter auf dem Boden, verbogene Fetzen von Blechen, die in allen Farben des Regenburgens schillern. Tausende von Trümmern sind hier verstreut. Das Material ist sehr leicht, offenbar Aluminium. Während wir das Gelände durchstreifen, finden wir auch größere Bruchstücke und Teile aus anderen Werkstoffen. Hier und da liegen verbeulte Metallboxen herum, Gummi- und Kunststoffteile, abgesplitterte Formen von Armaturen und Sitzen, uneinortbare Apparaturen. Das Ganze sieht aus, als wäre ein Schrottplatz durch den Häcksler gegangen und dann vom Himmel gefallen. Weiter vorne liegt ein sehr großes, dunkles Gebilde. Als wir näher kommen, erkennen wir, dass es die Heckflosse eines Flugzeugs ist. Isaac und ich heben das recht große, aber gar nicht so schwere Bruchstück vorsichtig hoch. Wir tun dies sehr behutsam, denn schließlich lieben Klapperschlangen solche Plätze. Doch nichts rührt sich darunter. Wir stellen das Teil auf und begutachten es. Ein weißes Emblem und die Buchstaben, USAF, weisen die ehemalige F-4-Maschine als Eigentum der United States Air Force aus. Isaac erzählt, dass er einer der ersten an der Absturzstelle war. Trotzdem hatte das Militär schon alles weiträumig abgesperrt und abgegrast gehabt. Alle wichtigen Teile waren mitgenommen worden, vor allem die Flugschreibe ja zur Rekonstruktion des Unfalls. Die Besatzung konnte das herabrasende Flugzeug nicht mehr rechtzeitig verlassen, die beiden Piloten überlebten den Absturz nicht. Als Isaac das erste Mal an die Crashstelle kam, fand er beim Durchstreifen des Trümmerfelds noch den abgerießenen Finger eines Besatzungsmitglieds. Es musste die Männer beim Aufprall regelrecht zerfetzt haben. Während ich zwischen den glitzernden Trümmern umherging, hatte ich für einige Augenblicke den Eindruck, weit in der Zeit zurückversetzt zu sein. Ja, genauso muss es damals gewesen sein, so muss es ausgesehen haben, als der Rentscher Wilhelm, Merck, brate über das Land der von ihm verwalteten Foster Ranch lief und voller Verwunderung auf ein Feld glitzernder Trümmer stieß. Geheim Basis Area 51 Am 2. Juli 1947, also ziemlich genau ein halbes Jahrhundert vor unserer Tour, hatte sich bekanntlich über dem südöstlich von Nevada gelegenen New Mexico Unglaubliches ereignet. In der Nacht ging damals ein außergewöhnlich schweres Gewitter über der Region nieder, es blitzte und donnerte mit aller Gewalt. Trotz des Lärms, dem dieses Unwetter mit sich brachte, fiel dem Ranchverwalter ein ganz besonderer Donnerschlag auf, der sich in seinem Klang vom natürlichen Grollen und Tusen abhob. Er konnte sich nicht vorstellen, was es war, genauso nicht, wie sich einige Bewohner der nächsten großen Stadt, Roswell, erklären konnten, was sie am Himmel beobachteten. Denn kurz bevor Bratel den merkwürdigen Knall hörte, zog ein feuriger Diskus über den Himmel von New Mexico. Bratel entschied sich, der Sache am nächsten Tag nachzugehen. Vielleicht hatte es ja irgendeinen größeren Schaden auf dem Gelände gegeben. Noch unerklärlicher wurde die Geschichte für ihn, als er dann am nächsten Morgen vor dem großflächigen Gebiet stand, Das übersät war mit funkelnden Metallfetzen und seltsamen Stäbchen, die so leicht wie Balserholz waren, nur viel stabiler, und Resten einer merkwürdigen pergamentartigen Folie. Das Metall ließ sich verbiegen und zusammenknüllen, um sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren, wenn man es losließ. Was konnte das nur sein? Bratel hatte bereits zweimal zuvor abgestürzte Wetterballons auf seinem Gelände gefunden, das hier aber war etwas ganz anderes. Der Rentscher entschloss sich, einige Proben auf seinen Lastwagen zu verfrachten und dann damit nach Roswell zu fahren, damit der Sheriff alles begutachten könne. Nachdem der Freitag mit dem amerikanischen Unabhängigkeitstag zusammenfiel, musste Bratel erst einmal das verlängerte Wokinende abwarten und konnte schließlich am Montag seine Fahrt an Dritten. Sheriff Wilcox wusste nicht viel mit dem seltsamen Zeug anzufangen, das ihm Bratel vorbeibrachte, verständigte aber sicherheitshalber Roswell-Arme erfielt, den wichtigen lokalen Militärsturzpunkt, damals Sitz der 509-Ten-Bomberstaffel, der seinerzeit einzigen Atombomberstaffel. Damit nahm das Schicksal des mittlerweile berühmt berüchtigten Roswell zwischenfalls seinen Lauf. Diese Geschichte hat seit ihrer Wiedereintsteckung Ende der 70er Jahre und ihrer andauernden Erforschung immer wieder für Schlagzeilen in der Weltpresse gesorgt. Über, Roswell, wurden etliche Bücher geschrieben, in denen hunderte von Zeugen genannt werden und oft selbst zu Wort kommen, Zeugen, deren Aussagen zusammengenommen einen schier unfassbaren Vorfall nahelegen, den Absturz eines nicht von dieser Welt stammenden Fluggerätes und seiner Besatzung. Rätel an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit Bis heute konnte trotz umfangreicher Recherchen nicht geklärt werden, was vor nunmehr über 50 Jahren in der Wüste von New Mexico tatsächlich geschehen ist. Doch die offiziellen Erklärungen konnten mehrmals als reine Irreführung entlarvt werden, um es einmal mit einer vorsichtigen Formulierung auszudrücken. Wie gesagt, der Fall hat gerade wieder in den letzten Jahren für so viel Furore gesorgt, dass hier nicht nochmal alles aufgerollt werden soll. Doch, Roswell, belegt deutlich, wie viel offizielle Aussagen wirklich wert sind, wenn es um die Wahrheit geht, und das ist in vielen Bereichen so, vornehmlich natürlich dort, wo es unter anderem um hochgeheime Regierungsprojekte wie den Bau der Atombombe oder moderne Waffen- und Kriegstechnologie geht. Viele gehen auch davon aus, dass das Material, das damals in Roswell geborgen worden ist, wie auch geborgene Flugscheiben aus anderen Crashs heute auf R.I. 51 erforscht und getestet werden, ja, dass dort, bei Tag der Presseberichterstattung und aller Bundesgesetze, für neugierige Augen unerreichbar, nicht nur aus der irdische Raumschiff Fee erforscht, sondern auch fremde Wesen aus dem All aufbewahrt werden. George Wilcox, der Sheriff von Roswell, bedauerte später seinen Schritt sehr, das Militär eingeschaltet zu haben, denn er und seine Familie wurden aktiv unter Druck gesetzt. Man wollte sich seines Schweigens sicher sein. Der Militär-Nachrichtendienstler Major J.C. A. Marcel, ein späterer Leutnant-Kolonel, wurde zusammen mit Käpt'n Seridan Kavit von der Gegenspionaget darauf abgestellt, die ungewöhnliche Absturzstelle in Augenschein zu nehmen. Am 8. Juli begann eine aufwendige Bergungsaktion. Während des Senn wurde Bratel bis ins letzte Detail verhört und für eine Woche in Gewassem genommen. Zeugenberichten zufolge sperrte das Militär die Gegend der Rentsch rundherum ab, umstellte sie zweireich mit bewaffneten Wachen und suchte nach Radioaktivität. Aus der Luft entdeckten die Militärs bald ein zweites Absturzareal, unweit des ersten Trümmerfelds. Doch während hier nur tausende von Fetzen weit verstreut herumlagen, stießen die Trupps im zweiten Gebiet auf das eigentliche Wrack, ein utopisches Fluggerät, das selbst relativ unversehrt am Fuß eines Abhangs lag. Dort sollen auch die fremden Wesen, kleine grauhäutige Kreaturen mit überdimensionierten Köpfen und ausgesprochen großen Augen geborgen worden sein. Den zahlreichen spätären Zeugenaussagen zufolge besaßen sie lediglich einen winzigen Mund, kaum sichtbare Ohren- und Nasenöffnungen. Das einzig wirklich herfauste Kände waren eben jene riesigen, mandelförmigen dunklen Augen. Der übrige Körper wirkte sehr schlank, geradezu verkümmert, und an den überlahmigen Annen befanden sich Hände mit nur vier Fingern. So heißt es. Kann es sein, dass im Sommer 1947 tatsächlich ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt ist. Geheimbasis-Erreie 51 Am 8. Juli jedenfalls gab das Roosevelt-Arme-R-Field eine kurze Pressemeldung heraus, die besagte, es sei der Luftwaffe nunmehr endlich gelungen gehen, in den, Besitz einer jener fliegenden Scheiben zu gelangen. Doch schon am nächsten Tag sah die Sache wieder anders aus. Denn nunmehr hieß es, alles sei ein Irrtum, man habe nichts als einen simplen Wetterballon geborgen. Diese neue Erklärung ging auf den Befehl von General Roger Ramey zurück, der von Fort Worth aus eine Verschleierung der tatsächlichen Vorkommnisse startete. Auch General Thomas Jefferson Dubose hatte den unmissverständlichen Auftrag aus Washington bekommen, eine Deckgeschichte für den Roosevelt-Zwischenfall zu konstruieren. Man präsentierte der Presse Teile eines echten Wetterballons und erklärte, dies seien die anfangs für den einen oder anderen so merkwürdigen Trümmer von Bratzels-Rensch. Dass auch der Kommandant des Roosevelt-Arme erfielt, Raff, Kolonel Wilhelm, Butk, Blanchard und seine Leute, Major Marcel und Käpt'n Kavit, sich nicht erklären konnten, was sie da eigentlich aufgesammelt hatten, wurde nicht weiter berücksichtigt. So schienen also diese Luftfahrtexperten einen banalen Ballon mit einer Flugscheibe verwechselt zu haben. Schon merkwürdig. Noch merkwürdiger vielleicht, dass sie trotz eines solchen Irrtums nicht abgestuft wurden, sondern sogar weiter Karriere machten. Nun, jahrzehntelang blieb es bei der Wetterballon-Erklärung. Die Medien waren beruhigt, und über den Vorfall wuchs langsam wie der Steppengras. Bis einige Zufälle dafür sorgten, dass Major Marcel zu berichten begann, was er damals erlebt hatte. Zeuge für Zeuge wurde von hartnäckigen Forschern ausfindig gemacht, Das unglaubliche Bild zeichnete sich in immer unglaublicherer Weise ab, bis die verrückte Geschichte mehr und mehr plausibel klang. Hier war es wieder, das Rätsel von Roosevelt. Doch das Militär beharrte auf der Behauptung, damals sei nichts als ein gewöhnlicher Wetterballon abgestürzt. Auf äußeren Druck hin musste die US-Luftwaffe dann allerdings nach Jahrzehnten der Beharrlichkeit zugeben, dass diese Geschichte so nun doch nicht stimmte. Nachdem der Kongressabgeordnete Stephen Schiff, New Mexico, durch seine Wähler gebeten worden war, in ihrem Interesse den, Fall Roosevelt, zu erforschen, leitete er bei diversen Behörden mithilfe des US-Bundesrechnungshofes GAO, General Accounting Office, eine Aktensuche ein, die allerdings nicht allzu viel erbrachte. Interessanterweise aber waren etliche wichtige Dokumente aus dem Schriftverkehr von RAF aus jenen Tagen unerklärlicherweise vernichtet worden, die wahrscheinlich mehr Aufschluss darüber hätten geben können, was seinerzeit wirklich geschehen war. Die Luftwaffe ihrerseits gab dann noch vor Beendigung der GAO-Untersuchungen einen, abschließenden Rätsel an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit Bericht zum Roosevelt-Zwischenfall heraus, in dem sie erklärte, der abgestürzte Körper sei kein normaler Wetterballon gewesen, sondern habe zum Projekt Mogul gehört, eingestuft, T.O.P. Secret Das Ziel sei gewesen, Luftdruckwellen sowjetischer Atomtests in der Atmosphäre nachzuweisen. War diese Erklärung plausibel? Nun, höchstens auf den ersten Blick, denn auch wenn das Projekt streng geheim war, dann betraf das nur seine Aufgabenstelung, nicht aber das Material. Denn Mogul war rein äußerlich ein Wetterballon. Die Technik war so unspektakulär und, harmlos, dass auch Studenten daran arbeiteten. Sie wussten nur nicht, wozu der Ballon eingesetzt werden sollte. In ihrem Bericht ignorierte die RVs auch vollständig all jene Berichte glaubhaft erzeugen, die versichert hatten, jene fremden, absolut nicht menschlichen Wesen gesehen zu haben, auf dem Transport oder während medizinischer Untersuchungen oder während der BVACU spezieller Gebäude und so weiter. Auch blieben weiterhin viele Fragen offen, zum Beispiel, warum das Absturzgebiet so streng bewacht war, warum Bratel verhört wurde und vieles mehr. So entstand wiederum öffentlicher Druck auf die Air Force, die dann mit einem weiteren, Abschlussbericht, aufwartete, der rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum des Absturzsees veröffentlicht wurde. Nun versuchte die Luftwaffe, auch die Zeugenberichte über ungewöhnliche Wesen zu erklären. Demnach schienen sich die betreffenden Militärs dessen bewusst zu sein, dass diese Aussagen nicht ganz unsinnig waren und daher erklärt werden mussten. Schließlich hätten sie auch feststellen können, dass dies alles viel zu abstruss sei, um überhaupt darauf eingehen zu müssen. Das Verhalten und die Aussagen der offiziellen Stellen belegen also, es wurden Wesen gesehen. Nur die Deutung ist eine grundsätzlich andere. Damals seien die ersten Testpuppen eingesetzt wurden. Man habe sie an Fallschirmen von Flugzeugen abgeworfen, um die Auswirkungen solcher Aktionen auf den Menschen besser abschätzen zu können. Das ist zwar richtig, doch die Behauptung, jene Zeugen hätten Puppen für außerirdische gehalten, scheint doch recht abwegig zu sein. Erstens muss Stan noch einige Jahre nach dem Roosevelt-Absturz verstreichen, bis die ersten, Dummies, zum Einsatz kamen, zum zweiten wurden Puppen verwendet, deren Proportionen denen erwachsener Menschen entsprach. Die Augenzeugen, darunter hochrangiges RVs-Personal, beschrieben die bei Roosevelt geborgenen Wesen als außergewöhnlich klein und humanoid, also menschenähnlich, aber anders proportioniert. In ihrem neuen Bericht kombinierte die USAF noch mehrere andere Ereignisse, die teils erst Jahrzehnte nach Roosevelt stattfanden, um damit eine irdische Variante des Vorfalls plausibel zu machen. Nur, ob diese bunte Mischung der Wahrheit entspricht, ist mehr als fraglich. Geheim Basis Area 51 So haben wir nun vier verschiedene offizielle Interpretationen des Falls. Eine, eine fliegende Scheibe 2, ein Wetterballon 3, ein Mogulballon 4, Crash-Test-Dummis, Mogul, diverse Flugzeugtests und NASA, Versuchsobjekte. Demgegenüber steht die zwar offenbar völlig unwahrscheinliche, aber kurioserweise konsequenteste und bisher in ihren Grundzügen kaum variierte Geschichte vom havarierten Raumfahrzeug. Nach seiner Bergung durch das US-Militär soll dieses Gerät letztlich zusammen mit den aufgefundenen Wesen zum Ride-Patterson-Luftwaffen-Stützpunkt in Ohio gebracht worden sein. Natürlich unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, unter strengster Geheimhaltung. 1984, also nur wenige Jahre, nachdem, Roosevelt, wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt war, tauchten dann ungewöhnliche Filmrollen im Briefkasten eines Filmproduzenten namens Real-Misandera auf. Sie zeigten offenbar extrem geheime Dokumente, eingestuft, T.O.P. Secret-Majujic, die ein kurzes Informationspapier wiedergaben, das an den gewählten, aber noch nicht im Amt stehenden Präsidenten T. White, I.K. D. Eisenhower adressiert war. Hier war eindeutig die Rede davon, dass im Juli 1947 ein nicht-irdisches Raumschiff in New Mexico abgestürzt und samt Besatzung geborgen worden war. Der neue Präsident wurde ferner informiert, dass eine spezielle Gruppe hochrangiger Vertreter aus den Reihen von Regierung, Militär und Wissenschaft gebildet worden war, die alle Probleme und Aufgaben zur Erforschung und Sicherung der fremden Technologie und Biologie zu erforschen bzw. zu bewältigen habe. Diese Gruppe, die für die Leitung aller betreffenden Projekte zuständig und verantwortlich war, wird zitiert als Majestic 12 oder kurz MJ 12. Die MJ 12-Dokumente waren unter Forschern bald heiß umstritten, und heute sind die meisten der Ansicht, dass diese Papiere gefälscht wurden. Allerdings lässt sich das nicht beweisen, genauso wenig wie ihre Echtheit. Denn obwohl beispielsweise die Unterschrift von Präsident Truman in einem begleitenden Memorandum fast identisch ist mit derjenigen in einem anderen Dokument, bedeutet dies nicht, dass die MJ 12 Papiere gefälscht sein müssen. Abgesehen davon, dass es schon merkwürdig wäre, unter den Tausenden der Dokumente, die Truman unterschrieben hat, ausgerechnet dasjenige zu finden, das zur Fälschung herangezogen wurde, enthalten die Schriftstücke etliche Informationen, die niemandem außer echten, Insidern, bekannt gewesen sein können. So gehen selbst sehr skeptisch eingestellte Rätel an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Untersucher des Materials davon aus, dass eine Gruppe innerhalb der Geheimdienste die Dokumente gefälscht hat und nicht etwa, dass schlicht sensatierensgierige Uphologen dahinterstehen. Die Frage, aus welchen Gründen Geheimdienstler solch eine Fälschung anfertigen sollten, bleibt offen. Roosevelt und Majestic 12 führen uns in ein Sinistriesreich der Verschwörung und Geheimhaltung zum UFO-Thema. Doch stellen sie nur einen von vielen Ausgangspunkten in diese geheimnisvolle Welt dar, für deren Realität etliche harte Fakten sprechen. Das Verhalten der US-Luftwaffe zur UFO-Frage allgemein ist so ambivalent und unstimmig wie auch im Paradefall Roosevelt. Angeblich wurden die über einige Jahre hinweg durchgeführten offiziellen UFO-Forschungen mit Abschluss des Projektes Blue Book im Jahr 1969 beendet. Seitdem, so behauptet die Air Force, bestehe keinerlei Interesse mehr an UFOs. Schließlich habe man festgestellt, dass die beobachteten Phänomene, natürlich, erklärbar seien und nicht zum Beispiel auf außerirdische Besucher zurückgingen. Ein wissenschaftliches Rätsel oder gar eine Gefahr wären die UFOs jedenfalls nicht. Im Auftrag der Air Force hatte die Colorado Universität die 1969 beendete Condon-Studie durchgeführt, benannt nach dem Atomspektroskopiker Edward Hula Condon, einem erklärten UFO-Erz-Skeptiker. Von vornherein war das Ziel und Resultat der Studie klar vorgegeben, man musste zeigen, dass UFOs nicht existent seien. Doch für andere Wissenschaftler und die Öffentlichkeit sollte der Eindruck einer seriösen, objektiven, wissenschaftlichen Studie entstehen. Beinahe wäre die pseudowissenschaftliche Natur der Condon-Studie noch bereits vor Abschluss des Projektes aufgeflogen, und nur mit viel Geschick gelang es, die Angelegenheit noch einigermaßen, ehrenhaft, durchzuziehen. Heute belegt dieses Projekt wie viele andere Fälle, dass die US-Behörden ein Spiel mit doppeltem Boden spielen, wenn es um UFOs geht. Obwohl angeblich seit 1969 sämtliche UFO-Akten im Archiv für Luftwaffengeschichte auf der Bollinger Force-Basis in Washington, DC-Ruhen und keinerlei Forschung mehr betrieben wird, verstricken sich ervauswert retterer immer wieder in widersprüchliche Aussagen. So erklärte in den 80er Jahren ein Sprecher, man habe zu einem bestimmten aktuellen Fall alle Daten und Aufzeichnungen überprüft, ja, wie denn, wenn man sich doch angeblich gar nicht mehr damit befasst. Und so geht es mit vielen Aussagen offizieller Stellen, wenn UFOs angesprochen werden. Doch eigentlich ist das nichts Besonderes, denn auch sehr viel weltlichere geheime Projekte der USA werden jahrzehntelang abgestritten, selbst wenn bereits erdrückende Indizien vorliegen. Es stimmt auch schickt weg nicht, dass groß angelegte Programme sich nicht geheim halten. Geheim Basis Area 51 Ließen, wie manche behaupten. Der Bau der ersten Atombombe, das Manhattan-Projekt, blieb beispielsweise bis zuletzt geheim, obwohl tausende von Militärs und Wissenschaftlern daran beteiligt waren. Den Mitarbeitern, die ohnehin genau ausgesucht sind, werden freilich hohe Strafen angedroht, sollten sie je über ihre Arbeit sprechen, von der nicht einmal ihre Familien das geringste wissen. Mentale Folter ist keine Seltenheit, auch wenn natürlich ein produktives Arbeitsklima bewahrt sein muss. Doch niemand darf auch nur eine Sekunde die Konsequenzen für sich und seine Familie vergessen, die ein falsches Wort mit sich bringen könnte. Der Mechanismus der Geheimhaltung ist bis ins letzte Detail ausgeklügelt, manchmal nimmt er geradezu paradoxe Formen an. Wir werden noch genügend Beispielen dafür begegnen. Die Sonne war bereits etwas tiefer gesunken, und wir entschlossen uns, den Ort des F4-Absturzes wieder zu verlassen. Der Eindruck war wirklich gewaltig. Immer dachte ich darüber nach, wie es damals in New Mexico wohl gewesen war, und wer wohl letztlich Recht behalten würde, die Verfechter der Raumschiff-Theorie oder die erklärten Skeptiker. Aber würde die Wahrheit hier herauskommen? So plastisch hatte ich die Ereignisse von damals noch nie vor Augen gehabt. Kein Wunder, in Anbetracht der Szenerie, die sich vor uns auftat. Und alles schien so bedeutungsvoll. Im Vordergrund die glitzernden Metallsplitter und am Horizont die Berge des Grom-Renge, die bereits zur Ostecke der berühmten Area 51 gehörten, jenem bestens abgesicherten hochgeheimen Sperrgebiet, jenem kurioserweise geheimsten und gleichsam bekanntesten militärischen Testgelände der Vereinigten Staaten. Auf dem geborgene UFOs lagern sollen in diesem Landstrich scheinen, Fact, und, Fiction, sich miteinander zu vermischen, eine scharfe Grenze lässt sich nicht mehr ziehen. Dazu kursieren zu viele Gerüchte, aber mehr noch, auch sehr ernst zu nehmende Beritschte über unerklärliche Flugobjekte, die nachts über der Geheimbasis physikalisch eigentlich unmögliche Flugmanöver vollführen. Immer wieder tauchen sie auf, helle Lichter in der Nacht, die in Zickzack-Mustern vor dem prachtvollen Sternenhimmel der Wüste näsige Sprünge vollführen, mit unvorstellbarem Tempo Enge. Kurven fliegen und atemberaubend schnell davonziehen. Doch sind sie alles andere als jede Nacht zu sehen. So haben die beiden fiktiven FBI-Agenten Skully und Mulder aus der mittlerweile zur Kult-Serie avancierten amerikanischen Mystery-Reihe, X-Files, Acte X, schon beachtliches Glück, als sie zu, Allens Air Force Base, im US-Bundesstaat Idaho aufbrechen und dort in der Nacht beobachten können. Rätel an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Ein Wald aus Joshua Trees in der Weite Nevadas. Im Hintergrund sind die Ausläufe des Chrom Range zu sehen. Aufnahmeverfasser Wie solche Lichter einen regelrechten Tanz am Himmel aufführen. Die Drehbuchautoren hatten bei dieser Folge nichts anderes als Area 51 im Hinterkopf, die sie lediglich umtauften und an einen anderen Ort verlegten. Viele Details, wie sie im Film vorkommen oder Erwähnung finden, stimmen mit den Fakten überein. So ist das originale Vorbild ebenso wenig in offiziellen Kartenwerken wie dem, US Geological Survey, der, US-amerikanischen geologischen Durchmusterung, verzeichnet, wie jene, Allens AFB. Auch die mysteriösen und markierten, schwarzen Helikopter, spielen eine Rolle und, Männer, in schwarz, Agenten einer finsteren Macht, die, so unglaublich es klingen mag, ebenso ihr Gegenstück in UFO-Zeugenberichten besitzen. Und so geht es weiter. Das hyperschnelle Geheimflugzeug Aurora, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit und wirklich bereits auf Area 51 fliegt, findet Erwähnung, und sogar die Wirtin in der nahegelegenen Bar, The Flying Samuka, ähnelt Pat Travis, der Chefin der Motelbar, Little A, Le, in, in jener winzigen Wüstensiedlung Reutal. Einem, Mekka der UFO-Begeisterten. Im Film gelingt es Agent Mulder, in das Sperrgebiet der Islands Air Force Base einzudringen und dort in geheimen Hangars Fluggeräte zu sehen, die ganz offenbar nicht von dieser Welt stammen. Geheim Basis Area 51 Und wieder erinnert die Geschichte auffallend deutlich an, Area 51. Im Frühjahr 1989 nämlich tritt der amerikanische Techniker Robert S. Lazar mit der unfassbaren Behauptung an die Öffentlichkeit, genau dort mit der Erforschung des Antriebssystems einer außerirdischen Flugscheibe betraut gewesen zu sein. Im abgeschiedenen Hinterland von Nevada werden die X-Akten also tatsächlich lebendig. Die Sonne brennt immer noch unerbittlich heiß. Nachdem wir die Absturzstelle des Phantom F4-Gids wieder zurückgelassen haben, kommen wir noch an einem alten Steinhaus aus der Siedlerzeit vorbei und machen kurz Zwischenstopp. Die Jahre sind alles andere als spurlos vorbeigegangen an dem Bau, der geradezu gespenstisch einsam auf einer kaum erkennbaren künstlichen Erhöhung in der Wüste ruht. Nur die Grundmauern stehen noch, von einem ehemaligen Dach ist nichts mehr übrig geblieben. Wenige Meter davon entfernt wittert ein ebenso alter Holzverschlag vor sich hin, halb in die Erde hineingebaut, um Vorräte vor der Hitze längst vergangener Tage zu schützen. Roger warnt davor hineinzugehen, wieder wegen der Klapperschlangen, die ihre Nester bekanntlich mit Vorliebe in solchen verfallenen Unterständen anlegen. Glücklicherweise kommen die unangenehmen Wüstenbewohner im insgesamt etwas kühleren Hochland von Nevada doch ein wenig seltener vor als beispielsweise in Arizona oder New Mexico. Ein Rennscher trifft's im Durchschnitt alle paar Monate einmal auf eine Klapperschlange. Bislang ist mir selbst im unwechsamsten Gelände noch keine begegnet, worauf ich freilich auch keinen gesteigerten Wert lege. Nur vereinzelt konnte ich andere Schlangeen sehen, darunter ein sehr großes graues Exemplar, welches beinahe schon eine Hälfte des berühmten High-Way-375 einnahm, der nahe an der Sperrzone vorbeiführt. Auch von den Einheimischen konnte mir niemand sagen, was für eine Schlange das gewesen sein mochte, sie blieb unidentifiziert, wie auch viele der Flugobjekte, die sich am dortigen Himmel zeigen. Wie es einem Menschen ergehen kann, der zu lange ohne Wasser durch die trockene Steppe streift, demonstrierte und sehr eindringlich ein Biss auf Haut und Knochen ausgedörrter Kojote, der mumifiziert vor dem Holzverschlag lag. Es gab schon ein recht makaberes Bild ab, als Roger dem längst verplikänen Wüstenbewohner einen Fußtritt versetzte, das es nur so staubte. Ein Mensch benötigt in derartigem Terrain pro Tag schon rund acht bis zehn Liter Wasser, um dem Erhalt seiner Gesundheit gerecht zu werden. Obwohl wir genügend Wasser dabei hatten, verhielten wir uns auf dieser Fahrt allerdings nicht gerade sehr, wüstenmäßig. Fortwährend schütteten. Rätsel an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Wir zog Krieges, sieben ob, in uns hinein, wobei wir wegen des Straßenzustands Probleme hatten, nichts daneben zu schütten, und vertilgten dazu auch noch kräftig gewürzte Chips, die uns die beiden geübten Pfadfinder anboten. Auf der Rückfahrt nach Rätsel führte uns der Weg automatisch am Ranchhaus des alten Wesslernkohlen vorbei, der mindestens genauso zu jener Gegend gehörte wie die, Erie. Ich hatte schon gelegentlich von ihm gehört, war ihm zuvor jedoch nie persönlich begegnet. Ein erstaunlicher Mann. Mit seinen 93 Jahren immer noch rüstig und körperlich wie geistig gesund genug, um sich weiterhin selbst versorgen zu können. Ich habe oft über ihn nachgedacht. Dieser Besuch bei ihm war nicht nur wiederum eine unglaublich greifbare Zeitreise, sondern in gewisser Weise ein bedrückender Exkurs in die Einsamkeit. Trotz der Schönheit der Landschaft ist es doch beinahe unvorstellbar, sein gesamtes Leben, seinen Lebensabend alleine dort draußen zu verbringen. Wie viele einsame Tage und Nächte hat jener, ein Siedler, schon erlebt, an denen draußen der Wind ums verfallene Haus streicht und durch die undichten Fenster pfeift, wenn wie zu Indiener Zeiten die Kojoten in der sonst so stillen Wüste heulen und niemand da ist, mit dem man sprechen kann. Natürlich, der alte Wessler kennt seit langem schon kaum etwas anderes. Ihm ist die Gegend vertraut, wie sonst nur wenigen. Kurz nach der Jahrhundertwende im Nahen Alamo geboren, kam er 1932 in das Tal, als es, Rachel, noch überhaupt nicht gab. Er arbeitete viele Jahre für eine Mine und errichtete in den 60ern eine eigene bescheidene Mabelmühle, die später bei einem Brand zerstört wurde. Wessler und sein baufälliges Haus schienen eine Einheit zu bilden, die von der Vergangenheit lebt, von der fernen Vergangenheit der Gründerzeit. Fast jedes Detail erinnerte an jene bewegten Jahre, jedes Möbelstück, jedes vergilbte Foto und all die alten, in grellbunten Farben gemalten. Bilder an den Wänden. Sie hätten jedem echten Saloon zur Ehre gereicht, ebenso wie das verstimmte Piano im Wohnraum. Für Wessler selbst hatte Zeit ohnehin schon lange keine Bedeutung mehr. Ein Kalender an der Wand zeigte das Jahr 1976 oder war es 1978? Egal, bedeutungslos. Der hagere alte Mann sah uns wohlwollend und aufgeschlossen aus seinen grün-grauen Augen an, die schon so viel gesehen hatten, er sah uns, vergleichsweise so junge Menschen, manchmal allerdings auch wieder fast fragend an, die wir aus einer für ihn zum Teil völlig fremden Welt kamen. Tatsächlich lag das Alter von uns allen Vieren zusammengenommen gerade einmal 13 Jahre über dem Seinen. So wirkte auch seine Welt auf uns zwangsläufig wie eine anachronistische Projektion, unwirklich und greifbar zugleich. Doch auch am alten Gisle waren die technischen Errangenschaften neuerer Zeiten nicht spurlos vorübergegangen, und er verstand. Geheimbasis Area 51 Einige zu nutzen Mit Begeisterung zeigte er uns seine Sammlung von Steinen, die er in der Gegend gesammelt hatte, und beleuchtete sie mit einer Ultraviolet-Lampe, damit sie in geheimnisvollen Farben fluoreszierten. Sie schienen ihn regelrecht gefangen zu nehmen mit ihrem magischen Leuchten. Diese glimmenden Steine, das Piano und die außergewöhnlich schönen Katzen waren wohl seine einzige Freude und Abwechslung, neben alten Erinnerungen aus neun Jahrzehnten. Roger erzählte uns, dass Wesley Rue früher chinesische Hilfsarbeiter bei sich eingestellt hatte und noch heute gelegentlich glaubt, sie würden in den mittlerweile freilich verwesten Nebengebäuden für ihn arbeiten. Als die geheime Anlage der Area 51 errichtet wurde, war Wesley in den besten Jahren. Was er wohl in all der Zeit, die seitdem verstrichen ist, am Himmel über Kachel und dem Stützpunkt gesehen haben mochte. Wir brachten es nicht in Erfahrung, denn diesmal dachten wir ausnahmsweise nicht einmal einen Augenblick daran, über Ufos zu sprechen, dazu waren wir viel zu gefangen von der so melankolischen, nostalgischen Stimmung an diesem Ort und Wesley allzu beschäftigt mit seinen Steinen. Er wollte uns noch manches erklären, was ihn bewegte. Beinahe schon schien er uns gar nicht mehr gehen lassen zu wollen. Doch wir mussten langsam zurück nach Rachel, Roger hatte dort noch zu arbeiten. Es tat uns freilich leid, den armen Alten wieder der Einsamkeit zu überlassen. Doch Roger drängte nun auch deshalb zum Aufbruch, weil er wusste, dass der Abschied sich sonst noch ohne weiteres bis in die Nacht hinaus zögern könnte und immer schwerer fallen würde. Doch beide versprachen Wesley, bald wieder vorbeizukommen und nach dem Rechten zu sehen. Ob wir ihn noch einmal wieder sehen werden, ist natürlich fraglich. Sollte das aber der Fall sein, werden wir ihn wegen der mysteriösen Lichter fragen, auch wenn niemand wohl den Antworten eines so alten, sonderlichen, einsamen Mannes wird glauben schenkeln wollen. An jenem Abend beschlossen Marina und ich, noch einmal zu vorgerückterer Stunde in die Wüste hinaus zu fahren. Gegen 10 Uhr nahmen wir auf dem Highway 375 Kurs nach Südosten, in Richtung Alhamo, und bogen nach 24 Meilen auf eine breite Schotterstraße ab, die legendäre Chromlake Route, die als kerzengerade Linie durch die Wüste hindurch verläuft. Mitten hinein in das Sperrgebiet von Erio 51stens benannt ist die Straße nach einem mittlerweile ausgetrockneten See, dem Chrom-3-Lake, an dessen südwestlichem Ufer sich die ungeheuren Anlagen von Erio 51 erstrecken. Schon einige Nächte zuvor hatten wir direkt an der Grenze zum Land der Außerirdischen, das unter anderem auch als, Triemland, Traumland. Rätel an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Bekannt ist, Nachtwache gehalten, ohne etwas Besonderes zu sehen, aus sehr einigen Sicherheitsfahrzeugen, die ständig um das Gelände herum patrouillieren. Diesmal befinden wir uns nur wenig entfernt von der Hauptstraße und damit auf relativ, sicherem, Terrain. Als uns bald darauf eines der Sicherheitsfahrzeuge passiert, die einer anonymen, privaten Wachgesellschaft angehören, steigt niemand aus, um uns über unsere Absichten zu befragen. Allerdings täuscht dieser Umstand nicht über die Alarmbereitschaft des Personals hinweg. Der weiße Jeep Cherokee, das, Standardvehikel, der Security von Erio 51, bleibt in wohlbemessener Entfernung von uns stehen, um die weitere Entwicklung abzuwarten. Plötzlich leuchten in der Ferne mehrere heile, orangefarbene Lichter auf, die eine Linie bilden, in Schräglage zum Horizont. Tatsächlich wirkt diese Konfiguration wie ein großer Diskus, an dessen Kante mehrere strahlende Luken oder Lichtquellen anderer Art befestigt zu sein scheinen. Diese faszinierende Erscheinung, die nicht einmal eine Minute lang zu sehen ist, sinkt langsam zum südlichen Horizont hinab und verlöscht genauso schnell, wie sie aufgeblitzt ist. Konnte das eine erste Begegnung mit dem, auserwältlichen, gewesen sein. Nellys und das Wunderland Kapitel 2 Eigentlich beginnt alles wie in einem echten, typischen Agentensriller, einer Story eher einfacher Strickart. Ausgangspunkt zahlreicher Ereignisse um, Dreamland, ist ein auf den ersten Blick wohl völlig unpassender Ort, dessen gesamter Charakter zunächst in keiner Weise an finstere, hochgeheime Aktivitäten, an Regierungsverschwörung und UFOs erinnert, die in ein buntes Lichter mehr getauchte Vergnügungsstätte und Spieler-Metropole Las Vegas im Süden Nevadas. Wer hierher kommt, denkt in der Regel nur an recht vordergründige Betätigungen und pure Kurzweil. Schon der Landeanflug mit einer Abendmaschine wird zu einem Ereignis. Nachdem lange Zeit nichts als Dunkelheit dort unten in den weiten Wüsten des amerikanischen Westens herrscht, nachdem vielleicht gerade einmal ganz vereinzelt einige schwache Lichtchen kaum nennenswerter an Siedlungen auftauchen, rückt plötzlich eine überwältigende Flut, einblitzen, blinken und leuchten ins Sichtfeld des Reisenden, sofern der Himmel wolkenlos ist, und damit ist in aller Regel in dieser Gegend zu rechnen. Die abermillionen Lichter schließen sich zu einem glühenden Teppich zusammen, mehr und mehr breitet sich die helle Fläche unter dem Flugzeug aus. Fast hat man das Gefühl, auf einer Raumstation anzudocken, weit draußen im All. Doch dann, mit abnehmender Höhe, zeigt sich die weltlichere Seite des urbanen Spektakels. Breite Straßenzüge werden unerkennbar, und langsam zeichnen sich auch die Reisigen-Casino-Komplexe in einem schillernden Farbenspiel ab. Eine grandiose Kulisse, doch gleichsam Zeugnis bedenkenloser, geradezu gedankenloser Verschwendung. Las Vegas, heute noch eine der am schnellsten wachsenden Städte in den USA, saugt wie ein Vampir an der lebenswichtigen Ader des unweit dahin strömenden Colorado River, der die Region mittels der Geheimbasis Area 51 Technik des gewaltigen Hoferdamm an der Grenze zu Arizona mit Wasser und Strom versorgt. Doch daran denkt kaum jemand, wenn er in L.V. ankommt. Schon am Flughafen klingeln die Kassen, überall stehen die einarmigen Banditen, um auf das Geld ihre Opfer zu lauern, nicht selten ältere Herrschaften, die die Wochenenden und ihren Lebensabend mit dem Glücksspiel verbringen. Meist begrüßt den erwartungsvollen Besucher beim Verlassen des klimatisierten Kkaran Airport ein angenehmer Hitzeschwall. Die abendliche Wärme sorgt für buntes Treiben auf den Hauptstraßen, vor allem natürlich dem Las Vegas Boulevard, kurz, The Strip, auf dem ein Casino am anderen, ein verrückterer Bau nach dem nächsten mit Überraschungen aufwarten. Ein regelrechtes Kitschparadies, ein Kindergarten für Erwachsene. Die Casinos sind bis ins Detail bestimmten Themen, Epochen, Sehenswürdigkeiten gewidmet, worauf ihr gesamtes Äußeres eindrucksvoll hinweist. Sei enn ist die roten und blauen Neon-Türmchen des einem König Arthur Schloss in amerikanischer Manier nachempfundenen, Excalibur, seien es die riesige, lasergekrönte Glaspyramide des, Luxor, mit seiner Gipsernens Finns oder das Piratenschiff des, Trischer Island. Vergnügen ist hier offenbar alles. Während einige Glücksritter sich in einer riesigen Colaflasche im Steilwand klettern üben, bewundern andere auf der gegenüberliegenden Straßen sehlte jede Viertelstunde den Ausbruch eines künstlichen Vulkans. Da zwischendonnern großvolumige Sportwagen, Fipas, Corvettes, Kamaros und andere, heimische Exoten, den Strip entlang, vorbei an angestrahlten Pelmen und gesittet umherwandeln den Besuchermaßen. Leben und Musik, Haarleis und, coole Typen, Boxkämpfe und weiße Tiger, lange Vimousinen und noch längere Buffets, das alles und noch viel mehr macht für viele die Faszination des glitzernden, überschäumenden und nie ruhenden Las Vegas, jener, 24-Stunden-Stadt, aus. Ein Touristenzentrum, relativ sauber und sicher gehalten von einer gut funktionierenden Casino-Mafia. Doch diese Stadt hat noch viele andere, sichtbare und weniger sichtbare Seiten. Wo heller Glanz ist, da gibt es auch kräftige Schatten. Eine dieser eher finsteren Seiten interessierte mich seit meinem ersten Aufenthalt dort in besonderem Maße, ja, war vielmehr der einzige Grund für mich, überhaupt dorthin zu fliegen. Denn Las Vegas bildet den Ausgangspunkt einer Reise in die tiefste Geheimhaltung, die man sich nur vorstellen kann. Hier finden die ersten Begegnungen mit dem Reich der streng klassifizierten, sogenannten, schwarzen Projekte, Stadt, über deren Sinn und Zweck selbst hohe Repräsentanten des Landes oft völlig im Unklaren gehalten werden. Von hier führt der Weg hin in die Welt unheimlicher Geschichten. Nellys und das Wunderland. Und Gerüchte über außerirdische Raumschiffe auf dem supergeheimen Wüstenstürzpunkt, Area 51. Man muss nicht lange in Las Vegas weilen, um ganz grundsätzlich erst einmal starke militärische Präsenz festzustellen. Wer den, Strip, immer weit her in nordöstliche Richtung entlang fährt, kreuzt schließlich den breiten Nellys Boulevard. Hier, in Las Vegas Nord, beginnt das Gelände der Nellys Air Force Base mit ihrem riesigen Testgelände. Der Luftwaffenstützpunkt ist zu Ehren von First Leutnant William H. R. Nellys benannt, der im Alter von 28 Jahren während eines Einsatzes als Kampfpilot am 27. Dezember 1944 über Luxemburg ums Leben kam. Kurz nach Überqueren des Nellys Boulevard taucht auf der rechten Straßenseenseite der Haupteingang der Basis auf, flankiert von einem geschickt ausgeführten Monument, das Vierjäger der berühmten, Thunderbirds, zeigt, jener glänzenden F-16-Renommierstaffel. An Dienstag und Donnerstag Nachmittagen ist der Besuch des dazugehörigen, Home of the Thunderbirds, möglich, eine Air Force Rummishalle, deren Ausstellungsräume mit hunderten von Militärtrophäen, Widmungen und Ehrenzeichen allerdings wohl nur für wahre Patrioten von größerem Interesse sein dürfte. Freundliche Offiziere führen außerdem noch einen Film über die beeindruckenden Flug. Künste der F-16 vor, und als unvoreingenommener Besucher erhält man wie das Thunderbird-Monument am Eingang zur Nellys Air Force Base, Las Vegas. Aufnahmeverfasser. Geheimbasis-Area 51. Üblich den Eindruck, die Welt sei hier in Ordnung. Das Militär sorgt für sein Land, hat jede Situation meisterhaft und ohne jegliche Probleme im Griff und pflegt einen offenen Kontakt mit der Bevölkerung. Fragen darüber, wie man Pilot wird oder welche Reichweite die hochglanzpolierten Vorflügezer-Bennen, werden bereitwillig beantwortet. Doch täuscht dies alles nicht darüber hinweg, dass die Offenheit freilich sehr schnell eine Grenze hat und das, was man zu sehen bekommt, eigentlich längst museumsreif ist. Aber, eilen wir der Geschichte nicht voraus. Mit Sicherheit sind die meisten, die in hoher Position zum Kreis militärischer Geheimnisträger erzählen und zuweilen über, sein, und, nicht sein, entscheiden, davon überzeugt, im Sinne der Landis Verteidigung das einzig Richtige zu tun. Man muss auch gar nicht erst über die Notwendigkeit von Geheimnissen in unserer Welt diskutieren. Keine Frage, es muss sie in einem gewissen Rahmen geben. Im Übrigen, nur die wenigsten Angehörigen jener großen Militärkomplexe dürften wirklich sehr viel mehr wissen als Außenstehende. Denn je kleiner der Kreis derer, die wirklich über die Zusammenhänge und Projekte informiert sind, desto besser ist die Geheimhaltung sichergestellt. Gut, das sind letztlich Binsenweisheiten. Der beeindruckendste Part des Aufenthaltes auf, Nellys, ist der Besuch des F-16-Hangars, in dem meistens auch eine oder mehrere dieser faszinierenden, doch längst überholten Maschinen stehen und aus nächster Nähe bewundert werden können. Die Hauptaufgabe des Thunderbird-Teams, der, T-Birds, ist, Aufmerksamkeit und Faszination zu verbreiten, den Patriotismus zu pflegen und effektiv, weil effektvoll, für die Luftwaffe zu werben. Auf Airshows vollführen dazu die Luftakrobaten, die, Aerobatik-Teams, hochpräzise Kunstflugfiguren mit wirkungsvollen Show-Einlagen in fast schon wieder für Las Vegas typischer Manier. Rund 80 solcher öffentlichen Flugdemonstrationen finden im Jahr statt, vor durchschnittlich insgesamt 10 Millionen Zuschauern. Das dafür erforderliche harte Training absolvieren die Piloten hauptsächlich auf dem Indiensprings Auxiliary Airfield nordwestlich von Las Vegas. Indiensprings-Range 63 befindet sich wie zahlreiche andere streng gesicherte Testareale auf dem Nellis Air Force Range, dem sich unmittelbar im Norden der Tonopat-Testrange, TTR, anschließt. Das gesamte vom Militär genutzte Gelände nimmt eine Fläche ein, die mit über 3 Millionen Hektar beinahe der Größe der Schweiz entspricht. Begonnen hatte alles sehr bescheiden im Jahr 1941. Am 25. Januar jenes dritten Kriegsjahres wurde ein Gelände rund 15 Kilometer nördlich von Las Vegas dem USA mit Quartermester Chor übergeben, um eine, flexible Schule für Geschützwesen, einzurichten, zum Training von Luftschützen bis Nellis und das Wunderland Die verschiedenen Bereiche des riesigen Nellis-Testgeländes Tief verborgen liegt, Dreamland, mit seinen beiden Trockenseen Chrom und Paproselake Grafik, Glen Campbell Zur Kampfesreife Die ersten Aktivitäten dieser, Las Vegas Army Air Corps Gunner School, bestanden in der Einrichtung eines kleinen Büros innerhalb der Post von Las Vegas. Dort bereiteten fünf Stabsoffiziere unter laut Col. Martinus Steen seht von der 79 THR Base Group alles weitere für den Betrieb des neuen Ausbildungsortes vor, der damals aus nicht mehr als einer Schotterpiste, einer Wasserquelle und einem kleinen Gebäude bestand. Das Gelände nahe Las Vegas, das damals nur rund 9000 Einwohner zählte, war für Übungszwecke hervorragend geeignet. Abgesehen davon, dass Grund und Boden äußerst preiswert waren, herrschte fast ausnahmslos perfektes Flugwetter mit grandioser Sichtweite. Die Idealbedingung KW Clear Air, Visibility Unlimited, also klare Luft bei unbegrenzter Sicht, war dort der Normalfall. Mitte 1941 hatte die Einrichtung schon beachtliche Ausmasse angenommen. Die nunmehr errichteten Barkenbotenplatz für 3000 Mann. Anfang 1945 gingen hier schon rund 11.000 Personen täglich ein und aus. Dann, zwei Jahre nach dem Krieg, wurden die Aktivitäten für ein Jahr unterbrochen, um den Stützpunkt 1948 mit Beginn des Koreakriegs wieder als Trainingszentrum für Kampfpiloten einzusetzen. Wiederum zwei Jahre. Geheimbasis Area 51 Später erhielt die Anlage ihren jetzigen Namen, die Nellis-Basis wuchs sich mit ihrem, Nellis Barming & Gunnery Range, zu einer der größten Militäreinrichtungen der Welt aus. Direkt neben dem Ton der Bird Hangar bietet sich dem Besucher von Nellis AFB ein guter Überblick über die diversen Rollbahnen und zahlreiche Gebäude an der benachbarten Kargenbergkette. Der Flugbetrieb scheint keine Pause zu kennen, ununterbrochen starten und landen die unterschiedlichsten Maschinen auf dem Gelände. Es gibt kaum etwas, was hier nicht anzutreffen ist, ob schwere Transportflugzeuge wie die C-130 Herkules oder, fliegende Radarfallen, wie die AWACS, Airborne Warning & Control System, ob Kampfjäger, zum Beispiel F-15 oder F-16 oder der, Tarnkappenbomber. B2. Natürlich gehört wie immer schon einiges Glück dazu, die selteneren Vögel anzutreffen, doch präsentiert sich das Gelände zu jeder Zeit unfraglich als Eldorado für Militär- und Flugzeugfreunde. Dieser Part von Nellis ist trotz bereits strenger Restriktionen für Bisoutier immer noch der offenste und zugänglichste Abschnitt, während die Einrichtungen und Testgelände im Norden allesamt fast komplett gesperrt und vom Ruf des Geheimnisvollen umwittert sind. Eine AWACS-Maschine im Landeanflug auf Nellis. Aufnahme Mannerarm an. Wenn man sich vom Nellis-Main-Gate wieder auf die Hauptstraße in nordöstliche Richtung begibt, geht es noch eine Weile am Zaun der Nellis AFB entlang. Kurz nach der Stelle, an der das Sperrgitter nach Osten abknickt, führt eine Schotterstraße direkt unter die Einflugschneise der Jates. Dort versammeln sich täglich einige Unentwickte, um die herandonnernden Wunderwerke zu beobachten und zu fotografieren. Es ist schon ein unbeschreibliches Gefühl, wenn beispielsweise ein B-1-Bomber Nellis und das Wunderland naht und mit seinen bekannt lauten Triebwerken nur wenige Meter über dem Kopf hinweg brüllt. In der Nacht ist von dieser Stelle aus die hell erleuchtete R.I.O. 2, zu sehen, bei der es sich wahrscheinlich um eines der größten Atomwaffenlager der Welt handelt. Ein so imposanter wie unheimlicher Anblick. Überhaupt hat Nellis mit seiner, Nevada-Testzeit, eine lange, traurige Tradition als Testgelände für atomare Sprengsätze und unglaubliche Kriegsspiele. In einem gewissen Rahmen kann man sich daher auch ohne weiteres Forstel lehnen, dass die sehr wendigen Jets und alles mögliche andere, Kriegsspielzeug, während wenig bekannter nächtlicher Aktionen des Militärs erscheinen und gehen am Himmel hervorrufen. Die wirken, als wären hier aus Erirdische am Werk. Am Himmel über Nevada sind viele sehr merkwürdige Dinge zu sehen, und wer unvorbereitet in diese Gegend kommt, wer dann auch noch vielleicht mehrere Nächte draußen in der Wüste verbringt, rund um die Grenzehen des so gewaltigen Testgeländes, wird sicherlich einige, UFOs, sehen. Nur eben, dass diese UFOs für ihn zwar unidentifiziert bleiben, aber doch nicht von fremden Welten stammen mögen. Andere Erscheinungen sind auch Experten ein Rätsel, könnten aber rein theoretisch immer noch auf fortgeschrittene Militärtechnik zurückzuführen sein. Wir werden noch sehen, dass wir uns allerdings bei weitem nicht immer auf diese Errungenschaften geheimer irdischer Ingenieurskunst berufen können, denn tief in der Sperrzone gibt es eben doch noch ganz besondere Rätsel. Die geheimnisvollen goldenen Lichter aber, die wir im Sommer 1997 von der Grumlake Route aussahen, jener Straße, die in die geheimste Zone von Nellys führt, Triemland, Bindestrich, diese Lichter waren leider keine, echten, UFOs. Es waren auch nicht die beleuchteten Fenster oder hellen Scheinwerfer einer einzelnen großen, fliegenden Untertasse. Was wir sahen waren, golden Orbs. Sie werden bei simulierten Luftkämpfen von Flugzeugen abgeworfen, sinken dann an Fallschirmen langsam hinunter auf das Testgelände und verlöschen. Durch Windströmungen können sie dabei auch leichtseitlich bewegt werden, doch zeigen sie nie besonders dramatische Bewegungen. Nach wenigen Minuten gehen die Lichter wieder aus, wobei sie möglicherweise von weiteren, Orbs, abgelöst werden. Manchmal kann man noch Rauchspuren hinter den Wecken aufsteigen sehen. Es gibt verschiedene Arten dieser sehr hellen, Leuchtkugeln. Einige scheinen dazu zu dienen, Wärmeempfindliche Infrarot-Gefechtsköpfe von den heißen Triebwerksgasen der Jets abzulenken, um damit die Zerstörung einer gefährdeten Maschine zu verwickeln. Andere, Orbs, werden wiederum eingesetzt, um die Kampfschauplätze am Boden zu beleuchten. Geheimbasis Area 51 Eine Kriegsübung ganz besonderer Art ist das Manöver, Red Flag, das seit November 1975 mehrmals jährlich über dem Nellis-Testgelände unter riesigem Aufwand durchgeführt wird und realer als jedes Filmspektakel inszeniert ist. In ihrem gleichnamigen Buch streichen die beiden Autoren Michael Skinner und George Hall die Bedeutung dieser Militäraktion von Anfang an unmissverständlich heraus. Wenn, wie der Duke von Wellington sagte, die Schlacht von Waterloo auf den Spielwiesen von Eton gewannnähen wurde, dann wurde der Golfkrieg, die effektivste Luftkampagne der Geschichte, ganz gewiss über den Wüsten. Von Nevada gewonnen, im realistischsten Kriegsspiel der Welt, Red Flag. Wie Skinner und Hall feststellen, wurde, Red Flag, oft mit, Top Gun, verglichen, wenn auch zu Unrecht. Denn während Top Gun weitgehend aus theoretischen Anteilen besteht, als fortgeschrittene Schule zur Beherrschung von Kampfjägerwaffen und der nötigen Taktik, handelt es sich bei, Red Flag, um einen völlig in die Praxis umgesetzten simulierten Krieg im großen Stil. Hier werden komplexe Krisensituationen von Militärstrategen entworfen, Szenerien, die zum Ausgangspunkt für die Kampfeshandlungen von, Red Flag, werden. Die Perfektion von, Red Flag, ist unglaublich. Gegnerische Militärstationen werden bis ins Detail nachgebaut, um den Einsatz so echt wie möglich zu gestalten. Im direkten Vorfeld des Golfkriegs erhielt, Red Flag, den Namen, Desert Flag, und die Piloten flogen maßstabsgerechte Ziele an, wie beispielsweise Bunkerpositionen der sowjetischen Skut-Raketen. Und die, Red Force, also der simulierte Feind, flog französische Mirages, genau wie die Irakis. Im Übrigen beschränken sich, Red Flag, Manöver nicht auf US-Streitkräfte. Die Zusammensetzung ist international, ebenso realistisch wie nur möglich. Hier treffen Dutzende von Einheiten verschiedenster Nationen aufeinander, wobei in den alliierten Kräften der, Blue Force, die großen Staaten ebenso vertreten sind wie recht kleine Partner, darunter zum Beispiel Singapur oder Venezuela. Innerhalb dieser multinationalen Übungen verwandelt sich, Red Flag, in, Kohlischen Flag. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer ausgefeilter Übungen, zum Beispiel ein mit Kanada koordiniertes und daher als, Mable Flag, Schrägstrich, Ahornflagge, bezeichnetes, Red Flag, Manöver, die sich von, Red Flag, mit der Zeit mehr oder minder abgekoppelt und verselbstständigt haben. Aufgrund der immer zahlreicheren und bedeutungsvolleren Möglichkeiten der modernen Elektronik entschlossen sich die Strategen 1982 letztlich zur Begründung von, Green Flag, das vollgepropft ist mit Radartechnologie und jeglichen Raffinessen der neuesten Flugelektronik, deswegen auch der Name, denn, Green Flag, erinnert an das fosforessierende Grün der Radarschirme. Nellys und das Wunderland. Verlieren wir uns aber jetzt nicht voll und ganz in der ja nicht gerade besonders erfreulichen Kriegsmaschinerie. Nur noch eine Bemerkung, recht gefährlich in einem besonderen Sinne ist die neue Manöver-Variante, Night Flag. Wie der Name schon sagt, läuft diese Übung erst in der Dunkelheit zur Höchstform auf. So können seltsame Blitze die Nacht erfüllen und lichtär erscheinen, die leicht fehlinterpretiert werden könnten. Mit falschem Alarm und Pseudofus ist in dieser Gegend also immer wieder zu rechnen. Allerdings zeigt sich schnell, dass daraus keineswegs der Umkehrschluss gezogen werden kann, nämlich, es gebe im Hinterland von Nevada lediglich irdische Kriegsspiele und keine echten UFOs. Wenn man einmal versucht, sich Ausmaß und Möglichkeiten von Red Flag bildlich vor Augen zu führen, kann schon der Eindruck entstehen, dass Nellys eine durchgehende, einzige große Spielwiese für den Scheinkampf zwischen den, guten blauen, und den, bösen roten, ist. Hier trainieren bestens geschulte Piloten den Ernstfall, ausgestattet mit erst rangegehen Flugzeugen und geradezu perfekter Technologie, nicht anders, als im, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, zu erwarten. Kann es etwas geben, das für das Militär wichtiger ist, das noch Bet-EU-Tender ist, als einem potenziellen Gegner mit den schlagkräftigsten, modernsten Waffen dem gar auszumachen? Offenbar kaum. Und doch gibt es ein ehrenes Gesetz, das offenbar vor nichts und niemandem Halt macht, auch nicht vor, red Fleck. Auf dem gewaltigen Territorium des Nellys Air Force Range existiert ein Gelände, das für nahezu alle Piloten der Welt tabu ist. Sicher ahnen Sie schon, es ist, Dreamland. So paradox das auch klingen mag, nicht einmal Piloten von Nellys sind befugt, in den Luftraum über diesem Gebiet einzudrängen, das wegen seiner rechteckigen Form bei Fliegern unter anderem als, Z-Box, die Kiste, bekannt ist oder nach der farbigen Markierung auf Flugkarten als, Red Square, das, rote Quadrat. Diese Zone wird um jeden Preis gemieden. Denn alle Teilnehmer des Spiels, sind sich dessen bewusst, dass die Missachtung jenes Gesetzes einen tödlichen Ausgang nehmen kann. Ganz gleich, wer die Grenze überfliegt, er muss damit rechnen, im Extremfall abgeschossen zu werden. Seit 11. August 1961 ist diese Zone, der Luftraum R-4808 offiziell gesperrt. Dreamland, liegt rund 130 Meilen, also ungefähr 200 Kilometer, nördlich von Las Vegas, versteckt hinter hohen Bergzügen. Ein Blick auf die Karte enthüllt, dass diese, Sperrzone innerhalb der Sperrzonee, ein Gebiet von rund 40 x 40 Kilometern umfasst, auf dem sie sich. Geheim Basis Area 51 Zwei Trockenseen befinden. Der weiter im Nordosten gelegene von beiden ist der bereits erwähnte Chrom-Dreilake. Obwohl Aufnahmen existieren, die eindeutig beweisen, dass an seinem westlichen Ufer ein riesiger Militärstützpunkt, die schon legendäre, Area 51, Bindestrich betrieben wird, wollten die Air Force und andere offizielle Stellen davon jahrelang nichts wissen. Mittlerweile muss Tianzi unter dem zunehmenden Druck der Öffentlichkeit doch etwas ähnlen kennen, aber immer noch wird um den heißen Brei herumgeredet. So ist nun lediglich sehr vage von einer, Installation, am Chrom-Lage die Rede. In einer neueren Stellungnahme erklärte das Pentagon sehr, freimütig, es existiert ein Testgelände nahe dem Chrom-Dreilake. Einige spezielle Aktivitäten, die dort durchgeführt werden, und zwar frühere wie auch gegenwärtige, sind Gegenstand der Geheimhaltung und dürfen nicht kommentiert werden. Über die Tatsache, dass sich dort eine regelrechte Geheimstadt verbirgt, darüber ergehen sich die Autoritäten lediglich in tiefem Schweigen. Unter dem Begriff Testgelände kann man sich ebenfalls recht viel vorstellen. Auch schließt er freilich ganz und gar nicht das Vorhandensein von Gebäuden ein, wie sie am Chrom-Lage in beachtlicher Zahl und Größe existieren. Noch diffuser wird die ganze Situation im Zusammenhang mit dem zweiten Trockensee südwestlich von Chrom-Lage-Ärie 51. Vom Paprose-Lage wissen wir bis heute nur sehr wenig. Er liegt noch tiefer und verborgener in, Driemland, und ist nur von einigen wenigen, weit entfernten und hohen Bergspitzen aus als helle Fläche erkennbar. Chrom und Paprose werden voneinander durch den Höhenzug des Paprose-Mountain-Range getrennt. Und genau in diesem Gebirge könnte es liegen, das größte Geheimnis unseres Planeten. Eingebettet in die südöstliche, dem Paprose-Lage zugewandte Flanke des gleichnamigen Bergzuges befinden sich nämlich angeblich jene bestens getarnten Hallen, in denen, sehr hartnäckigen Gerüchten zufolge, neun außerirdische Flugobjekte vor den Augen der Welt verborgen gehalten werden sollen. Das wäre allerdings schon ein denkbarer Grund, warum niemand in die Nähe von, Driemland, gelangen darf. In gewissem Sinne erscheint die Tatsache schon einigermaßen paradox, dass nicht einmal Amerikaner dieses Gelände überfliegen dürfen, dass sogar, abgesehen von zivilen Überflügen, nicht einmal Nellis-Piloten einen, Blick über den Zaun, riskieren dürfen, da dies ansonsten das Letzte wäre, was sie dann je noch tun würden. Eine paradoxe Geschichte ist dies auch des Vergehen, weil aufgrund des zwischen 25 Staaten der NATO und dem Warschauer Pakt im Jahr 1992 geschlossenen, Open Sheer Street Nellis und das Wunderland Vertrag des offenen Himmels Die Möglichkeit entstand, militärische Installationen ehemals gegnerischer Mächte oder zumindest anderer Nationen zu überfliegen. Der auf dem vierten XC-Gipfel verabschiedete Vertrag XC, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, nun mehr als Organisation, USZE, genannt, funktioniert nach dem Prinzip, Vertrauen ist gut, Kontrolle besser, wobei natürlich der Vertrauensaspekt in den Vordergrund gerückt wird. Im Rahmen dieser interessanten Abmachung kommen unbewaffnete Beobachtungsflugzeuge zum Einsatz, die laut vertraglich festgeschriebenen Bedingungen und nur unter Verwendung der erlaubten Aufklärungssensoren agieren können. Deutschland wird eine russische Tupolev 154 einsetzen, die bereits seit April 1995 in die Phase, erste Fähigkeit, trat und 1998 in die heiße Phase lief. Der Umbau der Maschine für ihre speziellen Aufgaben erfolgte bei den Elbe-Flugzeugwerken in Dresden, die beste Erfahrungen mit sowjetischer Technologie besitzen. Außerdem ist unter anderem die DASA und Dornier an dem Projekt beteiligt. Normalerweise kommt zur Realisierung von OpenSkies, die sogenannte Taxi-Option, zur Ausführung. Dabei müssen Vertragspartner beispielsweise auf eine russische Spezialmaschine zurückgreifen, mit der sie dann ihre Aufklärungsflüge über dem Reich des Bären durchführen dürfen. Da allerdings Deutschland über die gleiche Maschine verfügt, eben eine Tupolev 154, haben die Russen in diesem Fall eine Ausnahme gemacht und greifen nicht auf die Taxi-Option zurück. Deutschland darf zu den Aufklärungsflügen die eigene TU 154 verwenden. Durch OpenSkies ist es innerhalb kurzer Zeit für viele Nationen möglich geworden, auch Dreamland zu überfliegen und sogar Aufnahmen des Geländes zu machen. Im Übrigen existieren und kursieren schon sehr lange etliche hoch aufgelöste Fotografien, die mithilfe von Spionagesatelliten angefertigt worden sind. Auf ihnen sind die Gebäude von Area 51 sowie ungewöhnliche lange Rollbahnen deutlich erkennbar. Allerdings finden sowohl die OpenSkies-Flüge als auch Passagen von Satelliten zu festgelegten bzw. berechenbaren Zeiten statt, sodass geheime Projekte freilich darauf abgestimmt werden können. Sicherlich sind die Überflüge ein mächtiger Störfaktor, der die Geheimnisquemer von Dreamland viel Zeit und damit auch eine ganze Menge Geld kostet. Doch immerhin lässt sich dieses Problem in den Griff bekommen, und das Wichtigste dabei bleibt nach wie vor gewahrt, die Geheimhaltung. Interessanterweise kann man auf den Satellitenbildern des Papuose-Laget zwar einige Straßenzüge erkennen, die direkt dorthin führen, doch sind keinerlei Gebäude erkennbar. Der Fachjournalist Marc Farmer flog im Januar 1998 während der Vorbereitungen zu einem Artikel zum Thema Nellys Geschichte Geheimbasis-Serie 51 Eine super Basis, auf dem Rücksitz einer F-16D nahe des Papuose-Laget und stellt fest, dort ist nichts. Mit dieser an sich enttäuschenden und paradoxerweise doch spannenden Tatsache werden wir später noch einmal konfrontiert werden. Viel problematischer als die zwar unangenehmen, aber doch kontrollierbaren Begleiteffekte von Open Shies, sind kaum vorhersehbare Aktionen der unbefugten Art, die zu jeder Zeit geschehen können. Dabei spielt weder eine Rolle, ob diese Aktionen vom Boden aus stattfinden oder von der Luft, oder ob sie militärischer oder ziviler Natur sind. Linienmaschinen meiden das Gebiet von Area 51 bzw. Driemland, ohnehin strikt, keine Frage. Zahlreiche Flugrouten von der Westküste in Richtung Europa beispielsweise müssen einen großen Bogen nehmen, um nicht über das betreffende Gelände hinweg zu fliegen. Trotz der radikalen Abriegelung des Luftraums über Driemland, der die Restricted Area R-4806 und R-4808 umfasst, haben sich im Lauf der vielen Jahre einige ziemlich brenzlige Zwischenfälle dort ereignet, bei denen sich Piloten eben doch einen Luftsprung zu weit vorgewagt haben. Und manchmal berichteten sie nicht nur über heftige Reaktionen jenes Staates im Staat, sondern auch über merkwürdige Flugobjekte, die ihnen dort begegnet sind. Bereits in meinem Buch, Das Alien Imperium, UFO-Geheimnisse der USA, habe ich über Area 51 und einige sonderbare Vorfälle in der Luft berichtet. Schon während der ersten, Red Flag, Manöver kam es wiederholt zu unerlaubtem Eindringen und unerklärlichen Zwischenfällen in der Luft. Und selbst, wenn bei solchen, Ausrutschern, keine Geheimnisse gesehen oder ausgeplaudert wurden, bekamen die betreffenden Piloten meistens sehr unangenehme Schwierigkeiten. Zu Beginn des Jahres 1975 nahm ein Mester Sergeant des 301 TH Tactical Fighter Wing der Caswell Air Force Base, Fort Worth, zusammen mit seinem Bruder an einem, Red Flag, Einsatz auf Nelly's Teil. Sein Bruder und ein Kollege, die allesamt ungenannt bleiben wollen, halfen einem gerade gelandeten Piloten, einen Film aus der Bordkamera herauszunehmen, als der Major, der mit dem Pseudonym Jeff Daniels belegt wurde, ein recht merkwürdiges, hektisches Verhalten an den Tag legte. Der Mester Sergeant erzählte später, das Flugzeug war gerade zum Stillstand gekommen, als sich Major Daniels schon losschnallte und versuchte, das Filmmagazin aus der Ganzheit Kamera zu holen. Mein Bruder wollte gerade die Leiter hinauf, um Major Daniels zu helfen, aber noch bevor er bei ihm war, sagte ihm Daniels, er solle wieder hinuntersteigen. Er begann, den Film aus dem KB-18-System. Nelly's und das Wunderland herauszureißen und setzte ihn dem Sonnenlicht aus. Er hieß meinen Bruder und den anderen Kerl, sie sollten vergessen, je gesehen zu haben, wie er den Film vernichtete. Wie sich herausstellte, war Major Daniels über das Sperrgebiet, mitten hinweg über den, Dreamland, Sektor geflogen. Über Details schwieg er sich freilich aus. Major Daniels, so vor der Sergeant Ford, hat ihnen eckige Klammer auf, das heißt seinem Bruder und dessen Kollegen eckige Klammer zu nie erzählt, was er sah, aber jeder dachte, er müsse Bilder des Lockheed-Komplexes aufgenommen haben, den man im nördlichen Teil des Nellis-Geländes vermutet. Mein Bruder hat diese Geschichte mehrmals erzählt, und es waren stets ältere Militärs dabei, die immer bestätigten, was er sagte. Major Daniels wurde kurz nach der Landung auch von den, Red Flag, Leuten und von der Air Force, USI, eckige Klammer auf Office of Special Investigations, eckige Klammer zu befragt. Das Afusi ist eine Art Militärpolizei. Ihre Aufgabe ist es, Verbrechen und Vergehen nachzugehen, die in den Zuständigkeitsbereich des Militärs fallen. Später bekam Daniels Schwierigkeiten, die einen völligen Karrierebruch bei ihm bewirkten und angeblich mit ganz anderen Dingen als seinem damaligen Flug über, Dreamland, zusammenhingen. Wie es hieß, habe er Flugzeugtreibstoff aus dem Besitz der Luftwaffe an private Gesellschaften verkauft und musste da aufhin die Air Force verlassen. Ein Pilot mit dem Pseudonym, Charlie, soll ein Jahr später, 1976, ebenfalls allzu neugierig gewesen sein. Er hatte sich während eines Red Flag-Binderstrich-Manövers entschlossen, einmal nachzusehen, was, Dreamland zu bieten, hatte. So setzte er sich kurzzeitig ab und flog mit seiner Phantom F4 in die Restricted Area. Angeblich sah er auf seinem sprichwörtlichen Ausflug, oder besser, Einflug, unten am Grumlage mehrere scheibenförmige Fluggeräte stehen, Objekte, wie er sie noch nie zuvor gesehen hatte. Gewöhnliche Flugzeuge waren das nie und nimmer. Zwischen den, UFOs, deren größtes Wohl einen Durchmesser von vielleicht 25 Metern hatte, befanden sich undefinierbare Verbindungsbrieken. Als, Carly, wieder nach Nellys zurückkehrte, erwartete ihn allerdings ein wenig vertrauenserweckendes Empfangskomitee. Er wurde augenblicklich in Gewassem genommen und mehrere Stunden lang verhört und eingeschüchtert. So drang nur wenig über sein Erlebnis an die Öffentlichkeit, und er selbst zeigte sich kaum mehr bereit, in irgendeiner Form über den Vorfall zu erzählen. Auf diese Weise erhalten natürlich Beobachtungen wie die Seine sehr schnell den Status, Gerücht. Im Bereich von, Dreamland, bleibt vieles in einer Schattenwelt, genauso, wie es sich die Betreiber wünschen. Nur nebenbei sei bemerkt, dass schon einige UFOs beobachtet wurden, die den Eindruck vermitteln, miteinander gekoppelt zu sein, da tauchen mehrere Objekte auf, die durchleuchtende, Brücken, in Verbindung zu. Geheimbasis Area 51 Stehenscheinen So zeigte sich beispielsweise am 25. November 1997 eine solch merkwürdige Anordnung über der Davis-Montaner-Faus-Basis bei Tucson in Arizona, einer Anlage, über der gleichfalls immer wieder recht ungewöhnliche Fluggeräte gesehen werden. Das allerdings, was einige Zeugin an jenem Abend gesehen haben wollen, war doch etwas völlig fremdartiges. Neben einer doppelten Sphäre und einem leuchtenden Dreieck sah eine Zeugin ein Objekt, das ihrer Schilderung zufolge aus zwei rechteckigen Teilen bestand, die über einen, Steg, miteinander in Verbindung standen. Zwar handelte es sich nicht gerade um eine in der Flugzeugbeobachtung trainierte Beobachterin, doch scheint die Beschreibung nicht unbedingt nahezulegen, dass hier ein Jet von einem anderen Flugzeug aus aufgetankt wurde, so dass die beiden, Vögel, über eine Nabelschnur miteinander verbunden waren. Als die Frau auf Davis-Montan anrief, um sich zu erkundigen, was dort am Himmel vorgehe, wurde ihr erklärt, das ist klassifizierte Information, und schon war es vorbei mit dem Gespräch. Der Offizier hatte den Hörer aufgelegt. Davis-Montan ist in erster Linie berühmt für sein gigantisches, Ersatzteillager, diverser Flugzeuge, um nicht von einem, Flugzeugfriedhof, zu sprechen. Tausende alter Phantoms und anderer Militärmaschinen stehen dort, einen neben der anderen in kaum enden wollenden Linien aufgereiht. Auch sollen dort einige Teile klassifizierter Maschinen aus, Dreamland, gelagert sein. Ein weiterer Bericht über unerlaubtes, wenn auch diesmal unbeabsichtigtes, Eindringen in den Luftraum von Area 51 entbehrt nicht einer gewissen tragikomischen Ironie. Die Quelle für diesen Zwischenfall ist wiederum jener Master Sergeant, dessen Bruder mit, Jeff Daniels, zusammentraf. Und wieder ereignete sich die Geschichte während eines, Red Flag, Manövers, diesmal im Mai 1977. Der Master Sergeant erinnert sich, wir hatten da einen ziemlich neuen Piloten namens John Marsh, eckige Klammer auf pseudonym eckige Klammer zu. Nun, John hatte in den ersten Tagen ein paar schlechte Flüge hinter sich gebracht. Am ersten Tag hatte er sein Ziel verfehlt und am zweiten ging er verloren. Deswegen war John zum dritten Flugtag wirklich angespannt. Sein Ziel lag im Norden von Nellys. Unterwegs gab es dann allerdings ein Problem, ja sogar mehrere. Denn unglücklicherweise konnte der ohnehin unerfahrene Pilot nicht mit seiner eigenen Nähmaschine starten, denn die hatte einen technischen Defekt, dessen Reparatur doch einige Zeit in Anspruch nahm. Zum anderen hatte er ein Ersatzflugzeug erwischt, das ebenfalls seine, Marken, hatte, Marschbeob achtete mit Sorge, dass die Öldruckanzeige andauernd hoch und wieder herunterging. Die Schwankungen waren beängstigt endstark. Er wusste nicht. Nellys und das Wunderland. Ob ihm eventuell ein gravierender Triebwerksschaden bevorstand und wie viel Zeit ihm noch bleiben würde, bevor er abstürzte. Man kann sich durchaus vorstellen, dass Marsch überaus glücklich war, als er plötzlich einen Trockensee und eine geeignete Landepüste unter sich sah. Sein neues Problem war ihm selbst zu diesem Zeitpunkt freilich noch nicht bewusst, er flog mitten durch Sperrgebiet und unter ihm lag der Gromlake. Marsch gab die Meldung über einen In-Flight-Emergency, EFE, also einen Bordnotfall während des Fluges, an die, Red Flag, Kontrolle durch und begann den Landeanflug auf die Piste unter ihm. Trotz der Interim-Klitschen und über den Sicherheitskanal mehrfach wiederholten Warnung, dort nicht zu landen, sah sich Marsch dazu gezwungen. Viel anderes hätte er seiner Ansicht nach in dieser Situation nicht tun können. Sollte er die Maschine etwa aufgeben, sollte er wirklich einen Crash riskieren? Tatsächlich wäre das, zumindest für ihn, besser gewesen. Er hätte den Luftraum R-4808E verlassen und über dem Nellis-Gelände fliegen müssen, um bei einer Zuspitzung der Situation den Schleudersitz zu betätigen und das Flugzeug seinem Schicksal zu überlassen. Marsch entschied sich für die Landung. Der Sergeant fährt fort. Alles was John jemals über diesen Ort sagte, war, dass er dort von einem mit bewaffneten Wachen vollbesetzten Transporter empfangen wurde. Er sagte nicht, ob sie Dienstabzeichen trugen oder nicht, so dass ich nicht weiß, welchem Zweig des Militärs sie angehörten. Er berichtete, im Heck dieses Transporters platziert und dann zu einem umzäunten Gelände verbracht worden zu sein. Das Fahrzeug hatte verdunkelte Fenster. Der Raum, in den John geführt wurde, besaß überhaupt keine Fenster und eine Trennwand zwischen der Vorder- und der ebenfalls verdunkelten Rückseite. Innen gab es weder einen Türgriff noch irgendwelche Möbel. Marsch wurde dort mehrere Stunden festgehalten. Nach etwa drei, vielleicht auch vier Stunden gab man ihm die Möglichkeit, sich telefonisch mit Nellys beziehungsweise der Red Flag-Einsatzleitung in Verbindung zu setzen, die inzwischen eine Suchaktion gestartet hatten, um ihren Piloten und die Maschine ausfindig zu machen. Zwar war man über Marschs Situation informiert und auch über seine Absicht, auf Area 51 Not zu landen, doch offenbar gehen gehen die Offiziere nunmehr davon aus, dass er seinen Versuch abgebrochen haben dürfte, dass er eventuell versucht hatte zurückzukehren oder aber im schlimmsten Fall über Area 51 abgeschossen worden war. Marsch konnte nun zwar durchgeben, dass er lebte, doch nicht, wo er war. Allerdings wusste er das auch kaum. Die Red Flag-Leitung ahnte es bereits. Sie wurde darüber informiert, dass man Marsch zurückbringen werde, dass aber die Maschine im selben Zustand von einem Red Flag-Piloten hinausgeflogen werden müsse, in dem sie eingedrungen war. Wie es heißt, wurde ein Captain. Geheim Basis Area 51 Reynolds, später laut Call Beauftragt, diese Aufgabe zu übernehmen. Man holte ihn in einem verdunkelten Fahrzeug ab und fuhr ihn direkt zum Marschs Flugzeug auf die Piste. Reynolds sollte das Gelände augenblicklich verlassen und erzählte nie, ob er etwas und, wenn ja, was er vielleicht auf dem Gelände gesehen haben mochte. Er verlieh nur seiner Verärgerung darüber Ausdruck, was man ihm noch gesagt hatte, bevor er abflog. Die Bastarde befahlen mir, ich solle, falls ich Probleme mit dem Flugzeug hätte, die Nase weg von ihrem Komplex richten und dann hinausspringen. Später stellte sich heraus, dass John Marsch eigentlich Willi Kempe hieß, im Jahre 1979 zur Lucke Air Force Basen nach Arizona verlegt wurde und dort dann bei einem F-16 Crash ums Leben kam. Aus anonymer Quelle stammend und daher nicht bestätigt, allerdings für glaubwürdig erachtet, ist ein ganz besonderer Fall von Luftraumverletzung über R-4808E, der sich am Morgen des 22. September 1994 zugetragen haben soll. Hier soll ein Mann unmittelbar in die Tat umgesetzt haben, was er kurz zuvor mit einigen ehemaligen Vietnam-Kollegen ausgebrütet hatte. Die Gruppe entschied sich, schlichtweg und ohne große Vorbereit umgehen eine kleine, Invasion, zu starten und in das Top-Secret-Gelände einzudringen. Offenbar wusste dieses, Hals-über-Kopf-Team, zwar nicht einmal allzu genau über die Lokalität und das Umfeld der Anlage Bescheid, dem noch sollte der Plan ausgeführt werden. Die Gruppe fuhr hinaus nach Nellys und stieg vermutlich auf einen Berg am nördlichen Ende der, Grom Mountain Range, Kette. Von dort aus stürzte sich der etwa 40-jährige Marine-Reservist mit einem Paraglieder hinab und schien tatsächlich bis in die Sperrzone vorgedrungen und dann hinabgesegelt zu sein. Die völlig unsinnige Aktion brachte ihm lediglich eine nahe Begegnung mit den Sicherheitsstrupps. Der Bericht spricht von einem Handgemenge, dem natürlich eine vorübergehende Inhaftierung folgte. Der Eindringling wurde rund eine Woche lang auf Nellys verhört, deren Vertreter den Fall wie üblich mit, No Comment, kein Kommentar, kommentierten. Der, Icarus vom Grom Lacke, musste sich dann wohl vor einem Militärgericht verantworten, ebenso einer seiner Freunde, der ihm zu Fuß in die verbotene Zone gefolgt war. Denn genau wie der kuriose Überflieger gehört er zur Marine-Reserve, sodass der Fall militärintern und wohl im Geheimen abgehandelt wurde. Über diesen Vorfall wie auch über zahlreiche andere hochinteressante Details zu Triemland, berichtet der führende amerikanische Area 51sp, Binderstrichtzialist Glenn Campbell in seinem Mitteilungsblatt, Segrom Lacke Desatrat, das mittlerweile jedoch zugunsten einer rapide angewachsenen Internetseite, www.ufomint.com, eingestellt wurde. Von Glenn, den ich während der Drucklegung dieses Buches voraussichtlich gerade wieder Nellys und das Wunderland Die, Wüstenratte, Glenn Campbell Aufnahme Jochen Kopp Einmal treffen werde, wird in späteren Kapiteln noch sehr oft die Rede sein. Er ist der unbestrittene Anführer der, in der Kiptos, einer relativ kleinen Gruppe von Privatpersonen, die sich der Jagd nach den Geheimnissen von, Dreamland, verschrieben hat. Wir haben alle unzweifelhaft sehr viel von ihm gelernt, auch einige UFO-Forscher, die das weniger gerne zugeben möchten. Mitte Juni 1995 berichtete Glenn von einer Beobachtung, die nahelegt, dass der Paraglider-Vorfall vom September des Vorjahres nicht für sich allein steht. Will Seiber von der Universität Oklahoma hatte sich wegen seines weitreichenden Interesses an Area 51 wieder auf den Highway 375 begeben, als er auf dem hervorstechendsten Berggipfel der Gromberge, Bald Mountain, dem, Kahlen, Berg, eine Bewegung feststellte. Bald Mountain liegt bereits in der gesperrten Zone, und es erscheint kaum denkbar, dass selbst ein geschickter Eindringling den Gipfel unbemerkt erreichen könnte, zumal sich dort oben eine Überwachungsstation, RL, Bald Mountain Electronic Site, befindet. Doch hatte Seiber den Eindruck, als ob dort jemand einen Paraglider startete, Als ich eckige Klammer aufging 12.20 Uhr eckige Klammer zu dort entlang fuhr, blickte ich zum Gipfel von Bald Mountain hinüber, nur um ihn kurz auszukundschaften, erinnert. Geheimbasis Area 51 Sich Seiber Mir fiel auf, dass da etwas Neues war, unmittelbar neben den bekannten Strukturen eckige Klammer auf der Radarkuppel und den Sonnenkollektoren eckige Klammer zu. Als ich zwei Sekunden später wieder hinsah, bemerkte ich, dass es Weg war und das etwas südlich der Bergspitze flog. Ich blieb ungefähr zwei Meilen nördlich der größer als Black Mailbox kleiner als stehen und schaute durch den Feldsticher. Wenn ich richtig rät, war das möglicherweise ein Paraglider, aber die Flügeloberseite erschien selbst bei seitlichem Blickwinkel sehr lang. Ich bin mir sicher, wenn das ein Hanggleiter war, dann wurde derjenige, der da versuchte, zur Basis hinunter zu segeln, gefangen gesetzt. Ich hoffe, es war die Sache wert. Für Zivilflugzeuge ist ein Großteil des Luftraums von Nellys gesperrt, ganz abgesehen natürlich vom unberührbaren, Driemland. Tatsächlich können Verletzungen der Restriktionen im Extremfall zum Abschuss der eingedrungenen Maschine führen. Im Juli 1995 wurde jedoch ein Teil der, himmlischen Weiten, über Nellys für zivile Flüge geöffnet. Allerdings gilt diese Flugerlaubnis nur an Sonntagen, an denen nämlich keinerlei, Red Flag, Binderstrich-Manöver stattfinden. Dann gibt die Air Force einen Korridor zwischen dem Tonopat-Test-Range und der Nevada-Testzeit frei, der die Bezeichnung R4807A trägt und interessanterweise relativ nahe an Area 51-Dreamland, angrenzt. Wer hier hindurch manövriert, überfliegt zwar den inneren Sperrbereich von Nellys nicht, also das, rote Quadrat, von, Dreamland, hat aber doch einen Blick auf beide Trockenseen. Trotz einer Entfernung von etwa einem Dutzend Meilen, circa 20 Kilometern, ist bei klarer Sicht, Kavu, schon einiges zu sehen, auch wenn Details infolge der Zitterbewegungen eines kleineren Flugzeuges kaum auszumachen und aus demselben Grund auch einigermaßen gute Foto- und Filmaufnahmen unmöglich sind. Zu solchen Zwecken muss man sich dann doch mit Hochleistungsoptiken auf geeignete Berggipfel begeben. Hinzu kommt der Umstand, dass am Sonntag selbst in, Dreamland, stark eingeschränkte Aktivität herrscht und der ungeduldige Beobachter, der hofft, vielleicht ein super geheimes Flugzeug des 21. Jahrhunderts zu erspähen oder gar ein UFO, sicherlich enttäuscht zurückkehren wird. Doch wer einen Überblick über das gesamte Gelände erhalten will, kann sich natürlich kaum etwas Besseres wünschen, als einen Flug durch den Korridor R-4807a. Ein Abenteuer ist es allemal, verbunden mit einigem mehr Filmkitzel. Willseiber, der auch einen Flugschein besitzt, riskierte die Passage nur wenige Monate nach der Freigabe dieses Abschnitts und machte sich in einer Kessner 182 auf den Weg. Glenn Campbell und der ebenfalls seit Jahren intensiv mit militärischer Geheimhaltung, Tube-Secret-Anlagen und damit vor allem mit Area 51 befasste Tom Mahut begleiteten Cyber bei Nellys und das Wunderland. Seine außergewöhnlichen, Tour de Nellys. Von Las Vegas aus führte sie die Route erst einmal an der westlichen Seite von NTS vorbei, unweit des berühmten Diss Valley. Nachdem sie das Indienspringsbomben-Testgelände passiert hatten und auch an der Atomstadt Mercury-Worby-Geflogen waren, die innerhalb von NTS nahe den nuklearen Versuchszentren Franchmann-Fiat und Urkka-Fiat liegt, erreichten sie schließlich den Ausgangspunkt ihrer Reise ins Ungewisse. Auf der Höhe des Ortes Beatty mussten die drei in nördliche Richtung abdrehen, um erstmals in die normale Willse gesperrte Zone einzufliegen. Ganz ohne ein mulmiges Gefühl ging die Sache nicht ab. Tatsächlich meldete sich bald auch Nellys Kontrol mit der unmissverständlichen Auskunft, die Kessner befinde sich in gesperrtem Luftraum, und habe diese Zone unverzüglich zu verlassen. Auch nach Rücksprache beharrte Nellys zunächst auf diesem Standpunkt, doch schließlich, nachdem selber eine Nellys Telefonnummer verlangte, um die Sache vom Boden auszuklären, lenkte die Flugkontrolle ein. Die Maschine habe tatsächlich, Klierens, also Freistellung, in das betreffende Gebiet einzufliegen. Allerdings herrschte doch auf beiden Seiten ziemliche Angespanntheit und Nervosität, denn weder für die drei Zivilisten in der Luft noch für das Militär auf dem Boden war das eine alltägliche Situation. Im Übrigen verfolgte die Air Force die Aktionen der kleinen Maschine fortwährend, ständig kamen Warnungen herein, sich genau an den Korridor zu halten und unnötige Verzögerungen des Fluges zu unterlassen. Der Transponder, der immer dann leuchtet, wenn eine Maschine von Bodenradar erfasst wird, was normalerweise alle paar Sekunden der Fall ist, blinkte während dieses Fluges nicht, er leuchtete ständig. Auf der rechten Seite neben den drei tollkühnen Fliegern lagen in der Ferne der Gromlake, die Poposeberge und der dazugehörige geheimnisvolle See. Deutlich zeichneten sich die Rollbahnen von Grom ab, doch auch von hier war leider nichts Neues zu sehen. Die, Herren von Driemland, wissen doch recht genau, wie nahe sie die, in der Kyptos, kommen lassen dürfen. Am Ende des langen Korridors lagen die kleine Wüstenansiedlung Rätschel und, ein tiefer Säufzer der Erleichterung. Denn ganz ungefährlich war der Flug doch nicht, die anderen waren stärker und zahlreicher und hatten präzise, schlagkräftige Waffen. Ein Fehler hätte tödlich enden können. Vor einiger Zeit bereitete ein Kamerateam um den Regisseur und Drehbuchautor Bruce Bautis eine Fernsehdokumentation über, Driemland, vor, die mittlerweile auch in Deutschland gesendet wurde. Auch dieses Team versuchte, Area 51 vom Flugzeug aus zu filmen und kam dabei in gefährliche Nähe des, Ritt Square. Die Fernsehleute bekamen die Schärfe der Überwachung sehr deutlich zu spüren. Von Gromlake stiegen sofort mehrere. Geheim Basis Area 51 F-16 Jäger auf und rückten dem verdächtigen Flugzeug dicht aufs Blech. Sie rasten um die kleine Maschine herum wie ein wild gewürdener Hornessenschwarm, sodass der Pilot schließlich abdrehen musste, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Doch kein Wunder, dass die Geheimnisse von, Driemland, eine unwiderstehliche Faszination und Anziehungskraft auf die Außenwelt ausüben. Allzu viele teils gut belegte Informationen hüllen diese, Twilightzone, in eine unglaublich mysteriöse, unwirkliche, düster schillernde Aura. Hier verdichten sich die Geheimnisse zu einem prickelnden Konzentrat tiefster Verschwörungen, fortschrittlichster Technologie und kosmischer Rätsel. Ein altgedienter amerikanischer Flugzeugchef-Ingenieur ließ sich einmal zu der später viel zitierten Bemerkung hinreißen, wir testen hier Fluggeräte, die jeglicher Beschreibung spotten. Sie mit der SR-71 vergleichen zu wollen, wäre dasselbe, wie Leonardo da Vinci's Fallschirmkonstruktionen mit einem Space Shuttle zu vergleichen. Und ein anderer Insider erklärte, wir haben in der Wüste von Nevada Dinge, die würden noch Star Wars Regisseur George Lucas neidisch machen. Da fragt man sich natürlich schon ernsthaft, was können das für Dinge sein. Gewiss ultrahochentwickelte Flugzeuge und geheime Hightech-Utopien für den ultimativen Schlag, gegen die die heutigen, Wunder der Technik, wirklich Museumsstücke sind. Einige Insider behaupten, diese Erangenzkaften enthielten bereits technologische Komponenten, wie sie aus außerirdischen Flugscheiben übernommen wurden. Wer weiß. Nur sehr wenige sind im Besitz der ganzen Wahrheit, und selbst der größte Teil des Personals von RIO 51 kennt die meisten Hintergründe nicht, weiß nicht, was dort wirklich geschieht. Glenn Campbell erhielt schon einmal den Besuch eines Mannes, der meinte, sagen Sie, was machen wir eigentlich dort? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Dreamland ist, wie schon angedeutet, ein riesiger Komplex, die Zahl der Mitarbeiter geht entsprechend in den vierstelligen Bereich. Natürlich müssen diese Leute alle erst einmal irgendwie dorthin transportiert werden, in jene ferne abgeschlossene, eigene Welt. Die meisten von ihnen treffen mit Flugzeugen einer geheimen Fluglinie ein, der einzigen, die ungehindert in das, rote Quadrat, einfliegen darf. Der beste Ort für ein Geheimnis. Kapitel 3 Todmüde kam ich nach dem so langen Flug von Deutschland an jenem Abend endlich im stets so munteren Las Vegas an und ließ mich mit dem Taxi vom Mkkaran Airport gleich zu meiner nicht sehr weit entfernten Bleibe bringen. Die Lichter des Strip blitzten bereits nur noch wie Traumfantasien an mir vorbei, dennoch hatte ich vor, wenigstens noch einen kurzen Spaziergang durch die warme Abendluft zu unternehmen, bevor mich dann das Traumland endgültig verschlingen würde. Mit der Zeit war ein Motel nahe der Tropicana Avenue und direkt gegenüber der imposanten Luxor-Pyramide gewissermaßen zu meiner, Standard-Unterkunft, geworden. Ausschlaggebend dafür war nicht nur die Nähe zu den Aljolkaneart-Buffets, sondern auch die unmittelbare Nachbarschaft eines unscheinbaren, geheimen Flughafengeländes, das sich direkt an den Mkkaran Airport anschließt. Außerdem wohnte, rein zufälliger Wiese, zu jener Zeit Glen Campbell im Oasis-Appartement-Komplex, von dem aus sich ein ungehinderter Blick genau auf dieses Geheimterminal und sein Gelände bot. Tatsächlich muss man nur wenige Meter gehen und ist schon dort, am Flughafen nach, Driemland. Glen Campbell, der in Basten-Messachusetts-Software für Banken entwiegt Geld hatte und Teilhabe einer Computerfirma war, hatte sich schließlich vom Geheimnis der Area 51 so sehr angezogen gefühlt, dass er Ende Januar 1993 in die der Sperrzone nächstgelegene Ortschaft, jenes Wüsten-Nest Rachel mit seinen heute gerade einmal 100 Einwohnern zog. Zu jener Zeit hatten die UFO-Gerüchte von Area 51 bereits weite Kreise gezogen und sich auch auf das Erscheinungsbild von Rachel ausgewirkt. So war aus der einstigen, Rakil-Bar und Grill, das vergrößerte, Little A, Le, In, geworden, eine in ihrer Geheimbasis-Arie 51, Art wohl einmalige Motel-Restaurant-Bar-O-V-Shop-Kombination, deren Name sich rein fontisch-wahlweise mit, kleine Bierkneipe, oder, der kleine aus erirdische, übersetzen lässt. Campbell mietete sich dort für eine Weile ein, zog aber nach einem Zerwürfnis mit den Gastleuten Drew und Pat Travis Ende August 1993 in ein eigenes Mobile-Home, also einen jener einfachen Wohnkästen, welche die Amerikaner gelegentlich auch über ihre Highways von einem Ort zum anderen zu verfrachten pflegen. Hier richtete er sein, Area 51 Research Center, ein, seine trotz des unscheinbaren Äußeren bestens ausgestattete Zentrale, von der aus er alle Nachforschungen über die GMI-Basis von, Driemland, durchführte. Das Center besteht heute noch, doch nach zweieinhalb Jahren Einsamkeit ist Campbell im Mai 1995 nach Las Vegas gezogen und verbringt seitdem den größten Teil seiner Zeit dort. Als ich ihn im August 1997 traf, war er allerdings gerade wieder mitten im Umzug und hatte nur wenige Tage zuvor Sharon Singer geheiratet, eine ehemalige Einwohnerin von Rachel, die ihm schon länger bei seiner Arbeit helf. Heute lebt Glenn im Westen von Las Vegas, immer noch sehr direkt am Draht zu Area 51. Seine Recherchen am Kkaran-Geheim-Terminal hat er weitgehend beendet. Glenn Campbells kleine Forschungszentrale Aufnahmeverfasser Einige bezeichnen dieses Terminal treffend als das, Tor zur Schwarzen Welt, die, Schwarze Welt, wieder ein anderer Name für, Driemland. Er vermittelt sehr plastisch die beinahe völlige Undurchsichtigkeit der Projekte, die dort durchgeführt werden und ganz allgemein die finsteren Aktivitäten des militärisch-industriellen Komplexes, der hinter all dem steht, was sich im Verborgenen abspielt. Nicht einmal das Gleisende Licht von Las Vegas scheint die Dunkelheit zu erhellen, in die sich diese unnahbare Zone hüllt. Schwarz ist Der beste Ort für ein Geheimnis. Vieles an jener Welt. Hier liegt die primäre Heimstätte der berühmten, Schwarz-Szenen-Programme, jener To-Secret-Unternehmungen, die ihre Finanzspritzen aus dem, schwarzen Budget, des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums beziehen. Diese so undurchsichtigen, streng klassifizierten Projekte werden lediglich unter völlig uneinortbaren Codenamen in den Etat-Listen des Pentagon aufgeführt, ohne Angabe von Einzelsummen. Aus den Etat-Differenzen zwischen der Summe von unklassifizierten Projekten und der im zugehörigen Spezialbereich angegebenen Gesamtsumme lassen sich dann zumindest diejenigen Beträge ableiten, die alles in allem für die schwarzen Projekte dieser Bereiche ausgegeben werden. So lässt sich zwar nicht ermitteln, wie viel Geld für ein bestimmtes schwarzes Projekt veranschlagt wird und worum es sich dabei handelt, aber ein gewisser Überblick über die Schwerpunkte entsteht immerhin. Weit über 90% der nachrichtendienstlichen Forschungs- und Entwicklungsprogramme, R&D-Programms Research & Development, sind, schwarz. 1995 lag die Gesamtsumme der, Black-Budget, Gelder bei annähernd 30 Milliarden Dollar. Einige sprachen schon nicht mehr vom, Black-Budget, sondern eher vom, Black-Hule, einem alles verschlingenden schwarzen Loch, und auch dieser Begriff wurde auf die, schwarze Welt von Dreamland, übertragen. Schwarzer Humor. Doch wollen wir nicht in allzu düsteren Farben malen. Immerhin schien die heiße Wüsten Sonne grell über dem, Tor, zu jener finsteren Welt. Von Glens Appartement aus hatte man wirklich einen hervorragenden und vor allem ungestörten Blick auf den riesigen Parkplatz, das Hauptgebäude und die unscheinbaren Linienmaschinen, mit denen täglich hunderte von Mitarbeitern zu den Städten geheimer Forschungen geflogen werden. Auf der Straße, die unter dem Oasis-Komplex und vor dem umzäunten Gelände vorbeiführt, sind überall Halteverbotsschilde aufgestellt, merkwürdig, in einer ansonsten eigentlich sehr ruhigen Nebenstraße. Doch auch hier sind eben neugierige Augen unerwünscht. Wer sich dort zu lange her umtreibt oder gar in die Nähe der Wachhäuser an den Einfahrten geht, wird zunächst argwöhnisch beobachtet und im Bedarfsfalle scharf des Ortes verwiesen. Immerhin sei dies, privater Besitz. Man habe seinen Fuß unerlaubterweise auf privaten Besitz gesetzt und demnach mit ernsten Konsequenzen zu rechnen, wenn man sich nicht augenblicklich entferne. Solche Bemerkungen sind typisch für das Wachpersonal des riesigen Konzerns EG&G, der weltweit zahlreiche Filialen besitzt und wahrscheinlich immer noch eine Hauptrolle unter den Betreibern von RIO 5L-Dreamland spielt. Diese supergeheime Anlage nämlich wird nicht allein von der US Air Force betrieben, sondern im Verbund damit unter anderem auch von Geheimbasis Area 51 Geheimdiensten, CIA-NSA-NRO, und privaten Vertragsnehmern, von Kontraktoren wie Bechtel, Raytheon, Hughes Aircraft, Lockheed, Northrop, E-Systems und noch einigen anderen Rüstungs- und Elektronikriesen, die ihre Finger in den verdecktesten Operationen und Projekten des Landes haben. Vielleicht ist EG&G, dieser in der Öffentlichkeit kaum bekannte private Geheimbetrieb, immer noch am tiefsten in die dunklen Unternehmungen verwickelt. Die drei Buchstaben stehen übrigens für die Initialen der Firmengründer, Edgerton, Germeshausen und Greer. Als gelern nach Hinweisen, die er von dem EG&G, Interkeptor, Webussee erhalten hatte, im April 1996 einen weiteren Firmensitz in Las Vegas aufsuchte, wurde er in eine merkwürdige Situation verwickelt. Eigentlich war naheliegend, ein solches Gebäude in der, Nähe rot, zu vermuten, doch konnte das natürlich auch nur eine bedeutungslose Namensgleichheit mit einem der Firmenväter sein. Glenn wollte lediglich das Firmenschild fotografieren, auf dem unter anderem, EG&G Special Projects, zu lesen war, was doch aufmerken ließ. Dann ging er zurück auf die Straße und wandte sich einem anderen Gebäude zu, als ihn ein Sicherheitsmann am Arm packte und zurückriss. Er konfrontierte Glenn mit den Stereotypen-Phrasen, Privates, Gelände ohne Befugnis betreten zu haben, was auf gut Englisch als, Trespassing, bezeichnet wird. Doch nirgends war eine Abgrenzung vermerkt und Glenn befand sich mittlerweile wieder auf der öffentlichen Straße. Eine groteske Situation, der Wachmann zerrte den, Direktor des Area 51, Binderstrich Research Center, zurück auf den Privatgrund, um ihn dort zu, Trespassing, wie er sagte, ein Begriff, der selbst Glenn neu war. Bei der ganzen Geschichte ging es lediglich darum, ihn wieder zurück auf das Privatgelände zu holen, um ihm, gewissermaßen nun bei frischer Tat ertappt, die Gesetze vorzulesen und sein Vergehen offiziell festzuhalten. Als Glenn seine Kamera zückte und den Officer zu fotografieren begann, ließ der sofort von ihm ab, drehte sich um und entfernte sich recht zügig, wobei er sein Gesicht hinter dem Arm verbarg. Area 51, Binderstrich, Verhaltensforscher, kennen dieses Gebaren. Die Kamera wird zu einer guten Waffe, wenn sozusagen Namen und herrenloses Personnel im Spiel ist, das offiziell genauso wenig existiert wie die Basis am Gromlake. Niemand aus dieser Personengruppe möchte sich am nächsten Tag in der Zeitung sehen. Glenn stellte einmal mit dem für ihn recht typischen ironisch-sarkastischen Unterton fest, es sei eigentlich ziemlich einfach, eine verdeckte Einrichtstung ausfindig zu machen. Schau dich einfach nach einem Ort um, der von aggressiven Schlägertypen ohne Insignien bewacht wird, einem Ort, wo sie dir nicht sagen wollen, was sie tun und wo alle Öffentlichkeitsarbeit vom Sicherheitsdienst ausgeführt wird. Der beste Ort für ein Geheimnis. Gelegentlich kann es wirklich recht schnell gehen, dass man ohne böse Absicht in den Verdacht gerät, ein, Drespasser, zu sein. Mir erging es einmal ähnlich, als ich dem, Jet Propulsion Laboratory, JPL, dem, Laboratorium für Strahlantriebe, einen Besuch abstattete. Das JPL ist eine riesige Forschungsstadt der NASA in Pasadena bei Los Angeles. Auf 70 Hektar Fläche liegen zahlreiche Institutsgebäude, ein regelrechtes Labyrinth. Besichtigungen sind nur sehr eingeschränkt möglich, in der Regel nach Monatelangehe vor Anmeldung. Ich ging gerade vom Besucherzentrum einen schmalen Weg an einem Zaun vorbei, der allerdings weniger nach strikter Absperrung, sondern wie die Begrenzung eines öffentlichen Parks aussah. Die Grünflecke dahinter verstärkte diesen Eindruck. Auf der anderen Seite davon waren einige der Gebäude sichtbar. Das Ganze wirkte wie Freigelände vor einer Universität. Es gab kein Verbotsschild, keine Warntafel, nichts. Ich blieb einige Sekunden auf dem Weg stehen, vielleicht ein bis zwei Meter von dem Zaun entfernt und sah in Richtung der Gebäude im Hintergrund. Dann ging ich weiter. Kurz darauf merkte ich, dass mir ein Einsatzwagen langsam folgte. Ich blieb stehen und ging zu dem Officer hinüber, der mir erklärte, man habe mich beobachtet, wie ich über einen Zaun steigen und in gesperrtes Gelände eindringen wollte. Ich wusste zunächst gar nicht, was er meinte und dachte, man müsse mich wohl verwechselt haben. Er ließ aber nicht locker und nahm alle meine Personelien auf, fragte mich, wohin ich noch wolle und redete auf mich ein, nur ja nicht zu versuchen, irgendwo hinüber zu klettern. Mir kam die Geschichte beinahe genauso lächerlich wie ärgerlich vor. Als ich bald darauf den Parkplatz mit meinem Wagen verließ, winkte mich der nächste Officer zur Seite und tischte mir denselben Unsinn schon wieder auf. Ich erklärte ihm, dass ich den betreffenden Zaun nicht einmal berührt hatte und verlieh meiner Verärgerung als internationaler Besucher einer zivilen Weltraumforschungsorganisation deutlich Ausdruck. Die viel zitierte Auffeenheit der NASA ließ hier ziemlich zu wünschen übrig. Fast so, wie bei EG und G, ging es mir durch den Kopf, und ich musste an einen Zwischenfall denken, der sich im August 1995 direkt vor dem, Tor zu Driemland, zugetragen hatte. Damals wurde der 24-jährige Matthew Johnson aus Utah getötet, Flughafenpersonal hatte beobachtet, wie er angeblich über den Zaun des Geheimterminals steigen wollte und verständigte die Polizei. Wie es heißt, habe der Mann einen der Officers mit einem Messer angegriffen und sei daher in Notwehr erschossen worden, man bekommt langsam wirklich Respekt vor Zäunen. Keine Frage, natürlich muss hier eine ernste Situation entstanden sein, niemand dürfte in den USA wegen eines einfachen Verdachts oder Vergehends sofort erschossen werden. Es ist allerdings nicht bekannt geworden, welche Absichten der junge Mann hatte und ob sein. Geheimbasis Area 51. Sicherheitskontrolle, Area 51 Personalfahrt auf das Gelände des geheimen Janet Terminals. Aufnahme Jochen Kopp. Interesse im Zusammenhang mit, Dreamland, oder dem Geheimterminal Stand. Jeden Tag finden etwa 10 bis 12 Flüge der anonymen Fluglinie statt. Die Personal hauptsächlich zur Area 51 fliegt und ebenfalls von EG und G betrieben wird. Die neuen Maschinen vom Typ Boeing 737 bis 200 sehen auf den ersten Blick völlig harmlos aus, wobei allerdings doch auffällt, dass sie keine Embleme und auch nicht den Namen einer Fluglinie auf sich tragen. Während in anderen Fällen Tragflächen und Rumpf eines Flugzeugs zu beliebten Werbeflächen avancieren, herrscht hier Ödnis. Derartige Zurückhaltung kann sich nicht jede erlauben und leisten. Fast könnte man meinen, die schönen weißen Flugzeuge mit dem schlichten roten Streifen, der sich längs auf der Höhe der Fenster über den gesamten Rumpf zieht, gehörten zur Privatflotte eines Gröhes Jus der Kategorie, Rockefeller und Companion. Ein Name immerhin lässt sich trotz all des vornehmen Stillschweigens doch mit den Flugzeugen verbinden, Janais. Zumindest ist das der, Rufnamie, auf Flugfrequenzen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, was Janais bedeutet. Einige meinen, dahinter verbirgt sich nicht mehr als eine dem Schema der Kodierung angepasste Bezeichnung, einfach die Verwendung eines Wortes mit fünf Buchstaben und einem, J, am Anfang. Andere sehen aber darin eine Abkürzung, zum Beispiel für, Joint Army Navy Employee. Der beste Ort für ein Geheimnis. Transport, also ein gemeinsames Projekt von Arme und Navy zum, Transport, ihrer Angestellten. Und das sind recht viele. Der Parkplatz vor dem so unscheinbaren wie geheimen Janet Terminal am Kkarren Airport von Las Vegas ist entsprechend groß und bietet auf mehreren Unterabteilungen Raum für 1565 Autos. Die Mitarbeiter von Gromlacke und Kompanion bilden so gut wie nie Fahrgemeinschaften. So ist ein Auto fast immer lediglich mit einer einzigen Person besetzt, weshalb die Zahl der parkenden Fahrzeuge auch die Zahl der gerade anwesenden Mitarbeiter widerspiegelt. Wenn man das Terminal dort länger beobachtet, gerade beispielsweise am späten Nachmittag, wenn einige Janet nach dem Rückflug vom Gromlacke wieder in Las Vegas eintreffen, stellt man doch so einiges Treiben fest. Interessant und naheliegend ist auch, dass viele Fahrzeuge aus anderen Teilen des Landes kommen. Neben Nevada sind noch viele andere Bundesstaaten vertreten. Zwar befindet sich das Terminal mit seinem Parkplatz unweit der großen Touristenattraktionen der Stadt. Doch verschwägt, es normalerweise kaum jemanden in dieser Ecke, so dass jeder, der sich dort länger herumtreibt, schon einigermaßen auffällt. Man steht auch ziemlich exponiert herum, wodurch man natürlich auch die Aufmerksamkeit der Area 51 Mitarbeiter sofort auf sich zieht. Insofern war freilich Glens Appartement ideal. Von dort aus beobachtete der unentwegte Spion von, Dreamland, der auch unter den Spitz, oder Code, Namen, Psychospion, und, Desadrat, Wüstenratte, bekannt ist, fortwährend alle Bewegungen am Janet Terminal. Er notierte die Registriernummern an den Heckflossen der einzelnen Boeing 737. Er vermerkte die Flugzeiten, tastete die Frequenzkanäle ab und identifizierte die Besitzer. Mittels dieser und ähnlich ermüdende Knochenarbeit konnte er Stück für Stück bislang unbekannte Zusammenhänge ergründen und Informationen gewinnen, die das riesige Puzzle ergänzen, aus dem sich jenes Land hinter der Grenze zum Nirgendwo zusammensetzt. Ein schwieriges Unterfangen, das einen langen Atem und detektivischen Spürsinn erfordert. Manche Codes sind doppelt ausgelegt und entsprechend irreführend. Zum Beispiel wird über Funk gelegentlich der Name, Desadroc, für die gleichnamige Testregion nahe der schon erwähnten Atomteststadt Merkore durchgegeben, was nicht heißen muss, dass dies das Ziel der Reise ist. Gemeint ist vielmehr Gromlake, wobei Grom jedoch selbst als, Station 3, angesprochen wird, was identisch mit, Detachment 3, und unter anderem, Pitman Station, ist. Um einige wichtige und wirklich spannende Hintergründe dieser Namen und Wechselbeziehungen soll es später noch gehen. Überhaupt läuft dieser so geheime Ort noch unter den unterschiedlichsten Decknamen, wie, Watertown, The Box, Sirenz, Paradis Sirenz, Pig Farm, Pfanne Farm. Geheimbasis Area 51. Unter anderem TTR, der ebenfalls streng geheime Tonopatest Range im Norden wird übrigens auf Genev-Frequenzen als, Station 7, bezeichnet, während das Las Vegas Terminal als, Gulf Coast, oder, Gold Coast, angesprochen wird, akustisch im Funk nicht zu unterscheiden. Und natürlich gibt es keine Garantie dafür, wie lange die Namen und Frequenzen verwendet werden. Denn ein häufiges Wechseln dieser wichtigen Informationen erhöht diese Kehrheit, keine Frage, und wird dementsprechend auch konsequent praktiziert. Interessant ist auch, dass ein Codename meines Wissens bisher nicht identifiziert wurde, Fido, könnte sich dahinter am Ende vielleicht Papuselake verbergen? Reine Spekulation, ganz klar. Die Jeanne-Flotte, nach Glen Campbell, Boeing 737. Identifizierungsnummer Eigentümer N 4508 wie Great Western Capital Corporation N 4510 wie Great Western Capital Corporation N 4515 wie Great Western Capital Corporation N 4529 W First Security Bank of Utah N 5175 U Department of the Air Force N 5176 Y-Department of the Air Force N 5177 C-Department of the Air Force N 5294 E-Department of the Air Force N 5294 M-Department of the Air Force B-Kräft. King R Maschinen N 20 R A UB 42 Department of the Air Force N 27 R A UB 37 Department of the Air Force N 654 B A B L 54 Department of the Air Force N 661 B A B L 61 Department of the Air Force N 662 B A B L 62 Department of the Air Force. Die 737 der Jeanne-Flotte scheinen im Übrigen ganz normale, Flieger, zu sein. Rund 120 bis 130 Passagiere können in einer solchen, etwas über 30 Meter langen Maschine befördert werden, die eine Reichweite von immerhin 5500 Kilometern besitzt, was schon für einige Flüge zum Gromlager und wieder zurückreicht. Neben den Maschinen vom Typ 737 zählen unter anderem neben den geschätzten Gulfstream-Jits auch einige kleinere B-I, Kimmer, Propeller-Flugzeuge zum Jeanne-Fuhrpark, Geschäftsflugzeuge mit 7 bis 10 Sitzen, die unter anderem auch die mit den Aktivitäten von RIO 51 eng verbundene Edwards Air Force Base in Kalifornien ansteuern. Der beste Ort für ein Geheimnis. Während ich um den zum Jeanne-Gelände unmittelbar benachbarten Abstellplatz etlicher großer Linienflugzeuge herumstrich, auf dem auch E-Ni-G, Jumbos, eingemuttet waren, fielen mir ein paar Fock RF-28, Fellowship, auf, an deren Heckflossen die Aufschrift der Fluglinie, USR, überlackiert war. Vielleicht eine unbedeutende Beobachtung. Doch es könnte zumindest sein, dass auch diese Flugzeuge in den Bestand von Jeanne einverleibt werden. Die F-28 würde nämlich gut ins Schema passen, sie ist nur unwesentlich kleiner als eine Boeing 737, nimmt bis zu 85 Passagiere auf und eignet sich hervorragend auch für Starts und Landungen auf unbefestigten Schotterpisten. Die Unterseite ihres Rumpfes ist dazu mit einem speziellen Schutzlack versehen. Sicherlich würden sie sich auch gut für den drucken Schmuggel eignen. Zu all denjenigen Geheimpassagieren, die mit dieser Sonderfluglinie nach, Dreamland, transferiert werden, kommen natürlich noch einige, die auf anderen Wegen einreisen. Allerdings hält sich hier die Zahl in Grenzen. Nur wenige fahren mit dem Auto hin, über einige der abgelegenen Straßen, vornehmlich über die auch als Sunrise Route bekannte, schnurgerade Chromlacker Route, auf deren Schotter größtenteils immerhin ein Tempo von über 70 Stundenkilometern erlaubt und auch gut möglich ist. Fast nicht beobachten lässt sich der Verkehr auf der ihr, gegenüberliegenden, Sunset Route, die schon mitten in, Dreamland, verläuft. Gelegentlich zeigen sich auf diesen Straßen auch die berühmten Busse mit ihren verdunkelten Feensternen, offenbar Fahrzeuge, die mit einigen technischen Besonderheiten aufwarten. Zumindest haben sie sich laut Zeugenberichten als außerordentlich schnell und wendig mit extrem guter Straßenlage erwiesen, gerade auch auf Schotterpisten. Die Beobachtungen des Pendelverkehrs zu RIO 51-Dreamland, sowohl über Luft als auch Landwege, zeigen, dass alles in allem wohl zeitweilig bis zu 2000 Menschen auf dieser verborgensten aller heute bekannten militärisch-geheimdienstlichen Forschungsstätte arbeiten, dieser von Beteiligten höchstens gerade als, Remote Test Facility, abgelegene Test. Einrichtung, angesprochenen Anlage. Denn jedem, der für diesen Komplex tätig ist, drohen empfindliche Strafen, wenn er auch nur den Namen des Geländes nennt oder seine genaue geografische Position. Warum aber verschanzt sich die Maschinerie der Geheimhaltung ausgerechnet dort draus sehen, warum sollten die Mächtigen, wer auch immer sie sein mögen, ausgerechnet dort vielleicht gar Flugobjekte aus einer anderen Welt erforschen und nachbauen? Wodurch unterschied sich die Region von anderen? Vor über 100 Jahren deutete wirklich noch gar nichts auf die unglaublichen Vorgänge hin, die sich später an jenem ungewöhnlichen Ort Geheimbasis-Arie 51 Ereignen sollten, auch wenn das von Bergketten und Tälern geprägte Gebiet in mancherlei Hinsicht eine wechselvolle, interessante Geschichte besitzt. Mit zu den ersten, die jene Landstriche erschlossen, wo die kalifornische Mojave-Wüste auf das, große Becken, von Nevada stößt, war Fürstleutnant George Montaguila. Sowohl 1869 als auch 1871 war er mit dem, US Army Corps of Engineers, zur Erforschung des zu jener Zeit weitgehend unbekannten und rauen, durchweg lebensfeindlichen Terror ins Aufgebrochen. Vila gedachte auf diesen gefährlichen Expeditionen und in seinen späteren Berichten öfters der, Lost Fortuninas, jener Menschen, die bereits 1849 mit ihren Wagentracks auf ihrem Weg von Utah nach Kalifornien unterwegs waren und im Des Valley, verschollen, das seinen Namen von diesem geschichtlichen Hintergrund ableitet. Die, Lost Fortuninas, kamen auf ihrer schicksalhaften Pionierroute auch durch das zukünftige, Dreamland, und dieser Umstand sollte 148 Jahre später in einer weiteren schier unfassbaren Geschichte nachwirken, von der im Zusammenhang mit den UFO-Basen von, Papose, noch ausführlich die Rede sein wird. Im Jahr 1871 begleiteten Vila einige Wissenschaftler, darunter der bedeutende Geologe Grove Karl Gilbert, der 20 Jahre später auch den weltbekannten Meteor-Krater von Arizona mit großem Interesse erforschte. Allerdings war damals noch lange nicht klar, ob dieses kilometerweite Loch nahe des Canu on Diablo wirklich von einem Brocken aus dem All gerissen wurde. Gilbert hatte dies noch zu Anfang seiner Forschungen geglaubt, sich dann aber doch der, falschen, Hypothese zugewandt, der Krater sei bei einer vulkanischen Dampfexplosion entstanden. Der Geologe besuchte auf jener Forschungsreise Villas unter anderem auch die Chrommine, die nach einem gewissen Babchrom benannt war. Chromm war dort im Jahr 1864 auf Erz gestoßen. Nach ihm bzw. seiner Mine wurden später der See- und der Bergzug nordöstlich der Geheiminstallation benannt. In der Umgebung finden sich noch zahlreiche andere mehr oder minder ergiebige Minen. Einige von ihnen, darunter auch, Chromm, sind allerdings eher blei- als silberhaltig, auch wenn Nevada den Beinamen, The Silver State, trägt. Die Gegend von, Driemland, ist voller geologischer Besonderheiten. Sie wurde in Vorzeiten von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht, zu deren Folgeprodukten die nun ebenen, ausgetrockneten Seen zählten. So ist auch der Chrommlake vulkanischen Ursprungs, ebenso der sich neben ihm am südlichen Ende des Chromm Range auftürmende Kegel von Bald Mountain mit seiner exponierten Überwachungsstation. Auf Satellitenbildern des Paprose Range zeigen sich im östlichen Teil einige Kreisrunde. Der beste Ort für ein Geheimnis. Strukturen, die, wenn auch sicher nicht kosmischen, so doch möglicherweise vulkanischen Ursprungs sein könnten. Die geologischen Schichten der Region sind allerdings an vielen Stellen wirklich extrem durchein an der Gerritän. Fachleute nehmen daher heute zum Teil an, dass vor vielleicht 375 Millionen Jahren tatsächlich ein riesiger Himmelskörper nahe, Driemland, niederging und die übliche Schichtung der Sedimente im Zuge einer unermesslichen Explosion aus dem Lot brachte. Dafür spricht auch der ziemlich bunte Fossilienkaktel im Gestein. Das Hauptanliegen der Expedition Vilas aber bestand in der Kartografierung des Gebietes. Voll und ganz prophetisch klingt seine Feststellung, mit den neuen Karten eine wertvolle Hilfe an die Hand zu geben, und zwar bei der Auswahl solcher Orte für künftige militärische Operationen. In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts übernahm die Familie Seahand die Chrommine. Viele Jahre später sollte sie die Vorgänge auf dem zwischenzeitlich tatsächlich in unmittelbarer Nähe entstandenen Testgelände in gefährlicher Weise zu spüren bekommen. Denn 1951 begann wie schon erwähnt ein düsteres Kapitel in der Geschichte Nevadas. Auf dem Nelly's Range wurde ein Gelände für operatische Nuklear-Tests ausgewählt, der, Nevada Proofing Ground, der seit 1955 unter dem Namen, Nevada Test Site, bekannt ist. Dieser Abschnitt der Wüste bot sich nicht nur wegen der geringen Besiedlung für Atomversuche an, sondern genauso wegen der geringen Regenfälle und relativ gut vorhersehbarer Winde. So jagten die Militärs in sieben kodierten Testserien insgesamt sage und schreibe 119 nukleare Sprengsätze über dem Erdboden hoch. Erste, Operation Renter, Januar bis Februar 1951 zweite, Operation Bustier-Jangle, Oktober bis November 1951 dritte, Operation Tumplas-Napper, April bis Juni 1952 vierte, Operation Upsat-Knoth-Hule, März bis Juni 1953 fünfte, Operation Tee-Path, Februar bis März 1955 sechste, Operation Plumbob, April bis Oktober 1957 siebte, Operation Hartag 2, September bis Oktober 1958. Nach einer dreijährigen Pause ging es im Jahr 1961 wieder weiter, denn auch die Softjets hatten mit umfangreichen Tests begonnen, bis die Versuche schließlich 1963 unter die Erde verlegt wurden. In den 50er Jahren bekam Babs Heahann Besuch von einem Mitarbeiter der US-Atomenergiebehörde, AEC, Atomic Energy Commission, der die Familie davor warnte, dass aus südwestlicher Richtung radioaktive Stoffe herantreiben könnten. Nachdem er den Heahanns einige Tipps sowie einen Geheimbasis-Area 51 Geigerzähler gegeben hatte, machte er sich wieder aus dem Staub, um nicht zu sagen, full out. In den folgenden Jahren konnte Babs Heahann einen Atompilz nach dem anderen im Westen der Grommine hochsteigen sehen. Das grelle Licht der Explosionen, das über die Bergzüge schien, gab ihm den Eindruck, als würde die Sonne auf der falschen Seite, des Himmels über den Horizont steigen. Immer wieder gingen durch die höllischen Explosionen die Scheiben seines Hauses zu Bruch. Türen wurden aus den Angeln gerissen und viele seiner Tiere, Rinder, Pferde und Schafe draußen auf der Weide, erlitten tödliche Strahlenschäden. Es war die Zeit, in der man unfassbar sorglos mit der nuklearen Gefahr umging. Bekannt sind die Bilder, in denen sich Soldaten den Full-Out gegenseitig mit Biesen von der Schutzkleidung fegen. Journalisten und militärische Beobachtungsgruppen positionierten sich in unverantwortlicher Nähe der atomaren Testplätze. Im Juni 1957 stellte sich Marineleutnant Thomas Saffer zur Verfügung, der Detonation einer 37-Kilotonnen-Bombe mit dem schönen Namen, Priscilla, aus nur drei Kilometern Entfernung zuzusehen und die Effekte zu beschreiben. Die Gewalt des Sprengsatzes erreichte die dreifache Stärke der über dem japanischen Hiroshima gezündeten Bombe. Saffer erklärte, ich war geschockt, als ich bei festgeschlossenen Augen die Knochen meines Unterarms sehen konnte, so als ob ich eine rote Hündgenaufenarme betrachtete. Er wurde von einer über 600 Kilometer pro Stunde schnellen Luftdruckwelle überrollt, die ihn umherschleuderte. Der Boden schwankte und Saffer wurde von Staub, Steinen und Trümmerbrocken zugeschüttet. Als er die Augen öffnete, sah er durch die dichte Staubwolke ein Licht, das ein Vielfaches heller als die Sonne streitete. Bereits am 24. März 1953 explodierte die 24-Kilotonnen-Bombe, nennt sie, über NTS, im Rahmen der Operation, Ups hat Knottole. Die Brüder Kern und Meck-Bulloch aus Judah befanden sich gerade mit ihrer Herde von 2000 Rambouillet-Schafen in der Nähe des Tikabou-Valley und von Seahans-Grom-Mine. Bab Seahan sah die riesige Pilzwolke aufsteigen und fotografierte sie. Wie viele andere dieser Boten der Apokalypse auch. Seine Familie war gewohnt, das Gelände während Tests für wochenlange Zeiträume zu verlassen, was natürlich Leben und Arbeiten sehr erschwerte, weshalb wohl auch Bab und sein Vater denn gelegentlich trotz der Nuklearversuche dort blieben. Eine der erschreckendsten Explosionen war die vom 24. März. Die Bull-Auch-Schafe sollten in einem Monat Junge bekommen, und bald zeigte sich die Wirkung der radioaktiven Strahlung. Unzählige Lämmer kamen als Frühgeburt zur Welt, lebensunfähig. Sie hatten keine Beine, die Bäuche waren aufgedunsen und durch das beinahe transparente Fleisch. Der beste Ort für ein Geheimnis. Konnte man das Herz schlagen sehen, wenn das Tier überhaupt noch eine Weile lebte. Schafe, die Wasser aus dem Paprose-Lake tranken, starben an der damit aufgenommenen Strahlungsdosis. Andere Tiere bekamen exzeme und weiße Flecken vom Betastralenbrand. Tierärztliche Befunde wurden einfach klassifiziert und unter Verschluss gebracht. Den Bull-Auchs teilte die Atombehörde mit, die Tiere seien an Fehlernährern gestorben. Das Thema Regierungsvertuschung ist ein weites Feld. Und über die Atomtests im Nevada ließ sie sich freilich ein eigenes Buch schreiben. Selbstverständlich blieben die Wirkungen nicht auf Tiere beschränkt. Mit der Zeit häuften sich Berichte über Krebserkrankungen bei Anwohnern der Umgebung nuklearer Testzentren. Wie zu erwarten, starben auch Seahan und seine Frau an Krebs. Traumland, das Albtraumland Zu der Zeit, als die schicksalhaften Bomben-Tests begannen, hatte das Militär noch kaum Einfluss auf den Gromlage. Einzig in der Zeit des Zweiten Weltkrieges waren dort zwei ungetehrte Rollbahnen zu Übungszwecken angelegt worden. 1955 dann begannen die ersten gezielten Aktivitäten auf der zukünftigen Area 51. Den Startschuss dafür gab der geniale Konstrukteur hochgeheimer Flugzeuge Clarence L., Kirli, Johnson, Chef der legendären, Skunkworks, jener Geburtsstätte. Schwarzer Projekte, im kalifornischen Burbank. Damals hatte die CIA ein neues Projekt im Sinn, den Bau eines supergeheimen, topmodernen und zu ungekannten Leistungen fehlenden Spionageflugzeuges. Die Ausführung dieses Plans sollte Kirli Janssens. Clarence Kirli Janssen, rechts, und Ben Reich. Archivbild UFO-Kurier. Geheimbasis Area 51. Team übernehmen, wobei nur acht Monate für die Fertigstellung eines flugfehlenden Prototyps zur Verfügung standen. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich brauchte Janssen auch ein angemessenes Testgelände, einen möglichst verborgenen Ort, an dem man ein derartiges Geheimprodukt auch wirklich ungestört bis ins letzte Eib rappen konnte. Keine der damals existierenden Militärbasen, wie beispielsweise Edwards AFB am Murug-3-Lake, heute Rogas-3-Lake, lag versteckt genug, um den hier nun gestellten hohen, extremen Anforderungen gerecht zu werden. Er brauchte einen ganz speziellen Ort und er brauchte einen geeigneten, erfahrenen, überdurchschnittlichen Piloten, der das in Kürze hoffentlich erschaffene Wunderwerk zu fliegen im Stande war. Zu diesem Zwecke beorderte er seinen Cheftest-Piloten ins Büro, Ensoni. W. Tony, LeVier, eine fliegerlegende, A-Pilots-Pilot, wie die Amerikaner zu sagen pflegen. LeVier, der im Februar 1998 hochbetagt starb, hatte über 260 verschiedene Flugzeugtypen geflogen. Als Test-Pilot oblag ihm oft die Aufgabe, ein Flugzeug, das vor ihm noch niemand benutzt hatte, auf seine Eigenschaften zu prüfen und in der Praxis bis an die Grenzen der kalkulierten Leistungsfähigkeit zu bringen. Ein riskanter Job. Doch LeVier, der eine Erfahrung von über 10.000 Stunden in der Luft hatte, war während seiner 33 Jahre währenden aktiven Zeit kein, Draufgänger. Im eigentlichen Sinne gewesen, sondern ein höchst besonnener Mann, der das Risiko durch präzise Kalkulation und jegliche denkbare Sicherheitsmaßnahme weitmöglichst zu minimieren versuchte. Er hatte zu viele seiner Kollegen sterben sehen. Der kleinste Fehler konnte ihm und seiner Mannschaft teuer zu stehen kommen. Keine Frage, stets kennt nicht nur der Verlust einer wertvollen Maschine auf dem Spiel, sondern eben auch das eigene Leben. Kaum ein anderer Test-Pilot erreichte in Sachen, Sicherheit, das Niveau von Tony LeVier. Und nicht umsonst war er der erste Mann in Kelly Jansons Toop-Secret-Flugzeug-Schmiede, wenn es um Tests ging. Schließ, die gottverdammte Tür, herrschte ihn Janssen an, als Tony das Büro betrat. Hör zu, willst du mein neues Flugzeug fliegen? Was ist es für eins? Vorstelle wir. Janssen schüttelte nur den Kopf, das kann ich dir nicht sagen, außer, du sagst jetzt erst mal ja. Andernfalls mach, dass du deinen Hintern hier raus bewegst. Also sagte Tony erst einmal, ja. Jetzt waren sie soweit. Kelly zog eine riesige Blaupause hervor, legte sie auf den Tisch und rollte sie vor den Augen seines Chefpiloten aus einander. Tony lachte heraus, Himmelswillen, Kelly, zuerst lässt du mich deine verdammte F-104 fliegen, mit den kürzesten Flügeln, die je gebaut wurden. Der beste Ort für ein Geheimnis. Und nun soll ich ein gottverdammtes Segelflugzeug fliegen, mit der größten Spannweite, die ich je gesehen habe, wie eine verdammte Brücke. Bei Skunk sprach man so. Der Chefkonstrukteur zeigte sich wenig beeindruckt und erklärte nur, Tony, das ist top secret. Was du gerade gesehen hast, darfst du gegenüber keiner anderen lebenden Seele erwähnen. Nicht gegenüber deiner Frau, nicht gegenüber deiner Mutter, gegenüber niemandem. Du verstehst? Natürlich verstand Levy, er hatte auch nichts anderes erwartet. Aber schließlich musste es gesagt sein. Dieses Segelflugzeug war nicht für den nächsten Sportflugplatz bestimmt. Hör zu, fuhr Jansen fort. Ich möchte, dass du unsere Bonanza nimmst und einen Platz in der Wüste findest, irgendwo, wo wir dieses Ding im Geheimen testen können. Und rede mit niemandem über dein Vorhaben. Jahre später erst konnte Levy in Interviews darüber berichten, was damals unternommen wurde. Allerdings musste er selbstverständlich, was manche Einzelheiten angeht, immer noch eine standardisierte Geschichte erzählen, um keine permanenten Geheimnisse zu verraten. Was wir über die Vorgänge jener Jahre erfahren konnten, klingt in etwa so, Kerle verlangte, dass sich sein Flieger Aas als Jäger verkleidete und von dem ebenso getarnten Chefmechaniker die beiden sollten mit einer unauffälligen, einmotorigen Bechkräft Bonanza im Südwesten der Staaten auf die Suche gehen. Gesagt, getan. Levy erklärte einigen Fliegerkollegen, er würde für die Marine vom Flugzeug aus Wale zählen gehen. Das war nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn von Zeit zu Zeit veranstaltete man beim Lockheed-Flugzeugkonzern, zu dem auch die Skunkworks Fabrik gehörte, solche Unternehmungen. Nachdem die Lockheed-Embleme von der kleinen Maschine entfernt waren, konnte die Mission beginnen. Levy hatte schon eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, was er suchte. In erster Linie musste es sich um einen Trockensee in einem Gebiet mit klimatischen Bedingungen handeln, die möglichst häufig ideales Flugwetter boten. So konzentrierte sich die Suche auf die weiten Kaliforniens und Nevadas. Die flachen Ebenen der, drei Lakers, waren ideal geeignet, ausgedehnte Pisten für schnelle Jets in die Landschaft zu legen, und Levy als Testpilot kannte diese Seen alle sehr genau, da sie sich im Bedarfsfalle für Notlandungen geradezu anboten. Kein Wunder, dass die beiden, Läger, schon nach zwei Tagen, Beute, gemacht hatten. Gromlake. Größtenteils von Bergzügen umgeben und daher gut sichtgeschützt, lag der etwa sechs Kilometer messende Trockensee unter der kreisenden, Bonanza. Der Boden schien sehr hart zu sein, was sich später bestätigte, zumindest wenn es nicht regnete, was selten geschah, und die Nähe zum Geheimbasis-Ärie 51 Atomtestgelände schien zunächst niemanden zu stören. Im Gegenteil. Denn, so haarstäubend dieser Gedanke auch erscheint, die Gefahr radioaktiven Fall-Oruz konnte der Geheimhaltung nur förderlich sein. Wer würde denn schon ein solches Gebiet freiwillig aufsuchen wollen? Natürlich meldeten einige der Projektbeteiligten ihre Zweifel in dieser Sache an, doch AEC erklärte, die Lage sei unproblematisch, wir freuen uns, euch als Nachbarn hier zu haben. In der aktiven Phase des Programms am Gromlake wurde es im Lauf der Jahre freilich immer wieder nötig, Evakuierungen durchzuführen, wenn Atomtests bevorstanden, was nicht unbedingt als angenehm empfunden wurde. Doch insgesamt schien die Wahl die bestmögliche aller Möglichkeiten gewesen zu sein, Laufier und Johnson hatten den besten Ort für ein Geheimnis gefunden. Die unsichtbaren Kapitel 4 Natürlich war es mit einem Trockensee alleine nicht getan. Um erfolgreiche Tests eines neuen, geheimen Flugzeugs durchführen zu können, war eine umfangreiche Infrastruktur erforderlich. Man benötigte neben einer ausgebauten Landebahn auch ebenso Transportfahrzeuge, Treibstofftanks, WAS-Serversorgung, Energie, ausnahmsweise nicht, Atomara, Provenienz, Hangars zur Unterbringung von Flugzeugen und allen dazugehörigen Gerät. Schaften, einen Kontrolltower, Besprechungsräume, Unterkünfte und so weiter. Mit anderen Worten, eine Anlage vom Charakter eines typischen Militärstützpunktes. So sollte im tödlichen Schatten der Mushroom Clouds, jener Pilzwolken der atomaren Versuche, parallel zur Entwicklung des Superflugzeuges noch eine Basisstation am Chromlager errichtet werden, für die wiederum Johnson zu sorgen hatte. Nachdem Lockheed weder beflugt noch daran interessiert war, seinen Namen nach außen hin mit dem Bau der Anlagen zu verbinden, und auch die CIA als Geheimdienst keine Ambitionen besaß, namentlich genannt zu werden, kam Clarence Kelly Johnson auf die Glorike Idee, das Projekt unter einer Scheinfirma anlaufen zu lassen, mit dem Namen, CLJ, den Initialen des federführenden Mannes. Mit fieberhafter Eile wurden die ersten Gebäude des Chromlagerkomplexes errichtet, von Arbeitern, die über alle Hintergründe freilich absolut im Unklaren gelassen wurden. Eine auch später fortgesetzte, höchst notwendige Politik. Man muss sich einmal vorstellen, wie schwer allerdings derartige Geheimprojekte in die Tat umzusetzen sind, gerade in Anbetracht der heutigen Größe von R.I. 51. von den zahlreichen allein am Bau beschäftigen Menschen darf niemand über seine Tätigkeit berichten. Das Gesamtbild des Geheimbasis R.I. 51 Komplexes muss ihnen verborgen bleiben. Um Einsichten in die geheime Konstruktion möglichst zu minimieren, dürften ausgefeilte Schichtwechsel und ständige Umbesetzungen einer so klein wie möglich zu haltenden Crew nötig sein. Unter ungewöhnlichen Bedingungen und extremem zeitlichem Druck schufteten die Teams am Chromlager im Akkord, bei einer auf dem See im Sommer unerträglich werdenden Hitze von 50 Grad. Schon im Juli des Jahres 1955 erkannte Tony Levyre, seinen, See beinahe gar nicht mehr wieder, nun gab es dort große Hangars und viele der unbedingt erforderlichen Gebäude und Einrichtungen. CLJ, hatte wirklich ganze Arbeit geleistet. Und das mit extrem niedrigem finanziellen Aufwand. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte die Anlage nur rund 800.000 Dollar gekostet. Und auch Levyre legte höchstpersönlich Hand an, um den Vorgang zu beschleunigen und für die Sicherheit auf dem Gelände zu sorgen. Tatsächlich war, Sicherheit, das Thema Levyres schlechthin. So gründete er später sogar ein Unternehmen mit Namen, S, Punkt, A, Punkt, F, Punkt, E. Safe Action in Flight Emergency. Auf Chromlake wollte Levyre selbst sicherstellen, dass jegliche Überbleibseel, Projektteile und andere Metallteile, die von Übungen aus dem Zweiten Weltkrieg dort maßenweise verstreut waren, wirklich vollständig entfernt. Woten. Jeden Morgen fuhr er mit einem Pickup hinaus auf die Weite, im Sonnenlicht hell bei geleuchtender Ebene und lud tonnenweise Kriegsmüll auf den Wagen. Währenddessen nahm Kirlis, Segelflugzeug, in den Skunkworks mehr und mehr Gestalt an. Skunkworks, die, Stinktierfabrik. Warum erhielt der innovativste Ableger von Lockheed, der die hervorragendsten Ingenie-Uri, Techniker und Testpiloten in einer einzigartigen Einheit der Kreativität unter höchster Geheimhaltung verbannt, einen derart abstrusen Namen? War dies wieder einer jener speziellen Einfälle von Johnson, vielleicht, um draußen in der arglosen Welt Verwirrung zu stiften und die Geheimnisse seines Reichs noch undurchsichtiger zu gestalten? Diesmal steckte, ausnahmsweise, nicht er dahinter. Angeblich war die seltsame Bezeichnung im Zweiten Weltkrieg entstanden. Aus Gründen der Geheimhaltung arbeitete Lockheed damals in einem unscheinbaren Zeltbau, der sich unmittelbar neben einer Kunststofffabrik befand. Die geballte Menge der synthetischen Materialien gab einen sehr penetranten und entsprechend unangenehmen Geruch ab, der dem daher wenig erfreuten Lockheed-Personal fortwährend in die Nase wehte. Einmal ging schließlich ein davon schon ziemlich geplagter Techniker ans Klingelnd die Telefon und meldete sich mit, Skunkworks, so heißt es. Und seitdem wurde diese Bezeichnung eben zum geflügelten Wort, darüber hinaus zu einem ehrfurchtgebietenden Begriff. Wer bei den, Stinktieren, arbeitete, musste auf seinem Gebiet üblicherweise die Unsichtbaren schon eine unbestrittene Größe sein. Da wir gerade über Namen singieren, auch für die Anlage am Gromlacke hatte Kelly Chancen einen eigenen Namen geprägt. Während die Regierung mit Blick auf die Heimatstadt des damaligen CIA-Chefs Allendales von Watertown, sprach, woraus sich bezüglich der Landepüste, n, auch die Bezeichnung, Watertownstrip, ableitet, bevorzugte Chancen die Bezeichnung, Paradisse Rensch, für den für Geheimnisse so paradiesischen Platz und sprach kurz auch von der, Rensch. Und freilich auch für die Entwicklung von Gilles, Segelflieger, gab es eine ganze Horde an Codenamen und Kürzellen. Offiziell hieß das Projekt, Aquatonne, ein Name, der später in, Idealist, geändert wurde. Eher intern sprach man von der, Dreckenglady, oder auch von, Angel-Engel, was den Nagel auf den Kopf traf. Denn dieses Flugzeug sollte wirklich engelhaft die Höhenflüge unternehmen, es erreichte die damals unvorstellbare Flughöhe von fast 20 Kilometern und war für Spionageflüge über Fremdes. Das heißt sowjetisches Territorium hervorragend geeignet. Vom, OpenShare-Stritti, war bereits die Rede, und letztlich hatte bereits Präsident Eisenhower auf einem Gipfeltreffen, unter anderem mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten Bulgarin, im Juli 1955 in Genf einen solchen Vorschlag unterbreitet. Jede der beiden Supermächte sollte die Möglichkeit erhalten, das Gebiet der jeweils anderen Nation zu Kontrollzwecken und Schaffung einer Vertrauensbasis zu überfliegen. Wie erwartet, lehnte die UDSSR den Gedanken Eisenhovers ab, und daher gab der US-Präsident endgültig grünes Licht für die Endphase von, Angel. Noch rund ein Jahr nach dem Genfer Gipfel, am 24. Juli 1956, tat sich General Nathan F. Weining, der Stabschef der US Air Force, genauso schwer, Ideen nach Art von, OpenShare, durchzusetzen, als er in der UDSSR einer demonstrativen Flugshow beiwohnte. Nun, der Engel sollte fliegen, sehr weit und sehr hoch. Das Baukonzept der Maschine war darauf ausgelegt, zur Treibstoffversparnis große Strecken im Leerlauf zurückzulegen, eben wie ein Segelflieger. Daher war auch die Brücke, nötig, jene beiden ewig langen Flügel, über die sich Tonnele wir anfangs genauso wunderte wie amüsierte. Doch mit der großen Reichweite allein, über 4.500 Kilometer, war es nicht getan. Um in hochsensitiver Mission über gegnerischem Staatsgebiet zu fliegen, ohne sofort aufzufallen und eine weltweite Krise auszulösen, musste der, Engel, in wirklich himmlischen, unerreichbaren Höhen dahin schweben. Leistungsfähige J57 Triebwerke des Konzerns, Brett und Wettnähe, sollten der Maschine die nötige Kraft verleihen. Bereits am 24. Juli 1955 wurde der erste Prototyp jenes Wunderwerks der Luftaufklärung in Einzelteile zerlegt und in einer C124 Transportmaschine. Geheimbasiserie 51 Von Buabank zum Gromlake geflogen, natürlich wieder kodiert, man wählt hier die schlichte Bezeichnung, Artikel 341. Öffentlich bekannt wurde dieser, Artikel, unter dem ebenfalls recht zurückhaltenden Namen, U2. In der Tat ist die Entwicklungsgeschichte von Flugzeugen auch eine unübersichtliche Geschichte tausender von Namen, Kürzeln und Codes. Manchmal, und gerade bei, Skunkworks, und seinen Toppiloten, verbinden sich mit ihnen wahrhaft kuriose und amüsante Anekdoten. Auch die N.T. Hangs Geschichte des Kürzels, U2, hat angeblich einen recht, rustikalen, Hintergrund. Die berühmte U2 ein in den 50er und frühen 60er Jahren konkurrenzloser, streng geheimer Höhenaufklärer. Archivbild Ufo-Kurier Während die Langversion des Namens offiziell einfach, Utility 2, Nat 10-2, lautet, wusste Lovier eine andere Geschichte zu erzählen. Am 4. August 1955 war er der erste Pilot, der den Engel lieflog. Die Maschine stieg mit ungeheurer Leichtigkeit in die Lüfte hoch, doch umso schwerer war es, sie wieder nach unten zu manövrieren. Janssen flog in einer Begleitmaschine hinter Lovier her und beobachtete die Aktionen, die Flugzeug und Tester vollführten. Nach mehreren Versuchen, den Artikel wieder nach unten zu bringen und einer haarigen Landung auf Chrom stieg Tony sofort aus der Maschine aus und rief Janssen entgegen, zur Hölle, willst du mich umbringen. Wobei er eine und zweideutige Geste mit dem Mittelfinger seiner rechten Hand machte, was er mit einem kräftigen, »Fuck you« unterstrich. Janssen wollte sich seinerseits nicht lampen lassen und lachte zurück, »Entfuck you«, »To«. Aus diesem »Ju«, »To« soll sich eben auch jenes gleichlautende »U2« ableiten, eine wegen mehrerer Gründe schwer übersetzbare Anekdote. Die Unsichtbaren Mit der U2 als Höhenaufklärer der CIA wurden in den folgenden Jahren bedeutende und demnach auch nie ungefährliche Spionagemissionen ausgeführt. Bis zum heutigen Tag ist unbekannt geblieben, wie viele streng geheime U2-Flüge über der UDSSR stattgefunden haben. Wer die Zahl kennt, darf sie nicht nennen, höchstens andeuten. Einzig aus der Sowjetunion stammt eine konkrete Angabe. Es sollen insgesamt 18 solcher Flüge stattgefunden haben, an deren Ende ein kritischer Zwischenfallstand, der Abschuss einer U2 während eines Einsatzes des CIA-Piloten Francis Gary Powers, der unter dem Decknamen Francis Palmer operierte. Powers, in Gehl, wurde am L. August 1960 mit einer Bodenluftrakete getroffen, stürzte ab und landete alles in allem relativ unversehrt in Feindeshand. Normalerweise betätigt der Pilot in einem solchen Fall mit dem linken Fuß den Schleuder-Sitz, der mit dem Selbstzerstörungsmechanismus der Maschine kombiniert ist. Der Sinn ist klar, Geheimtechnologie muss geheim bleiben. Bevor sie einer fremden Macht in die Hände fällt, muss sie zerstört werden. Powers hatte jedoch keine Zeit mehr, den Mechanismus auszulösen. Er machte eine Bruchlandung und wurde von sowjetischen Geheimdienstlern abgeführt. Der genaue Ablauf des fatalen Ereignisses ist nicht bekannt. Powers jedenfalls wurde in Moskau verurteilt, verbrachte zwei Jahre in Gefangenschaft und wurde 1962 im Austausch gegen in den USA festgesetzte Agenten der UDSSR freigelassen. Die aufgeflogene U-2-Aktion führte sofort zu einer tiefen politischen Krise. Präsident Eisenhower war ohnehin schon länger der Ansicht, dass sämtliche U-2-Einsätze von den Briten geflogen werden sollten, um auszuschließen, dass die Sovjets die US-Aktionen als kriegerische Handlung auslegten. Der selbstherrliche General Curtis Lemay, Begründer des Vorwaffen und Atomgewalt nur so strotzenden, Strategie-Ergument, SAG, setzte sich allerdings über manche Entscheidung des Präsidenten hinweg. Lemay lebte in der ständigen Vision einer gewaltigen kriegerischen Auseinandersetzung und fand für jedes Mittel eine Rechtfertigung, auch für einen geballten atomaren Schlag. Fast hatte es den Anschein, als ob er sein, Spielzeug, einfach einmal ausprobieren musste. So arbeitete er daraufhin, den uneingeschränkten, eigenständigen Zugang zu jenem berühmten, Knopf, zu erhalten, der über sein und nicht sein entschied, über ein nukleares Disaster, dessen Folgen wohl nur wenige richtig abzuschätzen vermochten, wenn überhaupt jemand dazu in der Lage war. Lemay veranlasste zwischen den Jahren 1954 und 1957 auch U-2-Aufklärungsflüge über der Soviet Union, von denen Eisenhower ganz offenbar nichts wusste. Die U-2 kann als einer der ersten Vorstöße ins Unsichtbare betrachtet werden, als ein Flugzeug, das extreme Techniken verwendet, um sich der Geheimbasis R.I. 51 Reichweite, Erkennbarkeit und Verletzbarkeit durch den Feind zu entziehen. Sie bildete mit diesem Prinzip den Anfang einer langen, bis heute fortgesetzten Tradition am selbst zu unzugänglichen, fast unsichtbaren Grumlage. Zwei Wochen nach dem Erstflug der U-2 unterzeichnete Präsident Eisenhower erstmals eine Ausnahmebestimmung, Executive Order 10633, zur Sperrung des Luftraums über dem Grumlage. Dieser verbotene Bereich wurde dann immer mehr erweitert. Die Einschränkungen im Luftraum genauso wie auf dem Erdboden legen Zeugnis ab von einer sich ständig aufwärts windenden Spirale der Geheimhaltung. Währenddessen wurde am Grumlage die U-2 weiterhin testgeflogen. Le Maus' Strategie-Erkument war bei den Versuchen mit sechs Piloten vertreten, wobei offiziell höchstens einmal zu vernehmen war, dass ein neues Flugzeug zur Wetterforschung im Einsatz sei, so erklärte die Vorgängerbehörde der NASA, das National Advisory Committee on Aeronautics, NACA, in einer Pressemitteilung ihres Chefs Jude Rüden. Schneller als es den Amerikanern lieb war, wurden sich die Sovjets über die wenig vertrauenserweckenden Aktionen der U-2 bewusst, keineswegs blieb das Spionageflugzeug lange im Reich des Unsichtbaren. Es führte auf den Radarschirmen der Roten Macht einen gefährlichen Tanz vor, nur dass sich die U-DSSR infolge der extremen Flughöhe der U-2 sehr schwer tat, einen Engel zum Sturz zu bringen. Für die Amerikaner war allerdings klar, dass ein noch besseres, ein noch außergewöhnlicheres Flugzeug als die U-2 geschaffen werden musste. Und wieder waren die Ingenieure von Skunkworks und die geheime Basis am Grumlacke gefragt, wenn es um die Realisierung dieses Nachfolgers ging. Der Engel sollte vom Erzengel abgelöst werden. Schon drei Jahre vor dem Abschuss der von Powers über Sverdlovsk geflogenen U-2 schmiedete Kirle die ersten Pläne. Im frühen Winter 1956, so erinnert sich dafür die Antriebstechnologie zuständiger Ingenieur Ben Rie, der später den Chefsessel von Johnson übernahm, Im frühen Winter 1956 schickte Kirle nach mir, und ich ging die Halle entlang zu seinem Büro und mir hing das Herz in der Hosentasche. Ich fürchtete, dass er mich zum Hauptwerk zurückschicken würde, mit einem Händedruck und größer als gut bei kleiner als. Doch Kirle hatte etwas ganz anderes im Sinn. Er fragte Rie, was er über Kryogenik wisse, über Tieftemperaturphysik und speziell über Flüssigtreibstoffe. Rie zuckte mit der Schulter und meinte, seit den Tagen der Schulchemie nicht mehr viel davon gehört zu haben. Wenn das auch untertrieben war, Rie war überhaupt für sein Ausüberlegenheit heraus sehr bescheidenes Auftreten bekannt, Binderstrich, so zählte Kryogenik doch nicht gerade zu seinen Spezialgebieten. Ich will, dass sie die Unsichtbaren sich gründlich über all diese exotischen Treibstoffe informieren, speziell über flüssigen Wasserstoff, und dann zu mir zurückkommen, und dann werden wir uns weiter unterhalten, erklärte, C.L.J., in dem für ihn typischen und unmissverständlichen Ton. Ben Rie war ziemlich überrascht. Flüssiger Wasserstoff, eine höchste explosive Substanz, galt aufgrund seiner Gefährlichkeit als kaum verwendbar und somit eher als eine Art Laboratoriumskuriosum. Das bestätigte ihm auch die Lektüre von Marx, Mechanical Engineering Handbook, eine Ingenieursbibel. Als er zu Johnson zurückkehrte, um ihm seine Bedenken mitzuteilen, platzte dem Chef der Kragen, verdammt nochmal, Rie, ich schere, mich nicht dran, was zum Teufel dieses Buch sagt oder was sie sich vielleicht denken. Flüssiger Wasserstoff ist dasselbe wie Dampf. Was ist Dampf? Kondensiertes Wasser. Wasserstoff und Sauerstoff ergeben zusammen Wasser, das ist alles, was flüssiger Wasserstoff wirklich ist. Gehen Sie jetzt und tun Sie den Job für mich. In den folgenden Wochen war Rie unter dem Decknamen Bendover unterwegs, um in allen möglichen und unmöglichen Laboratorien des Landes sämtliche Informationen über den Wasserdampf einzuholen, die er nur bekommen konnte. Er gab sich als selbständiger Thermodynamiker aus, um keinen Bezug zu Skunkworks aufkommen zu lassen. Wie hatte Kehle gesagt? Halten Sie Ihren verdammten Mund in dieser Sache. Erzählen Sie niemandem ein Wort. Als Rie dem Nobelpreisträger William Gielukwe sein Anliegen vortrug und erklärte, er wolle erfahren, wie man flüssigen Wasserstoff herstellen und in großen Mengen lagern könne, schüttelte der Experte nur mit dem Kopf. Er hatte seine hohen Ehrungen erhalten, weil er sich mit der Erforschung solcher und ähnlicher Fragen befasst und komplexe Probleme gelöst hatte. Seine Arbeit führte er in einem verstärkten, bunkerartigen Gebäude durch. Denn wenn dieser Professor in die Luft ging, sollte nicht ganz Berkeley dies zu spüren bekommen. Doch selbst er, der Ungewöhnliches gewöhnt war, meinte, bei allem Respekt, Sir, ich denke, bei Ihnen ist eine Schraube locker. Bei diesen Worten musste Rie allerdings eher an Johnson denken. Als er ihm das mit der Zeit mühsam gesammelte Material vorlegte, lächelte dieser und erklärte, Rie würde die Leitung eines neuen Werks zur Verflüssigung von Wasserstoff übernehmen. Zur Sicherheit wurde diese Anlage möglichst weit entfernt von allen anderen Gebäuden errichtet. Flüssiger Wasserstoff als Antriebsmittel in einem ansonsten eher konventionellen Triebwerk war etwas völlig Neues. Wegen des ungeheuren Schubs, den er erzeugte, brachte man ihn vielmehr mit Raketentriebwerken in Verbindung. Doch Johnson schwebte ein Flugzeug vor, das mit mindestens über zweifacher Schallgeschwindigkeit über den Himmel ziehen sollte. Geheimbasis Rie 51 Der exotische Treibstoff war allerdings nur eine Komponente des Erzengelds, die ihn zu einem Jet werden ließ, der noch heute aussieht, als würde er aus der Zukunft kommen. Die Form, die Werkstoffe und zahlreiche Technologien waren völlig neu am Blackbird, der freilich wiederum unter strengste Geheimhaltung und dem Codenamen Project Oxcart, konstruiert und gebaut wurde. Dabei folgten mehrere Entwicklungsstufen über die A1 hin zur A12, wobei das Endprodukt aus dem Projekt, Senior Crown, hervorging, die, SR 71. Infolge der erforderlichen Technologien dauerten viele Entwicklungsstufen länger als erwartet, eine Situation, die Kirli und Discongworks in keiner Weise gewohnt waren. Zum ersten Mal ließen sie ihren Auftraggeber, die CIA, warten. Brett und Wittner hatte ebenfalls Schwierigkeiten, ein GIG-Metistriebwerk, J58, zu schaffen, das die Anforderung erfüllte, dieses unkonventionelle Flugzeug auf schließlich dreieinhalbfache Schallgeschwindigkeit zu bringen. Auch an der Grumlake-Basis gingen einige Veränderungen vor sich. Im November 1959 wurde das erste 1 zu 1 Modell der Blackbird A12 von Burbank dorthin transportiert, um es Radartests zu unterziehen. Der riesige, schwarze Vogel, konnte nicht mehr zerlegt in eine Frachtmaschine hinüber geflogen werden, sondern musste über GIG nähte Straßen zum Grumlake gebracht werden. Eine aufwendige Aktion. Und nicht leicht zu tarnen, da sie über öffentliches Land und öffentliche. Der, Blackbird, SR-71A. Einst hochgeheimes Projekt des Discongworks, heute Museumsstück. Von vorne sieht diese superschnelle Flugzeug beinahe schon wie eine fliegende Untertasse aus. Aufnahmeverfasser Die unsichtbaren Verkehrswege abgewickelt werden musste. Zwar gelang es, die Konturen zu verbergen, doch war der Schwertransport so breit, dass zuvor etliche Hindernisse in Absprache mit der jeweiligen Behörde entfernt werden mussten. Am See der Geheimnisse benötigte man nun für das gewaltige neue Projekt weitere Einrichtungen und Hangars. So entstand im Süden ein neuer Komplex, und auch die Rollbahn musste den Erfordernissen angeglichen werden. Sie wurde für den, Erzengel, verlängert und mit Beton gefestigt, um das Gewicht der Supermaschine überhaupt tragen zu können. Diese Bauphase dauerte beinahe vier Jahre, von September 1960 bis etwa Mitte 1964. Das alles lief ab unter Zuhilfenahme geschickter Verschleierungstaktiken. Wieder wurden Scheinfirmen errichtet, Personnel kam und ging unter falschem Namen und falschen Berufsangaben, zum Beispiel sprach man gerne von Regierungsberatern, während die Basis selbst als Radartesteinrichtung beschrieben wurde. Am 11. August 1961 erhielt der nunmehr geschaffene Luftraum R-4808 seine Gültigkeit als verbotene Zone. Schon im Januar 1962 blähte das Luftwaffenministerium den zunächst nur wenige Meilen großen Luftraum auf die heutige Größe von etwa 40 x 40 km aus. Um 1960 herum entstand wohl auch die Bezeichnung, Area 51, für die supergeheime Anlage am Gromlacke, doch weiß bis heute niemand, welche Bedeutung die, 51, besitzt. Neben den Hangars und der Verlängerung der Pisten wurden zahlreiche Um- und Ausbauten am Gromlacke vorgenommen. So kamen neue Wege mit einer Gesamtlänge von rund 30 km hinzu, eine Umfängreiche Tankfarm, mit einer Kapazität von über 5 Millionen Litern sowie auch Freizeiteinrichtungen, ein neues Baseballfeld, ein eigenes Kino, eine großzügige Bar, Sam's Place, und so weiter. Mit allem Einsatzwillen arbeiteten die Spitzeningenieure von Skunk, weiter an ihrer neuesten, Silberkugel, Silver Bullet, wie man diese Flugzeuge in Freischützmanier auch nannte, diese Flugzeuge, die nur in kleiner Stückzahl gebaut wurden und ungeahnte, beinahe, magische, Fähigkeiten entwickeln sollten. Als Werkstoff wurde für den, Blackbird, ein exotisches Metall verwendet, das besonders leicht ist und darüber hinaus sehr hitzebeständig, Titan. Die Erdkruste enthält etwa ein halbes Prozent Titanant-Eil, es ist damit das neunthäufigste Element. Das Mineralrutil beispielsweise enthält Titan in oxidierter Form, das heißt als Sauerstoffverbindung, gelegentlich finden sich die golden glänzenden Nadeln des Rutil wie, Engelshaare, eingeschlossen in Bergkristall. Haare eines Erzengels. Neben dem geringen Gewicht und der Hitzefestigkeit, der Schmelzpunkt liegt etwas unter 2000 Grad Kelsius, ist Titan auch außergewöhnlich korrosionsbeständig, da es sich stets mit die unsichtbaren Ein Ding der Unmöglichkeit, Stealt F-117A. Nur Computer ermöglichen diesem aerodynamisch verunstalteten Flugzeug, sicher vom Boden abzuheben. Archivbild UFO-Kurier. Der kennt auch die Krände für die radikalen Formgebungen. Dennoch behaupten manche, darunter nicht nur eingeschworene UFO-Fanatiker, einige Merkmale von Stealt, seien von der vor Jahrzehnten vom US-Militär geborgenen außerirdischen Technologie kopiert worden. So erklärt der amerikanische Flugzeugmechaniker und Pilot Tony Gonsalves, es gebe eine Geheimversion des gigantischen Stealt-Bombers B-2. Die B-2 wurde nicht von Lockheed, sondern vom Northrop-Konzern geschaffen. Dieses ebenfalls utopische Fluggerät, das ich 1995 erstmals in freier Wildbahn direkt über Dreamland kreisen sehen konnte, ähnelt einem monströsen, fliegenden Dreieck. Tatsächlich besteht die B-2 praktisch nur aus Flügeln, deren Kanten absolut gerade sind und vorne an der Spitze im rechten Winkel auf ein anderes Dossen. Völlig unscheinbar erhebt sich von dort ein sanfter Buckel, der das Cockpit in sich birgt und in Richtung Heck wieder ganz sachte in die Flügel übergeht. Die beiden Enden des Geo-3-Ecks stehen ein bisschen über, dazwischen präsentiert sich das gezackte Heck im besten Sinne der Radarunterdrückung. Feenz, als vertikale, stabilisierende Flossen gibt es nicht. Die B-2 zählt gleich in doppelter Hinsicht zu den exotischen Vögeln. Zusätzlich zum Titel, Stealth, steht dem pro Exemplar unfassbare 2 Milliarden US-Dollar teuren Bomber auch noch der Gattungsname, nur Flügler, oder Geheimbasis Area 51, Flying Wing, zu Der Konzerngründer John Nosrup hatte sich schon 1929 auf solche aerodynamisch ebenfalls empfindliche Konstruktionen verlegt. Ähnlich wie nur zwei Jahre später die Gebrüderhorten in Deutschland. Die erste, Nosrup-Üb 49, Versuchsmaschine, die mit 52,43 Metern auf den Zentimeter genau dieselbe Spannweite wie die moderne B-2 besaß, flog am 21. Oktober 1947. So mancher horchte bei diesem Datum auf, plötzlich, nur wenige Monate nach dem, Roswell-Absturz, tauchte ein absolut ungewöhnliches Flugzeug auf der Bildfläche auf, das selbst aus dem All zu kommen schien. Die zweite Maschine des Typs Üb 49 stürzte am 5. Juni 1948 in der Nähe von Murug-Arme er fielt ab, dabei kamen alle fünf Besatzung-Mitglieder ums Leben. Als Co-Pilot an Bord hatte sich auch Captain Glenn W. Edwards befunden, dem zu Ehren Murug AAF ein Jahr später in Edwards Air Force Base umbenannt wurde. Immer wieder beobachten Zeugen am Tag wie auch am Nachthimmel sehr ungewöhnliche, dreiecksformige Flugobjekte, die sich allerdings nur selten als die B-2 oder andere moderne Geheimflugzeuge deuten und erklärieren lassen, und das aus mehreren Gründen. In der ersten Hälfte der 80er Jahre sahen Tausende von Menschen in der Gegend von Connecticut und New Jersey, vor allem im Hudson-Tal bei New York, ein riesiges boomerangförmiges Flugobjekt, das in niedriger Flughöhe mehrmals sehr langsam über den Highway hinweg zog. Gelegentlich verharrte dieses Objekt lautlos im Schwebeflug. Das als, Westchester Wing, bekannt gewordene Objekt ist bis heute ein unidentifiziertes Flugobjekt geblieben, ein echtes UFO. Obwohl es Jahre vor Bekanntwerden der B-2 gesehen wurde, legte es Eigenschaften an den Tag, über die der Northrop-Bomber nicht verfügt. Die B-2 ist beispielsweise nicht dazu in der Lage, über einem festen Punkt schwebend zu verharren. Der, Wing, war das schon. Was aber sollte dann die ganze Geheimhaltung am Grumlager und an anderen hochsensitiven Orten, wenn derart unkonventionelle Technologien über Befahrerenstraßen und dicht besiedelten Regionen auftauchten? Bis heute ist der, Westchester Wing, ein Rätsel geblieben. An seiner realen Existenz besteht kein Zweifel, denn in diesem Falle haben wirklich zahllose, voneinander unabhängige Zeugen übereinstimmend ausgesagt. Rätselhaft bleiben auch andere Begegnungen mit solchen, Dreiecksefuß. Sie zeigten sich 1989-90 auch über Belgien, und wieder wurden ungezählte Menschenzeugen dieser Überflüge, die über Städten wie Lüttich und Olden beobachtet wurden. Sollten die Amerikaner dort geheimes Dealtflugzeuge testen? Über fremdem Territorium? Das wäre geradezu Abstruss. Im Übrigen legten die Dreiecke, auch in diesem Falle utopische Eigenschaften an den die unsichtbaren Tag. Die lautlosen oder höchstens leise summenden Fluggeräte waren wiederum fähig, unbewegt über dem Gelände zu verhearren. Dann wieder beschleunigten sie in unnachvollziehbarer Weise und verschwanden am Himmel. Die belgische Luftwaffe hat diese Vorfälle bestätigt, auch einzelne Militärpiloten, die damals zu vergeblichen Verfolgungsjagden der Objekte aufgestiegen sind. Der bekannte britische Forscher Ensene Dot übergab mir während eines Aufenthaltes in England dankenswerterweise ein Tonband, auf dem ein aufschlussreiches Interview zwischen ihm und einem jener Piloten aufgezeichnet ist. Kein Zweifel, hier waren absolut unerklärliche Technologien im Spiel. Die Zeugenaussagen sind oftmals verblüffend. Mehrere Gendarmen konnten beobachten, wie Strahlen von der Unterseite der dreiecksförmigen Objekte zum Boden gerichtet waren, die ihn aber nicht erreichten. Sie wirkten wie in der Luft, abgeschnitten, wie feste Säulen aus Licht, die von UFO-Forschern dementsprechend als, feste Lichter, Solid Lights, bezeichnet werden. Rotleuchtende Kugeln lösten sich von den beobachteten Dreiecksobjekten ab und zogen ihre Kreise. Ziemlich genau in den Jahren, als über Belgien solche Riesendreiecke erschienen, zeigten sie sich auch über der Insel Puerto Rico. Hier berichteten Dutzende Anwohner der westlichen Insel, dass ein Riesendreieck Zweikampfjäger verschlungen und sich anschließend in zwei auseinander rasende Hälften gespalten habe. Angeblich kein Einzelfall. Sind das alles nur wilde UFO-Märchen? Ich konnte selbst Zeugen des Vorfalls sprechen und halte sie für aufrittstieg, doch ist mir klar, dass Zeugenaussagen immer anfechtbar sind. Selbstverständlich können sich ungeübte Beobachter täuschen. Selbstverständlich können Personen zur Übertreibung neigen oder Geschichten erfinden. Allerdings sprechen Beispiele, wie ich sie hier angeschnitten habe, eine andere Sprache. Es handelt sich durchweg um Sichtungen, bei denen sehr viele Leute dasselbe gesehen haben. Wir müssen uns daher ernsthaft fragen, woher solche Objekte kommen, wer sie baut und wer sie fliegt. Wenn jemand ein unbekanntes Flugzeug sieht, glauben Zuhörer ihm weitaus eher, als wenn jemand sagt, er oder sogar eine ganze Personengruppe habe ein UFO gesehen. Doch in Wirklichkeit sind die Grenzen fließend und die Situation dieselbe. Hinter einem UFO kann ein geheimes Projekt der Skunkworks stehen, es muss ganz und gar kein außerirdisches Raumschiff sein. Doch nur aus einem begrenzten Horizont heraus können wir uns nicht leisten, genau diese Möglichkeit auszuschließen. Tony Gonsalves glaubt, wie schon erwähnt, dass das unerklärliche Objekt, das über dem Hudson Valley gesehen wurde, eine geheime Version des Geheimbasis-Arie 51. B2-Strielt-Bombas ist. Es ist meine Überzeugung, dass das Hudson Valley UFO und die B2 ein und dasselbe sind, so erklärt er. Aber die B2, auf die ich mich hier beziehe, ist nicht diejenige, die uns allzu vertraut ist und die in den Augen der Steuerzahlenden Öffentlichkeit rapide an Boden verliert. Ich behaupte, dass die Regierung eine frühere, geheime Version der B2 geschaffen hat, dass diese Version mit Eigenschaften antigravitativer Natur ausgestattet ist und dass sie von tausenden von Leuten gesehen wurde, nicht nur in der Gegend des Hudson-Tals, sondern auch in Virginia, Alabama, New Mexico, Ohio und sogar Puerto Rico. Die Regierung fliegt eine geheime Version des B2-Strielt-Bombas, die größer als Fremdtechnologie kleiner als in sich birgt. Besteht ein Zusammenhang zur Area 51, zu Driemland, zu geheimen Basen am Chromlake und vielleicht noch mehr, am Paproselake? Was für Hinweise gibt es, dass dort wirklich nicht nur irdische, Silberkugeln, sondern auch mit außerirdischer Technologie gekreuzte Dreiecke oder darüber hinaus rein außerirdische, Silbeischeiben, getestet werden? Welche Erlebnisse haben Zeugen dort gemacht, was können wir heute auf und über, Driemland, sehen? Die Fragen, die im Zusammenhang mit der, schwarzen Welt, auftreten, wollen kein Ende nehmen, und je mehr wir uns mit den Geheimnissen dieses, schwarzen Lochs, beschäftigen, je tiefer wir in sie einzutauchen versuchen, desto rätselhafter wird diese unendliche Geschichte, und faszinierender. Der Eisberg in der Wüste Kapitel 5 Meine erste, Begegnung, mit Driemland werde ich wohl nie vergessen, jenen Moment, an dem ich mich selbst davon überzeugen konnte, dass alles stimmte, dass die offiziell immer und immer wieder verleugnete Basis tatsächlich existierte, diese wahrhaft gewaltige Anlage, auf der fortwährend die geheimsten Projekte der USA durchgeführt wurden, vielleicht sogar UFO-Programme. Zusammen mit meinem guten Freund Steffen fuhr ich im Sommer 1993 hinaus in die Gegend des Ticabo Valley, um auf den damals noch zugänglichen Berg Weidzeits hinaufzusteigen, von dem sich ein hervorragender Ausblick auf das Testgelände am Gromlake bietet. Zwei Jahre später regelte die Air Force das Gelände ab und vereinahmte Weidzeits im Namen der nationalen Sicherheit, und um den sicheren und reibungslosen Fortgang der Operationen am Gromlake zu gewährleisten, so hieß es damals. Wir waren an jenem Sommernachmittag die Gromlake rot bis kurz vor die Sperrzone gefahren, um dann in eine kleine Schotterstraße einzubegehen und den Wagen dort in der Nähe einer Viehtränke abzustellen. Wir hielten einen Abstand von etwa 100 Metern, ansonsten wären wir in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Erfahrungsgemäß gehen die Weitetiere nicht mehr zur Tränke, wenn sich ein fremdes Objekt in der näheren Umgebung befindet. Sie würden in der Trockenheit der Steppe sehr schnell verdursten. Und wenn die Rentscher unser Fahrzeug nicht bemerkt hätten, den anonymen Sicherheitsstrupps, die ständig um die Aereo herum patrouillieren, wäre es sofort aufgefallen. Die argwöhnischen Wächter von, Dreamland, sind aus erdem ständig auf der Suche nach Gründen, unliebsame Besucher aus der Gegend zu verscheuchen und verständigen den Sheriff beim geringsten Anlass, der sich ihnen bietet. Geheimbasis Area 51 Karte der Sperrzone nahe den Grom- und Paprose-Trockenseen Eingezeichnet sind auch Area 51 und Area S4. Auf dieser Karte sind die Berge weit Sides und der etwas südlich davon liegende Friedemrich noch nicht vom Militärverein nahmt. Heute liegen sie innerhalb des Sperrgebietes. Grafik Glenn Campbell Area 51 View.s Guide-Usks Army Series Map Wir holten einige wichtige Dinge aus dem Auto. Einige Karten, einen Feldstecher und etwas Wasser, und bevor wir Richtung Weid Sides Luftbratschen, ging ich noch einmal um den Wagen herum, um mir die Reifen anzusehen. Angeblich gab es auf der Grumlake rot eine ungewöhnlich hohe. Der Eisberg M der Wüste Nacht über Weid Sides Der Berg ist rechts im Bild zu sehen. Seine charakteristischen weißen Flanken verlieren ihm den Namen. Das Foto wurde in einer klaren Mondnacht direkt an der Sperrzone nach, Triemland, aufgenommen. Aufnahmeverfasser Zahl an Reifenplatzern Einige behaupten, die Security würde auf die Reifen schießen, was allerdings mit Sicherheit Unsinn ist. Bestimmt war niemand interessiert daran, den Aufenthalt neugieriger Zaungäste durch Sulke-Aktionen noch zu verlängern. Eher schon mochten die teils wirklich Spitzensteine auf den ungeteerten Straßen, auf den Gravel und dort droht's, gelegentlich für unangenehme Überraschungen sorgen. An unserem Fahrzeug war wenigstens alles in Ordnung. Die heiße Nachmittagssonne schien auf den interessanten Berg, dessen zur Basis gewandte steile Flanke auf Haaland hell ist und ihm auch seinen Namen verliehen hat. Der für seine oft sehr weitreichenden Behauptungen bekannte, Ufologe, Geri Schulz benennt den Berg, Pi als Pieck, nach dem Vornamen seiner Frau, da er darauf beharrt, dass sie diesen dem Sperrgebiet vorgelagerten Gipfel entdeckt habe, doch scheint das nicht so ganz zu stimmen. Auch der Name, Pi als Pieck, konnte sich nicht durchsetzen. Wir marschierten einen kleinen Pfad entlang, den wir ursprünglich immer weiter verfolgen wollten, um schließlich auf der flacher ansteigenden Nordostseite von White Sides zum Gipfel zu klettern. Zu spät bemerkten wir, dass uns unser Weg schließlich durch ein ausgetrocknetes Flussbett zur steilen vor der Seite führen würde. So arbeiteten wir uns quer durch das Gelände hindurch, was zwar der kürzeste Weg zum Ziel war, aber auch der anstrengendste. Geheimbasis Area 51 Das ganze Gebiet hatte einst unter Wasser gestanden. Deutlich sahen wir zu unserer Rechten einen großen, weißen, ausgewaschenen Felsblock, der mit seinen riesigen karstigen Löchern wie ein Schweizer Käse aussah. Eine interessante Landmarke. Mit zunehmender Höhe wurde auch der Berg immer steiler. Die Hänge von White Sides sind übersät mit rötlichem, leichtem Geröll, einer Art Bimsstein, die an die vulkanische Vergangenheit erinnert. Der Aufstieg wurde auf diesem lockeren Untergrund immer wieder zur Rutschpartei. Auf etwas halber Höhe blieb ich stehen und blickte zurück in die weite Ebene, während Steffen von nunmehr wohl unbezwingbarer Neugierde weitergetrieben zum Gipfel eilte. In der Höhe ging an diesem Nachmittag ein warmer, angenehmer Wind. Ich genoss die herrliche Aussicht über die Wüste mit ihrem spärlichen und doch so vielfältigen Bewuchs. Das Flussbett zeichnete sich dort unten nun ganz deutlich ab. Die Grumlake Routfall lief wie ein dünnes helles Lineal durch die Landschaft. In südlicher Richtung lag Las Vegas, weiter im Südwesten erhob sich der Paranagat Range, hinter dem die Interstate 93 über Alamo auf den Highway 375 führte, jene Straße, die heute als Extraterrestrial Highway tituliert wird, da sie so nahe an Area 51 vorbeiführt. Zu Zeiten der U2 hatte sie noch gar nicht existiert. Auf der 375 waren uns auch zum allerersten Mal die anonymen Wächter aufgefallen. Sie fuhren recht langsam vor uns, in einem weißen Chiriki mit Regierungskennzeichen, US Government, Official Use Only. Die beiden Männer in dem Geländewagen hatten Tarnkleidung an und fixierten uns sehr genau, als wir sie überholten, um einen Blick in ihr Fahrzeug zu werfen. Wahrscheinlich wussten auch sie nicht, was sie da eigentlich zu bewachen hatten. Wunderbare, merkwürdige Welt. Die Landschaft wirkte in ihrer Schlichtheit grandios. Einen Augenblick ständ ich noch still und ließ diese einmalige Stimmung auf mich wirken. Ich lauschte, doch es war nichts als der Wind zu hören. Nur war da ständig jenes Kribbeln und dieses erwartungsvolle Gefühl in der Magengrube, die Nähe des so großen Geheimnisses war deutlich zu spüren. Dieses unergründlich scheinende Geheimnis lag in der Luft, erfüllte das Tikabor-Tal. Es ist immer dasselbe Gefühl und stellt sich bei mir pünktlich dann ein, wenn ich am nördlichen Ende des Paranagat-Renspin-Hencax-Summit hinabfahre. Von Las Vegas aus kommend sieht man von hier zum ersten Mal ungehindert hinab zu Grumlackerrutsch und zu Weidseitz. Nach meiner kurzen Pause machte ich mich nunmehr daran, den Rest des Weges hinter mich zu bringen, um endlich zu sehen, was ich schon so lange sehen wollte. Ich war noch gar nicht am Gipfel angekommen, als ich mir oder minder zufällig einen kurzen Blick über die linke Schulter machte und der Eisberg in der Wüste wie gebannt innehielt. Da war sie. Da lag ganz deutlich die Geheimanlage und der See. Fantastisch. Noch verdeckten vorgelagerte Höhenzüge einen Großteil des Geländes, doch da war sie. Was für einige wenige Menschen eine alltägliche Selbstverständlichkeit war, kam mir vor wie ein Weltwunder. Vielleicht war es das ja auch. Zumindest hatte sich die Rutscherei auf dem Geröll wirklich gelohnt. Schließlich hatte ich den letzten Abschnitt des Aufstiegs auch noch hinter mich gebracht und traf hier auch wieder auf Steffen, der sich auf dem Gipfel wohl schon eine Zeit lang der Beobachtung gewidmet hatte. Hier oben war es direkt gemütlich. Glenn Campbell hatte zusammen mit anderen, in der Kiptaus, eine kleine Steinmauer aufgeschichtet und einen leichten Klappstuhl deponiert. Das mit den Klappstühlen ist ohnehin eine kleine Geschichte für sich. Sie verschwanden in regelmäßigen Abständen. Offenbar kamen hier immer wieder Security-Leute hoch und räumten auf. Die, in der Kiptaus, brachten neue Stühle mit, und das Spiel wiederholte sich. Vielleicht würden wir manches dafür geben, wenn wir dort sein könnten, wo diese Stühle jetzt stehen. Stühle hin, Stühle her, uns interessierte das momentan wenig. Vielmehr konzentrierten wir unsere volle Aufmerksamkeit auf die Area 51, die nun in unmittelbarer Sichtlinie vor uns lag. Schon mit blossem Auge waren die Hauptgebäude klar und deutlich erkennbar. Die Anlage war im Vergleich zu Aufnahmen aus den 60er Jahren beachtlich angewachsen. Tatsächlich hatte sich ihre Größe zwischen 1960 und 1980 verdoppelt. Etwa 180 neue Gebäude waren hinzugekommen. Wir nahmen den Feldstecher und betrachteten einen Abschnitt der Basis nach dem anderen. Wirklich gigantisch. Hier liegt ein Hangar neben dem anderen, Radaranlagen, Versorgungsgebäude und Strukturen. Durch den See hindurch verläuft eine beinahe 10 Kilometer lange Piste, auf der Zweisbees Schatten rein theoretisch gleichzeitig und hintereinander landen könnten, ohne sich zu behindern. Die Länge der Grumlake Rollbahn 14 R32 L würde dazu ausreichen. Sie zieht sich als heller Strich vor den Gebäuden in etwa nord-südlicher Richtung durch die Landschaft. Als wir das Gelände mit unserem Feldstecher abtasteten, sahen wir plötzlich eine Gruppe von sehr hell glänzenden Lichtern, die sich kaum merklich bewegten. Diese glänzenden Punkte waren vor vier sehr großen Hangars positioniert. Ganz offenbar handelte es sich um mehrere Flugzeuge, deren metallische Oberflächen das Licht der immer noch hochstehenden Sonne in unsere Richtung reflektierten. Bei aller Mühe, irgendwelche Einzelheiten zu erkennen, die Leistungsfähigkeit unseres Feldstechers reichte leider nicht aus, um festzustellen, was für Objekte diese grellen Punkte sein konnten und was dort unten auf der Basis vor sich ging. Wie sehr hätte ich jetzt die Geheimbasis-R51 kräftigen Teleskope benötigt, die sich in meiner Sternwarte ausruhen. Ich war spezialisiert auf langbrennweitiges Stellar-Fotografie und hätte wohl auch aus der Basis fast das, letzte, herausgeholt, bildete ich mir zumindest ein. Ich muss das irgendwann nachholen, schwor ich mir, selbst wenn die großen Geräte nicht mehr transportabel waren. Aber mit einer vom Gewicht her noch zu bewältigenden Optik würde sich auch schon manches machen lassen. Ich sollte das später auch tatsächlich nachholen, allerdings von einem anderen, mehr als doppelt so weit entfernten Standort. Gerade in der ersten Hälfte der 90er Jahre waren die Kontrollen um die Basis herum sehr streng. Vor vielen Jahren konnte man sogar noch immerhin bis an das Ostufer des Gromlake bis zur Sperrzone vordringen und aus verhältnismäßig großer Nähe mit unauffälligen objektiven Fotos schießen. John Lear Archivbild UFO-Kurier Damals machte dort der CIA-Pilot und mittlerweile eher als sehr kontrofaser UFO-Forscher bekannte John Lear-Aufnahmen des Komplexes und wurde natürlich auch seinerzeit schon von Security Guards gefilzt. Allerdings hatte er seine Fotoserie kurz hintereinander zweimal geschossen und den ersten Film versteckt. Den anderen holte er wie gefordert aus der Kamera und gab ihn den Sicherheitsleuten. Dann, 1984 vereinen ahmten die, Chefs, von RIO 51 den Grom-Range in einer eigentlich illegalen Aktion, die normalerweise vom Kongress hätte bewilligt werden müssen. Diese Zustimmung holte man sich erst später. 36.000 Hektar hatte das Militär für sich beschlagnahmt. Nun also, nach der großen Landnahme von 1984, lag auch die östliche Uferpartei des Sees tief in, Driemland. Der einzige Berggipfel, von dem aus noch ein Blick auf die Basis riskiert werden konnte, war White Sides. Später entdeckte Glen Camp Bell noch. Der Eisberg in der Wüste. Einen zweiten hervorragenden Sichtplatz in den, Jungblithills, die sich auf der anderen Seite der Grom-Lacker-Route erheben. Camp Bell nannte diesen besonderen Höhenzug sinnvollerweise, Friedemrich, Freiheitsrücken. Ganz offenbar hatten die Geheimniskrämer bei ihrer Planung einfach einen geraden Strich durch die Landschaft gezogen, um die neue Grenze festzulegen, ohne auch wirklich zu kontrollieren, ob nicht doch noch eine direkte Sichtverbindung von der Außenwelt bestand, weshalb ihnen gerade die Seebeidenberge entgingen. Als den Hintermännern der Aerie klar wurde, welchen fatalen Fehler sie begangen hatten, war ihnen auch bewusst, dass sie nicht sofort wieder eine neue Landnahme veranstalten konnten. Das hätte auch so manche Publiketü gebracht. Gefährliche Zeiten, hier liefen gewaltige Geheimprojekte von immer größerem Umfang ab, und da gab es direkt vor der Tür jene zwei unseligen Bergspitzen, von denen aus viel zu viel zu sehen war. So blieb dementsprechend nichts anderes übrig, als die Überwachung extrem zu steigern. Neben den scheinbar unermüdlichen Security-Teams, die mit ihren Ford Broncos und später Jeep Cherokees fortwährend im Gelände unterwegs sind, wurden Bewegungsmelder eingesetzt, die jeden unerwünschten Besucher schon aus der Weite ankündigen. Während die Chromlake rot ohnehin gut exponiert ist, finden sich diese Melder an allen Schotterstraseen, die zur Aerie 51 führen. Die Erschütterungen eines sich nähernden Wagens werden von zwei an der betreffenden Straße vergrabenen Sensoren über ein ebenfalls überborgenes Kabel an eine Sendeeinheit geleitet, von der sie als Signal mit einer Frequenz von 496,25 MHz an die Wachstationen der Basis übertragen werden. Die Sendeeinheit liegt dabei meist nur wenige Meter von der Straße entfernt, versteckt hinter Büschen und Steinähen. Außerdem sind im Gelände an einigen Stellen Videokameras positioniert, und es soll auch Ammoniak-Detektoren geben, die angeblich sogar zwischen menschlicher und tierischer Transpiration unterscheiden können, was aber wohl eine Legende ist. Zu bestimmten Zeiten waren auch schon Hubschrauber und Flugzeuge im Einsatz, um, Zaungäste, durch Tiefflugaktionen zu erschrecken, auf dem Weg zum Gipfel einzuschüchtern und möglichst zur Umkehr zu bewegen. Von Weitzeits aus wäre allerdings schon eine recht große Optik nötig gewesen, um zweckmäßige Aufnahmen machen zu können. Ganz unauffällig hatte sie sich nicht bedienen lassen, und man wäre nur mit viel Glück oder sehr guter Vorbereitung davon gekommen, ohne ertappt zu werden. Jedenfalls war es unerlaubt, von Weitzeits aus Fotos zu machen oder auch nur Skizzen der Anlage und der Umgebung anzufertigen. Das sollte mir auch bald die Security noch einbläuen. Geheimbasis Area 51 Ein Feldstecher, wie wir ihn dabei hatten, wurde gerade noch soeben akzeptiert. Obwohl seine Leistung nicht ausreichte, um zu erkennen, was diese glänzenden Lichter da unten waren, störte unsere Spionagetätigkeit, die Arbeit auf Area 51 in empfindlicher Weise. Offenbar hatte man dort unten gerade einige geheime Tests vor und musste nun abbrechen. Tatsächlich war Vorschrift auf Chromlacke, sofort alles in die Hangars zu rollen und die Tore zu schließen, wenn sich irgendetwas auf Weitzeits rührte. Sobald die Security feststellte, dass jemand dem Gipfel entgegenstrebte, ging die Funkmeldung, Wattstock in Effekt, an die Basis, Wachhund in Akteon. Dann blieb nichts übrig, als das Unternehmen abzubrechen, und alles Geheime, das man gerade auf der Rollbahn oder sonst wo unter grumsfreiem Himmel hatte, schnell wieder in die Kiste zu packen. Genau das sahen wir. Wahrscheinlich erlebten wir gerade noch die letzten Momente dieses Vorgangs. Die Lichter, es waren über zehn Stück, näherten sich den Hangars. Mal leuchtete eins der Lichter mehr, mal weniger, während sie ihre Positionen zueinander leicht veränderten. Sie befanden sich nun knapp vor dem Schatten der hohen Gebäude. Langsam wurde der metallische Glanz schwächer, bis schließlich nichts mehr zu sehen war. Die Basis glich einer Totenstadt. Gedauert hatte das Ganze gerade einmal vielleicht zwei bis drei Minuten, wenn nicht sogar kürzer. Doch auch, wenn sich jetzt nichts mehr dort unten rührte, war noch viel Interessantes zu sehen. Der mächtige Hauptkomplex von Erio 51 erstreckt sich über eine Länge von fast drei Kilometern, wobei ich jetzt die Grenzen einmal recht willkürlich definiere, da sich auch noch sehr weit außerhalb dieser auffallendsten Gebäude und zentralen Einrichtungen zahlreiche weitere große Strukturen befinden. Im Süden dieser Anlage liegen die offenbar halb in die Erde gebaute N8-Hangargebäude H9 bis H16, die genau genommen von vier Doppelhangars gebildet werden. Hier hatte die CIA ihre A12- und SR-71-Staffel untergebracht. In nördliche Richtung, rechts davon, schließt sich ein Flakes-Gebäude an, bei dem möglicherweise immer wieder Tests von Triebwerten stattfinden. Es gibt Beobachter, die berichten, dort auch große blaue Flammen aus einem Standrohr austreten gesehen zu haben. Der aus Kalifornien-Stammende, aber schon vor einigen Jahren nach Rätsche gezogene Amateur-Astronom Cook Clark erzählte mir, diese Flamme oft gesehen zu haben, sie sieht aus wie die Flammen, wie sie bei Ölraffinerien vorkommen, meinte er zu mir. Wie eine Methanflamme. Ebenfalls nur sehr wenige Informationen sind über die gelegentlich als, Security-Hangars, bezeichneten beiden Doppelgebäude bekannt, die sich den A12-SR-71, Bindestrich, Stallungen, anschließen. Es heißt, hier sei das Neueste. Der Eisberg in der Wüste. Supergeheimnis von Gromlacke untergebracht, ein vielleicht bis zu 10-facher Schaltgeschwindigkeit schnelles Flugzeug namens Aurora, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirklich existiert und als längst fälliger Nachfolger der SR-71A bereits seit längerem Test geflogen wird. Cook, der ein irritierendes Grenzen besitzt, aber sehr gute Aufnahmen der Anlage gemacht hat, erklärte mir, dass vielleicht ein Zusammenhang zwischen jener merkwürdigen Flamme und der Aurora besteht. Da Aurora wohl mindestens teilweise mit flüssigem Methan betankt wird, wäre es denkbar, dass dieser Treibstoff in dem flachen Gebäude zwischen den A12-Hangars und den Security-Hangars in Tanks gelagert wird und dass gelegentlich Methangase unter kontrollierten Bedingungen abgefackelt werden, um die Bildung explosiver Dünste zu vermeiden. Weiter im Hintergrund der Süd-Hangars liegen mehrere zusätzliche GAMI-Einrichtungen, Hallen und andere Gebäude mit elektronischen Instrumenten und Ersatzteilen. Über die weite Fläche der südlichen Parkrampe geht es anschließend hin zum auffallendsten, weil unbestritten größten und auch eindrucksvollsten Gebäude der ARRI-51, dem berühmten, Hangar 18. Es ist nicht der ursprüngliche, Hangar 18, in dem angeblich das UFO und die außerirdische Leichname von Roosevelt in Kältekammern untergebracht sind. Denn das, Original, soll sich ja bekanntlich auf der Wright-Pettersson-Luftwaffenbasis in Ohio befinden. Doch weil jener ARRI-51-Hangar ebenso riesig und auffallend ist, würde er sich wohl gut als UFO-Hangar eignen, und manche gaben ihm deshalb im Schatz den Namen des legendären, Vorbilds. Angeblich nennt ihn mittlerweile auch das Personal von ARRI-51 so. Dieser völlig zentral gelegene Haupthangar von ARRI-51 ist wahrhaft gewaltig. Selbstaufnahmen, die ich aus einer Entfernung von über 40 Kilometern mit einem Normalobjektiv gemacht habe, bilden ihn noch als hellen Punkt ab. Mit seinen etwa 100 x 100 Meter langen Seiten bedeckt er eine Fläche von einem Hektar. Der Fiesta-Riesen-Konstruktion liegt in einer Höhe von rund 40 Metern. Dieses Gebäude besitzt sicherlich nicht allein die Funktion, eine Dauergarage für besonders große Flugzeuge zu sein. Man kann eher davon ausgehen, dass hier auch sehr aktiv an den dort untergebrachten Flugzeugen gearbeitet wird. Abgesehen von der Montage eines einzelnen Jets könnten mit Hinblick auf die gewaltige Höhe von Hangar 18 auch Flugzeuge, Huckepack, aufeinander gesetzt werden. Wir kennen das von den Versuchsflügen mit dem Prototypen des Space Shuttle, der auf Drängen von Start-Reg-Fans, Enterprise, genannt wurde. Um seine Segelflugeigenschaften zu testen, wurde dieser Shuttle-Vorläufer, der noch keine Triebwerke besaß, auf eine Boeing 747 aufgesetzt. Geheim Basis Area 51 Der zentrale Teil des, nicht existenten, Stützpunkts von RI 51 am Gromlake. Aufgenommen aus einer Entfernung von 42 Kilometern. Links ist der riesige Haupthangar, H18, zu sehen, rechts im Bild der Komplex der Fremdtechnologie-Hangars, von denen der Rechte sogar ein Tor offen hat. Aufnahmeverfasser Es gibt eine ganze Reihe weiterer Projekte, bei denen Flugzeuge auf anderen aufgeschultert werden. Bestimmte Triebwerkssysteme werden erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten aktiv, so dass sie zunächst einmal von einer anderen Quelle beschleunigt werden müssen. Mit solchen Triebwerken ausgestattete Flugzeuge benötigen eine Transportplattform in Form eines anderen Flugzeuges, um nach Erreichen der kritischen Geschwindigkeit abgekoppelt zu werden. Sie zünden ihr eigenes Hochleistungssattgregat und rasen davon. Das Prinzip erinnert an eine Zwei-Stufen-Rakete und wurde von dem deutschen Ingenieur Eugen Sänger erdacht. Auch Aurora könnte nach dem Sängerprinzip funktionieren und in Hangar 18 zusammengesetzt werden. Überlegungen über das, was der große Bau noch alles hinter seinen Mauern verbergen könnte, lassen noch manche Möglichkeit zum Vorschein kommen. Berichten und Gerüchten zufolge soll sich in seinem Inneren ein sehr massiv ausgelegter Lift-Schacht befinden, der in noch geheimere Bereiche der Area 51 führt. Der Schacht soll mehrere Stockwerke unter die Erde führen und Zugang zu einem ausgedehnten Tunnelsystem und weiteren geheimen Labors verschaffen. Das erinnert an die tief in die Erde hinabreichende Untergrundanlage aus dem Science-Fiction-Streifen, Andromeda-Strahl, Andromeda, tödlicher. Der Eisberg in der Wüste. Stopp aus dem All. Ein todbringender Virus fällt auf eine abgelegene amerikanische Ortschaft herab und tötet alle Bewohner. Proben des Eindringlings werden von Spezialteams aufgesammelt und in die streng geheime Wüstenbasis gebracht, in der alle Einrichtungen existieren, solche exotischen Keime zu analysieren. Auch Area 51 kam übrigens schon in den Ruf, der Geburtsort geheimer biologischer Waffen zu sein. So sollen Wissenschaftler auch das Aids-Virus dort geschaffen haben. Völlig ausschließen kann man auf dieser Welt wohl überhaupt nichts, vielleicht noch weniger in der Welt der Geheimhaltung. Doch dürfte es zumindest nicht sehr wahrscheinlich sein, dass außer den geheimen utopischen Luftfahrtentwicklungen und vielleicht, ein paar UFOs, auch noch Bakterien und Viren auf, 51, gezüchtet werden. Das sind schon zwei sehr verschiedene Paar Stiefel. Für chemische und biologische Waffen scheint eher der Dark Whale Proving Ground in Utah zuständig zu sein, ebenfalls ein extrem abgelegenes, ausgedehntes Gelände. Angeblich existieren unterhalb der Area etwa 10 Meter hohe und über 20 Meter breite Gangsysteme und Hangars, die noch größere Geheimnisse bergen als diejenigen, die an der Oberfläche zu sehen sind. Dafür, dass tatsächlich überborgene Anlagen unter der Area vorhanden sind, gibt es einige Hinweise. Zunächst sind solche Erweiterungen ohnehin keine Seltenheit bei streng geheimen militärischen und nachrichtendienstlidschen Unternehmungen. Auch in Zeiten der Satellitentechnologie und Infraroterfassung haben unterirdische Strukturen ihre Bedeutung noch nicht eingebüßt. Immer noch lassen sich besonders geheime Projekte am besten unter der Erde verbergen, auch dürften Schutzbunker für den atomaren Notfall an einem solchen Ort besonders wichtig sein. Sicherlich dachte man daran nicht nur im Zusammenhang mit dem Ausbruch einer weltweiten nuklearen Auseinandersetzung, sondern auch einfach im Fall eines Unglücks auf der Testzeit. Nicht immer dürfte sich eine Evakuierung schnell durchführen lassen. Die Basis komplett zu verlassen, wäre sicherlich nicht im Interesse der Betreiber. Auch bestimmte technische Produkte müssten vor Erschütterungen und Strahlung effektiv geschützt werden. Und nicht zuletzt könnten sehr pragmatische Gründe eine Rolle spielen, unter die Erde zu gehen. Durch unterirdische Tunnels könnten voneinander entfernter Liegende und auch durch Berge getrennte Abschnitte schneller erreicht werden als auf der Oberfläche. So gibt es viele Gründe, davon auszugehen, dass Aerie 51 ein Eisberg in der Wüste, ist, ein Gebilde, dessen größter Teil unter der Oberfläche liegt. Aber zu diesen Gedanken führen nicht nur reine Spekulationen. Es kursieren zumindest einige ernster zunehmende Hinweise, dass die Aerie am Gromlake tatsächlich, untergraben, wurde. Andere Bereiche des Nevada Testgeländes sind nachweislich untertunnelt. Offizielle Angaben belaufen sich auf Tunnelstrecken von insgesamt etwa 80 Kilometern Länge, die Bereiche von Aerie 19 und 20 unter der Perhote Mesa durchdringen. Dieses Gelände liegt übrigens im Bereich des für, Sonntagsflieger, geöffneten Luftraums R-4807a. Tom Mahot berichtet von einer interessanten Geschichte, die ihm von einem Freund zugetragen wurde. Zwar stammt sie demnach aus dritter Hand und kann nicht bestätigt werden, doch scheinen die Quellen zuverlässig. Zum einen ist Tom Mahot für seine sehr gründliche Recherche bekannt und dafür, dass er sicher nicht zur Übertreibung neigt, zum anderen konnte er sich von der Originalquelle immerhin einen persönlichen Eindruck verschaffen. Der Mann, um den es geht, behauptete gegenüber einem seiner engsten Freunde, er habe in der Zeit der späten 70er und frühen 80er Jahre als Elektrotechniker in einer Geheimanlage gearbeitet, die nicht näher spezifiziert wurde. Sie soll sich aber in oder nahe der Aerie 51 befunden haben. Nachdem ich die Geschichte gehört hatte, so erklärt Mahot, nahm ich in zurückhaltender Weise direkten Kontakt zu der Person auf, um mehr Details zu erfahren, wurde aber abgewiesen. Der Mann meinte, Mahot habe ein, zu hohes Profil, was immer er darunter verstand, und war wohl außerdem über den Vertrauensbruch verärgert, den sein Freund begangen hatte, als er die Geschichte weitererzählte. Worum genau ging es? Wie Mahot erzählt wurde, war jener Mann von einer großen, ungenannten Firma angeworben worden und schlitterte gewissermaßen in ein Geheimprogramm hinein, womit er ursprünglich gar nicht gerechnet hatte. Von Mercury aus wurden er und andere Mitarbeiter mit Bussen, die fährt und kälte, oder sehr dunkle, Fenster hatten, an einen unbestimmten Ort auf der Testzeit gebracht. Von dort ging die Fahrt mit einer Bahn weiter und führte unter die Erde, unter einen trockenen See. In diesem unterirdischen Bereich sollten die Männer diverse Tunnels verkabeln. Niemand wusste, wo sie sich eigentlich genau befanden. Schließlich, Anfang der 80er Jahre, soll es zu einem ernsten Zwischenfall gekommen sein, bei dem 70 Personen einer gefährlichen Chemikalie oder Strahlung ausgesetzt worden waren. Etwa zu gleichen Teilen gab es unter den Anwesenden solche, die sich von dem Unglück wieder erholten, solche, die an den Folgen starben und solche, die, verschwanden, wobei zuletztem keine genaue Erklärung vorliegt, was damit gemeint war. Die Geschichte ist etwas merkwürdig und bis heute ist fraglich, ob die unterirdische Bahn existiert und der erwähnte Trockensee vielleicht der Gromlager ist. Mahut geht mittlerweile davon aus, dass die unterirdischen Tunnels nicht zur Area 51 zählen, sondern einem teilweise sogar zu besichtigendem Komplex unter der Rainiermeser östlich von der Der Eisberg in der Wüste Erwähnten Perhutemeser angehören Eriel 12 Er hatte selbst einmal die Gelegenheit dazu, eine von Regierungspersonal unter strikten Sicherheitsvorkehrungen geführte Tour zu unternehmen und war über alle Massen beeindruckt von der Gewaltigen Größe des Tunnelkomplexes Tunnelsystem P Später fand er, dass P im Verhältnis zu anderen Abschnitten E und N sehr klein war Tatsächlich wird hier eine Bahn als Transportmittel eingesetzt Die beiden Berge Perhutemeser und Rainiermeser sind Bienenwabenartig durchtunnelt, so erklärt der Wissenschaftsjournalist und Pulitzerpreisträger William J. Brott Diese Tunnels führen tief in die Berge hinein und dienen der Anbringung von Bomben und Messeinrichtungen im Rahmen nuklearer Tests. Am 23. März 1983 verkündete das DOE, Department of Energy, der Nachfolger der Atomenergiebehörde AEC, dass in zwei Tagen die gigantische Bombe, Capra, gezündet würde, 500 Meter unter der Perhutemeser. Sie diente als neuerlicher Test des geheimnisvollen Röntgenstrahlenlasers, X-Ray Laser, der zur Star Wars-Initiative gehörte und die unfassbare Energie einer Nuklearbombe in einen Superlaserstrahl leiten sollte, um damit feindliche Ziele vernichtend zu treffen. Es gibt wirklich viele Gründe für das Militär, unterirdische Anlagen und Tunnelsysteme anzulegen. Aber vorerst genug getunnelt. Es sollte ja eigentlich nur darum gehen, zu zeigen, dass etliche Gegenden auf dem Testgelände nachweislich untertunnelt sind und man sich nicht unbedingt da überwundern müsste, wenn auch unter der Arie 51 etliche Tunnels und dann wohl auch tiefreichende Untergrundanlagen existierten. Vielleicht gibt es also den Liftschacht im riesigen Hangar 18 wirklich. Als ich an jenem Nachmittag auf Weitzheiz mit meinem kleinen Fernglas weiter über die hell vom Sonnenlicht angestrahlten Gebäude und teils sehr merkwürdigen Anlagen streifte, hatte ich nur einen beiläufigen Blick auf die dahinterliegenden Berge. Und solche Stellen geworfen, auf denen keine Bauten standen. Bei späteren Beobachtungen und ausgestattet mit besseren Optiken fielen mir dann aber doch ein paar Dinge auf, die möglicherweise auch oft das Vorhandensein von Untergrundanlagen und Tunnels hindeuten könnten. Bei sehr klarer Luft und über 200-facher Vergrößerung hatte ich den Eindruck, dass sich in den Bergen, Löcher, oder, Eingänge, befanden. Waren dies Tunnel-Eingänge? Verbanden sie vielleicht die Grombasis direkt mit dem Paprose-Lake? Konnte man mit Fahrzeugen durch den Berg hindurch fahren? Vielleicht erfüllen sie aber auch einen gänzlich anderen Zweck. Ob er sich je herausfinden lässt, ist fraglich. Trotz der bereits immensen Größe der Grom-Lake-Basis fiel mir übrigens vor allem im Jahr 1995 auf, dass dort wieder kräftig erweitert wird. An mehreren Stellen finden gewaltige Erdbewegungen statt. Vereinzelt machen Geheimbasis-Ärie 51 Die Bauarbeiten wahrhaft den Eindruck, als wollte man sich in den Berg graben. Zumindest aber werden wieder so manche neue Konstruktionen auf dem weiten Gelände errichtet werden. Platz gibt es dort noch in Hülle und Fülle, und ganz bestimmt wird er auch genutzt werden. Immer wieder haftete mein Blick auf jenem immens großen Hangar, der da so selbstbewusst mitten in jenem großen Geheimnis tronnte. Doch um ihn scharrten sich noch unzählige andere Gebäude. Wer hatte die Pläne für diese Anlagen entworfen, was würden diese Pläne noch alles zeigen? Im Hintergrund, aus unserer Sicht, rechts oberhalb, des monströsen, Hangar 18, führt eine breite, aber offenbar ungeteerte Straße hinauf zu vier mächtigen, silbernglänzenden Zylindern, der Wasserversorgung. Direkt nördlich davon, auf einem Freigelände vor dem monströsen Gebäude, H18, sind schließlich die Terminals für die Jeanne-Maschinen angelegt. Die Boeing 737, die von Las Vegas her einfliegen, gelegentlich aber wohl auch von Kalifornien, Burbank-Pamdale, und vielleicht Los Alamos in New Mexico. In Folge der doch recht großen Entfernung zwischen White Sides und der Basis, rund 20 Kilometer, erscheinen die Gebäude alle recht dicht gedrängt und direkt hintereinander gesteffelt in einer Linie. Selbst der von White Sides und auch Friedemrich gut sichtbare Jeanne-Tower, der ein ganzes Stück im Vordergrund, 500 Meter, liegt, scheint nur unwesentlich von dieser Linie abzuweichen. Natürlich trügt dieser Eindruck, und die Ost-West-Ausdehnung der Anlage ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Sie beträgt von der östlichen Landepiste 14 LR 32 bis zu den Wassertanks nahezu drei Kilometer. Nun, die Anlagen von RE-51 sind viel zu umfangreich, als das selbst ein grober Überblick alles beschreiben könnte. Das wäre hier auch völlig unsinnig. Im Prinzip ist sie eine typische, große US-Militärbasis, nur eben geheimer als geheim. Im Norden schließen sich noch hunderte von ganz banalen Bauten an, Bararten, Büros, Hauptquartiere, Werkstätten, Kontrollgebäude, Feuerwehr und so weiter, ebenso wie Einkaufsshops und Freizeiteinrichtungen. Die ganze Sache verhält sich eigentlich so wie die Geschichte mit dem Mogul-Ballon, bei dem die Konstruktion zwar im Großen und Ganzen unspektakulär ist, aber das dahinterstehende Projekt außergewöhnlich. Auch auf RE-51 sind die meisten Gebäude kaum sehr aufregend, doch ihre Aufgabe und das, was in ihnen steckt, verleiht ihnen eine unerhört magische Anziehungskraft. So hat der Betrachter hier alles fast greifbar vor Augen und kann das Wesentliche doch immer noch nicht sehen. Interessant sind aber noch einige große Hangars, die am nördlichen Ende des, Ballungszentrums, von RE-51 auffallen. Die vier mächtigen Der Eisberg in der Wüste Blöcke, die dort in todgleichem Schweigen auf der brettflachen Ebene liegen, sind als die, Feueren-Technology-Hangars, bekannt. Feueren-Technology Fremdtechnologie Etwa außerirdische Technologie Robert Lazar, jener Physiker, der behauptet, in verborgenen Hangars auf einem Gelände namens, Area 51-S4, gearbeitet zu haben, hatte davon gesprochen, außerirdische Raumschiffe gewissermaßen, rückkonstruiert, zu haben. Das Prinzip war, den normalen Konstruktionsvorgang genau umzudrehen, die Techniker beginnen beim fertigen, von fremden Wiesen geschaffenen Produkt und nehmen es Stück für Stück auseinander, um zu erforschen, wie es aufgebaut ist. Daraus gewinnen sie unschätzbar wertvolle Erkenntnisse für die eigene Technologie. Von Lazars Schilderungen über die unheimlichen Vorgänge am Paprose-Lake wird bald noch ausführlich die Rede sein, auch von neuesten Belegen dafür. Doch auch am Grom-Lake findet im Prinzip teils dasselbe statt, nur auf einer irdischeren Ebene. Genau dort, in den Forentechnology-Hangars werden nämlich gegnerische Flugzeuge, die auf die eine oder andere Weise in die Hände des US-Militärs gelangt sind, wie in einem anatomischen Seminar gewissenhaft und säuberlich zerlegt, um Aufschluss über die Stärken und Schwächen zum Beispiel von Kampfjägern östlicher Produktion zu erhalten. Schon vor vielen Jahren waren gelegentlich sowjetische MiGs am Grom-Lake zu sehen. Im Herbst 1978 fotografierte John Lear vom östlichen Seeufer aus einem MiG-21. Solche Maschinen werden dann auch im Manövern wie Red Flagg, eingesetzt, mit einem kaum zu überschätzenden Erkenntnisgewinn für den militärischen Ernstfall. Die Forentechnology-Hangars werden mitunter als, Retat-Hangars, bezeichnet, da dort die gleichnamige Schwadron der Forentechnology-Division untergebracht ist. Hier bestehen auch enge Wab-Indungen zur Fremdtechnologie-Abteilung auf dem gewaltigen Wright-Patterson-Luftwaffensturzpunkt in Dayton, Ohio. Und so manch seltsame Gerüchte sind über diese Abteilung im Umlauf, gerade auch, wenn es um außerirdische Technologie geht. Auf den ersten Blick scheint hier allerdings doch eine Sache ziemlich unlogisch und daher auch unverständlich zu sein. Da mühen sich am Grom-Lake alle möglichen Experten jahrelang unter strengster Geheimhaltung mit, recht bescheidener, irdischer Technologie ab, während drüben im nächsten Tal andere Teams bereits begierig an außerirdischen Raumschiffen herumschrauben, Anfluggeräten, die über jedes bekannte Maß utopisch und fortgeschritten sind. Wie passt das zusammen? Weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Oder sind die UFO-Stories vom Papuose-Lake doch nur allesamt ein spannendes, großes, grünes Märchen? Geheim-Basis-Area 51 Tatsächlich bereitet dieses Szenario zunächst doch einige Kopfschmerz-Szenen. Doch beim zweiten Blick ist es gar nicht so paradox oder unmöglich. Am Grom-Lake müssen Projekte durchgeführt werden, die auf relativ kurze Zeitskalen ausgelegt sind. Die Militärs müssen den technologischen Stand gegnerischer Systeme kennenlernen und möglichst gut darauf abgestimmte eigene Produkte entwickeln, die besser sind. Sie müssen relativ bald zur Einsatzreife gebracht werden. Die Erforschung einer außerirdischen Technologie erfordert erwartungsgemäß einen ungleich höheren Aufwand, verlangt möglicherweise nach völlig neuen Methoden. Die Vermutung liegt nahe, dass viele Systeme nur im Ansatz auf ihre Funktionsweise erforscht sind, selbst nach vielen Jahren. Vielleicht ließe sich einiges auf irdische Produkte übertragen, für Innovationssprünge ausnutzen, aber auch hier gäbe es sicher erst so manche Probleme, das eine dem anderen anzupassen. Also, Kompatibilität, herzustellen. Jedenfalls ist anzunehmen, dass der Forschungsprozess wohl ungleich größere Zeiträume beanspruchen würde. Also wären die Erkenntnisse nicht sofort nutzbar. Was erklären würde, war um man am Chromlake herkömmliche Technologie unter strengster Geheimhaltung entwickelt. So muss demnach auch die linke Hand nicht unbedingt und zwangsläufig wissen, was die Rechte tut. Wenn die Sachlage tatsächlich so aussieht, wie gerade angedeutet, dann wird aber wahrscheinlich irgendwann auch der Moment kommen, an dem die Programme miteinander verschmolzen werden, dann, wenn sich die aus der außerirdischen Technologie gewonnenen Erkenntnisse effektiv auf die irdische Technologie übertragen lassen. Sicher müssen dann die benachbarten Standorte miteinander verbunden werden. Arbeitet man zur Zeit daran? Deuten etwa die neuesten Aktivitäten im Paprose Mountain Range, der sich direkt hinter den Hangars von Area 51 erhebt, auf eine solche Verbindung hin. Eine zur Zeit freilich unbeantwortbare Frage. Doch wenn es so ist, müsste eigentlich irgendjemand, der den Überblick über das Gesamtbild besitzt, MJ-12, alles von vornherein so geplant haben, so angelegt haben, dass zwei supergeheime Anlagen direkt nebeneinander liegen und doch so lange voneinander getrennt sind, bis der entscheidende Moment zur Fusion gekommen ist. Ein faszinierendes Szenario, das lediglich noch auf eines wartet, hieb- und stichfeste Beweise. Auf der Basis, die sich mit all ihren Rätseln vor uns ausbreitete, schien alles so friedlich zu sein und ruhig, während wir sie von Weitzeits aus beobachteten. Man hatte den Eindruck, hinunterspazieren zu können und der Eisberg in der Wüste sich, vielleicht doch schon bei einem Tässchen-Café mit den Alliens, einfach alles einmal aus der Nähe ansehen zu dürfen. Wie trügerisch! Und wie unfassbar, dass diese riesige Einrichtung doch eigentlich gar nicht existierte. Wir sahen hier nicht nur eine, nun arme, Militärstadt in einem Niemandsland der Träume, sondern etwas, für das sich niemand zuständig erklären wollte, zudem niemand etwas sagen wollte, dessen Vorhandensein jede Behörde bestritt. Da unten konnte weiß Gott was geschehen, doch wer legte Rechenschaft ab, wer würde zur Verantwortung gezogen werden? Eigentlich konnten hier jegliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschehen. Wer würde es erfahren? Ich musste unweigerlich an die unzähligen Jahr für Jahr in den USA verschwindenden Menschen denken, darunter sehr viele Kinder, und an die Gerüchte, dass sie für alle denkbaren und undenkbaren Versuchszwecke zur Area 51 verschleppt würden. Ob diese Behauptungen nun der Realität entsprachen oder nur Mitten waren, sie stimmten nachdenklich. Von Area 51 weiß man nun immerhin. Man kann sich selbst davon überzeugen, dass es sie gibt. Und von dem Moment an, an dem man sich überzeugt hat, weiß man auch, dass die Regierung tatsächlich ein falsches Spiel treibt. Wo überall noch? Wie viele andere offiziell nicht existente Einrichtung gehen mag es noch geben? Wir können immer nur das Bekannte bewerten, einschätzen. Das perfekte Geheimnis, die perfekte Verschwörung können wir nicht mehr erfassen. Doch gibt es diese Perfektion überhaupt? Gibt es den perfekten Mord? Mit solchen und ähnlichen Gedanken im Hinterkopf machten wir uns schließlich daran, wieder von Weitsides hinunter zu steigen. Den gleichen Weg, den wir gekommen waren, konnten wir nicht nehmen, denn auch wenn wir die Flanke noch hoch kamen, für einen Abstieg war sie doch bereits unangenehm steil. So entschieden wir uns für einen zwar weitaus längeren, aber flacher abfallenden Weg, der uns über einige andere niedrigere Gipfel wieder zurück zu unserem Wagen führen sollte. Immer weiter stolperten wir die Hänge hinab, durch stichiges Gestrüpp und über große Felsblöcke. Das Gefalle zwang uns manchmal, Gleichsätze von einem Meter oder mehr zu machen, und wir hofften, dass zwischen den Steinen und Sträuchern, in denen wir landeten, nicht gerade etwas Giftiges, rasselndes lauerte. Wir waren uns nicht sicher, ob wir uns richtig orientierten oder vielleicht doch zu weit nach Süden abdrifteten. Unser Auto jedenfalls konnten wir zunächst nicht direkt sehen. Als wir schon wieder tief unten in der Ebene waren, fiel uns aber in nicht allzu weiter Ferne plötzlich eines der Security-Fahrzeuge auf, das auf einem Hügel stent. Wir hatten uns also richtig orientiert. Sie warteten schon auf uns. Wenigstens hat man dort immer jemanden. Geheimbasis Area 51 In der Nähe, wenn man sich vielleicht mal verläuft oder es sonstige Probleme gibt. Die weißen Jebs sind eigentlich ganz gute Landmarken und tauchen sofort auf, wenn Menschen oder Fahrzeuge in der Nähe von Area 51 erscheinen. Jene Security ist wie eine Spinne, die angekrabbelt kommt, wenn irgendwo in ihrem Netz etwas in einem Faden hängen bleibt. Also, dort irgendwo musste wohl auch unser Auto stehen. Tatsächlich, schon nach der nächsten Biegung konnten wir unseren blauen Kreisler sehen. Die beiden Wächter dort oben beobachteten jeden Schritt von uns, und deshalb gingen wir nicht direkt auf unseren Wagen zu. Wir liefen in weitem Bogendram herum und blieben in angemessener Entfernung und gut sichtbar stehen. Der weiße Jeep mit den Warnlichtbalken auf dem Dach setzte sich langsam in Bewegung und kam den Hügel herabgefahren, bog auf unseren Weg ein und blieb einige Meter von uns stehen. Die beiden sehr kräftigen Männer, die aus dem Fahrzeug ausstiegen, sahen aus, als wären sie geradewegs von Desert Stoney zurückgekehrt. Sie trugen ihren, Trachtenanzug, die typische gefleckte Tarnkleidung, waren mit allem möglichen Gerät alustafiert und natürlich gut bewaffnet. Der eine, größere von beiden, kam auf uns zu und meinte, Probleme. Noch nicht, dachte ich mir, aber die Art in der er seine kurze Frage formulierte, klang mir nicht nach einer Drohung. Er wirkte sie wie die freundliche Bereitschaft zur Hilfe. Und dann meinte er auch, wohl im Sand stecken geblieben? Können wir euch helfen? Wahrscheinlich war dadurch, dass wir nicht in unser Auto gestiegen waren, sondern einfach daneben verharrt hatten, der Eindruck entstanden, wir hatten eine Panne. Tatsächlich hatten wir dieses Problem kurz vor unserem Aufstieg gehabt, konnten die Räder aber wieder befreien. Ich dankte dem Security-Mann für das Angebot und erklärte, es sei alles in Ordnung. Das Gespräch fand in einem kaum militärisch zu nennenden und recht höflichen Ton statt. Man hätte gut meinen können, die beiden seien irgendwelche Parkranger, wie sie in schützenswerten amerikanischen Naturlandschaften unterwegs sind, um nach dem Rechten zu sehen. Wenn die Security überhaupt in Kontakt mit anderen tritt, versucht sie zunächst, nicht unbedingt auch noch auf die Bedeutung des Geländes aufmerksam zu marschen, das sie bewacht. Bei einem allzu aggressiven Auftreten wäre das wohl der Fall. Dann würde sich wahrscheinlich selbst der Unbedarf Teste fragen, was hier eigentlich vor sich geht. Allerdings kommt es sowieso nur relativ selten zu Begegnungen, da eine Sozialisierung in jedem Falle unerwünscht ist und niemand unter den Wächtern von R.I. 51 einen Wert darauf legt, später einmal wiedererkannt zu werden. Einer von ihnen erklärte meinem Freund noch, dass sie uns schon sahen, als wir auf Weizeits aufstiegen und fragte ihn, ob wir denn, Hobbykletterer, seien. Der Eisberg in der Wüste. Doch änderte sich der Ton des Gesprächs bald und wurde um einiges ernster. Nun nämlich begann der Einschüchterungsteil in ihrer psychologischen Kriegsführung. Die nächste Frage der beiden war, ob wir wüssten, dass in dieser Gegend fotografieren verboten sei, und sie wollten wissen, ob wir Kameras hätten. Nein, wir hatten keine dabei, erklärten wir, woraufhin die beiden unsere Sachen sehen wollten. Zwar befanden wir uns auf öffentlichem Land, und die Security hatte im Prinzip kein Recht dazu, uns zu durchsuchen, aber da wir unsererseits nichts zu verbergen hatten, zeigten wir ihnen unsere Taschen. Zeugen gab es sowieso nicht, und dass die anderen stärker als wir waren, mussten sie uns nicht erst demonstrieren. Also wäre es in Anbetracht der momentanen Umstände gewiss wenigweise gewesen, sich nicht zu fügen. Der größere Security-Mann fand nun mit einiger Überraschung meinen Faltstecker, nahm darauf gleich sein, Brick, hervor, sein Handfunkgerät, und meldete den Fund an die, nicht existente, Basis, die sich mit einem Rauschen meldete. Sie fragten uns nochmal, ob wir Kameras hätten. Im Auto schon, meinte ich, aber wir haben sie nicht auf dem Berg mitgenommen. Egal, die Kameras musste er unbedingt sehen. Gleich zwei Stück kamen zum Vorschein. Das war wohl doch etwas verdächtig. Er hat Kameras dabei. Er hat auch einen Feldstecher, gab der Wächter an die Basis durch. Warum zwei Kameras? Ja, war denn das ein solches Wunder? Wir waren doch zu zweit gekommen, und jeder hatte eben seine eigene Kamera. Übrigens ganz einfache Dinger. Wir hatten für diesen Trip keine Spiegelreflex, kein Teleobjektiv, nichts mitgenommen, was wirklich gute Bilder hätte produzieren können. Und da machten die beiden trotzdem einen solchen Aufstand. Sie fragten mich, was ich damit wolle. Immer wieder erklärten sie, man dürfe hier nicht fotografieren, auch keine Zeichnungen anfertigen, einfach nichts. Er rief noch einmal bei der Basis an und fragte, was sie mit uns machen sollten. Aus dem Gerät rauschte und knisterte es wieder, und dann drang eine undeutliche Stimme durch den Äther. Wie aus einer anderen Welt klang sie. Und das war sie in gewissem Sinne ja auch, denn sie drang direkt aus, Dreamland, in unsere Ohren, sagt ihnen, was mit ihnen passiert, wenn sie hier weiter vordringen. Ob ich wisse, was, Jail, bedeute, meinte darauf mein Gegenüber. Wir müssten schon mit Festnahme, Gefängnis und hohen Geldstrafen rechnen, sollten wir hier fotografieren oder vielleicht einen Schritt über die Grenze wagen. Alte Erinnerungen an das geteilte Deutschland wurden langsam wach. Wir bekamen regelrecht, Ostblock-Gefühle, mussten nun wirklich an die ehemalige DDR denken, den ungeliebten Begriff, Zonengrenze, und das, Niemandsland. Aber auch die Amerikaner selbst sehen diese Parallelen, diese Ähnlichkeit der Situation, und wenn. Geheimbasis-Arie 51 Glenn von der, Restricted Area, spricht, nennt er sie manchmal, Oh Berlin Wall. Wenigstens akzeptierte der Security-Mann dann meine Bemerkung, dass er doch selbst gesehen habe, wie wir unser Auto regelrecht mieten. Er musste erkennen, dass wir keine Tür geöffnet und nichts hineingelegt hatten und daher alles, was sie im Auto fanden, auch die ganze Zeit darin gelegen hatte. Trotzdem fürchtete ich schon um eine Filmrolle, die das Interesse des Security-Mannes fand. Sie zeigte zwar keinerlei sensitive Einrichtungen, doch waren mir die Bilder dennoch wichtig. Angeblich steht das Angebot des Serifs, die Bilder nach Beschlagnahmung entwickelt zurückzugeben, wenn keine Geheimnisse und verbotenen Militäranlagen darauf zu sehen seien. Doch in diesem Kontext bemerkt Glenn lediglich, der Service ist wirklich schlecht. Im Durchschnitt bekommt man seine Bilder zurück, wenn die Hölle gefriert. Nun, meine stille Hoffnung ging daher eher in die Richtung, jene Filmrolle behalten zu dürfen. Und wie gesagt, die Security hatte gesehen, dass wir zwischenzeitlich nicht am Wagen gewesen sein konnten, um irgendetwas zu manipulieren. Also durfte ich den Film behalten. Nachdem diese Geschichte nach endlosem Hin und Her schließlich doch hinreichend geklärt war, mussten sie noch unbedingt wissen, was unsere weiteren Pläne waren und wie lange wir denn in dieser Gegend bleiben wollten. Dann verabschiedeten sie sich. Sie setzten ihren Jeep gerade in Bewegung und wendeten, als mir einfiel, dass wir auf diesem Boden vielleicht wieder mit den Rädern stecken bleiben konnten. Nachdem wir nun auch schon hungrig geworden waren und uns endlich wieder im über 50 Kilometer entfernten Rachel versorgen wollten, war der Gedanke daran, hier eventuell festzuhängen, nicht besonders erfreulich. Ich lief daher noch einmal zu den beiden hinüber und bat sie, noch einen Augenblick zu warten, bis ich an der kritischen Stelle gewendet hatte, denn sonst würde unser Aufenthalt vielleicht länger dauern, als uns allen lieb war. Das war ein Argument. Der größere Reh kam sofort mit hinüber zu unserem Wagen und wollte sogar noch einen riesigen Stein direkt hinter der Stoßstange weg hieven, um uns den Weg frei zu machen. Im Nachhinein frage mich, ob er vielleicht einmal für eine Versicherung gearbeitet hatte. Doch im Ernst, ich bedankte mich für seine Hilfsbereitschaft, meinte aber zu ihm, dass der Brocken doch einige Rückenprobleme bringen könnte und ich auch so wenden könne. Es ging ja nur darum, nicht im Sand zu fass in Klen, was manchmal überraschend schnell geschehen kann. Nun aber konnten wir uns endgültig auf den Weg machen. Ich war wirklich vom aktiven Einsatzwillen der Security beeindruckt, wenn es darum ging, dafür zu sorgen. Der Eisberg in der Wüste. Dass Besucher jene Gegend nur gut und schnell wieder verlassen konnten. Wir winkten nochmal freundlich und machten uns auf nach Rachel, zum Little A. Lübken. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit fuhren wir dann wieder hinaus, um unser Zelt auf einem kleinen versteckten Platz aufzubauen, von dem aus man den geheimnisvollen Himmel über Aerie 51 gut überblicken konnte. Als die Nacht kam, öffnete sich über uns der Weltraum mit tausenden von Sternen. Das leuchtende Band der Milchstraße war so deutlich zu sehen. Wir glaubten sie auf den Buckel legen und davon schleppen zu können. In der Finsternis der, schwarzen Welt, leuchteten die Sterne besonders hell. Gelegentlich blitzten Sternschnuppen wie himmlische Ausrufe zeitschen über, Triemland, auf, während wir abwechselnd unsere Nachtwache hielten. Im Autoradio, das leise lief und wenigstens ein bisschen Abwechslung brachte, spielten die, Skorpions, sinnigerweise gerade, Alienmation. Und ich war dabei, selbst bald ins Land der Träume hinüber zu gleiten. Von Stinktieren und Wüsten ratten. Kapitel 6 Wie tollwütig jagte die, Wüsten ratte, quer durchs Gebüsch, über Hygiel und Geröll. Niemand und nichts konnte sie aufhalten, sie war auf Beutezug und schon bald am Ziel. Die, Wüsten ratte, das war Glenn Campbell, der sich und seinem Aria 51 Mitteilungsblatt scherzhaft diesen Namen zugelegt hatte. Mit seinem Schnauzbart, seiner findigen Art und seiner Abenteuerlust erinnerte er mich gelegentlich allerdings oft weniger an eine Wüsten ratte als vielmehr an den listigen Galier, Asterix, jene bekannte Kamikfigur. Grundsätzlich bürgerte sich unter den, Interkyptos, den zivilen, Abfangjägern, von Aria 51, die Gewohnheit ein, sich einen Spezialen, Code, Namen zuzulegen, wie zum Beispiel Agent X, Trader, Zero und so weiter. Eigentlich entwickelte sich diese kuriose kleine Tradition schlicht und einfach aus der Verwendung der Spitznamen, wie sie sich in den E-Mail-Adressen der betreffenden Personen finden. Das Ganze kann andererseits auch als Parodie auf Gepflogenheiten der Geheimdienste aufgefasst werden. Ein bisschen Spaß muss sein. Die, Wüsten ratte, jedenfalls hatte ihre Opfer bereits ausfindig gemacht und war nicht mehr zu halten. In der Nähe der Sperrzone hielt sich ein weißer Gerokieb auf, in dem wieder ein Zweier-Team sie saß. Wir hatten uns vorgenommen, ein paar schöne Fotos zu machen und uns möglichst nahe heranzupirschen. Viel anders konnte es bei der Großwilljagd oder bei Filmaufnahmen scheuer Tiere auch nicht zugehen. Denn wie gesagt, die Camo-Dudes sind sehr kamerascheu. Camo-Dudes, das war wieder so ein Begriff von Glenn und bildet das Kürzel von Camouflage-Dudes, getarmte Trottel. Wenig. Geheim Basis Area 51. Schmeichelhaft für die Security. Ursprünglich gingen er und andere davon aus, dass die Sicherheitskräfte, die um die Perimeter von Gromlage und Area 51 patrouillieren, der mysteriösen privaten Wackenhut-Gesellschaft angehören, gegründet vom ehemaligen FBI-Agenten George Wackenhut. Und so sprach man mit einem eher düsteren Unterton von den geheimnisvollen Wackenhuts, die als Wächter um jenes vielleicht von Alucerio die schemkontrollierte Imperium herumstreifen würden. Wackenhut sicherte nämlich auch die Grenzen der Nellys Testzeit. Vielleicht waren sie aber auch Abkönnlinge von Spezialeinheiten wie den Delta Force, Mavisils oder Blue bzw. Greenbereis. Am wahrscheinlichsten jedoch ist, dass sich diese Einheiten mit ihren Weißen Jebs genauso aus dem EG und G-Konzern konstituieren wie die Flotte der Weißen Jeannis. Seitdem sich dieser Zusammenhang herauskristallisierte, sind eben aus den Wacken-Dudes, ganz schlicht und einfach die Kamu-Dudes, geworden. Unsere Kamus, die wir hier vor uns hatten, befanden sich auf der guten Seite, außerhalb der Sperrzone auf öffentlichem Land. Und dieser Okkupationsdrang, dieser ewige Ausbreitungstrieb ist ein Aspekt der Geschichte, der Glen Campbell genauso wie andere in Ägyptos und die Bewohner jener Gegend zutiefst verärgert. Das Militär hatte um die Basis eine Sperrzone errichtet und sie kontinuierlich erweitert. Da war die illegale Landnahme von 1984 und die Einverleihung von White Seitz und Friedemrich im April 1995. Und im Meer schafften sich die Geheimniskrämer noch dazu auf öffentlichem Land eine Pufferzone. Sie breiteten sich meilenweit über Flächen aus, die vom Büroauflandmanagement, BLM, verwaltet werden und normalerweise jedem Zivilisten uneingeschränkt zugänglich sind. Doch wer sich dort aufhält, wird vom Militär behelligt, eingeschüchtert, verjagt. Einmal, während Glenn und der Autor Jim Goodall auf BLM-Land vor der Sperrzone unterwegs waren, flog ein Blackhawk-Kubschrauber so nahe an die beiden heran, dass sie sich dicht auf dem Boden legen und die Gesichter schützen mussten, um nicht im aufgewirbelten Staub zu ersticken. Ein gefährliches Spiel, nicht zuletzt auch für den Piloten, wenn er in jenem hügeligen Land in zu knapper Bodendistanz flog. Die Situation wirkt wahrlich wie eine modernen Mischung aus Wildwest und dem Kampf zwischen David und Goliath. Nur war bisher Goliath eben doch immer der Stärkere geblieben. Glenn meinte einmal, das Militär würde sich bei Gelegenheit ohne weiteres auch noch ganz Nevada unter den Nagel reißen. Dann allerdings wäre der Übergang vom Staat Nevada zum Staat Nelliswada endgültig vollzogen. Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, wenn die ohnehin freiheitsbewussten Bewohner des so dünn besiedelten Landes Nevada sich nicht gerade als besonders intime Freunde der Regierung verstehen und ihre von Stinktieren und Wüsten ratten. Wir Regerung manchmal auch deutlicher zum Ausdruck bringen. Glenn macht sich an jenem Septembertag, als wir auf die Dudas stoßen, auf seine weiße Luft. Er fährt mit Volldampf auf das weiße Vehikel los, neben dem die beiden Kamos stehen und ihre Arbeit tun. Sie beobachten uns angespannt durch ihre Ferngläser. Glenn hält an, und mein guter Freund und Verleger Jochen Kopp zielt genauso wie ich mit einem mittleren Teleobjektiv auf den Jeep. Nach ein paar Fotos startet Glenn wieder durch. Würden wir während der Fahrt fotografieren, auf den Bildern wären nur lauter Strichspuren zu sehen, so sehr schüttelt es uns durch. Das liegt an den Abkürzungen gehen, die Glenn durch das Gelände nimmt. Als die Kamos sehen, dass wir mit ziemlichem Tempo auf See zurasen und Kameras zu den Fenstern hinaus strecken, macht einer von ihnen eine gebieterisch abweisende Handbewe, um dann wieder Funkkontakt mit der Area aufzunehmen. Dann steigen sie recht schnell in ihren Jeep, nachdem wir nun schon, gefährlich, nahe gekommen sind. Der Beifahrer schirmt noch sein Gesicht mit der Hand ab, um nicht von unseren Kameras erfasst zu werden, und die beiden machen sich im Wortsinne aus dem Staub. Und wir, die beiden Fotografen, kommen uns vor wie die schlimmsten Paparazzi. Die Dudas nehmen den kürzesten Weg zurück auf die Grumlaker Route und verschwinden hinter der Grenze, hinüber auf die böse Seite, auf die dunkle Seite des Mondes, wie die schwarze Welt, noch genannt wird. Natürlich können wir ihnen dorthin nicht unbeschadet folgen. An jenem, Ende, der breiten Schotterstraße sind etliche große Schilde aufgestellt, die dem arglosen Besucher dieses Landstrichs unter anderem verheißen, dass weiter im Westen eine Militärinstallation liege, dass Fotografieren und künstlerische Repräsentationen und alle anderen Aufzeichnungen dieses Geländes verboten seien und dass jeder, der sich dem widersetze, mit rechtshaftigen Strafen zu rechnen habe, maximal mit einem Jahr Gefängnis, zusammen mit einer Geldstrafe von 5000 Dollar. Der vielleicht beeindruckendste Satz lautet, Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Und das ist doch etwas anderes als die Formulierung, Achtung, Lebensgefahrschuss Waffengebrauch. Der Unterschied besteht einfach darin, dass im Einzugsbereich der Area 51 nicht einfach vor gefährlichen Militärübungen gewarnt wird, die einen Eindringling rein zufällig das Leben kosten können, sondern dass hier jeder, der die Grenze überschreitet, prinzipiell gezielt erschossen werden darf. Da war sie nun, jene so unsichtbare wie unüberwindliche Grenze, die ich zu jener Zeit schon ein paar Mal besucht hatte und die mich immer noch magisch anzieht. Sie trennt gewissermaßen das Land der Stinktiere vom Land der Wüstenraten. Aufnahmesequenz während der Verfolgung der anonymen Sicherheitskräfte von Area 51 Aufnahmen, Verfasser Von Stinktieren und Wüstenraten Es gibt keinen Zaun dort, und gerade das könnte natürlich einige Fahrer leiten, einfach einmal den Versuch zu unternehmen und einen Schritt in die Area zu machen. Doch schon der erste Schritt wäre ein Schritt zu viel. Von der scheinbaren Einsamkeit der Wüste sollte man sich nicht zu sehr täuschen lassen. Nicht alle Kamodudes sind in ihren auffallenden Jebs unterwegs. Einige marschieren auch, solo, durch das Gelände und beobachten die Lage. Versteckt hinter den aller Orten anzutreffenden Joshua-Trees, großen schönen Kaktuspalmen, warten sie auf ihre Opfer und deren fatales Fehlverhalten. Es gibt wie gesagt auch eine ganze Reihe anderer Anlagen in dem Gebiet, wiederum, illegalerweise, weil auf öffentlichem Land. Die augenfälligsten darunter sind die Videokameras. Sie sind wie die Bewegungsmelder mit Sendeeinheiten ausgestattet, und eine dieser Kameras ist direkt auf das Ende der Chromlake rot gerichtet. Man kann sich also durch nichts herausreden, alles wird genau aufgezeichnet und, wie es so schön heißt, Unkenntnis der Sachlage ist keine Entschuldigung. In dieser Ecke des Landes herrscht eine extreme Verschärfung der Gesetze und jeder auch nur leichte Verstoß wird als Herausforderung betrachtet. Insofern sollte man nicht versuchen, auch nur einmal einen Fuß über die Grenze zu setzen. Niemand versteht einen Spaß in dieser Angelegenheit. Die Security spricht von einer Herausforderung der Grenze und reagiert höchst empfindlich. Solange sich Jagden auf öffentlichem Land abspielen, ist das alles beinahe keine Affäre, denn letztlich belagern die Truppen von Area 51 dieses Gelände zu Unrecht, doch die andere Seite ist absolut tabu, und die Wächtherder Stinktierfarm tun letztlich auch nur ihre Arbeit. Nachdem die Verfolgung beendet war, fuhren wir zusammen mit Glenn noch auf den Friedemrich hinauf, soweit es mit seinem Toyota Vierer dann nur gerade möglich war. Dann liefen wir noch hoch bis zur Grenze des neuen Sperrgebiets, das nun den obersten Bereich des Höhenzugs umfasst, von dem aus die Chrombasis zu sehen ist. Das Militär konnte nämlich lediglich die Spitzen von White Sides und Friedemrich einnehmen. Denn der sogenannte Englöck aus dem Jahr 1958 besagt, dass jede Landenarme für eine Verwendung durch das amerikanische Verteidigungsministerium der Zustimmung durch den US-Kongress bedarf, sofern davon mehr als 2000 Hektar betroffen sind. Wenn aber ein solches Vorhaben vor den Kongress gekommen wäre, hätte das einige ungeliebte Publicity für Area 51 bedeutet. Also legten die Planer alles daran, tun liegst unter jenen 2000 Hektar zu bleiben. Der gewünschte Effekt war trotzdem erreicht, die Chrombieck-Basis konnte weder von White Sides noch von Friedemrich-Mergiese-Helden werden. Geheim Basis Area 51 Während im Zuge der Vereinnahmung am 10. April bei White Sides im Meeren einige Warmtafeln aufgestellt wurden, ist die neue Grenze bei Friedemrich wirklich jämmerlich markiert. Nur ein paar kläglich dünne, orangefarbene Metallpfosten, die sich im Gestrück der Wüste so gut wie nicht abheben, weisen darauf hin, dass hinter ihnen, Dreamland, beginnt. So wäre ich einmal Gedanken verloren beinahe selbst über die Linie gelaufen. Wir hatten uns für diesen Nachmittag vorgenommen, die neue Sperrlinie etwas besser zu markieren, damit nicht andere Besucher ohne bösen Willen jenen, Schritt zu viel, machen würden. Permanente Markierungen anzubringen gehen, ist gesetzlich untersagt, also mussten einige abgestorbene, ausgetrocknete Jesuatris als Sperrbalken herhalten. Jeder suchte sich ein paar schöne Exemplare, um sie dann wenige Meter vor der Grenze hintereinander auf den Boden zu legen. Um die ganze Sache auffälliger zu gestalten, machten wir noch orangen-rote Bänder an den Stämmen fest. Es muss schon ein seltsames Bild abgegeben haben, wie drei erwachsene Männer mit vertrockneten Kaktuspalmen unterm Arm herumliefen und schließlich auch noch rote Schleifen um die Gewächse banden. Nach getaner Arbeit ruhten wir uns ein bisschen im nicht vorhandenen Schatten aus und blickten sehnsüchtig gen Westen. Unten im Talschlehen gelte sich die Grumlage rot. Das war bereits ein Abschnitt, der innerhalb von Driemland verläuft. Die Straße führt weiter zu dem Wachhaus mit seiner Radarschüssel. Wer bis zu diesem Punkt vordringt, bekommt ernste Schwierigkeiten. Am 2. Januar 1994 fuhr eine Gruppe von sieben Personen in drei Fahrzeugen einfach über die Grenze hinweg bis zu dieser knapp einen Kilometer entfernten Station. Dort wurden sie natürlich sofort von der doppelten Zahl Wachen umstellt und festgenommen. Zufälligerweise befand sich Glenn im selben Moment auf dem Friedemrich und konnte die Vorgänge von dort aus beobachten. Über eine Stunde lang bedrohten die Dudas die Eindringlinge mit Schusswaffen. Schließlich legten sie ihnen Handschellen und Fußeisen an, woraufhin sie in einem Fahrzeug der Air Force abtransportiert wurden. Schließlich landeten die sieben Unglücklichen im zuständigen Lincoln County Gefängnis im rund 160 Kilometer entfernten Pioke. Nach acht Stunden kam die Gruppe wieder frei, nachdem Verwandte an jenem Sonntag 4200 Dollar für ihre Auslösung zusammengekratzt hatten und noch einige hundert Dollar für Abschleppkosten, die Security ließ die drei Autos der Eindringlinge natürlich sofort entfernen. Gerichtliche Verhandel umgehen folgten. Wie es dazu kam, dass die Gruppe so weit vordrang, ist bis heute wohl nicht ganz geklärt. Angeblich hatten die nachfolgenden Fahrer sich voll und ganz auf den Vordermann verlassen, sahen aber im aufgewirbelten Staub. Von Stinktieren und Wüsten ratten. Der Straße nicht, dass sie schon an den Warmtafeln vorbeifuhren. Ein anderer seltsamer Fall ereignete sich auf den Tag genau ein Jahr später am Ende, der Gromlager rot. Der 2. Januar scheint ein gefährliches Datum zu sein. Damals, 1995, fuhr Bruce Hedquist aus Kalifornien die breite Schotterstraße zur Arie entlang. Als er die Schilder erreichte, kehrte er seine Aussage nach sofort um. Er war vielleicht gerade nur einige Meter in die Zone hineingeraten, seine Ansicht nach keine Affäre. Die Dudas waren allerdings anderer Meinung. Als sich Hedquist bereits wieder außerhalb des Sperrgebietes befand, sei einer der Security-Leute auf ihn zugekommen und wollte ihn in die Restricted Arie hineinziehen. Er drohte ihm mit Gefängnis und verlangte den Ausweis. Diese Aktion fand auf öffentlichem Land statt. Die Geschichte erinnert etwas an den merkwürdigen Vorgang des, Tres-Pessing, den Glenn vor einem der EG- und G-Komplexe in Las Vegas an eigenem Leib erfahren hatte. Wenigstens während unseres Aufenthaltes war es ruhig, doch hielten wir uns ja an die kaum sichtbaren Grenzen. Ganz in der Nähe unseres Standortes auf Friedemrichstent einer jener hohen Pfosten, die die alte Grenze markierten. Auf der Spitze dieser Stangen stecken große Aluminiumkugeln von ziemlich genau einem halben Meter Durchmesser. Liegenden zufolge befinden sich im Inneren der Kugeln Sensoren und Mikrofone, die alles, was potenzielle Eindringlinge sagen, direkt an die Kontrollstationen der Arie weiterleiten. Grundsätzlich wäre das schon denkbar, ist aber kaum wahrscheinlich. Vielmehr werden diese Kugeln von Flugzeugen abgeworfen und als Radartestziele eingesetzt. Ein zweites Mal können sie nicht verwendet werden, da sie beim Aufprall unweigerlich verbeult werden und dann keine präzisen Reflexionsergebnisse liefern. So fanden sie unter anderem dann eben Verwendung als weiten sichtbare Abgrenzungen der Arie. Der 51. nach unserer Aktion kehrten wir wieder zur Zentrale nach Rachel zurück. Übrigens hatte irgendwer nur wenige Wochen danach alle unsere Jesuitries und Markierungen wieder entfernt. Wer könnte ein Interesse daran besitzen? Wir wissen es nicht, und eigentlich sollten die Leute auf 51 es auch eher begrüßen, wenn ihre Grenze besser als solche erkennbar gemacht wurde. Glenn verabschiedete sich vor seinem Mobile Home für diesen Abend von uns, denn er wollte noch ein wenig an seinem Computer arbeiten, seiner eigentlichen Welt, während wir die Main Street entlang liefen, sozusagen den Broadway von Rachel, und eine der wenigen Straßen des winzigen Nestes. Wir wollten noch etwas im Little-A-Le-In-zu-Abend-Essen, einer Örtlichkeit, die für Glenn genauso Sperrzone war wie die, Restricted-Arie, von, Driemland. Geheimbasis-Arie 51 Die dazugehörige Geschichte lag schon länger zurück. Bereits, als ich zum ersten Mal in Rachel war, im Herbst 1993, fiel mir auf, das Glenders in Miet. Wir hatten uns auf dessen Vorplatz, fast hätte ich gesagt, Marktplatz von Rachel, erstmalig getroffen, als dort einige Rentscher damit beschäftigt waren, ein Lamm für das Abendbuffet zu braten. Es ging recht ristikal zu, und eher im Hintergrund hielt sich ein Mann in den Mit-30ern auf, der nicht ganz ins Bild zu passen schien. Mit der hohen kahlen Stirn, den bereits leicht ergrauten Schläfen und seinem wachen Blick wirkte er eher wie ein typischer Intellektueller aus der Großstadt, ein Eindruck, der von seiner Brille noch deutlich verstärkt wurde. Vorsichtig ging er mit seiner Kamera umher und machte einige Aufnahmen der Szenerie, wobei einer der Rentscher größten Wert darauf legte, nicht mit aufs Bild zu kommen. Ich wusste nicht, dass der Fotograf Glenn war. Er kam auf mich zu und fragte nach dem Grund meines Aufenthaltes in dieser verlassenen Gegend, und ich erzählte ihm ein wenig über meine Arbeit und dass ich Auto sei. Als er dann sagte, er habe auch ein Werk über die Gegend verfasst, einen ringgebundenen Führer mit dem Titel, Area 51 Viewers Guide, wusste ich sofort, wer er war. Zu jener Zeit hatte er allerdings noch keinen so großen Bekanntheitsgrad, im Ausland und auch in Deutschland wusste so gut wie niemand von ihm. Demnach war er über meine Reaktion sehr positiv überrascht. Wir unterhielten uns noch eine Weile über die Geheimnisse von Area 51 und vereinbarten ein Treffen für den nächsten Tag. Er lebte zu dieser Zeit schon in seinem Mobile Home am anderen Ende der Stadt, denn im August hatte ihn Joe Travis, der Besitzer des Little A, Le, in ausführlichen unerfindlichen Gründen hinausgeworfen. Für uns wird nur schwer nachzuvollziehen sein, was wirklich in jener Nacht geschah, jedenfalls aber muss es schon eine lautstarke Auseinandersetzung gegeben haben. Wie üblich gibt jede Partei ihre eigene Darstellung der Geschichte, ich kenne beide Versionen aus persönlichen Schilder ungehen, aber das nützt auch nicht viel. Für Außenstehende machen sowohl Glenn als auch Joe Travis und Beth, seine Frau, einen sehr angenehmen Eindruck. Glenn hat sich jedenfalls in der letzten Zeit immer mehr aus Rachel zurückgezogen, und ich habe das Gefühl, dass er wohl bald fast nur noch von Las Vegas aus, operieren, wird. Ich spreche all diese vielleicht auf den ersten Blick unwichtigen Dinge an, weil sie zum einen das, Lokalkolorit, zumindest ein bisschen verdeutlichen können, das sich mit, Dreamland, verbindet, zum anderen, weil natürlich einige, Figuren, des Schauspiels konstante Größen darstellen. Und gerade Glenn Campbell hat unbestritten einen entscheidenden Einfluss auf die Publizität von Aerie 51 genommen und auf vieles, was in diesem Zusammenhang geschieht. Durch seinen Wettgang von Rachel könnte sich doch so einiges ändern. Von Stinktieren und Wüsten ratten. Nun waren mittlerweile zwei Jahre seit der allerersten Begegnung mit Glenn vergangen. Rachel war bekannter geworden und das Little A, Le, In war gewachsen. Ein bisschen hatte der Ort im Lauf der Zeit seinen ursprünglichen Reiz eingebüsst, was wohl mit der zunehmenden Popularität der Basis und dem bald allgegenwärtigen, außerirdischen, Souvenirs zusammenhängt. Trotzdem besteht das Rätel an den Paposebergen weiterhin. Selbstverständlich versucht das Ehepaar Travis, sein Lokal mit einer gewissen Vermarktung des Themas, UFO, in Schwung zu halten. Alles im, in, ist auf die Allianz eingerichtet. Als Jochen Kopp und ich nach der Kammerdude Jagd müde ins Lokal kamen, begrüßte uns die kleine, stämmige und immer sehr liebenswerte Pet freudig, während der bärtige Joe, den man selten ohne seinen weiten Hut sieht, an der Bar saß, Banjo spielte und dazu sang. Wir freuten uns auf unseren, Alienburger, mit, zu grischen, Soße, und versuchten, die Gespräche an der Bar ein bisschen mitzuverfolgen, weil dort gerade jemand davon erzählte. Er habe auf dem Tonopatest Range gebeitet und, sie, gesehen, womit er, wie sich erwartungsgemäß herausstellte, UFOs meinte. Solche Gespräche und beiläufige Bemerkungen sind in Rachel beinahe an der Tagesordnung, und nicht alle scheinen nur auf Sand gebaut zu sein. Einige Bewohner des Ortes sind nämlich alles andere als begeistert darüber, dass viele Besucher nur wegen der UFOs in diesen Landstrich kommen oder dass die typischen, Interkiptaus, lediglich den neuesten und geheimsten Flugzeugentwicklungen auflauern, bis sie vielleicht ein einmaliges und entsprechend wertvolles Foto von einem Prototypen, möglichst der legendären Aurora, schießen können. Denn diese fliegenden Merkwürdigkeiten sind in den Augen der Einheimischen nur Beiwerk. Sie lieben ihr Land wegen seiner Ursprünglichkeit, wegen seiner rauen Geschichte, einfach wegen der Natur. Manche dieser eingefleschten, Rakelianer, geben nur unter Zögern zu, höchstpersönlich Objekte, am Himmel gesehen zu haben, die allen Anforderungen an ein echtes UFO gerecht werden. Einige Bewohner des Ortes arbeiten selbst auf der Testzeit, in Tonopah oder eben auf R.I.51, aber sie sprechen freilich nicht. Sie sagen nicht einmal, auf welcher Einrichtung sie arbeiten. Und mittlerweile schon ein Kuriosum für sich ist die Stereotype-Antwort, die jemand erhält, der sie fragt, was da draußen denn eigentlich geschieht, ich kann es dir sagen, so heißt es dann stets, aber dann muss ich dich töten. Im Little A, Lü, in hängen zahlreiche Fotos an der Wand, die Rekonstruktionen von außerirdischen zeigen, ungewöhnliche Lichter am Himmel, UFOs und Pseudo-Fos, alle möglichen und unmöglichen UFO-Celebritäten, natürlich Robert Lazar, Karten, ein Panorama der Basis, Satellitenfotos und Geheimbasis-Area 51. Vieles andere mehr. Ein Ulgfoto zeigt einen vermeintlichen außerirdischen auf einem Traktor. Neben diesem Panoptikum findet sich eine kleine Bibliotheksnische, in der sich der Gast kostenlos bedienen kann. Er darf sich für den Abend auch Bücher und Videos ausleihen, falls er ein Zimmer in einem Demo bei Hohens angemietet hat. Beth und Joe sehen eine wichtige Aufgabe darin, jeden, der sich bei ihnen einfindet, wirklich gut zu versorgen. Sie betrachten das in als eine kleine Informationszentrale, einen Ort gegenseitigen Aufbau. Und sie lieben es, immer wieder neue Menschen aus teils fernen Gegenden und Ländern kennenzulernen. Man merkt, dass sie dort draußen glücklich sind. Nach den meist etwas betriebsamen Wokinenden gehen sie für zwei Tage in die Stadt, nach Las Vegas, doch dann zieht es sie wieder zurück in die Stille und Einsamkeit. Sie selbst behaupten, auch schon Begegnungen mit UFOs und unheimlichen Erscheinungen gehabt zu haben, auch wenn sie selbst noch nie von der Grumlake Rout oder anderen Stellen aus den Himmel überwacht haben. Skeptiker werden freilich sagen, dass Beth und Joe schon alleine deshalb selbst UFO-Zeugen sein müssen, weil das natürlich ihr Geschäft belebt, und das mag sicher logisch klingen. Doch leben sie nun schon seit Ende 1988 in jener Gegend und behaupten dennoch nicht, übermäßig viel gesehen zu haben. Beth und Joe erzählten mir, wie im ersten oder zweiten Winter, den sie in Rachel verbrachten, an einem außergewöhnlich kalten Abend eigentlich mit Ten durch die Tür kamen und im Raum schweppte. Sie konnten nie herausfinden, was es war. Sicherlich kein typisches UFO. Die beiden sahen diese seltsamen Lichterscheinungen noch bei anderen Gelegenheiten. Während eines kräftigen nächtlichen Sturmsrisses das weiße Holzmodell eines UFOs, das bis dahin aus Werbezwecken am Highway unmittelbar neben dem Inn platziert war, vollständig aus seiner Verankerung. Die befreite Untertasse flog nun tatsächlich herum und knallte in ein Leuchtschild auf dem Inn. Joe schaltete sofort den Strom aus, weil er einen Brand befürchtete. Da tauchten plötzlich pulsierende Lichter in ihrem Zimmer auf, so sagen Beth und Joe. Das Holzzufuhr wurde weiter davon getragen und fand sich meines Wissens nie wieder. Vielleicht landete es auf, Triemland. Allerdings wird daran wohl kaum Forschung betrieben. Er mit einem Augenzwinkern erzählt Beth von einem nächtlichen Erlebnis auf dem Highway 375. Plötzlich hörte ich ganz deutlich eine Stimme, die sagte, größer als langsam, Beth. Fahr langsamen, und kurz darauf standen zwei riesige dunkle Stiere mitten auf dem Weg. Es war, als hätte mich ein kleiner Aluceridischer gewarnt. Ich nenne ihn größer als Archibald, kleiner als. Dieser kleine Außerirdische findet sich im Namen, Little A, Le, Inn, wieder. Und seit der Begegnung mit. Von Stinktieren und Wüstenraten. Jenen großen, kaum sichtbaren Tieren warnt Beth jedes Mal, man solle in der Nacht höllisch aufpassen, wenn man den Highway dort entlang fährt, und das weniger wegen der Außerirdischen. Die Gebiete um Rachel sind größtenteils offenes Ranchland, sodass die Tiere dort überall herumlaufen können nähen, auch auf dem Highway. Es ist wie verhext, am Tag sind die Tiere braun oder schimmern grau, und man sieht sie erst spät auf dem Asphalt. In der Nacht stehen dann die schwarzen Exemplare auf der Straße, und man sieht sie schon wieder nicht. Stellt Beth fest. Diese, Uppenranges, sind wirklich gefährlich, aber in diesem weiten Land würden die Rentscher arm, wenn sie damit anfingen, Zäune aufzustellen. Also lassen sie es lieber, genauso wie die Betreiber der Grombasis. Der Zusammenstoß mit so großen Tieren, wie sie dort herumlaufen, kann natürlich für beide Parteien tödlich enden. Und in Anbetracht dessen, dass sie das kostbarste Gut der Rentscher darstellen und beinahe, so meint Glenn. Wie die heiligen Kühe Indiens gehegt werden, kann es passieren, dass ein aufgebrachter Rentscher auch durchaus zur Waffe greift, wenn jemand eines seiner Tiere anfährt. Ich bin den Highway 375 nachts immer nur recht langsam gefahren, und das nicht nur wegen der Ufos. Direkt am Rand einer kleineren und weit schlechter als die grumlake rot befestigten Schotterstraße, von der aus die Überwachungsanlage auf dem Bald Mountain gut zu sehen ist, standen einmal riesige bisonähnliche Vierbeiner, die ich ebenfalls recht spät sah, und das am Tag. Mit Schrittgeschwindigkeit fuhr ich an einem der Tiere vorbei, das mit seinem gewaltigen Kopf beinahe die Fensterscheibe berührte. Wirklich beeindruckende Geschöpfe, neben denen das Fahrzeug regelrecht zerbrechlich wirkte. So vermittelt dieses Land in vieler Hinsicht auch immer noch jene typischen, Wildwestgefühle. Am nächsten Morgen donnerten einige Düsenjäger mit gewaltigem Lärm über Rachel hinweg und verrieten die Nähe zum Testgelände. Bevor ich aus dem Fenster sehen und die Richtung lokalisieren konnte, waren sie auch schon wieder auf und davon. Sicher waren es aber recht konventionelle Maschinen. Immer wieder ereignen sich in der Gegend freilich auch Flugzeugabstürze. Die meisten der Unglücksmaschinen treffen erwartungsgemäß in unbesiedeltem Gelände auf, wie jene F4, von deren Absturzstelle ganz am Anfang dieses Buches die Rede war. Am 10. Juli 1986 aber kam es während eines, Red Flag, Manövers zu einem Zusammenstoß in der Luft, der Katastrophal hätte ausgehen können. Damals kollidierten zwei norwegische F-16-Jäger in unmittelbarer Nähe von Rachel. Eines der Flugzeuge stürzte nur wenige Meter vom Spielplatz entfernt auf dem Boden, in direkter Nähe des Geheimbasis Area 51 Wohncontainers von Sharon Singer, jetzt, Sharon Campbell, und ihrer beiden Kinder. Als sie schockiert von einem extrem heftigen Donnerschlag hinauslief, sah sie das brennende Wrack und dunkle aufsteigende Rauchschwaden. Fast unvorstellbar, dass bei diesem Unglück niemand zu Schaden kam. Der Pilot konnte sich rechtzeitig retten, auch im Ort wurde niemand verletzt, und die andere Maschine kehrte sogar noch nach Nellys zurück. Kachel hat schon viele merkwürdige Geschichten erlebt. Als das Filmspektakel, Indipendence d. ID 4, in die Werbephase trat, fand in Rachel eine riesige Veranstaltung statt, auf der auch die Produzenten und viele Hauptdarsteller anwesend waren. Auf Initiative des oft in Rachel anzutreffenden Esoterik-Originals David Solomon, der sich als Botschafter Marilyn Marilyn II vom Stern Alpha Draconis, bezeichnet, kam der Stein ins Rollen, den Highway 375 offiziell, Extraterrestrial Highway, zu taufen und letztlich vier Schilder mit einem entsprechenden Hinweistext aufzustellen. Dieser unsinnige Akt war im Zusammenhang mit dem Independence Day Spectacle in Rachel geplant, das am 17. und 18. April 1996 stattfinden sollte. Glenn war aufgebracht, denn er ging davon aus, dass durch die Schilder nun viel mehr ahnungslose durchreisende aufmerksam werden würden und gerade am Ende, der Grumlake rot ernste Schwierigkeiten bekommen könnten. Die Wüstenratte, war so aufgebracht, dass sie vorhatte, die Wegweiseher, die für die ID-4-Busse aufgestellt worden waren, ein wenig zu verstellen und die ganze Truppe über die Grumlake rot mitten in die Area 51 hineinzuleiten. Tatsächlich führte Glenn diese Idee zusammen mit einigen Interkeptors aus. Allerdings entschied er sich, den Konvoi nicht die ganze Schotterstraße zur Area weiterfahren zu lassen, sondern über die Mailbox-Route an der berühmten Range von Steve Median wieder auf die 375 nach Norden zu lenken. Schließlich wollte er sich nicht eines Verbrechens schuldig machen, wenn die ID-4-Kruti-Warnschilder vor der Grenze einfach für einen gelungenen Gag halten und weiterfahren würde. Auf der Grumbasis herrschte ziemlich große Verwunderung und Aufregung, als plötzlich eine ganze Fahrzeugschlange mit mehreren Bussen und PKWs angerollt kam. Glienz-Mitstreiter Don Dey spielte mir Bender mit den abgefangenen Funkgesprächen der Dudes vor. Die daraus hervorgeheinde Verwirrung war wirklich komplett. Verwirrend muss dann ein Jahr später, im April 1997, auch eine Aktion des Kunstprofessors Joels LaDuton vom Cadre-Institut der Kalifornischen San Jose Staatsuniversität gewesen sein. Cadre bedeutet, Computer in Kunst und Design-Forschung und Erziehung, Computer in Art and Design-Research and Education. Seine Künstlergruppe startete ein Projekt, bei dem Landschaftsmalerei als, Form der Gegenspionage, eingesetzt werden. Von Stinktieren und Wüsten ratten. Sollte. Rund 20 Maler bauten ihre Staffeleien unmittelbar vor der Sperrzone auf und begannen, die Landschaft in Gemälden wiederzugeben. Während der fünf Stunden, die diese ungewöhnliche Gruppe sich vor Arie 51 aufhielt, tauchten natürlich etliche Jeep-Gero-Kees auf, ebenso erschien am Himmel einer jener mysteriösen und markierten Helikopter und zog seine Kreise. Die Motive jener künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema, Arie 51, bleiben zwar letztlich doch etwas im Dunkeln, doch müssen sie, vielleicht gerade wegen ihrer Undurchschaubarkeit, einen Nerv getroffen haben. Schon bald nämlich begannen sich einige, Agent Kies, für den Professor, seine Arbeits- und Designerstudenten zu interessieren, unter anderem das FBI. Joels Lalliton fiel auf, dass seit jener Zeit immer wieder auch eine schwarze Limousine vor seinem Haus auftauchte, in der zwei, korrekt gekleidete Männer saßen, die häufig Mobiltelefone benutzten. Um Arie 51 geschieht wirklich eine ganze Menge ungewöhnlicher Dinge, sowohl auf der Seite der, Stinktiere, als auch auf derjenigen der, Wüstenraten. Und auch die, Stadt, Rachel hat bereits so manches erlebt. Übrigens, diese winzige Ansiedlung, an der man beinahe vorbeifährt, ohne sie zu bemerken, ist nach dem ersten Kind benannt, das dort zur Welt kam. Im Februar 1977 wurde Rachel Jones geboren. Sie starb im Alter von nur drei Jahren, als die Eltern kurz vor der Explosion des MT. Sankt. Helens in den Stadt Washington gezogen waren. Rachel hatte Atemschwierigkeiten, die vermutlich durch den Stopp des Vulkanausbruchs zum baldigen Tod des Kindes führten. Die Bewohner von Rachel haben keine sehr hohe Meinung von der Regierung in Washington. An der Ball im Little A, Le, in sind einige deutliche Sprüche angebracht, die recht unkonventionelle Überzeugungen zum Ausdruck bringen. Im Übrigen steht dort klar zu lesen, wir haben Bush nicht gewählt, wir haben auch Clinton nicht gewählt. In gewisser Weise herrschen in dieser kleinen und so abgelegenen Ansiedlung oft noch eigene Gesetze. In Rachel selbst gibt es keine Polizei, erst wieder im rund 70 Kilometer entfernten Alamo, Bindestrich, aber es gibt viele Waffen. Glenn stellt jedenfalls fest, das einzige Gesetz hier heißt größer als Smith & Wesson kleiner als. Wie er im Verlauf seiner Zeit in Rachel mitbekommen hat, geschehen allerdings nicht viele Verbrechen dort. Wenn, dann ist meist Alkohol im Spiel, so meint er. Wie gesagt, von der großen Politik halten die Einwohner von Rachel nicht viel, und logischerweise ist so mancher von einer tief reichenden Verschwörung und bösen Machenschaften überzeugt. In einigen Fällen schier sehen diese Verschwörungstheoretiker sicherlich weit über die Realität hinaus, in anderen treffen sie aber gewiss die Sache im Kern. Was die Area 51 angeht, gibt es noch eine ganze Menge an undurchsichtigen und erschreckenden Geheimbasis Area 51 Aktivitäten Und es gibt interessante Verflechtungen Der Sheriff von Lincoln County wird von den Betreibern der Basis bezahlt, so dass hier wohl in mancherlei Hinsicht eine Symbiose besteht. Die Steuern, die von der Air Force für dieses Gelände abgeführt werden, sind lächerlich gering, in auffallender Weise. Für private Konzerne wie Lockheed, E.G. und G. oder Bechtel, die dort tätig sind, ist Area 51 freilich ein reines Steuerparadies. Und es werden noch manch andere Vorkommnisse unter den sehr großen und schweren Teppich der Geheimhaltung gekehrt. So werden auf Area 51 Überreste von hochgiftigen und in ihrer Zusammensetzung streng geheimen Stoffen verbrannt, z.B. radarabsorbierende Vergütungslacke für die Stealt-Technologie. Die Substanzen werden von Personal in riesige, über 100 Meter lange Gräden gekippt und angezündet. Als ich wenige Tage vor der Schließung von White Sides im April 1995 noch einmal auf dem Berg war, konnte ich selbst sehen, wie lange Rauchsäulen dort aufstiegen. Ein gefährliches Verfahren Umweltschützer haben schon lange ein großes Interesse an den kaum kontrollierbaren Vorgängen in militärischen Testgebieten wie der Nevada-Testzeit NTS. Im April 1983 drangen vier Greenpeace-Aktivisten südlich von Area 51 in NTS-Sperrgebiet ein, was letztlich auch mitentscheidend für eine Beschleunigung der damaligen Landnahme des Grom Mountain Range wurde. Die Abschottung soll möglichst perfekt sein, nicht nur wegen der Testflüge geheimer Flugzeuge oder auch UFOs, sondern all jener sehr, bedenklichen, Begleiteffekte, die derartige Projekte oft mit sich bringen. Doch sind auch die Untersuchungen von Umweltbehörden wie der staatlichen EPA, Environmental Protection Agency, oft nicht mehr als eine Farke. Bis auf eine Ausnahme hatte noch kein Vertreter dieser Behörden die Möglichkeit erhalten, auf Area 51 entsprechende Überprüfungen durchzuführen, wobei das alte Argument die nationale Sicherheit ist. Und jene Ausnahme ging sehr konform mit den Wünschen der Geheimnisträger. Die, Stinktiere, werden ihrem Namen also durchaus gerecht, und hier zeigt sich plötzlich, dass deren glanzvolle Unternehmungen auch sehr, sehr finstere Schadtenseiten haben. Nach Aussagen eines ehemaligen Angehörigen von Area 51 kamen im Meer montags und mittwochs schwere Canevers-Laster mit Giftstoffen aus Kalifornien auf den Area 51-Komplex, um dort nahe der südlichen Loketangas Unmengen an Versiegelungsmitteln, Lösungsmitteln und Härtern abzuliefern. Mitarbeiter der Basis, die für die Beseitigung des Materials eingesetzt worden waren, erlitten im Lauf der Zeit ernste gesundheitliche Schäden, die in bisher mindestens zwei Fällen zum Tod führten. Kein Wunder! Die Männer sollten oft ohne Schutzmasken, die ihnen angeblich sogar verweigert worden waren, in die Gräden gehen und prüfen, ob wirklich alles von Stinktieren und Wüsten ratten. Verbrannt sei! Der Metallarbeiter Robert Frost starb 1989 an Leberzirrhose. Eine pathologisch-chemische Untersuchung ergab, dass Frost hohe Konzentrationen hochgefährlicher Chemikalien, darunter Dioxinen, in seinem Körper aufwies. Aus denselben Gründen starb auch der Area 51-Arbeiter Walter Kastzer an Leber- und Nierenkrebs. Der engagierte Juraprofessor Jonathan Turley strengte zusammen mit der Witwe hier in Frost einen Prozess gegen die illegalen Praktiken an, doch wurde die Klage vom US-Distriktsanwalt Philipp-Pro-Nieder geschmettert. Grund, eine Verurteilung würde, der nationalen Sicherheit bedeutenden Schaden zufügen. Wie sollte man letztlich auch gerichtlich gegen eine Einrichtung vorgehen können, die offiziell gar nicht existiert? Diese traurigen Beispiele belegen, dass die Geheimhaltung auf Area 51 viele sich gegenseitig bedingende Gründe hat, deren gemeinsamer Nenner irgendwo im Bereich militärischer Waffentechnologie liegt. Sie belegen alle allerdings auch sehr eindrucksvoll, dass den Militärs zur Verwirklichung ihrer Ziele im Prinzip jedes Mittelrecht und, Rücksichtnahme, ein absolutes Fremdwort ist, selbst, wenn es um das Leben von Menschen geht, die in diesem militärisch-industriellen Komplex tätig sind. Weit darüber stehen die Projekte und deren Geheimhaltung, im Interesse der, nationalen Sicherheit. Und immer mehr kristallisiert sich heraus, dass die Hintergründe vieler Aktionen oft weit komplexer sind, als wir uns vorstellen können. Niemand, aber auch wirklich niemand außerhalb der Perimeter von, Dreamland, weiß wirklich, was dort noch vor sich geht. Und, Dreamland, damit meine ich jetzt nicht nur das gesperrte Gelände auf NTS, damit meine ich auch im übertragenen Sinne das, Reich jener geheimsten Projekte. Wir sollten uns dies alles auch ständig vor Augen halten, wenn wir uns fragen, ob die Regierung tatsächlich eine Vertuschungspolitik betreibt, wenn es um die immerhin doch durchaus mögliche Anwesenheit von fremden, intelligenten Wesen auf unserem Planeten geht. Stützpunkt der Außerirdischen Kapitel 7 Es gibt ein Programm innerhalb der Regierung, das den Namen Hpag trägt. Größer als humanoid pilotet alien kräft kleiner als eckige Klammer auf größer als von menschenähnlichen geflogene fremde Flugobjekte kleiner als eckige Klammer zu. Dieses Projekt ist hochgeheim eingestuft. Mehr kann ich nicht sagen. Diese erstaunliche Information wurde mir über einen tief in die US-amerikanische Geheimhaltung hineinreichenden militärischen Kontakt vermittelt. Wiederholt bin ich darum gebeten worden, nicht klarzustellen, um wen es sich bei dieser Person handelt, die ernste Repressalien für sich und Familienangehörige befürchtet, wenn ihre Identität bekannt wird. Wie in vielen Fällen, wenn es um die Frage nach Indizien und möglicherweise handfesten Belegen für die Anwesenheit außerirdischer hier auf unserer Erde geht, geben die glaubwürdigsten Quellen die sparsamsten Auskünfte, und dies oft nach einer langen, Aufwärmphase. Man hat hier jedenfalls weniger den Eindruck, dass diese Personen versuchen, mit den Buentesten Farben zu malen, nur um Publicity zu heißen. Im Gegenteil. Vielmehr herrscht eine zugeknöpfte, ja angsterfüllte Atmosphäre. Es ist ein Unterschied, ob man von Militärpersonal liest, das irgendwelche unglaubliche Andeutungen über Allianz, Macht, oder ob man in direkten Kontakt zu solchen Personen oder auch Zeugen kommt. Plötzlich wird alles plastischer und scheint im Bereich des Ernsthaften, des Möglichen zu liegen. Oft ist es natürlich schwer, die tatsächliche Glaubwürdigkeit selbst zuverlässig scheinender Quellen zu ergründen. Daher müssen viele Erzählungen als, Gerüchte, und damit als unbelegt hingenommen werden. Es geht auch gar nicht anders, denn jedes Faktum, jedes harte Beweisstück, sei es ein, definitiv, authentisches Dokument, sei es ein nicht von Menschen handgeschaffenes Geheimbasis Area 51 Artefakt, sei es eine biologische Probe, wird so lange unter Verschluss bleiben, wie die Geheimhaltung es verlangt. Area 51 belegt, dass diese Geheimhaltung im Bereich der Flugzeugtechnologie sehr effektiv ausgeprägt ist. Und auf, Dreamland, arbeiten sehr viele Menschen. Ein anderes Beispiel ist die Entwicklung der Atombombe im schon erwähnten Manhattan-Projekt. Erinnern wir uns, daran waren rund 10.000 Menschen beschäftigt, Zivilisten wie Militärs gleichermaßen, und dennoch blieb alles geheim. Für jeden erdenklichen Zwischenfall hätte man sofort die geeignete Pressemeldung parat gehabt, um den wahren Hintergrund zu verschleiern. Warum sollte das bei den UFOs anders sein? Meine ganz persönliche Meinung ist zumindest, dass es keinen wirklich vernünftigen Grund gibt, die Präsenz von fremden intelligenten Wesen auszuschließen, die vielleicht bereits vor sehr langer Zeit das Sonnensystem erreicht haben. Mit unserer ganzen Wissenschaft befinden wir uns noch überhaupt nicht in der Position, diese Möglichkeit realistisch und sinnvoll abzuwägen. Vielmehr halte ich die weitgehende Ablehnung, wie sie dem Thema gerade von Seilen zahlreicher etablierter Wissenschaftler entgegengebracht wird, in vielen Fällen für das Resultat von Arroganz und Imageängsten. Mich beschäftigt aber hiermehr die prinzipielle Frage, ob wir uns das Versäumnis leisten können, die umfangreichen Fakten zur Zurückhaltung von UFO-Informationen schlichtweg zu ignorieren. Diese Frage beschäftigt mich mehr als mich andererseits das Resultat enttäuschen könnte, dass vielleicht keine außerirdischen, sondern etwas gänzlich anderes hinter dem UFO-Phänomen stehen könnte. Schon seit Jahrzehnten kursieren unfassbare Gerüchte über Dreamland, Gerüchte, die nicht nur von utopischen Flugzeugen sprechen, sondern von diskusförmigen Flugobjekten, von Raumschiffen aus anderen Welten. Viele dieser Gerüchte sind wahrscheinlich wirklich nichts anderes als eben genau, Gerüchte. Sie stammen von zweifelhaften Personen mit zweifelhaften Motivationen, sind teils grob widersprüchlich und lassen sich in manchen Fällen selbst bei viel Großzügigkeit gerade einmal als, kuriose Anekdoten, oder, fantasievolle Geschichten, akzeptieren. Der Bezug zur Realität ist hiermit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gleich Null. Einige Berichte aber hinterlassen gewisse Spuren. Sie enthalten konstante Größen, immer wiederkehrende Merkmale, die in ihrer Gesamtheit den Eindruck vermitteln, dass sie einen faktischen Kern besitzen, das sie nicht nur Nacherzählungen darstellen oder Desinformation. Oft heißt es ja, wenn beispielsweise ein hochrangiger Militär über außerirdische und UFOs spricht und behauptet, es gibt sie wirklich, dass er dies nur sagt, um damit von Testflügen sehr geheimer und sehr irdischer Flugobjekte abzulenken. Das Ergebnis wären Stützpunkt der außerirdischen Lächerlich gemachte Zeugen und ein schnell vergessener Bericht über eine UFO-Beobachtung So habe das Militär solche Geschichten auch mit Blick auf RIO 51 absichtlich verbreitet und mittels dubioser Quellen gefordert, um damit ein Ablenkmanöver zu starten. Doch scheint ein solches Verhalten unsinnig, denn durch genau diese UFO-Geschichten wurde die RIO so bekannt, dass viele Menschen in die verlassene Gegend des Tikapu-Valley und des Sandsprings-Valley kamen, nur um UFOs zu sehen. Wegen geheimer Flugzeuge wären sie bestimmt nicht gekommen. Trotz des merklichen Rummels, der in jüngerer Zeit aus verschiedenen Gründen um RIO 51 entstanden ist, trotz vieler wirklich unwahrscheinlicher UFO-Geschichten, die andere ernste Fakten übertönen und das Bild verzerren, dass sich die Öffentlichkeit von dieser so geheimen Basis macht. Trotz alledem bin ich der festen Überzeugung, dass die, aus erirdische Hypothese, einen ernsthaften Hintergrund besitzt und das RIO 51 in dieser Hinsicht eine wesentliche Rolle spielt. Die folgenden Zeilen zu formulieren, bereitet mir zugegebenermaßen einige Schwierigkeiten, aufgrund eines ganz verhexten Widerstreits zwischen dem Wunsch zu berichten und der Notwendigkeit, nicht berichten zu dürfen. Ich selbst bin freilich alles andere als ein Geheimnisträger, doch habe ich einige Informationen erhalten, die mir unter der Bedingung der Vertraulichkeit bezüglich der Quelle gegeben wurden. Der Charakter der Information könnte individuellen Aufschluss geben über den Ursprung. So müssen die besten Informationen oft umschrieben oder weggelassen werden. Das klingt jetzt alles schrecklich wichtig, aber was soll man letzten Endes tun? Einen Vertrauensbruch begehen und damit riskieren, dass im mindesten Falle keine weiteren Informationen übermittelt werden, die einem die Bewertung des Gesamtbildes erleichtern könnten? Oder im schlimmsten Fall riskieren, dass ein Informant ernsthafte Schwierigkeiten bekommt? Ich bin schon öfters darauf angesprochen worden, die Namen von Kontaktpersonen zu veröffentlichen, doch muss ich mich nach deren Regeln und Wünschen richten, solange diese Quellen als authentisch zu betrachten sind. Lange Rede, kurzer Sinn, jene Person, die Informationen über HBAC übermittelt hat, scheint mir nach Bestimmermessen eindeutig, authentisch, zu sein, sie arbeitet nachgewiesenermaßen an streng geheimen Projekten. Sie ließ mir ausrichten, dass man seine Nase nicht in Area 51 hineinstecken solle, wenn man nicht in diesem, Geschäft, tätig sei. Das Thema UFOs und Außerirdische sei hochsensitiv und jedes Wort zu viel könne lebensgefährlich werden. Gerade in Militärkreisen herrsche diesbezüglich eine Atmosphäre der Angst. Am interessantesten freilich war die Bestätigung der Existenz von HBAC. Bereits seit langem gehen Gerüchte, dass auf Area 51. Geheimbasis Area 51. Außerirdische Flugscheiben im Testflug von Menschen erprobt werden. Das klingt unvorstellbar. Immerhin ist es allerdings auch weitaus leichter, beispielsweise ein Auto zu fahren, als es zu konstruieren und zu bauen. Wer einen Führerschein besitzt, muss noch lange nicht wissen, wie ein Motor funktioniert. Ähnlich könnte es sich mit den UFOs verhalten, doch ist das Spekulation. Jedenfalls wäre es denkbar, dass die Ingenieure am Paprose-Lage immerhin wissen, wie man die angeblich dort gelagerten Flugscheiben bedient. In manchen Berichten ist die Rede davon, dass Nachbauten von UFOs zu Tests eingesetzt werden, die allerdings größtenteils noch mit den reinirdischen, konventionellen Antrieben in Bewegung gebracht werden. Das aber kann eigentlich unmöglich alles sein, so scheint es. Denn sonst würden Zeugen nicht Leuchtobjekte am Himmel sehen, die unmöglichste Manöver vorführen. Etliche Zeugen, die ich persönlich keine Menge lernt habe, erscheinen mir absolut glaubwürdig. Können aber normale Menschen solche, Dinger, solche extrem dynamischen UFOs überhaupt fliegen? Bei den auftretenden Beschleunigungsandrücken müssten eigentlich jedem selbst überdurchschnittlich konstituierten Menschen die Augäpfel zum Hinterkopf herauskommen. Also, entweder sind diese UFOs ferngesteuert oder es sind Wesen aus Spezialstahl, die sie fliegen, oder aber es gibt eine Technik, die das Innere der Objekte von den enormen Kräften, die hier offenbar wirken, perfekt abschirmt. Angeblich trifft die letztere Vermutung zu. Was aber ist bis heute über dieses mysteriöse Programm HOPAC, sprich, EITUPEC, bekannt? Die Informationen darüber setzen sich wie immer aus einer ganzen Menge von Puzzlestücken zusammen, die von glaubwürdigen und weniger glaubwürdigen Informanten stammen. Meist wird RI51 als Ausgangspunkt der HOPAC-Tests genannt. Schon sehr früh sollen diese Flugversuche unter dem Codenamen, Project Red Light, angelaufen sein, angeblich im Jahr 1951. Zumindest behauptet das der ehemalige Luftwaffenoberst Wendell Stevens. Im Jahr 1951? Könnte daher vielleicht auch jene, 51, abstammen? Flugzeuge wurden gerade früher häufig nach der Jahreszahl ihrer Konstruktion benannt, doch, gilt diese Gewohnheit auch für Testgelände. Viele Abschnitte der NTS wären dann sehr früh entstanden, RIO 2 nach dieser Logik im Jahr 1902, Bindestrich, was natürlich unsinnig ist. Trotzdem dürfte das Jahr 1951 indirekt eine Bedeutung für die RIO besessen haben, aber darum geht es im Moment noch nicht. Allerdings lässt diese Jahreszahl noch in anderer Hinsicht aufhorchen, damals gab es doch noch gar keine echte RIO 51. Es gab zwar den Grumlacke, aber angeblich keinerlei Gebäude und so weiter. Kelly Johnson und Tony Levy waren doch erst 1955 auf den Grumlacke, Stützpunkt der außerirdischen Lage aufmerksam geworden. Was stimmt hier nicht? Wenn die bekannte Geschichte der RIO nicht stimmt, dann hätten die Flugzeugbauer eine Basis vorgefunden, auf der bereits außerirdische Technologie getestet wurde. Nun, angeblich sei Projekt, Red Light, unterirdisch stationiert gewesen. Wäre es dem nach dem Team um Kelly Johnson überhaupt nicht aufgefallen? Das ist wohl kaum vorstellbar, denn spätestens zu den Testflügen mussten sich die unterirdischen Hangars öffnen. Red Light, hätte ohnehin zu jedem Zeitpunkt auffallen müssen, wann auch immer es auf RIO 51 gestartet worden wäre. Aus all diesen Überlegungen scheint hervorzugehen, dass dieses GME-Unternehmen in Wirklichkeit entweder nie existierte oder am Papose-Lacke durchgeführt wurde oder aber an einer anderen möglicherweise noch nicht lokalisierten Stelle innerhalb von, Driemland. Könnte es am Ende etwas sein, das Personal von, Papose, den Namen dieses Ortes nie erwähnen durfte und daher seine Erlebnisse auf den Grumlacke übertragenen musste? Wer weiß, wie dem auch sei, jeder, der einmal am Grumlacke oder für betreffende Projekte gearbeitet hat, bekommt normalerweise schon Probleme, wenn er davon spricht. So umging auch Benry in seinem Buch über, Skunkworks, den Namen Grumlacke-RIO 51 stets und erwähnte daher nur, dass die von ihm beschriebenen Tests an einer, abgelegenen Einrichtung, in Nevada stattgefunden hätten. Aus amerikanischen Militärkreisen sind mir vage Gerüchte zu Ohren gekommen, es gebe auf NTS, ob nun innerhalb oder außerhalb von, Driemland, ist nicht klar, eine Station, die als Ganzes im Boden versenkbar sei. Die bewegliche Abdeckfläche über ihr müsste demnach getarnt und einer Wüstenlandschaft nagempfunden sein. Sollte diese Anlage wirklich existieren, würde sie wohl geheim genug sein für, Red Light. Wenn man Wendell Stevens Ausführungen folgt, dann war, Red Light, von Anfang an personell gut bestückt. Bereits gegen Ende des Jahres 1951. Sollen laut Stevens erste Teams in die gerade fertiggestellte Anlage ENG zu gehen und schließlich zu einer Stärke von bis zu 1000 Mann angewachsen sein. Allerdings nennt Stevens einen Zeugen, demzufolge die, Red Light, Binderstrich Anlage dreifach umzäunt, mit zahlreichen elektronischen Sicherungen und Alarmsystemen bestückt und von Blue Berets als UFO-Spezialeinheit ohne Unterlass bewacht wurde. Nicht gerade typisch für ein, Rotlichtviertel. Demnach jedenfalls wäre die Einrichtung nicht ganz versteckt zu halten gewesen. Im Übrigen war ja die, Red Light Zone, nach Aussagen eines ehemaligen Maywege-Angehörigen, mit dem Stevens sprach, auch nicht gerade klein. Mit einer Fläche von rund 16x16 Kilometern hätte sie einen bedeutenden Teil von, Dreamland, umfasst. Stevens erklärt, dass sich mehrere unabhängige Zeugen bezüglich der geheimen Basis, Projekt Red Light und Geheimbasis Area 51 etlicher Details gegenseitig bestätigt hätten, so auch zu einem längeren Alarmzustand, bei dem das Personal weitgehend evakuiert worden sei. Für einen Zeitraum von sechs bis acht Monaten seien um das Jahr 1951 herum nur medizinisches Personal- und Wachtruppen auf dem Gelände verblieben. Wer zu den Medizinern gehörte, hatte sich nirgendwo anders als im Bereich der Krankenstation aufzuhalten. Der Chef des Notfalldienstes und medizinisch zuständige Offizier der Anlage sei ein gewisser Major RV Painter gewesen. In seinem umfangreichen Werk, UFO Crash et Aztec, weist William S. Steinmann auf eine interessante Tatsache hin, nämlich, dass die Beschreibung eines Majors exakt jenes Namens, der 1951 ein US-Marine-Hospital geleitet hat, genau übereinstimmt mit der unabhängigen Beschreibung eines Kolonnel. RV Painter, der an einer UFO-Bergungsoperation beteiligt gewesen sein soll, die das Militär 1967 an einem ungenannten Ort in der Wüste durchgeführt habe. Im Zusammenhang mit der möglichen Position von Red Light, auf dem Gelände der NTS ist der Bericht eines Radartechnikers interessant, der behauptet, er habe in den 60er Jahren auf Area 51 gearbeitet. Dieser Mann, ein gewisser, Mike Hunt, den Steinmann als, Matt Archer, anspricht, erzählt T. dem Science-Fiction-Autoren und UFO-Forscher Dave Eldops aus Kinkinati, Ohio, selbst einmal ein etwa 6 bis 9 Meter großes UFO auf dem Testgelände gesehen zu haben. Er erwähnte im Zusammenhang mit UFO-Testflügen gleichfalls ein, Project Red Light. Interessant an seinem Bericht ist nun vor allem folgendes, Hunt meint, dass dieses Projekt nördlich von Area 51 stattgefunden habe, in einem ausgedehnten natürlichen Tal. Genau von Norden her sei er auch immer in die Area hineingefahren worden und ihm fiel auf, einige Male hat man mich gefragt, ob ich auf dem Hinweg etwas bemerkt habe. Man habe ihm auch mit mir als unangenehmen Schwierigkeiten gedroht, falls er irgendwann einmal darüber reden sollte, was auch immer er vielleicht gesehen habe. Man müsste sich also wohl ein bisschen mehr darum kümmern herauszufinden, ob und was sich nördlich von Gromlage befindet. Gibt es dort irgendwo ein getarntes Gelände? Darüber ist nichts bekannt. Allerdings erinnere ich mich, dass Tom Mahurth einige interessante Informationen über ein Gebiet erfahren hat, das sich westlich von Area 51 befindet und als, Area 19, bekannt ist. Über Glen Campbell kam Mahurth mit einem Piloten ins Gespräch, der ein Interesse an Area 51 sich besitzt und Kollegen kennt, die geheime Pendelflüge zwischen Las Vegas, Gromlage und dem Tonopatestrange, TTR, durchgeführt haben. Sie erzählten ihm von einer etwa drei Kilometer Großseen, getarnten Landebahn, dem sogenannten Kieshaier-Erstrip, auch Stützpunkt der Außerirdischen. Die Gebäude dort waren den Berichten zufolge entweder in Berge hineingebaut oder als Höhenzüge getarnt. Kurz vor der Landung wurde die Piste mit Sprenkelanlagen befeuchtet und dadurch sichtbar gemacht, allerdings erst nach einer Überprüfung, ob gerade fremde Spionagesatelliten über das Gebiet fliegen würden. Area 19 liegt im Bereich zwischen der NTS und TTR. Der Testingenieur und Softwareentwickler Paul Mckginnes, Trader, ein Interceptor aus Huntington Beach, Kalifornien, der sich in seiner Freizeit auf das Nachspüren zahlreicher, schwarzer Projekte, konzentriert, hat zu, Area 19, eine, Freedom of Information Act, Anfrage, Vorjahr, gestartet. In sehr begrenztem Rahmen ist es mithilfe dieses in den 70er Jahren unter Charta verabschiedeten Gesetzes zur Informationsfreiheit, möglich, zum Beispiel Dokumente zu erbitten, nach Informationen über spezifische Projekte zu fragen oder andere Angaben anzufordern. In der Regel muss man allerdings schon im Voraus recht genauen Namen der Dokumente, Projekte oder Lokalitäten kennen, um eine Chance zu haben. Auch macht dem Interessenten oft die, nationale Sicherheit, einen dicken Strich durch die Informationsfreiheit. Paul Mckginnes bekam immerhin die Auskunft, dass, Area 19, einer Atombehörde, der, Defense Nuclear Agency, untersteht, wobei auch auf NTS nicht bekannt ist, welcher Art die Projekte dort genau sind. Offenbar spielen auch die Los Alamos National Laboratories, Lannl in New Mexico, eine wichtige Rolle dabei. Schon lange vermuten sogar glaubwürdige Personen, dass in den Lannl aus erirdische Technologie und auch fremde Wesen verborgen gehalten würden. Selbst Benry hat Andeutungen in dieser Richtung gemacht, auch wenn er sich manchmal wohl eher schatzhaft zu UFOs geäußert hat. Könnte dieser Ort am nördlichen Ende der Testzeit, wenn auch östlich und nicht nördlich von Grom gelegen, könnte dieser Ort mit seinen Gitarntenanlagen in einem Zusammenhang mit, Red Light, stehen? Eine sichere Antwort darauf ist noch nicht möglich und wird vielleicht nie möglich sein. Zwei Dinge mögen mit Blick auf diese Theorie um RIO-19 und der Kieshaier-Piste vielleicht etwas merkwürdig sein. Einmal liegt dieses Gebiet direkt in dem geöffneten Luftraum R-4807a. Sicherlich hatten die Betreiber dieser mit derartiger Sorgfalt getarnten Anlage doch alles daran gesetzt, dass nicht einmal an Sonntagen irgendwelche Flüge über das Gelände stattfinden. Fraglich ist auch, ob in einer Anlage, in der aussahirdische Technologie erforscht wird, überhaupt immer Rücksicht auf die, Sonntagsruhe, genommen wird. Den zweiten Einwand hat Tom Mahurth geäußert. Er stellt fest, dass Spionagesatelliten, die mit Multispektral-Scannern ausgestattet sind, eine auch noch so gut für menschliche Augen getarmte Anlage ausfindig marschen würden. Geheimbasis Area 51 Auf der Existenz von Projekt, Red Light, beharren allerdings etliche UFO-Forscher und militärische Zeugen. Leider finden sich darunter einige sehr umstrittene Personen, so beispielsweise der ehemalige Marine-Unteroffizier Milton William Cooper, dessen Berichte nur zu einem sehr kleinen Teil den Fakten entsprechen dürften. Cooper erklärte im Dezember 1988, er habe im Jahr 1972 unter Admiral Barnard A. Claree zwei Geheimberichte über Alusseridische gesehen. Das sogenannte, Majority Briefing, habe Bezug auf, Red Light, genommen, dass der schriftlichen und notariell beglaubigten Aussage Coopers zufolge ursprünglich im Jahr 1954 eingerichtet worden sei. Bei den ersten Versuchen, ein geborgenes UFO im Test zu fliegen, sei das Objekt abgestürzt und der Pilot ums Leben gekommen. 1972 sei dieses Projekt dann in Nevada wieder aufgenommen worden. Auch von Snowbird ist die Rede, bei dem ein nachgebautes UFO öffentlich geflogen werden sollte, um von, Red Light, abzulenken. Ein anderer höchst umstrittener UFO-Publizist, der von solchen Projekten schreibt, ist der schon mehrfach erwähnte John Lear. Dieser Mann ist wirklich eine höchst kontroverse und kaum einortbare Persönlichkeit. Lear ist der Sohn von William P., Bill, Lear, des Schöpfers jenes weltbekannten Learjets und zahlreicher technischer Innovationen. John Lear seinerseits war Flugkapitän und ist 160 verschiedene Flugzeugtypen geflogen, wobei er in vielen Teilen der Welt unter anderem auch als Pilot von CIA-Einsätzen und jährwegs war. Er gilt als der einzige Pilot, der alle nur erhältlichen Flugscheine besitzt und 17 Geschwindigkeitsrekorde mit dem Learjet geflogen ist. Insofern kann man sich ohne weiteres vorstellen, dass dieser Mann, Mankeys, gesehen und erlebt hat. Einen Flugzeugabsturz hätte er beinahe nicht überlebt. Im Juni 1961 stürzte er während der Vorführung von Kunstflugfiguren über der Schweiz mit einem kleinen Doppeldecker ab. Sein Kehlkopf wurde dabei lebensgefährlich eingequatscht, außerdem erlitt er einen schweren Kieferbruch sowie weitere ernste Brüche und Verletzungen. Lears einmalige Biografie nahm eine unerwartete Wende, als er sich mehr und mehr für UFOs und Ario 51 zu interessieren begann. Seine Überzeugung und seine sehr unkonventionellen Äußerungen über die Realität von außerirdischen führten dazu, dass er seinen Job verlor. In der Tat ist es natürlich sehr riskant für einen Piloten, sich in der Öffentlichkeit freimütig zum UFO-Thema zu äußern. Wer fliegt schon gerne in einer Maschine, an deren Steuerknüppel ein, Verrückter, sitzt. Allerdings muss man wirklich mehr und mehr an Lears Verstand zweifeln, wenn man seinen Ausführungen auch nur mit halber Aufmerksamkeit folgt. Er entwirft wirklich Szenarien, die zu den finstersten Aussagen über UFOs und außerirdische Zählen, welche je verbreitet wurden. Zwar gibt es in der Stützpunkt der außerirdischen Tat eine Reihe ernstzunehmende Hinweise, dass fremde Wesen durchaus negative Aktivitäten auf unserem Planeten entfalten, und so mögen manche unwahrscheinlich wirkende Darstellungen Lears einen wahren Kernbesitz sehen. Doch ist er dafür bekannt? Eine Geschichte mit jedem Male, die er sie neu erzählt, auch neu auszuschmücken und noch dramatischer zu gestalten. So könnte man ihn durchaus als Agenten der Desinformation betrachten, der Fakten und pure Fiktion so vermischt, dass kein Mensch mehr weiß, wo die tatsächliche Grenze zu ziehen ist. Wenn Lear Recht hätte, wäre das Geliebende gesagt eine Katastrophe, und die Grundzüge seiner Darstellung scheinen unangenehmerweise einige reale Ereignisse anzusprechen. Doch Lear überzeichnet alles wie gesagt in zunehmendem Maße von Mal zu Mal. Über die Anlage am Gromlacke schreibt er in einem, revidierten Statement, vom 25. März 1988, nach der anfänglichen Vereinbarung eckige Klammer auf zwischen außerirdischen und US-Regierungsvertretern eckige Klammer zu wurde Gromlacke, eines der geheimsten Testzentren der USA, für einen Zeitraum von etwa einem Jahr geschlossen, irgendwann zwischen 1972 und 1974, und es wurde eine gewaltige Untergrundanlage errichtet, für die ebeseckige Klammer auf, extraterrestrische biologische Entitäten. Also die außerirdischen ebeseckige Klammer zu und mit deren Hilfe. Die dafür erhaltene Technologie wurde an den Ort gebracht, konnte jedoch nur von den ebesebst gehandhabt werden. Unnötig zu sagen, dass die fortschrittliche Technologie nicht gegen die ebesebst eingesetzt werden konnte, selbst wenn dies erforderlich gewesen wäre. Das NSA-Projekt größer als Aquarius kleiner als befasst sich spezifisch mit der größer als Kommunikation der Alliens kleiner als, der ebese. Innerhalb des Aquarius-Programms gab es ein Projekt größer als Snowbird kleiner als, ein Projekt zum Testflug geborgene außerirdische Fluggeräte am Gromleek, Nevada. Dieses Projekt wird noch heute an dieser Örtlichkeit durchgeführt. Mit den Worten einer Person, die am Gromlake arbeitet, größer als unsere Leute sind viel besser darin, Dinge auseinanderzunehmen als darin, sie wieder zusammenzusetzen, in diesen Aussagen übernimmt also, Snowbird, die Rolle von, Red Light. Der amerikanische Rechtsanwalt und ehemalige Mitarbeiter von Jacques Cousteau aus, Kalypsolog. Andrew de Basiago kam mit einer namentlich nicht genannten Person zusammen, die eine ähnliche Geschichte wie John Lear zu erzählen hatte, zumindest in den Ansätzen. Diese Person war mit einem ehemaligen CIA-Mann verwandt, der einige Jahre vor seinem Krebstod im Jahr 1989 seinen, Eid des ewigen Schweigens, gebrochen habe. Der Name dieses Mannes ist bekannt, Marion Lee Wilhelms. Wie es heißt, kam er bereits im Zweiten Weltkrieg zur Vorgängereinrichtung der CIA, dem, Off-Fiege-Off-Strategie-Services, Büro für strategische Dienste, und war in den folgenden Jahren fortwährend mit geheimen Operationen betraut. So soll er. Geheimbasis Area 51 Beispielsweise Mitglied eines geheimen CIA-Teams gewesen sein, das Teile der chinesischen Atombombe aus der Volksrepublik hinaus schaffte. Sein Haupteinsatzbereich war der Ferne Osten. Zurück in den USA kam er in der Gegenspionage zum Einsatz. So berichtet Basiago, von seiner Quelle erfahren zu haben, dass Williams vorwiegend mit der Sicherung von US-amerikanischen Verteidigungseinrichtungen gegen KGB-Aktionen befasst war. Denn natürlich lauerte der Feind an allen Ecken und Enden, spionierte die militärischen Forschungsstätten aus, wurde in Geheimdienste wie die NSA eingeschleust und zeigte auch ein starkes Interesse an Area 51. Im Verlauf seiner Arbeit kam Williams auch auf diese Anlage, die ihn mehr als jeder andere geheime Komplex beeindruckt haben soll, als Top, 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 Top Secret, Bindestrich Einrichtung, eine ultra-geheime Installation, die als UFO-Forschungslaboratorium gedient habe. Nach Lea und Williams findet also offensichtlich doch UFO-Forschung am Gromlage statt. Williams erklärte seinem Verwandten, er sei aus dem CIA-Dienst ausgeschieden, nachdem er begann, unter grauem Starr zu leiden. Doch blieb er weiterhin aktiv und arbeitete für Lockheed, wo man ihm klar gemacht habe, dass der Konzern ein super-geheimes Laboratorium in Nevada mit Ausrüstung versorge. Und das Ganze zu einem delikaten Zweig, zur Erforschung der Technologie abgestürzter UFOs und der Biologie aus sahirdischer Wesen, der Besatzung also. Wie Williams darstellt, wurde er in Flugzeugen und Bussen mit geschwärzten Fenstern nach, Dreamland, gebracht, wo er wiederum für die Sicherung zuständig gewesen sei. Über die geografische Lage der Basis wurde er im Unklaren gelassen, daher auch die Verdunkelung der Fenster. Interessant ist nun die Beschreibung, die Williams von, Dreamland, gibt. Der größte Teil davon sei unterirdisch angelegt gewesen oder zumindest in der Weise, dass Gebäude in die Berghänge hineingebaut waren. Massive Lifte führten ihm zufolge tief unter die Erde. Wenn wir davon ausgehen, dass Williams wirklich dort war und seine Zuständigkeit in den Bereich, Absicherung der Basis, viel, dürfte er vielleicht doch einiges von der Anlage gesehen haben. Allerdings ist unklar, ob die ihm zugänglichen Informationen ausreichten, um definitiv zu entscheiden, ob er sich nun am Grum- oder aber am Paprose-Lage befand. Der Bericht spricht immer nur von, Area 51, ohne nähere Unterscheidung. Die von Williams gegebene Beschreibung jedenfalls trifft weit eher auf Paprose-Lage zu. Wenn man die Umstände der Schilderungen von Williams betrachtet, hat es den Anschein, dass sich hier jemand, der einst in das, große Geheimnis, eingeweiht wurde, diese Last im Angesicht des nicht mehr zu fernen Todes von der Seele sprechen wollte. Dass jemand wenigstens einem Vertrauten mit Menschen klar machen wollte, was wirklich in der Welt vor sich. Stützpunkt der Außerirdischen Geht, Außerirdische sind auf der Erde havariert. Die Regierung hat abgestürzte Flugscheiben geborgen, sie lagert und erforscht sie unter der strengsten überhaupt vorstellbaren Geheimhaltung in unterirdischen Laboratorien, wo sie auch genetische und medizinische Untersuchungen an den Körpern der Wesen vornimmt. Einige der Technologien seien bereits in moderne Flugzeugkonstruktionen eingeflossen, zum Beispiel in den B-2-Bomber. Von außerirdischer Antriebstechnologie sprechen auch der kalifornische Psychologe Dr. Richard Boylan, der meiner Ansicht nach allerdings zumindest gelegentlich zu vorschnellen Schlussfolgerungen gelangt, und der Physiker Dr. Paul A. LaViolette Beide glauben, dass in den Stialt-Bomber ein exotischer Antigravitationsantrieb eingebaut sei. Laut Boylan soll auch ein Stialt-Fighter, den er auf der reale Luftwaffenbasis in Kalifornien gesehen hat, mit diesem System ausgerüstet sein. LaViolette erklärt seinerseits, dass Antigravitations-Technologie bereits seit dem Jahr 1954 im Rahmen der, schwarzen Programme, erforscht werde. Lediglich der Erinnerung halber möchte ich hier andeuten, dass diese Jahreszahl sich mit Bill Coopers Dateirang des, Red Light, Projektes deckt. Nur haben sich dessen Schilderungen leider viel zu oft als unzutreffend erwiesen. Paul LaViolette macht darauf aufmerksam, dass die renommierte Luft- und Raumfahrtzeitschrift, Aviation weg und Space Technology, bereits im März 1992 aufgedeckt habe, dass die Abgasströme und die vorderen Flügelkanten der B-2 künstlich in einen extrem starken Zustand elektrostatischer Aufladung versetzt würden. Die Information stamme von einer Gruppe ehemaliger Angehöriger von schwarzen Projekten. Diese Gruppe sei wenig später unter starkem Druck geraten und habe den Kontakt zu AW und SP abgebrochen. So wird Maren Lewe-Jims durchaus sagen, wie sie von Boylan, LaViolette und auch Toni Gonsalves stammen, offenbar posthum deutlich bestätigt. Ufos sind ein konstanter Faktor, wenn es um Dreamland geht. Letztlich beginnt man sich zwangsläufig zu fragen, ob derartig viele Quellen aus militärischen Kreisen allesamt nichts als reine Lügenmärchen auftischen können. Tatsächlich ist die Zahl der Berichte beeindruckend, und, sie ähneln sich wirklich in auffallender Weise. Ein gewisser Captain Nan Allee vom 27TH Tactical Fighter Wing auf der Canon Air Force Base in New Mexico erzählte von einem Wachmann, der auf, Dreamland, eines Nachts eine mehr als erstaunliche Beobachtung gemacht haben will. Ohne die Lokalität näher spezifizieren zu können, schildert jener Mann, dass auf dem Gelände zunächst alle Lichter ausgeschaltet würden, bevor sich die Tore eines geheimen Hangars öffneten. Er sei einmal selbst Zeuge eines solchen Vorgangs geworden, bei dem ein rundes, scheibenformiges Objekt aus der Geheimbasis Area 51 Halle herausgeschwebt und dann senkrecht nach oben gestiegen sei. Auch hier munkelte man damals, dass dieses Objekt aus sairdischer Herkunft Gewesen sei. Der UFO-Forscher Tom Adams aus Texas erklärte mir vor einigen Jahren, ihm sei diese Information von einem auf der Kennenbasis stationierten Militärkontakt übermittelt worden. Der bekannte englische UFO-Forscher Timothy C. Good, mit dem ich mich gelegentlich auch zu, Dreamland, ausgetauscht habe, hat den gerade erwähnten Fall in sein Buch, Alien Liaison, aufgenommen, das in Deutschland unter dem, wie wir noch sehen werden, recht hintergründigen Titel, Sie sind da, erschienen ist. Tim Good geht den Geheimnissen von, Dreamland, schon lange nach und konnte gleichfalls etliche Zeugensbretschen. Er führt eine ganze Reihe von UFO-Berichten auf, die über Vorgänge auf, Dreamland, aus militärischen Quellen an die Öffentlichkeit gedrungen sind. So kam der Journalist und Ex-Nachrichtendienstler Robert Doe in Kontakt mit einem Angehörigen des Air Technical Intelligence Center, ARTEC, der ihm davon erzählte, er habe auf RE-51 ein knapp 10 Meter großes, diskusförmiges UFO gesehen. Das eindeutig nicht-irdische Fluggerät war nach Angaben jenes Mannes teils stark beschädigt. Gerade das Antriebssystem war demnach zerstört worden. Im Inneren des Objekts habe sich eine Art Cockpit-Kanzel befunden, die in ihren Dimensionen veroffenbar zwergenhafte Wesen ausgelegt war. Das Material bestand angeblich aus einer völlig neuen Legierung. Good erwähnt auch einen Fall, bei dem ein Red Flag-Pilot aus Neugierde in den gesperrten Luftraum über Dreamland einbrang, wobei er dort angeblich von aufsteigenden Flugscheiben verfolgt und verjagt wurde. Der Radaroperateur Marc Barnes berichtete 1990 von ungewöhnlichen Radarreflexen aus der Gegend von Grumlacke, die auf einen schwebenden Körper hindeuteten. Das Objekt solle über Zeiträume von etwa einer Viertelstunde nahe zu bewegungslos in der Luft verharrt haben. Ungewöhnlich ist auch die Schilderung eines anonymen Oberst, der lediglich als Kolonne L, bezeichnet wird. Wie berichtet wird, positionierte dieser offiziell kurz vor geplanten Atomtests seismische Geräte in einem Gebiet westlich des Grumlacke. Fast gespenstisch klang es, als der ihn begleitende Wachmann davor warnte, sich später als 22 Uhr dort aufzuhalten. Denn an jenem Ort sei schon personell spurlos verschwunden. Am nächsten Morgen berichtete dann ein Techniker angeblich, dass sein Wagen nicht mehr angesprochen habe, die gesamte Fahrzeugelektronik sei offenbar lahmgelegt gewesen von derartigen Situationen im Zusammenhang mit UFO-Aktivitäten hören Untersucher übrigens immer wieder. Kolonne L, erfuhr noch von anderen Wachleuten über sehr seltsame Vorfälle dort. Wieder war. Stützpunkt der Auserirdischen. Die Rede von UFO-Aktivitäten zu später Stunde und dem Verschwinden von Menschen. L, schien in ein Wespennest gestochen zu haben. So versuchte ein anderer Sicherheitsmann, in der Einheit von, Kolonel L, unterzukommen, nachdem ihm die bedrohliche Situation auf seinem vorhergehenden Posten nach sieben Jahren über den Kopf gewachsen war. Als er sich um die Bereitstellung seiner Unterlagen kümmerte, fiel ihm aber auf, dass seine Personalakte aus jener Zeit abhanden gekommen war. Später verschwand er spurlos, so wird zumindest berichtet. Wenn man manche Berichte liest oder den Schilderungen lauscht, bekommt man gelegentlich wahrhaftig den Eindruck, dass, Dreamland, schwere Halluzinationen verursacht. Testet das Militär hier am Ende Psykowaffen? Dann allerdings wirken sie schon auf das Personal selbst. Schließlich stammt ja ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Darstellungen von Militärangehörigen. Und bald schon möchte man glauben, ungewöhnliche Vorfälle auf der Erie und rund um, Dreamland, würden an der Tagesordnung stehen. Dieser Eindruck trügt. Ich habe schon etliche Nächte an der Grenze von, Dreamland, erlebt, die sich im Nichts von dem unterschieben, was man an anderen Orten beobachtet. Andere Nächte freilich waren wegen des Lichtschauspiels militärischer Aktionen beeindruckend, doch erklärbar. Leider hatte ich bisher noch nicht die Chance, ein echtes UFO dort zu sehen. Ich werde allerdings bald noch auf glaubwürdige Beobachtungen zurückkommen, die teils erst von nicht allzu langer Zeit von Zeugen gemacht wurden, die mir bekannt sind. Diese Beobachtungen, wie sie mir aus der Welt von, Dreamland, geschildert wurden, machen es mir im Verbund mit zahlreichen anderen Fakten persönlich sehr schwer, nicht an UFOs zu glauben. Doch berichten Zeugen nicht nur über UFOs, die sich in dieser Wüstengegend immer wieder blicken lassen. Auch Außerirdische sollen sich gelegentlich zeigen. So berichtete mir der schon lange Jahre aktive UFO-Forscher Bill Hamilton einmal von einer Frau, die Kontakte zu Kreisen des Militärgeheimdienstes gehabt haben will. Sie erfuhr von einem überdurchschnittlich großen, grauen, einem Wesen, das den Beschreibungen aus Roosevelt entsprach, graue Haut, schlanke überlange Gliedmassen, ein für menschliche Verhältnisse überproportioniert großer Kopf, riesige Augen und so weiter. Einzig sei die Kreatur, die das Testgelände nicht nur einmal aufgesucht habe, zu groß für einen, Roosevelt aus Schairdischen, gewesen. Ein vollkommen unabhängiger Informant hat gleichfalls erwähnt, diese größer als großen grauen kleiner als gesehen zu haben, während er auf dem Nevada-Testgelände arbeitete, so teilte mir Hamilton damals mit. Geheimbasis Area 51 Zusammen mit seiner Frau Pamela Wübel Hamilton am 16. März 1993 in der Nähe von Area 51, direkt am Highway 375, grell leuchtenden Lichtern begegnet seien, die gefährlich nahe heranrückten. Dann, so sagt er, riss plötzlich der Zeitfaden ab. Die beiden Hamiltons konnten sich an nichts mehr erinnern. Als sie nach dem Erlebnis auf die Uhr blickten, konnten sie nicht fassen, dass mindestens eine halbe Stunde mehr vergangen war, als sie geschätzt hatten. Nach einem gemeinsamen Frühstück mit Glenn, der mir später erzählte, die beiden hätten wirklich, angeschlagen, gewirkt, fuhren sie nach Las Vegas, um dort mit John Lillard zusammen zu treffen. Der wiederum wusste genauso wie Hamilton, dass die Abfolge der Ereignisse nach einer jener typischen UFO-Entführungen klang. Menschen werden von Allocere-Disc hin zu medizinischen Experimenten in ein Raumschiff verbracht und nachher von den meist kleinen Grauenwesen wieder entlassen. Manchmal erinnern sich die Opfer an nichts mehr, sie wundern sich vielleicht lediglich darüber, dass irgendetwas mit der Zeit, nicht stimmt, dass sie ungewöhnlich abgespannt sind oder, merkwürdige Träume, haben. Oder, gelegentlich, finden sie unerklärliche Narben und andere Spuren an ihrem Körper, deren Herkunft sie sich nicht erklären können. Über UFO-Entführungen wurden zahlreiche Bücher geschrieben, und während dem Betroffenen früher fast ausschließlich ein müdes, mitleiges Lächeln zuteil wurde, gibt es mittlerweile immerhin selbst einige renommierte Universitätsgelehrte, die sich ihrer mit allem ernst angenommen haben, um herauszufiltern, was jene Erlebnisse auslöst. Oft versuchen UFO-Forscher, die Opfer mittels Hypnose zum Zeitpunkt ihres Erlebnisses zurückzuführen, um sie auf diese Weise möglichst realistisch wieder erleben zu lassen, was ihnen zugestoßen ist. Das Verfahren ist umstritten, wenn auch in keiner Weise, magisch, und dennoch in seiner Wirkung oft beeindruckend. Die hypnotisierten Wärme gehen sich plötzlich an kleinste Details zu erinnern, gerade in der tiefen Hypnose legen sie dabei durch oftmals ständige Selbstkorrektur bestimmter Formulierungen ganz merklich ungeheuren Wert auf Präzision in ihrer Darstellung. Und diese Effekt soll freilich möglichst ausgenutzt werden. Wer noch nie hypnotisiert wurde, kann dies alles unmöglich nachvollziehen. Auch mir fällt es schwer, mir die Situation tiefer Hypnose vorzustellen. Ich wurde nur ein einziges Mal von Professor James Harder in einen leichten Entspannungszustand versetzt, eine Art Hypnose-Vorstufe. Zu mir hatten wir bei unserem kleinen Experiment keine Zeit. Professor Harder, von Beruf Physiker und Ingenieur, ist ein bekannter amerikanischer UFO-Entführungsforscher, der unter anderem den Fall des Waldarbeiters Travis Wolken mit erforscht hat, der vor Zeugen einem leuchtenden Objekt begegnete und fünf Tage lang verschwand. Harder konnte durch Hypnose Wolkens interessante Details über. Bildtafel 1129. 130 Bildtafel 2. Bildtafel 3131. 132 Bildtafel 4. Bildtafel 5133. 134 Bildtafel 6. Bildtafel 7135. 136 Bildtafel 8. Bildtafel 9137. Bildtafel 9137. 138 Bildtafel 10. Bildtafel 11139. 140 Bildtafel 12. Bildtafel 13141. 142 Bildtafel 14. Bildtafel 15143. 144 Bildtafel 16. Sturzpunkt der Außerirdischen. Den Vorfall herausfinden. Im Falle Hamilton hatte sich John Lear dasselbe vorgenommen. Auch er hoffte, mit Hilfe der Hypnose mehr zu erfahren. Nun, bekanntlich ist bei John Lear große Vorsicht angesagt, wenn es um seine diversen UFO-Behauptungen geht. Würde er nicht wieder versuchen, Aria 51 Märchen zu produzieren? Wie die Hamiltons sagen, führte Lear nur Bill Hamilton hypnotisch zu jener Stunde des Zwischenfalls zurück. Pamela konzentrierte sich währenddessen darauf, alles zu notieren. Wir müssen uns auf ihr Protokoll verlassen. Demnach tauchte in jener Nacht über dem Ehepaar ein Diskus auf, der sie in gleisendes Licht tauchte. Schließlich ging von dem Objekt ein leuchtender Strahl aus und erfasste Bill. Während Pamela unten verharrte, ob sie vor Schreck gelähmt war oder von einer unbekannten Kraft gelähmt wurde, ist nicht klar, Bindestrich, wurde Bill in das Schiff gezogen. Dort begegnete ihm einer der großen Grauen, der sich ihm als ein Gewiesseher, Quala, zu erkennen gab. Bill beschrieb während der Hypnose, wie er in einem kuppelartigen Raum auf eine neigbare Metallplatte gelegt und untersucht wurde. Bei späteren hypnotischen Ruckführungen seiner Frau, die er zunächst selbst durchführte, brachte er in Erfahrung, dass auch sie offenbar eine merkwürdige Behandlung über sich ergehen lassen musste. Wenn wir den Beschreibungen weiter folgen, entwickelte sich die Situation bei ihr in folgender Weise, während sie wie erstarrt unter dem leuchtenden Diskus stand, bemerkte sie eines jener aus vielen anderen Schilderungen bekannten kleinen Grauen Wesen. Neben sich. Sie erinnert sich auch an einen Weißseen-Fan, von dem aus sie zwei Männer beobachteten. Das Wesen führte sie schließlich so weit zur Seite, dass ihr eigenes Fahrzeug die Sicht verdeckte. Als Pamela später noch einmal hypnotisiert wurde, diesmal von der Cerepoitin Yvonne Smith, kamen weitere Erinnerungen zum Vorschein. Sie erinnerte sich nun, dass jener Fann eine Art Richtantenne auf dem Dach hatte und sie in das Fahrzeug gebracht wurde, in dem zwei schwarz gekleidete Männer mit dunklen Baseballkappen auf sie warteten. Im Inneren des Fanns befanden sich elektronische Instrumente, und Pamela sah dort auch automatische Waffen. Die Männer tropften ihr eine Substanz ins Auge und führten eine undefinierbare Apparatur in ihr linkes Ohr ein. Bill Hamilton teilte mir mit, dass Pamela seit jenem Erlebnis in ihrem rechten Auge noch eine ganze Weile einen Fleck hatte. Sie brachte ihn mit einem bläulich-weißen Lichtstahl in Verbindung, der von jenem UFO ausgegangen sei und sie genau dort getroffen habe. Insgesamt ein Bericht, der geradewegs den X-Akten entstammen könnte. Was gibt es für Belege dafür, dass sich dies alles wirklich zugetragen hat? Dieser Frage folgt gewissermaßen berättes Schweigen. Wir können höchstens von Hinweisen sprechen. Glenn Campbell war meines Wissens der Geheimbasiserie 51. Erste, der mit dem Paar nach ihrem Erlebnis zusammentraf. Er hatte damals, wie schon erwähnt, den Eindruck, dass den beiden in jener Nacht tatsächlich irgendetwas Ernsthaftes, einschneidendes Wiederfahren sein muss. Sie schienen schockiert zu sein, auch wenn sie ihm nichts von einer Entführung erzählten. Glenn führte mich später zum Ort des Geschehens, einer für Zwischenstops gut geeigneten weiten Schotterfläche auf dem Highway 375, etwa bei Meile 26,1. Die Stelle sah insofern interessant aus, als sich in der Steppenlandschaft dort ein etwa 20 Meter großer, fast kreisrunder Bereich abzeichnete, an dem die Vegetation sich deutlich von der Umgebung unterschied. Sie war spärlicher, aber das, was dort wuchs, sah frischer aus. Doch was würde das schon belegen? Dummerweise wusste ich auch nicht, ob dieser Platz vor dem Erlebnis der Hamiltons bedeutend anders oder genauso wie jetzt aussah. Viel der merkwürdige Kreis den beiden fiel leicht schon damals auf, so dass sie ihn als Ausgangspunkt für ihre Geschichte wählten? Ich möchte das nicht unterstellen. Zumindest an jenem Abend war es wohl schon bei Ankunft der Hamiltons zu dunkel, als dass ihnen ein Unterschied in der Vegetation hätte aufgefallen sein können. Was den von Bill Hamilton erwähnten Punkt in Pamelas Auge angeht, so konnte freilich auch der alle möglichen Ursachen haben. So bleibt uns nicht mehr als ihr fraglos interessanter Bericht. Auffallend ist die angebliche Beteiligung von Menschen, offenbar Mitarbeiter einer geheimen Behörde. Beobachteten der Verfasser an der Hamilton-Entführungsstelle nahe dem, Extraterrestrial Highway 375, Aufnahme, Steifengeuss. Stützpunkt der Außerirdischen. Siehe die Aktionen der Außerirdischen oder inszenierte das Militär fiel leicht selbst ein Entführungsszenario, um von den eigentlichen Urhebern abzulenken. Die Hamiltons sind nicht die einzigen Entführten, die sich an die Anwesenheit von Menschen während derartiger Vorfälle erinnern. Warum zeigten sich auf Area 51 und im Umlandwesen, die zwar Gesichter hatten, wie jene Roswell, Grauen, aber von der Statur her viel größer waren, etwa so groß wie ein normaler Mensch. Interessant ist auch eine Formulierung von Bill Hamilton, wenn er die Augen jenes, qualar, beschreibt, auf seinen Augen war etwas, das aussah, wie schwarze Plastikabdeckungen, die sich wie bei Insekten zu den Seiten seines eiförmigen Kopfes hinzogen. Plastikabdeckungen. Betreibt das Militär wirklich einen Mummenschanz, um Zeugen vermittelt, außerirdischer, Deckerinnerungen, die vielleicht durch Halluzinogene verstärkt werden, später lächerlich zu machen? Doch zu welchem Zweck? Und wie ließ sich jener kleine, offenbar, authentische, außerirdische erklären, der bei Pamela stand? Und wie erklären sich die Aussagen anderer Zeugen, die am Himmel über Area 51 und auch an anderen Orten die unfassbarsten Objekte gesehen haben, deren Eigenschaften von heutiger Technologie unerreicht sind? Wie lassen sich offiziell dokumentierte Berichte über, unerwünschte, Landungen fremder Flugobjekte auf US-Militäranlagen erklären? Hören wir lieber wieder mit dem, wie, und dem, warum, auf, es gibt einfach zu viele ungelöste Fragen. Sie alle zeigen nur, dass tatsächlich ein bis heute ungelöstes Rätsel existieren muss, ein Rätsel, in dessen Zentrum sich ganz offenbar, Triemland, befindet. Oder ist es vielleicht umgekehrt? Irgendetwas ist jedenfalls dort draußen. Kapitel 8 S4 Der 28. Juni 1982 war ein besonderer Tag in der Atomstadt Los Alamos in New Mexico. Der ungarisch-amerikanische Physiker Edward Teller sollte an diesem Tag einen Vortrag gegen die Anti-Atom-Bewegung halten, und der für diese Veranstaltung vorgesehene Hörsaal war bis auf den letzten Platz mit Besuchern gefüllt. Professor Teller ist unzweifelhaft ein, Gigant der Wissenschaft. Doch auch sein politischer Einfluss war gewaltig, größer wohl als der eines jeden anderen Physikers in unserem Jahrhundert, inklusive Albert Einstein. Edition, Binderstrichwort Teller machte im Wortsinne eine, Bombenkarriere, und war über Jahrzehnte ein konstanter Faktor im Bereich gefährlichster Kriegs- und Waffentechnologie, wobei er seine Pläne stets auf höchster Ebene durchzusetzen vermochte, egal wer gerade im Weißen Haus, im Pentagon und an anderen Top-Adressen das Sagen hatte. In den 40er Jahren trieb er den Bau der Atombombe in Los Alamos während des Manhattan-Projekts entschieden voran, gründete im folgenden Jahrzehnt die Lawrence Livermore-Laboratorien, wiederum Geburtsstätten schrecklicher Waffensysteme, und verwirklichte schließlich auch seinen, Traum, die Wasserstoffbombe, als deren, Vater, er gerne und zu Recht bezeichnet wird. Für Teller war demnach die Abrüstung eine Schreckensvision, stets und immer fortversuchte er die existentielle Notwendigkeit eines schlagkräftigen Militärs zu propagieren. In Ronald Reagern fand er einen handlungsbereiten Partner, beide Männer kannten und schätzten sich bereits Jahre, bevor Reagern zum Präsidenten gewählt wurde. So konnte Teller sein als, Krieg der Sterne, das heißt, Star Wars, populär gewordenes SDI-Projekt realisieren, innerhalb dessen seine Visionen wie die aktive kosmische Schrotsalve, Brillant Peplies, oder der schon erwähnte Hündgen-Laser, Excalibur, Mehr- und Mehrgestalt-Annamen. Geheimbasis-Ärie 51. Kein Wunder, dass Teller nur bei einer Minderheit beliebt war. In den Augen der Öffentlichkeit war er Dr. Strange Love, der geisteskranke Forscher, der die ultimative Vernichtung anstrebte. Der ebenfalls im Manhattan-Projekt tätige Nobelpreisträger Isidore Irabi sah in Teller eine, Gefahr für alles, was wichtig ist, und war überzeugt, es wäre ohne Teller eine bessere Welt gewesen. Noch deutlicher drückte es der berühmte, 1994 verstorbene Chemiker Linus Polling aus, der neben einem Chemie-Nobelpreis auch noch den Friedens-Nobelpreis erhielt, Edward Teller ist der gefährlichste E-Mann der Welt. Er war besessen, besessen von seiner Idee, besessen von seiner Arbeit und besessen von ständiger Leistungssteigerung. Allerdings würde diese Beschreibung seiner komplexen Persönlichkeit nicht gerecht werden, und manch einem musste Teller nicht nur wie Dr. Strange Love erscheinen, sondern auch wie der gespaltene Dr. Dr. Jekyll, der seine finstren Seiten in Form des Dr. Hüde freizusetzen vermochte. Hier war es eher umgekehrt. Der, andere, etwa Teller konnte stundenlang Klavier spielen, schrieb Gedichte und liebte Süßigkeiten. Auch die Art und Weise, mit Menschen umzugehen, war von Fall zu Fall sehr verschieden, wobei vielleicht Tellers sehr kontroversen Natur allgemein auch auf sein ungarisches Temperament zurückzuführen ist. Doch nichts täuschte darüber hinweg, in erster Linie war Teller ein genialer, dämonischer, hintersinniger und mächtiger Mann. Eine hogexplosive Kombination. Kaum jemand war so tief und so lange verstrickt in die geheimsten Projekte der Nation. An jenem Sommertag im Jahr 1982, an dem Teller seinen mit Spannung erwarteten Vortrag halten sollte, kam es möglicherweise zu einer Begegnung, die Jahre später unglaubliche Folgen haben sollte. Die Geschichte, von der jetzt die Rede sein wird, ist allerdings nicht belegt. Etwa Teller jedenfalls hat sie mit einigen recht merkwürdigen Umschreibungen abgestritten. Was aber soll nun angeblich geschehen sein? Teller hatte noch etwas Zeit, bevor er seinen Vortrag begann. So besorgte er sich im Foyer noch eine Tageszeitung, den Los Alamos Monitor, und überflog die Schlagzeilen. Eine davon lautete, L.A. Mann Johans Sijet Seed, at 200 miles an hour. Der bebilderte Artikel, verfasst von Terry England, handelte von einem Mann aus Los Alamos, nicht Los Angeles, wie das, L.A., in der Überschrift vielleicht nahe legen könnte, der einen gewöhnlichen Honda CR-X mit einem Raketenantrieb ausgestattet hatte. Dieser Antrieb sollte effektiver als jeder andere wirken und sogar weniger als nur ein Viertel der üblichen Treibstoffmenge verschlucken. Auf einem Trockensee hätte der allerdings für hohe Geschwindigkeiten nicht prädestiniert der Honda ein Tempo von etwa 320 Stundenkilometern erreicht. Der Erfinder soll ein gewisser Robert Lassar gewesen sein, Physiker am Forschungsinstitut für S. 4151 Mesonenphysik in Los Alamos, Los Alamos Meson Physics Facility Während Tellerlass, ging ein junger Mann auf ihn zu, der ebenfalls begierig darauf war, die gewiss wieder heiß umstrittenen Ausführungen des berühmten Physikers zu verfolgen, und nutzte die günstige Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen. Er meinte mit einem Ton der Beiläufigkeit, übrigens, der, von dem Sie da gerade lesen, das bin ich. Teller blickte auf und meinte freundlich, das sei ein wirklich sehr interessanter Artikel. Da noch ein bisschen Zeit übrig war, gingen Teller und Lassar noch in ein den Konferenzräumen angegliedertes Café und unterhielten sich über das Raketenauto mit seinem flüssig Prappanantrieb, dem Gerosen-Nachbrenner und die produzierte Schubleistung. Lassar schien dem, Vater der Wasserstoffbombe, offenbar recht sympathisch zu sein, vielleicht auch wegen seines Namens, der in Ungarn häufig anzutreffen ist. Doch nun verabschiedete sich Teller, denn jetzt war die Zeit für seinen Vortrag gekommen. Skizze des von Bab Lassar beschriebenen, Sportmodells. Archivbild UFO-Kurier. Die Begegnung mit Teller sollte für Robert Lassar erst einige Jahre später wirklich wichtig werden. Er hatte sich zwischenzeitlich selbstständig gemacht und betrieb ein Fotogeschäft in Las Vegas, das auch viele Aufträge für Immobiliengutachter erfüllte. Einer seiner Kunden dieser Branche war ein gewisser Genehaff, der mit der Zeit der engste Freund Lassars wurde. Er beschreibt Lassar als einen vielseitigen, in allem seinem Tun und Handeln nur auf das sinnvolle konzentrierten, produktiven Menschen, der keine Minute seines Lebens mit irgendwelchen Oberflächlichkeiten vergeudete. Baseball interessierte ihn genauso wenig wie das Neueste im Kino, und der Fernseher lief bei ihm nur, wenn es gerade Nachrichten gab. Allerdings ist fraglich, ob Lassars jährliche Party, Desert Blast, die mit lauter Rockmusik und einem höchstexplosiven Feuerwerk eigener Produktion einhergeht, auch in die Gattung, sinnvoll, fällt. Geheimbasiserie 51 Doch irgendwie hat bei Lassar alles mit Technik zu tun, ob nun Raketenantriebe, schnelle Sportwagen, Computer oder alle möglichen elektronischen Experimente. Lassars neuestes Projekt ist ebenfalls technischer Natur und ziemlich ausgefallen. Im Frühjahr 1998 kaufte er einen alten aufgelassenen, F-Missile-Silo bei Roswell, um dort zusammen mit einem Kollegen namens Jon Fahad eine stabile Nachbildung der Marsatmosphäre zu schaffen. Mittels dieses Projekts, Terraform, soll es der Wissenschaft möglich werden, die rote Welt des Planeten Mars direkt hier, auf der Erde, sehr detailliert zu erforschen. Doch zurück ins Jahr 1988. Haff erinnert sich, dass, Bab, Sefotogi, wie man Lassar unter den Gutachtern auch nannte, mehr und mehr das Interesse an seinem Geschäft verlor und sich in die Wissenschaft zurücksehnte. Er begann daher Bewerbungen zu verschicken, um wie früher, als er bei Fairchild Electronics in Kalifornien oder eben auch in Los Alamos arbeitete, wirklich gefordert zu sein und seinem eigentlichen Beruf als Physiker nachgehen zu können. Natürlich erinnerte er sich auch an sein kurzes Gespräch mit Edward Teller, der ihm sicherlich einen geeigneten Job verschaffen konnte, wenn er nur wollte. Deshalb schickte er ihm einen Brief. Und tatsächlich, Teller meldete sich bald darauf telefonisch bei Lassar, um ihm einen Tipp zu geben. Teller meinte, er sei nun nicht mehr aktiv in der Forschung tätig, sondern habe Beratungsaufgaben übernommen, gab ihm aber den Namen eines Mannes und eine Telefonnummer, unter der er ihn anrufen sollte. Und damit kam der Stein ins Rollen, der letztlich in das wohlgeheimste aller geheimen Projekte führte, dass man sich vorstellen kann, die UFO-Forschungseinrichtung auf dem S4-Gelände nahe Papuoselake, so behauptet er zumindest. Auf den folgenden Seiten werden Sie seine außergewöhnliche Geschichte kennenlernen, zunächst hauptsächlich aus seiner Perspektive und laut den Beschreibungen von Genehaf. Diese Geschichte ist sehr komplex und verkettenreich. Wenn man sämtliche Aufzeichnungen und Äußerungen betrachtet, entsteht ein wirklich lebensechtes Bild. Wie sich noch zeigen wird, lassen sich einige Aspekte, einige Fakten und einige Behauptungen Lassars nicht nachprüfen, manchmal aus unerfindlicher Gründen. In anderen Punkten irrt er sich oder macht falsche Angaben. Er musste deswegen scharfe Kritik einfahren, und nicht wenige halten ihn für einen Schwindler. Andererseits, so stellt Glenn Campbell fest, müsste Lassar schon einen Supercomputer als Gehirn besitzen, um seine Erlebnisse und alle Details über Jahre hinweg stets in der gleichen Weise wiederzugeben. Glenn hat mir nach seinem intensiven Studium des, falls Lassar, auch nicht nur einmal gesagt, dass Lassars Bericht in seiner Gesamtheit viel komplexer ist als die meisten Romanii, dass er Vorfälle und Begebenheiten enthält, auf die normalerweise kein. S. 4153 Mensch kommt, wenn er sie nicht auch erlebt hat. Doch werfen wir jetzt erst einmal einen Blick auf diese Erlebnisse, ganz einfach so, wie sie heute bekannt sind. Bis Robert Lassar davon erfahren sollte, was sein eigentlicher Auftrag war, dauerte es zunächst noch eine ganze Weile. Jedenfalls tätigte er seinen Anruf und wurde daraufhin in ein mittlerweile angeblich abgerissenes Gebäude des so geheimnisvollen Konzerns EG&G geführt, um dort sein Einstellungsgespräch hinter sich zu bringen. Natürlich stellte man ihm nicht nur einige persönliche Fragen, sondern vor allem auch etliche Aufgaben technischer Natur. Obwohl dabei komplizierte Dinge angesprochen wurden, löste Bab die ihm vorgelegten Probleme und war daher berechtigt erwäße zuversichtlich, den Job zu bekommen, egal, um was es da eigentlich gehen sollte. Schließlich hatte er mit seinem Können einiges Staunen ausgelöst. Doch gerade das war der Haken. Er sei einfach für die vorgesehene Stelle überqualifiziert, das wäre nichts für ihn. Also bekam er sie auch nicht. Im Mähren machten die Leute bei EG&G im Hoffnungen, dass sie ihn wohl anderswo würden einsetzen können. Sie wollten wissen, was ich für private Interessen hätte, erklärt Lassar und meint, es habe sie wirklich beeindruckt, als er ihnen von seinem Teilchenbeschleuniger erzählte, den er selbst gebaut und in seinem Schlafzimmer untergebracht habe. Ganz ohne Ergebnis war das Gespräch somit nicht gewesen, sofern das nicht einfach leere Versprechungen gewesen waren. Doch schließlich trug die Sache Früchte. Lassar erhielt einen Anruf und die Stimme am anderen Ende der Leitung erklärte ihm, alles sei geregelt, für ihn gäbe es da einen Job auf einem außerhalb der Stadt befindlichen Gelände, wo er an Antriebstechnologie arbeiten würde. Lassar hatte damals schon von RI 51 gehört und horchte auf. Könnte es sein, dass er wirklich an geheimer Flugzeugtechnologie arbeiten sollte, an so besonderen Jets wie der SR 71 und anderen schwarzen Projekten? Alles schien doch darauf hinzudeuten. Schließlich begann ja bereits hier einige Geheimniskrämerei. Denn auch wenn das Einstellungsgespräch in einem EG&G-Gebäude stattfand, so war laut Lassar EG&G lediglich der Verhandlungsort, nicht aber sein eigentlicher Arbeitgeber. Das wiederum war das, Office of Naval Intelligence, UNE, also der Marinegeheimdienst. Natürlich kann es sein, dass EG&G seine Projektbeteiligung nicht durchblicken lassen wollte oder durfte. Jedenfalls meinte Lassar einmal auf die Frage, ob er irgendwo später, als er auf S4 tätig war, dort Namensschilder, Embleme oder Schriftzüge gesehen hätte, die auf EG&G hinweisen würden, nein, aber ich weiß, dass EG&G nichts damit zu tun hatte. Das ist das einzige Licht, das ich darauf werfen kann, da ich es ihnen gegenüber einmal angesprochen hatte. Geheimbasis Area 51. Denn dort fand ja das Gespräch statt, in dem EG&G-Gebäude, und ich dachte, das Ganze sei Teil eines EG&G-Projektes. Und ich denke, es war den es, der gesagt hat, sie ließen größer als diese Leute kleiner als eckige Klammer auf von EG&G-Eckige Klammer zu nirgends in die Nähe. Undurchschaubarkeit, das schien überall die Devise zu sein. Und ständige Kontrolle. Auf dem EG&G-Terminal am Kkaran Airport wurde Lazar mit seinem Sicherheitsmann und unmittelbaren Vorgesetzten Dennis Mariani bekannt gemacht, der trotz seiner zivilen Kleidung ein eher militärisches Auftreten und Aussehen besaß. Mariani, etwa Mitte 30, vielleicht auch Anfang 40 Jahre alt, war nicht sehr groß, blond und trug einen recht knapp bemessenen Schnauzbart. Er sollte fortan für Lazar zuständig sein. Von Las Vegas aus flogen sie auf dem, üblichen, Weg hinaus und landeten auf Gromlake. Lazar erklärte später, der Gedanke daran, dort zu arbeiten, sei fantastisch gewesen. Doch andererseits meinte er einmal in einem Interview, tatsächlich kenne ich einige Leute, die auf RRI51 gearbeitet haben, und so dachte ich nicht, dass es ein extrem geheimes Projekt sein würde, jedenfalls nichts, das mit außerirdischer Technologie zu tun haben würde oder so etwas. Eigentlich hätte er ja mit Blick auf seinen von ihm vermuteten neuen Arbeitsplatz schon von einem außergewöhnlichen Projekt ausgehen können, und offenbar war er selbst hin und her geriesen, eben weil er nichts Gewisses wusste. In einem anderen Interview nämlich sagte Lazar, während des Vorstellungsgesprächs sei es auch um das Thema, Schwerkraft, gegangen, worus Lazar folgerte, es würde wohl um irgendeine Form von Kraftfeldantrieb gehen und um ein sehr geheimes Projekt in der Wüste. Immerhin, nun war er dort, in der schwarzen Welt, mitten auf RRI51 und das bekam er auch sofort zu spüren. Gene Haff, der später von Lazar die gesamte Geschichte bis ins letzte Detail erfuhr und bestimmt mehr über, Bab, Sefotogi, weiß als jeder andere, berichtet davon, dass Lazar unmittelbar nach Ankunft auf der Geheimanlage einige ungewöhnliche Donnerstag, Binde-Komente unterschreiben musste. Aber was war schon nicht ungewöhnlich in dieser Umgebung? So erwarteten seine neuen Arbeitgeber von ihm, seine gesamten Bürgerrechte sozusagen am Eingang abzugeben. Diese verfassungswidrige Forderung wurde von einer Ausnahmebestimmung Ronald Ria ganz legalisiert. Lazar sollte sich ab diesem Zeitpunkt auch der uneingeschränkten Überwachung aussetzen. Im Dienste der Sicherheit müsse er sein Telefon der Überwachung freigeben und sich mit unangemeldeten, kurzfristigen Haus- bzw. Fahrzeugdurchsuchungen einverstanden erklären. Lazar wurde abschließend noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, sich an alle Abmachungen und Bestimmungen zu halten. Seine sehr hohe zivile Sicherheitsfreistellung, wie er sie noch aus der Zeit von Los Alamos innen hatte, eine, Q-Clearance, war für seine jetzige Tätigkeit. S 4155 Bereits in Las Vegas wieder aktiviert und zusätzlich um 38 Stufen aufgestockt worden, nach einer Reihe von Überprüfungen seiner Pearson-Tag. Diese Einstufung mag utopisch und völlig aus der Luft gegriffen clean gehen, doch ist es eine Tatsache, dass geheime Informationen in ein kompliziertes System aus übereinanderliegenden Stufen und parallelen Abschnitten eingeteilt sind, was zahlreiche Gradationen und Codes erforderlich macht. Dabei ist der Zugang zu bestimmten Informationen nicht nur an ein bestimmtes Level oder Projekt gebunden, sondern oft in engen Grenzenaufgaben oder abteilungsgebunden. Dieses System spiegelt sich wieder in den Einstufungen geheimer Dokumente. Aufgrund dieser Unterteilung in Der Sinn der Sache ist an sich, den Zugang zu bestimmten Informationen nur auf den Personenkreis zu beschränken, der diese Informationen zur Erfüllung seiner Aufgaben unumgänglich benötigt. Wer eine To-Secret-Clearance besitzt, ist somit noch lange nicht befugt, Einsicht in jede streng geheime Verschlusssache zu nehmen. Und entsprechend kommen zahlreiche Codierungen zustande. In diesem Zusammenhang bemerkt der amerikanische Autor James Bamford, zusätzlich zu Codewörtern, wie das Level der Sensitivität angeben und die Informationsquelle, gibt es Codewörter für spezielle Operationen. Holistone und Desktop beispielsweise bezeichnen verschiedene hochsensitive Untersee-Operationen. Im Wesentlichen ist jedes Codewörter eine eigenständige, hochspezialisierte Einheit. Zugang zu Gamma gilt gibt keinen Zugang zu Gamma-Gut, genauso wie Zugang zu Holistone nicht automatisch auch Zugang zu Desktop erfordert. Jeder Bereich erfordert getrennte Anweisungen, Indoktrinationen und Eide. Oft enthält ein Dokument Bezugnahme auf eine Anzahl von Operationen und Quellen und trägt eine schwindelerregende Klassifikation wie TOP-Secret-Umbra-Gamma-Gant-Holistone-DeskTab. In einem solchen Fall muss der Leser für jede Kategorie eine Freistellung und Berechtigung erhalten haben. Die Bezeichnung DeskTab legt auch einen Vergleich nahe. Das ganze System ist letztlich ein Ordnungsschema wie es zum Beispiel auch in den diversen Verzeichnissen, Unterverzeichnissen, Dateienblöcken mit ähnlichen Namen und einzelnen Dateien in einem Computer verwirklicht ist. Stellen Sie sich vor, Sie würden für jede Datei oder zumindest jeden Block mit bis auf einen Buchstaben gleich lautenden Dateien ein eigenes Passwort benötigen, weil viele Personen den Computer benutzen, kommt das der oben beschriebenen Situation einigermaßen nahe. Je nach dem Charakter des hypothetischen Systems, ob es beispielsweise Informationen einer Firma enthält oder aber einfach private Einträge der einzelnen. Geheimbasiserie 51 Wird die Frage zu beantworten sein, ob Personen existieren, die alle Passwörter kennen? Und wie sieht es in der Realität aus? Gibt es hier jemanden, der über alle Passwörter verfügt? Wahrscheinlich nicht, dafür dürfte das System zu komplex sein. Manche haben die Geheimhaltung auch mit einer unterirdischen Basis verglichen. Mit jedem Stockwerk, das ein Mitarbeiter tiefer hinabgelangt, wächst die Stufe der Geheimhaltung und Verschwörung. Ein schönes, anschauliches Beispiel. Mehr aber wohl auch nicht. Denn diese Vorstellung scheint wenig mit der Realität zu tun zu haben. Auf derselben physischen Ebene, auf ein und demselben Stockwerk können unterschiedliche Geheimhaltungsstufen existieren. Jemand, der zum Beispiel auf Ebene X zu einem Raum A Zugang hat, wird daher nicht automatisch in der Ebene darüber, X einem, jeden beliebigen Raum betreten dürfen oder die Räume B, C, D Auf der X-Ebene. Für die Zugangsberechtigung spielt eben neben der erforderlichen Klärens das, mit Tono, eine Rolle, die Notwendigkeit, bestimmte Informationen zur Ausübung der abverlangten Tätigkeit zu erhalten. Nachdem Robert Lazar auf RIO 51 noch einmal darauf hingewiesen worden war, seinen Sicherheit seit zu befolgen und zu ehren, sowie sein allgemeines Verhalten stets zu beobachten, schien der erste Vorbereitungsteil soweit abgeschlossen zu sein. Mariani und er stiegen in einen Bus mit geschwärzten Seitenscheiben und fuhren etwa 20 Minuten oder eine halbe Stunde lang auf einer offenbar recht schlecht befestigten Schotterstraße. Dann erreichten sie papplose Lacke. Durch die Frontscheibe des Bussees konnte Lazar gerade noch ein Schild vorbeiziehen sehen, auf dem etwas wie, RIO S4, oder, TEC RIO S4, stand, wobei das, es, möglicherweise, seit, Ort-Gelände, bedeutete. Diese Anlage bestand aus Gebäuden und Hangars, die in den Berg hineingebaut, getarnt und bestens bewacht waren. Überall standen schwer bewaffnete Wachen. Lazar musste bald feststellen, dass hier starker psychischer Druck auf allen lastete, die an dem Projekt beteiligt waren. Auf je einen Wissenschaftler kamen drei Wachleute. Unterhaltungen waren weitgehend verboten und Einschüchterung stand-off der Tagesordnung. Lazar erwähnte einmal sogar, dass Methoden der Folter und Anwendung von Drogen zu den tatsächlich eingesetzten Mitteln gehörten. Er wurde überall hin begleitet, sogar auf der Toilette war ein Sicherheitsmann zugegen. Die Leute, die auf S4 tätig waren, trugen eine Nadel mit der Aufschrift, M.A.J., und auch Lazar erhielt diese Identifikationsmarke mit dem diagonalen, hell- und dunkelblauen Streifen. Beide Inistenz im Gegensatz dazu die volle Bezeichnung, Majestic, auf der Nadel. Einige halten diesen von Lazar erwähnten Bezug auf die schon angesprochene UFO-Geheimgruppe, Majestic, oder, MJ-12, für unglaubhaft, da sie auch auf ein paar S4157 Seiten eines als streng geheim eingestuften und größtenteils als Fälschung angesehenen Informationspapiers für Präsident Eisenhower zitiert wird. Auch Tim Gutt hielt das für, zu schön um wahr zu sein, gerade weil er sich selbst ausführlich mit diesen Dokumenten befasst hatte. Lazar bestätigte indirekt die Existenz dieser Gruppe. Indirekt deshalb, weil auch er nie wusste, ob er nun für die echte Majestic-Gruppe arbeitete oder nicht. Zwar trug er ein entsprechendes Ansteck-Emblem, doch gab er selbst zu bedenken, dies alles könnte ein interner Scherz der Mannschaft von S4 gewesen sein. Gutt verweist allerdings auf eine Steuerbescheinigung Lasers aus dem Jahr 1989, aus der sowohl der Code MAJ hervorgeht, als auch, dass er für das US Department of Naval Intelligence tätig war. Lazar musste noch einige medizinische Tests über sich ergehen lassen, um herauszufinden, ob er auf gewisse Substanzen allergisch reagieren würde. Allerdings sagte ihm niemand, was für Substanzen das waren. Nach diesem Test führte ihn Mariani in einen Informationsraum, legte ihm einige umfangreiche Ordner vor und ging hinaus. Als er die Tür schloss, bemerkte Lazar darauf ein Poster, auf dem eine typische, fliegende Untertasse, zu sehen war. Ein Schriftzug lautete, sie sind hier. Lazar dürfte sich in diesem Moment wohl gefragt haben, unter was für Witzbeute er hier geraten war, die offenbar eine Vorliebe für alle möglichen Scherzartikel über Auseriodische besaßen. Wahrscheinlich aber sollte das alles unter Insidern Anspielungsweisen nur einen gewissen Stolz über die utopischen Fluggeräte zum Ausdruck bringen, die auf RE-51 und sicherlich auch auf S4 getestet würden. Als Lazar dann allerdings einen ersten Blick in die Ordner warf, die vor ihm lagen, wurde die Geschichte schon sehr seltsam. Hier fand er großformatige Hochglanzfotos von neun unterschiedlichen, fliegenden Untertassen, und zahlreiche Unterlagen über alle denkbaren Aspekte der Präsenz außerirdischer Wesen auf unserem Planeten. Alles in allem bekam er rund 120 Schriftstücke zu Gesicht, darunter auch Fotos von außerirdischen. Das waren mehr oder weniger Autopsieberichte, erläutert Lazar, im Wesentlichen Ansichten von Oberkörpern, bei denen die Brusthöhle geöffnet war und einige Organe auf der Seite lagen. Die meisten Fotos zeigten Organe oder, wie ich eigentlich sagen sollte, das Organ. Was aber hatte das mir mit zu tun? Ich habe keinen medizinischen Background. Ich bin in Biologie sehr schwach. Und ich finde es schwer zu glauben, dass dies nur zufällig dazu gelegt worden war. Ging das nicht alles ein bisschen zu weit? Der Radiojournalist und UFO-Forscher Ralf Steiner fragte Lazar während eines Interviews, wie sich denn solches Material, das immerhin authentische Bilder fremder Wesen zeigte, mit der Sektionierung von Information vertragen würde und der Tatsache, dass Lazar's spezielle Aufgabenbereich schließlich nicht im medizinischen, sondern im technischen Bereich zu suchen sei. Lazar gibt seinerseits allerdings auch gar nicht vor, auf alles eine Antwort zu wissen. Oft sagt er, ihm sei vieles selbst genauso rätselhaft und er besitze keinerlei Erklärung. So bleiben demnach auch für ihn viele wesentliche Hintergründe und Zusammenhänge im absoluten Dunkel der schwarzen Welt. Auf Steiners Nachhaken konnte er ebenfalls nur spekulativ reagieren und meinte, das ist eine Frage, die ich nie zu beantworten imstande gewesen bin. Aber ich sage nochmal, es gab keine kompletten Informationen über alles. Das war dort wie eine kurze Einführung, vielleicht jeweils eine bis anderthalb Seiten über viele Dinge, die vor sich gingen. Nun habe ich viele Theorien darüber gehört, und einige habe ich mir selbst zurechtgelegt. Vielleicht geht es nur darum, die anfängliche Neugierde etwas zu befriedigen. Lazar hat sicherlich recht, wenn er sagt, dass die Wissenschaftler auf S4 bestimmt nicht völlig ahnungslos an den außerirdischen Raumschiffen her umbasteln würden, ohne vielleicht doch einmal zu fragen, ach, mal ganz nebenbei gefragt, sind das vielleicht die größer als Allianz kleiner als. Deshalb gab das S4, Binderstrich Managment, wie er glaubt, lieber wenigstens ein paar einigermaßen zufriedenstellende Antworten, nach dem Motto, das ist im Grunde das, was vor sich geht, und nun halten sie den Mund und stellen keine weiteren Fragen, als zu sagen, arbeite nur an der fliegenden Untertasse und stelle nur ja keine Fragen, wir sagen dir gar nichts. Lazar hatte den Eindruck, dass der Raum, in dem er sich gerade befand, als erste Informationsstelle für jeden Wissenschaftler und Techniker eingerichtet war, der auf S4 arbeiten sollte, egal ob Ingenieur, Mathematiker, Biologe oder Physiker. Jeder erhielt dasselbe Informationsmaterial zum Studium vorgelegt. Immerhin war das alles so umfangreich, dass Lazar lediglich die Teile intensiver durcharbeitete, die später für seinen Aufgabenbereich wichtig werden könnten, für die Erforschung des Antriebssystems eines der neuen fremden Objekte. Das andere Material beinhaltete Informationen über Langzeitexperimente, die Herkunft der außerirdischen und unter anderem auch Angaben zu einer ganzen Reihe von Geheimprojekten, die für, MAJ, von Bedeutung waren. Ein Programm widmete sich dem Testflug von UFOs, was sehr nach, Redleid, Klang, aber doch einen anderen Namen trag, Galileo. Wenn man aber einmal daran denkt, wie an geheimen Forschungsstätten intern nur so mit verwirrenden Codebezeichnungen und Projektnamen, hier umgeworfen, wird, dann wäre eine ähnliche Gewohnheit sicherlich auch vorstellbar. Lazar erinnert sich auch an die Nennung eines, Project Sidekick, bei dem es um eine hochenergetische Strahlenwaffe gehen soll. Die Kurzbeschreibung davon klang mehr als gewagt, im Grunde sollten hier Neutronenstrahlen von einer Gravitationslinse fokussiert werden, wobei diese Linse S4159 wohl sicherlich keine der natürlichen im Kosmos vorkommenden sein konnte. Looking Glass, war ein ebenso radikales Projekt, über das Lasser einige kurze Bemerkungen vorfand. Hier ging es um die Erforschung von Möglichkeiten, in der Zeit zurückzublicken. Und alles schien irgendwie mit der außerirdischen Technologie im Zusammenhang zu stehen, denn warum sonst hätten sich diese Informationen in den Ordnern befunden? Allerdings fand der sicher immer überrascht, hier erlarsah nirgends einen Hinweis darüber, wie das US-Militär in den Besitz der fremden Lebensformen und der Raumschiffe gekommen war. Eine Frage, die ihm auch niemand beantwortete. Immerhin aber wurde, wie vorhin erwähnt, der Herkunftsort der Kids, beschrieben, eine recht überhebliche Bezeichnung für die kleinen grauhäutigen Wesen, die sich auf S4 eingebürgert hatte. Angeblich stammten die außerirdischen aus dem Sternbild Retikulum, kurz auch Ret oder Reti genannt. Der Name bedeutet, Netz, und soll an das Fadenkreuz eines Vermessungssteleskops erinnern, was davon zeugt, dass dieses Sternbild vor noch nicht allzu langer Zeit geschaffen wurde, von Einnehmabe de la Cahille. Das zeigt auch, wie willkürlich Sterne zu Gruppen zusammengefasst wurden, was sich in den Entfernungen widerspiegelt. Jota Retikuli ist über 500 Lichtjahre entfernt, während Ceta Retikuli in, nur, 37 Lichtjahrendistanz leuchtet. Er zählt damit zu den sonnennächsten Sternen. Und genau von Ceta sollen die fremden stammen. Ceta Retikuli bildet ein Doppelsystem, das aus zwei Sternen besteht. Beide sind unserer Sonne recht ähnlich, bezüglich Größe, Masse, Leuchtkraft und demnach natürlich auch Spektraltyp, der, wie Astronomen sagen, geringfügig, früher, als der unserer Sonne und mit der Aussendung einer vergleichsweise stärkeren Ultraviolettstrahlung verbunden ist. Von südlitschen Breiten aus kann das Ceta Retikuli paar bei klarer Sicht gerade noch ohne Fernrohr gesehen werden, nahe der großen Magellanzchen Wolke. Ceta 1 und Ceta 2 sind voneinander mehr als tausendmal mehr, weiter entfernt als die Erde von der Sonne und stehen auch am irdischen Himmel relativ weit voneinander getrennt. Beide Sterne sind tatsächlich geeignete Orte für Planetensysteme, Astronomen vermuten das schon länger. Interessanterweise wurden im Herbst 1996 Hinweise auf einen Planeten um Ceta 2 gefunden, genau denjenigen der beiden Sterne, der in den Laser vorgelegten Dokumenten als Heimatort genannt wurde. Angeblich sollen die, grauen, vom vierten Planeten des dortigen Systems stammen. Der nunmehr neu entdeckte Planet sollte in nur 20 Millionen Kilometer Abstand um Ceta 2 kreisen und eine Maße von etwa einem Viertel des Jupiter besitzen, also schon ein mächtiger Brocken sein. Er käme aus mehreren Gründen für die Entwicklung von Leben kaum in Frage. Trotzdem begannen einige herumzurechnen. Sie Geheimbasis Area 51 Interpretierten eine astronomische Regel, wie sie eingeschränkt im Sonnensystem für die Planetenabstände gilt, als Gesetz und übertrugen sie auf das Ceta-System, völlig unzulässigerweise und auch noch grob vereinfacht. So fanden sie heraus, dass eigentlich ziemlich genau in der Entfernung, die unsere Erde von der Sonne trennt, auch ein Planet um Ceta 2 kreisen müsste. Doch war das eher ein Zufallsergebnis. Da diese Regel, hier bei uns, nur Anhaltswerte liefert und niemand die wirklichen Gesetze kennt, die hinter der Staffelung, unserer, Planetenabstände stehen, kann man die Regel nicht einfach auf das andere System übertragen. Ich habe einmal eher spaßes halb eher versucht, die einfache empirische Formel unter Berücksichtigung des neuen Planeten und seiner Entfernung einigermaßen sinnvoll an Ceta 2 anzupassen. Dabei kommt zwar kein Planet heraus, der in Erdentfernung steht, aber das muss auch nicht unbedingt der Fall sein. Zwei Planeten hätten wohl eine der Erde relativ ähnliche Bahngröße. Einer würde demnach in Prozent der Distanz Erde, Sonne kreisen und einen Umlauf um Ceta 2 in rund 230 Tagen beenden, der andere wäre bei L,34-facher Erdentfernung etwa 560 Tage und herwegs. Wenn sie ungefähr so groß wie unsere Erde wären, könnten sie eventuell für Leben in Frage kommen. Wie gesagt, diese Rechnungen fußen alle auf hochspekulativen Annahmen. Sehr bald nach der Entdeckung wurde dann der Fund jenes Ceta 2 Plan, Binderstrich Nähten wieder dementiert, man habe die astronomischen Messdaten fehlinterpretiert, offiziell, ist der neue Planet wieder aus der Liste gestrichen. Das alles geschah so schnell, dass einige UFO-Forscher eine Verschwörung vermuteten. Ob nun der Planet existiert oder nicht, sei vorerst dahingestellt. Doch immerhin könnten um Ceta 2 tatsächlich Bedingungen für die Entwicklung von intelligentem Leben herrschen. Einen Hinweis könnte es sogar dafür geben, dass die Grauen, wirklich Reticulander, sind, die großen, sehr dunklen, Membranen, die von Zeugen beschrieben werden, könnten sich im Verlauf der retikulanischen Evolution als natürlicher Schutz gegen die dort herrschende höhere Ultraviolettstrahlung ihrer Heimatsonneheer ausgebildet haben, ein immerhin faszinierendes Detail. Während Lazar weiterlas, tauchten andere merkwürdige Details auf. Da war die Rede davon, dass die Ausserirdischen mehrmals in die Evolution der Erde eingegriffen hatten, über lange Zeiträume im Bereich von vielen Jahrtausenden. Immer wieder war von Reticulum 4 und Sol 3 die Rede, und, jedes Mal, wenn das Wort größer als Mensch kleiner als auftauchte, wurde es stets durch das Wort größer als Konteyner kleiner als ersetzt. Es war ein befremdlich geschriebener Bericht, so wundert sich Lazar. Er konnte sich keinerlei Reim auf die Aussage, Konteyner, machen, über die später noch sehr viel spekuliert werden sollte. Immer wieder fragte er sich, Konteyner für was? Und kam nur zu dem Ergebnis, du. S. 4161. Kannst darüber spekulieren, bis du blau wirst. Vielleicht sind es Konteyner für Seelen, so meinte er einmal. Aus dem Text ging hervor, dass diese Konteyner offenbar etwas sehr Wertvolles waren, nur eben nicht warum das so war. Schon das Buch selbst, in dem all diese Informationen zu finden waren, hatte merkwürdige Eigenschaften. Lazar erklärte, beim Blättern hätten die darin befindlichen Bilder eine plastische, dreidimensionale Wirkung gehabt, die jedes Hologramm übertraf. Auch für ihn schienen die Aussagen in den ihm präsentierten Unterlagen kaum akzeptabel und natürlich auch überhaupt nicht nachprüfbar. Technische Geräte konnte er betrachten, berühren, in die Hand nehmen und analysieren, aber hier gab es gar nichts, was er hätte tun können. Genauso wenig konnte er mit Angaben über religiöse Zusammenhänge anfangen. Da war beispielsweise die Rede davon, dass vor rund 2000 Jahren Wesen geschaffen und künstlich in Menschen eingepflanzt worden waren. Eines dieser Wesen sei angeblich Jesus gewesen. Lazar erinnert sich an ein sehr umfangreiches Dokument zum Thema, Religion, das eine außergewöhnlich hohe Geheimhaltungsstufe trug, und er fragte sich, was denn so ungemein geheim daran sein konnte. Übrigens wurden auch der bekannten amerikanischen Dokumentarfilmerin und UFO-Forscherin Liendame-Ultonhove im Jahr 1983 sehr ähnliche Dokumente gezeigt, auf der Kirtland Air Force Base. Wieder ging es auch um Religion. Nun, vielleicht gab es da wirklich ein paar sehr geheime Dinge, vielleicht Informationen, die schon viel früher bekannt geworden wären. Man könnte nun spekulieren, ob die mysteriösen Rollen, die jener Pfarrer Berenger Sauniere Ende des vorigen Jahrhunderts im Altarpfosten der Kirche der südfranzösischen Ortschaft Rennes-le-Catera-Ux entdeckte, ähnliche Geheimnisse enthielten. Sauniere wurde daraufhin bald auf unerklärliche Weise steinreich, ließ kryptische Botschaften anbringen und reiste immer wieder zum Vatikan. Heute glauben einige Autoren, der Geistliche habe Informationen gefand den, die die gesamte Kirchengeschichte auf den Kopf stellen würden, fiel leicht Informationen über Visitationen aus erirdischer Wesen. Sauniere, der unter ebenfalls recht mysteriösen Umständen 1917 starb, solle den Vatikan angeblich erpresst haben. Robert Lazar wusste allerdings nichts von diesen Spekulationen und interessierte sich wohl auch nicht sehr dafür. Er war weitaus mehr an der Hardware interessiert, an der rein technologischen Seite dessen, was S4 zu bieten hatte. Bald sollte er diesen Part des Geheimnisses kennenlernen, bei seinem zweiten Aufenthalt auf dem S4-Gelände. Damals wurde er in einen der Hangars geführt, die in den Berg gebaut waren. Als er durch das Tor ging, sah er ein großes diskusförmiges Objekt mitten in der Halle stehen. Der erste Geheimbasis-Area 51 Gedanke, der mir sofort durch den Kopf schoss, war, größer als das ist also die Erdlerang für die fliegenden Untertassen, die immer wieder am Himmel gesehen werden. Das Militär hat einen neuen Flugzeugtyp konstruiert. Ohne sichtbare Flügel, ohne irgendeinen äußerlich sichtbaren Antrieb. Wir haben die Dinger gebaut und testen sie. Kleiner als, trotz all dem, was er zuvor auf S4 bereits über die Anwesenheit fremder Wesen gelesen hatte, trotz der Autopsieberichte, der umfangreichen Informationen über die Fremden und ihren Herkunftsort, wollte er dies noch nicht als Realität akzeptieren. Immer noch glaubte er an ein Geheimprojekt des Militärs. Hier hatte ich ein außerirdisches Raumfahrzeug vor mir, und ich ertappte mich selbst dabei, wie ich selbst Ausflüchte suchte. Ich habe es sofort abgeleugnet. Natürlich konnte ich in jener Nacht nicht schlafen. Das kennt also vor ihm eine echte Untertasse von etwa 9 bis 10,5 Metern Durchmesser und der typischen, immer wieder beschriebenen Form. Wenn man zwei Teller gegeneinander legte, sah es nicht viel anders aus. Später nannte er dieses UFO, an dem er forschen sollte, das Sportmodell, da es eine rechtsschnittige Formgebung besaß und ihn an die von dem umstrittenen Schweizer, Kontaktler, Billy Meyer angefertigten, ebenfalls umstrittenen UFO-Fotos. Erinnerte. Das utopische Fluggerät, auf das Pabla sah nun unter militärischer Begleitung gerade zugingen, glänzte und schimmerte überall wie aus mattpoliertem Metall hergestellt, am ehesten Aluminium. Es sah nicht aus, als wäre es schon irgendwann einmal in Betrieb gewesen, sondern eher wie ein soeben fertiggestelltes, fabrikneues Produkt. Vielleicht verstärkte diese Beobachtung Lasers anfänglichen Eindruck, hier ein nagelneues Versuchsprojekt des US-Militärs vor sich zu haben. Wenn es aus dem Weltraum gekommen war, hätte es doch eigentlich zumindest Spuren der atmosphärischen Hitze auf seiner Oberfläche aufweisen müssen. Aber nichts dergleichen. Und wenn es wirklich aus dem Weltraum kam, dann war es nicht abgestürzt, sondern auf andere Weise in die Hände des Militärs gelangt. Lazar hatte während dieser ersten Begegnung, mit dem UFO allerdings kaum die Möglichkeit zu einer genaueren Begutachtung des Objekts. Er wurde nämlich angewiesen, zu schweigen, seinen Blick nach vorne zu Richtlin und geradewegs in den angegliederten Bürotrakt zu gehen. Dieser Weg führte die kleine Gruppe allerdings zwangsläufig direkt an dem etwa viereinhalb Meter hohen Objekt vorbei, und Lazar nutzte gewissermaßen den Argenblick. Für einen kurzen Moment strich er mit der Hand über die glatte Metalloberfläche, die auf ihn in ihrer ganzen Perfektion fremdartig wirkte. So schnell er die Hand auch wieder von dem Objekt nahm, ihn ließ das Gefühl nicht mehr los, dass die Schutzhaut dieses Fluggerätes aus einem Absolut S4163 neuartigen, wirklich bis dahin nirgends bekannten Material gefertigt worden war. Es schien sich dabei um eine exotische Legierung zu handeln, doch auf diesem Fachgebiet freilich reichten Lazar's Kenntnisse nicht aus. Bald sollte Lazar erkennen, dass die ungewöhnliche Oberfläche des Sportmodells, bei weitem nicht die einzige oder gar spektakulärste Eigenschaft dieses Fluggeräts war. Während der Vorbereitung zu seiner eigentlichen Tätigkeit wurde Lazar erklärt, er sei dem, Backengineering, Team zugeteilt. Dessen Aufgabe sei es, genau wie im vorren Technology Hangar auf Area 51, die einzelnen Schritte der Konstruktion des unbekannten Flugobjektes zurück zu verfolgen. Die Wissenschaftler sollten den Gegenstand ihrer Forschung, ein komplettes, intaktes fortschrittliches System, in seine einzelnen Komponenten zerlegen, mit aller zu Gebote stehender Behutsamkeit, und dabei die Funktionsweise ableiten. Die eigentliche Frage lautete letztlich, ist es möglich, ein solches Fluggerät mit irdischen Werkstoffen und Mitteln der Technik nachzubauen? Lazar sollte im Speziellen tatkräftig dabei mithelfen, das Antriebssystem zu entschlüsseln. Natürlich konnte er das nur, wenn er in die Nähe des Fluggerätes kam. Dabei machte er gelegentlich eine sehr merkwürdige Beobachtung. Wenn er unmittelbar daneben stand, sah das Objekt höher aus und wirkte nicht mehr so sportlich, in keiner Weise schlank. Es schaut überhaupt nicht aus wie auf dem Meier-Foto, wenn man nahe daran ist. Von den Proportionen her schaut es ganz anders aus, weil es zu hoch wirkt. Es sieht mehr oder minder größer als schwanger kleiner als aus, bei weitem nicht so schlank, wenn man direkt vom Rand aus nach oben blickte. Es schaute einfach aus wie die typische fliegende Untertasse aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Und es sah überhaupt nicht besonders aus. Gewiss wirkte es wie aus einem Guss geformt, ohne Säume. Dieser Eindruck einer Formveränderung beruhte laut Lasas Überzeugung jedoch nicht einfach auf dem ungewöhnlichen Blickwinkel auf das Objekt. Die Form eines Gegenstandes hängt ja und zweifelhaft oft sehr stark von dem Sichtwinkel ab, von dem aus man ihn betrachtet, sofern es sich nicht gerade um eine Kugel handelt. Extreme Beispiele sind auch die Stealt-Flugzeuge FL-17A und B. Zweitens die B-2 sieht gelegentlich aus wie eine wirklich, platte Flunder, so dass man sich fragt, wo überhaupt die Piloten hineinpassen, während sie aus anderen Blickwinkeln ebenfalls einen, schwangeren, regelrecht voluminösen Eindruck macht. Beim Sportmodell allerdings waren die Veränderungen so auffallend, dass sie eine tiefere Ursache haben mussten. Konnte es sein, dass die Flugscheibe das Raumzeitgefüge in seiner Nähe veränderte? Hing dieser Effekt in irgendeiner Weise etwa mit dem völlig unkonventionellen Antriebssystem zusammen? Geheimbasis Re 51 Große Bereiche des Raumschiffs waren Robert Lassar verwehrt. Es waren Teile, die nicht für seine Arbeit von Bedeutung zu sein schienen und demnach außerhalb seines, Nittono, lagen. Zu diesen verbotenen Bereichen zählte auch das Oberdeck. Von außen konnte Lassar erkennen, dass sich auf der oberen Hälfte noch eine Erhebung befand, auf der ihm rechteckige dunkle Abschnitte auffielen. Ob es Fenster oder irgendwelche tatsächlichen Öffnungen waren oder aber lediglich dunkel gefärbte Bereiche, konnte er nie ergründen. Doch musste dahinter noch genügend Raum sie sein. Insgesamt war somit die Flugscheibe in drei Zonen oder Decks aufgeteilt. Im unteren Drittel lagen die Antriebssegregate, dann folgte das Mitteldeck und der rätselhafte obere Bereich. Lassar glaubte, dass dort vielleicht die eigentliche Steuerzentrale untergebracht war, die, Brücke, das, Nervenzentrum, des Schiffs, mit allen Systemen für die Navigation, wie auch immer. Doch ihm ging das wie gesagt nichts an. Überhaupt musste er feststellen, dass ihm seine Vorgesetzten am liebsten gar nichts im Inneren des Raumschiffs sahen. Natürlich musste er aber dort hineinsteigen können, wenn er an den Antrieb wollte. Robert Lassar. Hat er an außerirdischer Technologie gearbeitet? Archivbild UFO-Kurier. Auch im Inneren war alles wie aus einem einzigen Stück gemacht. Nirgendwo gab es Ecken oder Kanten. Da waren keine Säume oder Nähte, nichts, was an irgendein irdisches Produkt erinnerte. Lassars anfängliche Idee, dass dieser Flugkörper auf Area 51, auf S4 oder irgendwo sonst in der Welt hergestellt worden war, löste sich mehr und mehr auf. Entscheidend für diesen gedanklichen Prozess war gerade auch der Aufenthalt im Inneren des Schiffs. S 4165. Über eine an die Arustenhülle herangefahrene Treppe konnte man zu Meingang des metallischen Diskus hinaufsteigen. Dort befand sich eine Öffnung, von der Lassar nicht weiß, ob sie bereits existiert hatte oder aber nachträglich hineingeschnitten worden war. Jedenfalls war sie der einzige Einstieg, den er kennenlernte. Direkt neben dieser Tür war eine kleine Flagge der Vereinigten Staaten angebracht, was natürlich auch eher dafür sprach, dass der ohnehin schon verblüffte junge Techniker gerade ein höchst fortschrittliches Produkt aus heimischen Werkstätten betrat. Nur, warum war im Inneren alles so ungewöhnlich klein? Auf dem Mitteldeck, das Lassar auch als, Hauptdeck, bezeichnet, befanden sich Sitze, die zwar sicherlich für eine humanoide, menschenähnliche Gestalt geeignet gewesen wären, niemals aber für einen normal proportionierten, erwachsenen Menschen. Auch die Seesitze waren voll und ganz mit dem übrigen Raumschiff, verschmolzen, sie fügten sich völlig harmonisch und übergangslos ein. Wieder konnte Lassar nicht die kleinsten Ansätze, keinerlei Flansche, Säume, Nieten, Absätze, Nähte oder Übergänge jedweder Art erkennen. Die Perfektion war erschreckend. Nach der Zeitspanne, die Lassar auf S4 tätig war, meinte er manchmal bedauernd, sicherlich habe es im Inneren des Diskus noch einige wichtige, weil exotische Details gegeben, die er in der Eile übersah. Er konzentrierte sich extrem auf einige wenige Einzelheiten, die er sich einprägte. Wie er sagt, konnte er sich nicht erlauben, dort, herumzuschnüffeln, und sich länger als erforderlich aufzuhalten. Er musste direkt zum Antrieb gehen und dort die nötigen Arbeiten durchführen. Somit ging alles andere sehr schnell. In das untere Drittel des Schiffs zu gelangen, stellte sich als recht mühsames Unterfangen für Lassar heraus. Die einzige Verbindung zwischen der unteren Ebene und dem Mitteldeck war eine kleine rechteckige Lücke im Boden, durch die er sich mit Mühe und Noten durchquetschen konnte. Überhaupt fühlte er sich innerhalb des Flugobjektes wie in einem vollständig versiegelten Raum, perfekt abgeschlossen von der Außenwelt. Zusätzlich zur Enge und dem ungewöhnlichen Anblick der so kleinen und unproportionierten Bestuhlung löste diese Atmosphäre bei Lassar klaustrophobische Anwandlungen aus. Er hing mit dem Kopf nach unten in der Öffnung und betrachtete die Anlage. Dort befanden sich die von ihm als Gravitationsverstärker beschriebenen Aggregates und die Energiequelle, der Antimateriegenerator. Sie wirkten auf ihn eher furchtgebietend und kraftvoll, was zunächst natürlich nicht mehr als ein rein subjektiver Eindruck war, vielleicht auch das Ergebnis eines überraschenden Kontrasts zu der scheinbauminiaturisierten, Möblierung, des Objektes. Lassar war zusammen mit einem Kollegen namens Barry Castillo oder Castille, er erinnert sich nicht mehr genau an den Nachnamen, in das Geheimbasis Area 51. Raumschiff hineingestiegen und nutzte, kurz nachdem er sich wieder durch die Öffnung nach oben gewunden hatte, noch einen günstigen Moment, sich im Inneren mit einem schnellen Blick umzusehen, als Barry ihm den Rücken zuwandte. Es waren noch andere Techniker auf dem Hauptdeck beschäftigt und arbeiteten an die Vaisenkonsolen. Ansonsten fielen ihm noch einige große, Kisten, oder Pulte auf, irgendwelche fest installierte Behalter. Ein Platz war frei. Offenbar hatte sich dort auch eines dieser Pulte befunden und war von S4 Personal entfernt worden. Im Übrigen war das Raumschiff innen nahezu leer. Direkt in der Mitte zog sich eine vertikale Säule durch die Decks, hin und her zum Reaktor als wesentliche Komponente des Antriebs. Wie sich hier ausstellte, besteht das Antriebssystem des Sportmodells aus zwei Hauptaggregaten. Das eine ist eben jener Reaktor, das andere setzt sich aus drei Gravitationsverstärkern zusammen. Die Funktionsweise bleibt allerdings weitgehend im Dunkeln, niemand konnte bisher das zugrunde liegende Prinzip wirklich ergründen. Während seiner Arbeit identifizierte Laser die eigentliche Energiequelle, ein exotisches, Element 115, also ein außerordentlich schweres Element, das alle bisher entdeckten Elemente an Masse in den Schatten stellt. Wie Lazar sagt, war die Identifizierung dieser Substanz sein einziger Beitrag zum gesamten Forschungsprojekt um die Antriebstechnologie des UFOs. Es wäre ein extrem schweres Transuran, und normalerweise sind diese Elemente am oberen Ende der bekannten Maßen im chemischen Periodensystem instabil, also radioaktiv, und zerfallen unter Abgabe von Strahlung. Allerdings wurde bereits um 1969 von dem berühmten amerikanischen Physiker Professor Glenn Seaborg theoretisiert, es könne im Bereich ab dem Element 114 wieder eine, stabile Insel in einem Meer der Instabilität, existieren. Demnach liegt das zunächst so utopisch wirkende superschwere Element 115 durchaus im Bereich des Möglichen. Da es im chemischen Ordnungssystem direkt unterhalb von Wiesmud, 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 angesiedelt ist, erhielt es auch den Namen Ika Wiesmud. In den vergangenen Jahren sind Physiker immer weiter in das rätselhafte Reich der Transurane vorgedrungen. Die Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt konnte auf diesem außergewöhnlichen Gebiet die neuesten größten Erfolge für sich verbuchen. 1994 erzeugten sie für winzige Sekundenbruchteile die Elemente 110, Ika-Platten, und 111, Ika-Gold. Am 9. Februar 1996 um 22.37 Minuten folgte dann der nächste große Durchbruch mit der Entdeckung von 112 Ika-Quecksilber. Das Material ist 277 Mal schwerer als Wasserstoff. Wochenlang beschoss die Forschergruppe Blei mit abermilliarden Zinkatomen, die eine ganz bestimmte Geschwindigkeit S4167 besitzen müssen, um die Reaktion zu Element 112 auszulösen. Und schließlich klappte es, der Detektor des Instituts registrierte eine Reihe atomare Zerfälle, die durch nichts anderes bewirkt werden konnten als durch ein Atom von 112, das nach nur wenigen Bruchteilen einer tausendstel Sekunde wieder zerbrach. Als nächstes sind nun die Elemente 113, Ika-Teilium, und 114, Ika-Blei, an der Reihe, sie sollen mit ähnlichen Methoden ins Leben gerefen werden, wobei die ganze Geschichte natürlich bei Nummer 114, schon extrem spannend wird. Wird es wirklich stabil sein? Und wie sieht es mit der magischen nachfolgenden Nummer aus, Lasars, Wirkstoff, für den Antrieb des silbernen Discus von S4? Der Astronom Doktor. Stan Odenwald glaubt, die Herstellung dieses Elements dürfte innerhalb der nächsten Jahre gelingen. Auf S4 sollen allerdings bereits 450 Kilogramm von Element 115 existieren, das Laser als eine orangefarbene, weiche und ultraschwere Substanz beschreibt. Die 223 Gramm im Reaktor reichen, um das Schiff rund 20 bis 30 Jahre lang zu betreiben, erklärte Laser einmal. Wenn man den Ausführungen von Laser folgt, dann basiert die Funktion des Raumschiffs auf einigen schwer nachvollziehbaren physikalischen Prinzipien, das exotische Element 115 befindet sich im Inneren des Reaktors, eine Halbkugel auf einer knapp einen halben Meter messenden. Metallplatte am unteren Ende der zentralen Säule. Im Inneren dieser Kugel wird, 115, mit Protonen beschossen und wandelt sich auf diese Weise in das noch schwerere 116 um. Dabei entsteht auch Antimaterie, die innerhalb des Reaktors mit normaler Materie zusammentrifft und dabei ungeheure Energien freisetzt. Was dann geschieht, weiß Laser nicht. Über einen offenbar beinahe absolut verlustfrei arbeitenden Energieumwandler muss seinen Erkenntnissen zufolge die innerhalb der Reaktorkugel entstehende Hitze in geradezu perfekter Weise in elektrische Energie umgewandelt werden und wiederum durch die Anwesenheit von Element 115 eine Gravitationswelle liefern. Nicht selten heißt es, dass Laser einen Anf-Schwerkraftantrieb beschreibt. Doch spricht er in Wirklichkeit nur immer von Antimaterie und Schwerkraft. Das Raumfahrzeug würde eine um genau 180 Grad längs verskobene, gegenversiege, Gravitationswelle erzeugen, wodurch die Wirkung der umgebenden Schwerkraft aufgehoben würde. Das Raumschiff erzeugt sein eigenes schwere Feld, so schildert Laser den Effekt, den er erstmals erlebte, als sein Kollege Berre den Reaktor einschaltete. Das Feld umgab die Reaktorkugel, und Berre forderte Laser auf, füll einfach einmal hin. Und das tat er dann auch. Das fühlte sich so an, als wenn man zwei gleiche Magnetpol zusammenführt, nur dass man es hier mit der Blossenhand spürt. Und das zu tun, war einfach faszinierend, eine unmögliche. Und doch gab es dieses Abstoßungsfeld. In der Tat, wir machten uns sogar kurz einen Ulk damit und warfen Golfbälle drauf, die zurückbreiten. Die entstandene Gravitationswelle wird laut Laser über die zentrale Säule, den Wellenleiter, zunächst in den oberen Teil des Raumschiffs geleitet, um dann von dort seitlich wieder nach unten zu drei Verstärkern geleitet zu werden, deren Funktionsweise offenbar in unergründeter Finsternis liegt. Jedenfalls sind sie es, die jene Basiswelle in ungeheurer Weise verstärken und das Raumschiff zum Schweben bringen. Im einfachen Betrieb würde das vom S4-Personal doch schon sehr weitgehend identifizierte, unidentifizierte Flugobjekt, das demnach also mehr ein, IFO, als ein, UFO, ist, mehr oder minder auf den Gravitationswellen eines Planeten wie der Erde schweben. Laser nennt diesen Zustand den, Omega-Modus, und vergleicht die Situation mit einem Korken, der auf Wasserwellen dahin treibt. Erst der, Delta-Modus, allerdings versetzt das Schiff in einen Zustand, der die Überwindung der gigantischen interstellaren Distanzen auf elegante Weise zu lösen scheint. Für die meisten Physiker dürfte das dahinterste Händeprinzip wohl kaum mehr denkbar erscheinen, und Laser selbst ist sich dessen bewusst, wenn er sagt, dass die Erklärung, weit hergeholt klingt. Eine durchaus hintersinnige Bemerkung, denn die Verstärker nehmen das Reiseziel des Raumschiffs in ihren Brennpunkt und richten einen, Gravitationsstrahl, darauf. Sie verändern das Raumzeitgefüge. Die Manipulation zieht den angepeilten Punkt dicht zum Raumschiff. Durch den Einfluss des Antriebs spannt sich das normale Gefüge nämlich wie ein Gummi, der zum Schiff gezogen und dort festgemacht wird. Wird aber der Generator abgeschaltet, schnellt die Raumzeit genau wie der Gummi in die ursprüngliche Position zurück, samt Raumschiff. Laut Laser erklären die raumzeitlichen Verzerrangen in der Nähe des Raumschiffs auch, warum es seine Form zu verändern scheint oder aus bestimmten Blickwinkeln sogar unsichtbar wird und am Himmel offenbar unkontrolliert herumspringt, das ist einfach die Beugung des Lichts im schwere Feld. Nur einmal will Bablasa das, Sportmodell, kurz in Aktion gesehen haben, als in der Dämmerung ein recht bescheiden wirkender Testflug durchgeführt wurde. Und dennoch, seine Beschreibung wirkt mehr als beeindruckt. Kennt, die Untertasse stent eine Weile dort, dann fing ihr Unterteil an, blau zu glühen, und es zischte, wie die Hochspannung auf einer Kugel. Nach meinem Empfinden sind sie eckige Klammer auf die Flugscheiben eckige Klammer zu deshalb so rund, damit die Hochspannung erhalten bleibt. Mit einem kaum vernehmlichen Zischen hob die Untertasse vor Lasers Augen ab, verharrte schließlich in einigen Metern Höhe schwebend, um ein wenig seitlich hin und her zu pendeln und S4 169 wieder zu landen. Lazar erfuhr nie, wer in jenem Moment am Steuer des Raumschiffs saß. Wie er auch sagte, sei er auf S4 selbst nie nachweislich und bewusst einem Auserirdischen begegnet. Allerdings erzählte er gelegentlich von einem merkwürdigen Zwischenfall, der sich angeblich während einer der letzten Nächte ereignete, die er auf dem Testgelände zubrachte. In, Begleitung, bewaffneter Wachen, die ihn wie fast immer anwiesen, seine Blicke ausschließlich nach vorne zu richten, ging er einen Korridor entlang und kam schließlich an einer Tür vorbei. Sie hatte ein kleines rechteckiges Fenster, und Lazar sagt, in diesem Moment habe er seinen Kopf leicht in deren Richtung gewandt und praktisch aus dem Augenwinkel heraus zwei in Laboratoriumskittel gekleidete Männer gesehen, die über irgendetwas geneigt waren, das wie ein grauer Ausscha-Irdischer aussah. Zwar wurde Bab sofort wieder angewiesen, nach vorne zu sehen, doch beharrte er trotz die Sees Sicherheitsgebarens der Wachleute in öffentlichen Interviews und Gesprächen darauf, dieses merkwürdige Intermezzo sei nichts als ein psychologischer Test gewesen, man habe eine Puppe aufgestellt, um Lazar's Reaktieren auf das zu testen, was er da soeben sah. Während das wie gesagt sein offizieller Standpunkt zu dieser Sache war, behauptet Genehaff, dass Lazar ihm gegenüber unmissverständlich davon gesprochen habe, die Kreatur sei ein echter auserirdischer gewesen. Robert Lazars Schilderungen über seinen Aufenthalt auf S4 sind in vielerlei Hinsicht beeindruckend, oft auch mehr als verwirrend. Natürlich bleibt letztlich nichts, als seine Behauptungen wie auch beispielsweise die seines Freundes Genehaff, ohne Gewehr, wiederzugeben, denn beweisen lassen sie sich, zumindest zur Zeit, leider bestimmt nicht. Angeblich begann seine Tätigkeit auf S4 im Dezember 1988 und endete bereits wieder nach wenigen Monaten im April 1989. Wie Lazar sagt, wurde er nur in unregelmäßigen Zeitabständen angerufen, um dann von Las Vegas aus nach S4 geflogen zu werden. Insgesamt hielt er sich nach eigener Aussage in jenen Monaten nur wenige Tage auf dem supergeheimen Testgelände auf. Ob er mit der Zeit mehr und mehr in das Projekt eingebunden werden sollte, ob schließlich eine dauerhafte Tätigkeit mit häufigen Flügen zu S4 daraus werden sollte, kann gewiss er selbst in keinem Fall beantworten. Doch die Geschichte sollte wohl eine völlig andere Wendung nehmen, die sehr bald einen Abschluss seiner Arbeit dort mit sich brachte. Immer vorausgesetzt, Lazar sagt die Wahrheit. Verfolgen wir also seine Geschichte einfach einmal weiter, so wie er und Genehaf sie darstellen. Gerade Haf berichtete später sehr ausführlich von den Vorkommnissen und Verstrickungen, die dem Abenteuer auf S4 ein so jähes Ende bereiten sollten, während jener Zeit statteten Agenten des größer als Büros für Bundes nach. Geheimbasis Area 51 Forschungen kleiner als, größer als Office of Federal Investigations kleiner als, UFI, Lazar's Haus immer wieder und vorhergesehene Besuche ab. Die UFI-Agenten sind die Typen, die das Umfeld von Leuten ausforschen, die für klassifizierte Positionen auf dem Nevada-Testgelände angeworben werden und auch anderswo, wie ich mir denken kann. Einmal erschien ein Agent mit dem Namen Mike Typen zusammen mit anderen Agenten und durchsuchte Babs Haus und seine Sachen. Wie Haf betont, konnte Lazar's Ex-Schwägerin Christen Urk, Haf schreibt, Merck, sowie eine gemeinsame Bekannte diesen Vorfall bezeugen, den Typen später abstritt. Interessant scheint aber abgesehen davon doch zu sein, dass Lazar überhaupt von einem Mike tickten und dem UFI wusste, eine Behörde die außerhalb dieser Kreise kaum ein Amerikaner kennt. Während der Beobachtungs- und Abhöraktionen jener Bundesermittler waren auch Telefongespräche ans Licht gekommen. Die Babsfrau Tracy mit ihrem Fluglehrer führte, der ihr, wie Haf sich ausdrückt, mehr beibrachte als nur das Fliegen. Und damit tauchte ein bedeutender Risikofaktor auf. Denn sollte Lazar früher oder später davon erfahren, würde er voraussichtlich psychologisch instabil werden, was die gesamte Arbeit auf S4 nicht nur beeinträchtigen, sondern eventuell sogar ernstlich gefährden könnte. So entschloss man sich, ihn zwar zunächst weiterhin zu beschäftigen, doch die Abstände zwischen den Aufenthalten auf S4-Stetik zu verlängern, eine ständige Beobachtung der Situation natürlich vorausgesetzt. Lazar spürte natürlich, dass etwas nicht stimmte und war frustriert. In jenen Tagen moderierte der bekannte Fernsehjournalist George Knapp in Klaas TV, Las Vegas, einige Berichte über UFO-Forscher und die unglaublichen Gerüchte, wie sie zur ARRI 51 im Umlauf waren. Natürlich lieferten diese Sendungen auch in Lasas Familie und bei seinen Bekannten einigen Gesprächsstoff, und Bapp machte ihnen gegenüber manchmal mehr oder weniger versteckte Andeutungen. Als er dann unerfreulich lange nichts mehr von seinem geheimen Arbeitgeber gehört hatte und dadurch in eine zermürbende Stimmung geraten war, brach er schließlich sein Schweigen. Ha fuhr mit ihm gerade durch Las Vegas, als Lazar nicht mehr konnte oder wollte und schließlich damit herausplatzte, er würde auf S4 daran arbeiten, den Antrieb eines außerirdischen Flugobjektes zu erforschen und auseinanderzulegen. Huff war natürlich sprachlos. Ich hatte nun Millionen Fragen, die ich Bapp stellen wollte, aber wir konnten nicht am Telefon sprechen, und wenn man den derzeitigen Stand der Abhörtechnik bedenkt, dann konnten wir auch nicht in seinem Haus sprechen. So trafen sie sich außerhalb und S4171 unterhielten sich über die Vorgänge auf S4. Wahrscheinlich wäre es wohl jedem so gegangen wie Huff, er konnte nicht genug darüber erfahren, nicht nur von Lazar, sondern auch aus UFO-Büchern, die er, so sagt er, mit exponentiell wachsendem Appetit, verschlang. In der nächsten Zeit begannen beide, sich ähnlich wie große amerikanische UFO-Organisationen zu bezeichnen, die unter Schirmherrschaft des berühmten Mutual UFO-Netwerk stehen, des auf gegenseitigem Austausch beruhenden UFO-Netzwerks MUFON. Genau, wie es hier beispielsweise KUFON und LIUFON gibt, so nannte sich Bapp, BUFON, und GENE, GUFON. Gleich in jener Nacht, die auf Lazar's Erlebnis mit dem Ausscha-Irdischen auf S4 folgte, rief er bei Huff an, um ihm von diesem aufwühlenden Erlebnis zu erzählen. Seine Frau Tracy war gerade wieder bei ihrem Fluglehrer, und Bapp musste unbedingt mit jemandem sprechen. Huff ließ das Telefon klingeln und wartete, bis sich der Anrufbeantworter einschaltete, denn er wollte erst einmal hören, wer ihn sprechen wollte. GUFON, hier ist BUFON, nimm, schon den Hörer ab, sagte der Anrufer. Sein Freund meldete sich, worauf der aufgeregte Lazar meinte, sie müssten unbedingt miteinander reden, am Telefon ging das natürlich nicht, also bat er Huff, bei ihm vorbeizukommen. Doch sein Freund lag mit einer schweren Grippe zu Hause und war kaum in der richtigen Stimmung. Huff schlug vor, sich gleich am nächsten Morgen zu treffen. GUFON, wollte das noch kurz mit seiner Frau besprechen und, BUFON, dann zurückrufen. Nun, nach einiger Diskussion gab sich Lazar schließlich damit zufrieden. GENE versuchte später mehrmals, bei ihm anzurufen, doch Bapp ging nicht ans Telefon. Was war jetzt wieder geschehen? Zunächst war die ganze Sache so dringend und jetzt? Nach etlichen Versuchen meldete er sich dann schließlich und sagte nur, ich werde dich zurückrufen müssen, denn gerade sind ein paar Leute von der Arbeit da. GENE wartete eine ganze Weile, doch Bapp rührte sich nicht, also ging er schließlich müde schlafen, um sich am nächsten Morgen wie abgemacht mit ihm im Büro zu treffen. Tatsächlich erschien Bapp gegen halb acht Uhr früh bei GENE, Stunden früher als sonst üblich. GENE bemerkte, dass Lazar völlig übernichtigt aussah und besonders vorsichtig war. Er gab nur ein paar unmissverständliche Handzeichen, nichts zu sagen. GENE schrieb zwei Fragen auf einen Zettel. Die eine war, ob Lazar immer nur in Flugzeugen geflogen sei, denn vielleicht mochte er ja auch einmal selber in einer Untertasse geflogen sein. Doch Lazar bejahte die Frage. Er behauptet nicht, sich während eines Tests in einem UFO befunden zu haben. Die zweite Frage lautete, ob jede Person, die er auf S4 gesehen habe, von der Erde stammte, was Lazar verneinte. Später erzählte er GENE von dem grauen Wesen, das er am Vortag gesehen hatte. Und er erzählte ihm, das bald nach dem ersten Telefonat mit. Geheimbasis Area 51 GENE einige Regierungsleute in seinem Haus erschienen seien, die ihn detailiert über GENE ausgefragt hätten. Das heißt, sie hatten am Telefon etwas von Goofon gehört, was sie irritierte, schien sich dahinter doch eine Art Code zu verbergen. Eigentlich ist das schon etwas verwunderlich, denn wenn sie Lazar bereits seit Beginn seiner Tätigkeit auf S4 überwachten, mussten sie von Haaf wissen. Sie mussten auch wissen, dass die beiden immer wieder miteinander telefonierten und sollten seine Telefonnummer schon länger kennen. Auch wenn Lazar seinen Gesprächspartner mit Goofon andere täte, sollte den Mithörern klar gewesen sein, wen er damit meinte. Vielleicht wollten sie aber auf, Nummer sicher, gehen oder suchten nur einen gewissen Anlass, um sich mit Lazar ausführlicher über seinen Freund zu unterhalten. Denn Lazar sagte einmal, und wer auch immer sie waren, ich weiß nicht genau, von welcher Abteilung sie kamen, sie erschienen nur wenige Montag, Binde-Sprich-Mente nach einem Telefonanruf. Sie hatten eine Mitschrift meiner Konversation, wobei bestimmte Sachen rot angekreuzt waren, und sie wollten, dass ich ihnen erkläre, worüber wir sprachen oder worauf wir uns bezogen. So kam ich zu der Überzeugung, dass sie ganz in der Nähe sein mussten. Sie machten sofort Aufzeichnungen von allem, was ich sagte, und sie analysierten die Mitschriften und kamen sofort zu mir. Nachdem wieder eine ganze Weile verstrichen war, ohne dass Lazar nach S4 beordert wurde, um an dem geheimen Projekt weiterzuarbeiten, entschloss er sich, mit einigen seiner engsten Freunde hinaus in die Wüste zu fahren, um ihnen von einem Platz außerhalb der Sperrzone Tests der außerirdischen Technologie zu zeigen. Zu jener Zeit fanden diese Flüge immer mittwochs statt. Wie Lazar sagt, hatten die Leute von S4 festgestellt, dass an diesem Wochentag die wenigsten Autos auf dem Highway 375 fahren würden und demnach so gut wie niemand etwas von den über dem Himmel blitzenden Lichtern sehen würde. Damals gab es noch so gut wie keine UFO-Beobachter, die sich um R.I. 51 herum versammelten und selbst heute ist das Gebiet immer noch sehr abgelegen und einsam. Im Durchschnitt fahren etwa 50 Autos pro Tag über die 375. Was machst du am Mittwochabend? Fragte Lazar. Haff hatte zuvor gerade erwähnt, er wäre gerne dort, wo, diese Dinge, geschehen und konnte sich daherdenken, was sein Freund vorhatte. Bab hatte genug von der Geheimniskrämerei, so dass ihm mögliche Konsequenzen seiner Handlung egal waren, sollte jemand mitbekommen, was er nun unternahm. Denn ihn ärgerte auch, offenbar immer weniger für das Programm benötigt zu werden. So, wie es den Anschein hatte, würde wohl er wahrscheinlich nie tiefer in die Geheimnisse von, Triemland, eingeweiht werden oder einmal die ganze Wahrheit erfahren. S4173 Am Abend des 22. März also fuhren beide zusammen mit Lazarus Frau Tresel und John Lea hinaus zu Gromlager Road. Sie fuhren etwa 5 Meilen und blieben dann an einer Gapelung stehen, die rechts auf die Mailbox Road führt. Es dauerte nicht lange, da tauchte ein Licht über den Bergen auf. Dieses helle Objekt begann mit den ungewöhnlichsten Bewegungen, taumelte, sprang von einem Punkt zum anderen über den Himmel, dann blieb es wieder stehen, schweppte eine Weile, sprang wieder ein Stück weiter. Nach sieben Minuten wurde es schließlich schwächer und sank hinter den Bergen zurück ins Traumland. War das wirklich nur ein Traum oder eine Halluzination? Das war verblüffend deutlich, unsere Augen spielten uns keinen Streich damit. Das waren kein Sternenlicht und keine Planeten, deren Licht von der Atmosphäre und Wolken verzerrt wurde, nichts dergleichen, betonthaft. Doch wie er erklärt, war die Erscheinung weit entfernt aufgetaucht, sodass sie keinerlei Details erkennen konnten. John Lea allerdings hatte ein Fernroh dabei und sagt, dass er eine elliptische Form erkennen konnte. Überwältigt von dem, was sich da abspielte, fuhren Buffon und Goofon eine Woche später wieder hinaus zur Ario 51. Außer Tracy begleitete sie auf diesem Trip auch Jim Tagliani, ein Freund von BAP, der auf dem Tonopatest Range am Stealtfighter arbeitete. Die vier hatten sich in Las Vegas eine große linken Limosine gemietet, da allesamt relativ kleine Wagen fuhren. Diesmal waren sie mit allen möglichen Gerätschaften ausgerüstet, Feldstecker, Teleskop, Videokamera und so weiter. Bald zeigte sich auch das ungewöhnliche Objekt wieder. Das Licht stieg über den Grombergen nach oben und kam rapide näher, von Augenblick zu Augenblick, es schien weit weg zu sein, so haff, dann, während man nur einmal blinzelt, ist es schon viel näher, und beim nächsten Blinzeln scheint es noch sehr viel näher. Da war keine kontinuierliche Vorwärtsbewegung festzustellen, es springt gewissermaßen auf einen zu, und das ist absolut alarmierend für das Gehirn. BAP erklärte noch einmal, dass diese eigenartigen Bewegungen gehen und auch das helle Glühen von dem speziellen Antriebssystem bewirkt würden, das Raum und Zeit beeinflusste. Schließlich schien der utopische Apparat bedrohlich nahe zu kommen. Seine Heiligkeit nahm in erschreckender Weise zu, so als ob das Ganze jeden Moment in einer heftigen Explosion zerstäuben würde. Die vier Beobachter wichen daher unweigerlich zurück und suchten Schutz hinter dem noch offenen Kofferraumdeckel. Später meinten sie zwar, trotz dieser Herrlichkeit müsse das Objekt noch meilenweit entfernt gewesen sein, aber dennoch unbeschreiblich grell und beeindruckend. Dann jedoch wich es wieder zurück und verschwand hinter den Bergen. In der kommenden Woche erhielt Lazar wieder einen Anruf, er solle am 6. April wieder auf S4 arbeiten. Konnte es sein, dass man ihn nur während der Geheimbaseserie 51 Testphasen nicht auf S4 haben wollte. Wie auch immer, trotz dieses Anrufs vor Lazar am Vorabend, wieder ein Mittwoch, noch ein drittes Mal mit seinen Freunden auf die nächtliche Grumlake Road. Anstelle von Togliani wurden Buffon und Gufon nun wieder von Lea und neben Trace außerdem noch von deren Schwester Christen begleitet. Diesmal war die Beobachtung jedoch nicht so ungestört möglich wie während der letzten beiden Male. In der Gegend fuhren nämlich etliche Security-Yepse rum. Offenbar war auf S4 für diesen Abend ein besonderes Experiment geplant, das auch Endspray-Kennstrenger-Vorkehrungen bedurfte. Als eines der Fahrzeuge vorbeikam, schlug sich Lazar so schnell er konnte in die Büsche, denn er wollte freilich in dieser Situation nicht unbedingt erkannt werden. Die anderen fuhren die Grumlake Road ein kleines Stück zurück und bauten ein Fernrohr auf, um es auf den hellen Planeten Jupiter zu richten und auf diese Weise wie harmlose, Sterngucker, zu wirken. Obwohl der Planet an jenem Abend relativ hell und auffallend leuchtete, ist doch ein bisschen unverständlich, dass sie ausgerechnet ihn anpeilten. Er stand nämlich am 5. April zu jener Uhrzeit nicht sehr hoch am westlichen Himmel, also, direkt, über der geheimen Basis. Die bewaffneten Wachen, die bald anrückten, meldeten der Basis von ihrem, Fund, und dass die vier nächtlichen Besucher erklärt hätten, den Sternenhimmel beobachten zu wollen. Da sie sich auf öffentlichem Land befanden, konnten sie sie zwar nicht vertreiben, baten sie aber, wieder auf den Highway hinaus zu fahren. Um dies zu bekräftigen und ein bisschen Einschüchterung zu betreiben, gaben sie den, Sternguckern, eine schriftliche Warnung. Darauf stent deutlich zu lesen, dass der Empfänger sich soeben einer militärischen Installation nähere. Auch die drohenden Strafen waren verzeichnet, sollte man in dieser Gegend fotografieren und so weiter, und so weiter. Dann verabschiedeten sie sich. Als wieder einige Ruhe eingekehrt war, kam Laza aus der Dunkelheit zurück. Am Himmel tat sich freilich nichts. Die fünf hielten sich noch ein wenig auf der Schotterstraße auf und scharzt denn. Dann, auf der Rückfahrt wurden sie vom Sheriff aufgehalten, kurz bevor sie wieder den Highway erreichten. Count de Sheriff Lamoriaux verlangte die Ausweise, was besonders ärgerlich war, weil er ja seinen Ausweis im Kofferraum liegen hatte. Dort befand sich natürlich die ganze Ausrüstung, und hier anderem auch ein Geigerzähler und ein Gewehr, das sie zur Sicherheit auch wegen der Klapperschlangen mitgenommen hatten. Nachdem er die kleine Gruppe fast eine Stunde festgehalten und die Personaldaten zur Basis gefunkt hatte, ließ er sie schließlich weiterfahren. Am nächsten Tag sollte Laza wie gesagt wieder nach S4 fliegen. Als er sich bei EG und G meldete, erklärte ihm Dennis Mariani, sie würden statt dessen allerdings diesmal zum Stützpunkt von Indiensprings fahren. Laza S4175 Brauchte freilich nicht erst zu fragen, warum? Schon während der Fahrt meinte Mariani beiläufig und sargastisch, als man ihm sagte, er würde mit streng geheimen Dingen zu tun haben, war man der Ansicht, er habe verstanden, dass das auch bedeute, nicht die ganze Familie und Freunde nach draußen zu fahren, um Flugscheibentests zu beobachten. Im Übrigen habe die überflüssige Aktion nichts gebracht, außer dass ein Hochleistungstest verschoben werden musste. Schweigend fuhren sie auf das Gelände des Indiensprings Auxiliare Airfield. Dort bedrohte ihn Personnel mit einer Pistole, die man ihm direkt an den Kopf hielt. Immer wieder wurde er laut angebrüllt. Sie hatten den Sicherheitschef von Aereo 51 mit einem Hubschrauber eingeflogen, um Laza zu identifizieren. Obwohl sich Laza an der Grumlake Route versteckt gehalten hatte, wurde er später doch gesehen. Denn die Sicherheitsleute hat Ten den linken Kantenhändel und seine Insassen die ganze Zeit mit Nachtsichtgeräten beobachtet. Auch in den Springs war außer dem speziellen Personal, Mariani, dem Sicherheitsmann und anderen auch ein FBI-Mann zugegen. Einer der Menner schrie Laza aus allernächster Nähe an, wir sprechen von körperlicher Verletzung, von Tod. Wir könnten sie sofort umbringen, und niemand würde je erfahren, was wirklich geschehen ist. Wir würden Ausreden finden. Tausende. Als Bab Laza immer wieder auf diese Weise traktiert wurde, geschah etwas Seltsames. Wie er sagt, musste er schmunzeln. Seiner Ansicht nach war das allerdings eher etwas wie ein beginnender Nervenzusammenbruch, fast wie eine Kriegsneurose, so meinte er einmal. Natürlich reizte er sein Gegenüber damit in besonderem Maße, oh ja. Erwiderte der Officer aufgebracht. Nun, dann können wir uns ja einmal um ihre Frau kümmern, worauf Laza eiskalt meinte, gut, tun sie das nur. Denn auch, wenn die beiden nach außen hin noch zusammengehörten und auch gemeinsam mit den anderen an die Grenzen von, Dreamland, gefahren waren, wusste Laza bereits von ihrem ganz besonderen Flugunterricht. Allerdings mussten das auch die Leute von S4 wissen, da sie die Telefonate andauernd überwachten und auch mitbekommen hatten, wie Tracy ihrer Mutter erklärte, Bab die ganze Geschichte gestanden zu haben. Dieses Gespräch war ja gerade der Knackpunkt gewesen. Von dem Moment an fiel die Entscheidung, Laza zumindest für einen längeren Zeitraum nicht mehr zu beschäftigen. Auf Indiensprings wurde ihm sehr deutlich gesagt, dass sie allesamt wegen Spionage verhaftet würden, sofern sie sich irgendwann noch einmal vor Area 51 einfinden würden. Laza protestierte, er könne doch niemandem verbieten, sich auf öffentlichem Land aufzuhalten, worauf der andere nur. Geheim Basis Area 51 Meinte, wenn 20 Leute von uns sagen, dass ihr auf Regierungsgelände wart, dann würde der Richter uns glauben. Abschließend entzog man Laza die Sicherheitsfreistellung und meinte, er könne sich in etwa sechs bis neun Monaten erneut darum bewerben. Abschließend? Ganz zu Ende war die Geschichte immer noch nicht, denn bald nach dem unangenehmen Aufenthalt auf Indiensprings erhielt er einen Anruf. Er sollte wieder zurück zur Testzeit. Laza glaubte nicht, dass dafür ein guter Grund bestehen könne und weigerte sich hinzugehen. Haff erklärt, Dennis Mariani habe darauf nochmals angerufen und Bapp bedroht, was allerdings klarerweise nur bewirken konnte, dass er sich noch mehr sträubte. Vielmehr entschied er sich, mit all seinem Wissen an die Öffentlichkeit zu gehen. Sebaab, Fakten und Faktionen Kapitel 9 Für Robert Laza hatte sich in kurzer Zeit sehr viel geändert. Er hatte seine Frau verloren und, den wichtigsten Job, den ein Wissenschaftler jemals haben kann, so drückte es sein Freund Gene Haff aus und sagte, Bapp sei ein gebrochener Mann gewesen. Bapp machte sich auch Sorgen, inwieweit er wirklich mit Schwierigkeiten rechnen musste wegen dem, was er getan hatte. Er war überzeugt, dass er sich am besten schützen konnte, wenn er mit allem, was er wusste, an die Öffentlichkeit treten würde, wenn er enthüllen würde, was auf Area 51 und vor allem S4 wirklich geschah und geschieht. Denn wenn erst einmal alles erzählt und damit gewissermaßen das, Kind in den Brunnen, gefallen war, was sollten dann die anderen noch machen? Alles, was sie unternehmen, käme ohnehin zu spät. Laza nahm daher Kontakt zu Kanal 8, Klaas TV in Las Vegas auf, einem Zweigunternehmen von CBS, um sich dem dortigen Chefreporter George Knapp anzuvertrauen. Knapp, studierter Kommunikationswissenschaftler, Dozent und Journalist, war seit 1981 Leiter von Klaas TV und hatte sich bereits mit einigen brisanten Arbeiten einen Namen gemacht, unter anderem zu Themen wie dem organisierten Verbrechen und dem Drogenhandel. Das erste, was Laza machte, bezeichnete er später als den nicht unbedingt intelligentesten Schritt seines Lebens, nachdem er knapp erzählt h.t., was ihm alles widerfahren war, trat er im Mai 1989 erstmals im Fernsehen auf, als dunkle Silhouette und unter dem Pseudonym, den es. An wen er dabei wohl gedacht hatte? Nun, genau an den, der auch an ihn dachte, als die Sendung ausgestrahlt wurde. Natürlich konnte sich Laza im Klaren darüber sein, dass seine Anonymität durch diese kleine Maskerade kaum gewahrt blieb. Aber wie sollte sie überhaupt gewahrt bleiben? Geheim Basis Area 51 Jedenfalls erhielt er George Knapp kurz nach dieser Sendung Archivbild Einen aufgebrachten an UFO Kork Ruf von Dennis Ohnehin wusste Laza schon, dass logischerweise derjenige, der auf S4 die größten Schwierigkeiten wegen seiner Eskapaden bekommen würde, ganz sicher niemand anders als sein Supervisor Dennis Mariani sein konnte. Mariani allerdings gab Laza in erster Linie deutlich zu fast der Hen, welche Schwierigkeiten die ganze Sache für ihn mit sich bringen würde. In der folgenden Zeit erhielt er, wie er sagt, mehrere Anrufe mit Morddrohungen. Laza zog eine zunächst merkwürdig klingende Folgerung, die aber nicht einer gewissen Logik entbehrt, er meinte, wenn die Leute von S4 wirklich vorhätten, ihn umzubringen, würden sie ihm das bestimmt nicht vorher groß und breit erzählen. Offenbar wollten sie ihm nur einen kräftigen psychologischen Tritt versetzen. Doch wenn sich alles wirklich so abgespielt hat, wie Laza behauptet, dann ist eines unzweifelhaft klar, in jener Zeit seit Mai 1989, in der er zwar alles vor laufender Kamera erzählt hatte, aber anonym, lebte er gefährlicher als je zuvor oder danach. Jetzt nämlich wusste die Öffentlichkeit zwar schon eine ganze Reihe an Details über S4, aber diese Dinge konnten theoretisch erfunden sein. Sie konnten letztlich auch niemanden in Verbindung mit S4 bringen, denn einen, Robert Laza, gab es für die Öffentlichkeit noch überhaupt nicht. Da hatte sich ein undefinierbarer, den es, mehr oder weniger gezeigt, der wirklich das Blaue vom Himmel herunter erzählen hätte können. Doch die Leute von S4 wussten, hier war jemand, der noch Schlimmes anrichten konnte. Im Prinzip hätte man ihn jetzt noch beseitigen können, und trotz aller Medienpräsenz wäre ein, Noname, von der Bildfläche verschwunden. Ein wesentlicher Grund, Laza am Leben zu lassen, musste der gewesen sein, dass man nicht wusste, wie sehr knapp nun wirklich an der Geschichte war und wie empfindlich er und sein Sender auf einen, Unfall, oder das, plötzliche Verschwinden, oder, Selbstmord, oder irgendeinen unerwarteten Tod Lazars reagiert hätte. Und denn? Wäre man der Sache nachgegangen? Oder wäre die Geschichte im Sebab, Fakten und Faktionen Sande verlaufen? Die Themen, die knapp bis zu jenem Zeitpunkt, an dem er auf Laza traf, behandelt hatte, gaben aber wohl genügend Gründe für die Vermutung, dass ein solcher Zwischenfall möglicherweise so manche höchst unangenehmen Nachforschungen und Publicity mit sich gebracht hätte. Allerdings erzählte Laza von einem Zwischenfall, der Schlimmeres befürchten ließ. Wie er sagt, wurde einmal auf seinen Wagen geschossen, als er gerade etwas nördlich des Charleston Boulevard auf den Interstate Highway 15 auffuhr, der durch Las Vegas hindurch verläuft. Ein weißer Wagen näherte sich und setzte an, Laza in einer Kurve zu überholen. Als die beiden Fahrzeuge nebeneinander fuhren, öffnete sich das Fenster, worauf ein Schuss fiel. Laza ließ seinen getroffenen Wagen geradeaus in eine Schotterflache hineinrollen und blieb stehen. Der Schütze fuhr weiter. Er hatte den Hinterreifen und die Bremse getroffen. Sollte es nun wirklich ernst werden? Selbst jetzt noch wollte Laza daran nicht glauben. Denn sonst hätte der Attentäter wohl nicht auf den Reifen, sondern auf den Fahrer geschossen. So schien auch dieses natürlich nicht gerade ungefährliche Zwischenspiel ein weiterer Einschüchterungsversuch zu sein. Schließlich entschied sich Robert Laza, unter seinem eigenen Namen und gut erkennbar in Klaas TV aufzutreten. Am 10. November 1989 sendete Klaas TV, das in derselben Woche bereits einige Berichte über UFOs gezeigt hatte, ein offenes Interview mit Bob Laza. Jetzt war es endlich soweit, Laza glaubte damit den entscheidenden Schritt für seine Sicherheit unternommen zu haben. Spätestens jetzt würden sich die anderen gewiss nach dem Motto, Fingerweg, verhalten, denn was würde es ihnen nützen, ihn zu diesem Zeitpunkt aus der Welt zu schaffen. Sein Name war bekannt, man konnte ihn aufsuchen, mit ihm sprechen. Hier war jemand, der zu dem Stand, was er sagte, keine anonyme Persönlichkeit, eigentlich eine Situation, wie man sie sich in der UFO-Forschung schon lange gewünscht hatte, eine Situation, die die Gegenseite offensichtlich in Bedrängnis brachte. Denn dieser Mann, der laut und deutlich vor der Kamera erklärte, er habe an Flugscheiben aus sairdischer Herkunft gearbeitet, kannte viele Details. Sollte er jetzt umgebracht werden, niemand würde dann noch ernstlich daran zweifeln, dass er die Wahrheit sagte. Fast müsste man unter diesen Umständen glauben, die Leute, die hinter S4 stehen, mussten geradezu in Sorge sein, dass Laza nun vielleicht durch puren Zufall ein tödlicher Unfall geschehen könne und sie dafür vielleicht verantwortlich gemacht würden. Einige haben sich unter anderem auch die Frage gestellt, ob jener junge Techniker vielleicht reden sollte. Konnte es nicht sogar Absicht sein, dass man ihn eine Zeit lang auf S4 beschäftigt hatte und ein paar Dinge sehen ließ, damit sie später an die Öffentlichkeit dringen würden? Einige UFO-Forscher hegen nämlich den Geheimbasis-Arie 51 Leisen Verdacht, dass innerhalb der so geheimen UFO-Zirkel zwei unterschiedliche Gruppen weilen Eine, die davon überzeugt ist, es müsse alles, aber auch wirklich alles verdeckt gehalten werden, und eine andere, die zumindest der Ansicht ist, einen gewissen Teil an Informationen an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Da sich nämlich die Wahrheit sicher nicht auf ewig und alle Zeiten verbergen lässt, müsse man Sorge tragen, nicht sämtliche Glaubwürdigkeit und alles Vertrauen auf einen Schlag einzubüssen, wenn die Information über eine außerirdische Präsenz ebenfalls urplötzlich und schockartig bekannt würde. So könnte die Idee einer schrittweisen Vorbereitung auf das größte Geheimnis unseres Planeten in diesem Jahrtausend gar nicht schlecht sein. Lazar selbst meinte einmal, dass er im Grunde schon verstehen könne, warum bestimmte Informationen verborgen gehalten würden. Er sagt, es sei richtig, gewisses Details unter dem Siegel der Geheimhaltung zu belassen, doch zumindest die eigentliche Geschichte, die Tatsache, dass Außerirdische auf unserem Planeten gelandet sind und eine geheime Gruppe die Technologie der Fremden studiert, Zumindest diese Tatsache sollte der Öffentlichkeit nicht mehr länger verborgen bleiben. So geht Lazar also in gewissen Bereichen sogar, immer noch, konform mit der Zurückhaltung von Informationen. Immerhin ließ sie sich aus der so effektiven Antriebstechnologie, wie sie sich auf S4 befindet, eine Bombe bauen, die rund 10.000 Mal energiereicher, destruktiver, entsetzlicher als alles bisher Dagewesene wäre. Einzelheiten freizugeben, könnte also fatale Folgen haben. Doch wenn wir natürlich die Sache aus einem anderen Blickwinkel betrachten, dann sieht das Szenario auch nicht unbedingt beruhigend aus, Eine geheime Forschergruppe erforscht einen außerirdischen Antrieb, der sich zu einer hochgefährlichen Bombe umbauen lässt, und kein Mensch weiß, welche Absichten diese geheime Gruppe denn nun im Einzelnen verfolgt. Es ist auch nicht gerade beruhigend zu wissen, dass ein Mann wie Edward Taylor seine Hände hier mit ziemlicher Sicherheit im Spiel hat. Wo riesige Bomben sind, da ist im Normalfall auch Dr. Strindlauf, nicht weit, um sich mit Dystramine der bedrohlichen Forschung zu widmen, wahrlich eine Tellermine. Wie erklärte er Anfang 1992 auf einem höchst umstrittenen Workshop zur Asteroidenabwehr, der in den Los Alamos Laboratorien stattfand, Man könne eine, Superbombe, bauen, die zehntausendmal stärker sei als alles, was bisher auf diesem Sektor produziert worden sei. Schon ein merkwürdiger Zufall. Da war sie wieder, diese ungeheuerliche Zahl. Dachte der gefährlich-geniale Physiker bei diesen Worten vielleicht an ein ganz bestimmtes Projekt, das irgendwo in der Abgeschiebenheit der Nähe war der Wüste von Staten geht? Siebapp, Fakten und Faktionen Als Robert Lazar mit seiner unglaublichen Geschichte an die Öffentlichkeit trat, setzte sich so manches Räderwerk in Bewegung. Sehr schnell wurde Lazar weitin bekannt und bei manchen auch als, Siebapp, populärer, jener eine, ganz spezielle Bapp, eben, der Bapp. Und einige fragten sich, ob er nicht am Ende ein Desinformant war, wie viele, die vor ihm aufgetaucht und wieder verschwunden waren. Wenn er selbst teilweise für die Geheimhaltung war, musste das dann nicht automatisch Verdachtsmomente wecken, egal aus welchen Gründen er befürwortete, dass nicht alles publik gemacht werden sollte. Oder war er schlichtweg ein Lügner und Betrüger, der mit seiner verrückten Story nichts als Geld machen wollte? Um es gleich vorweg zu sagen, bis heute ist weder das eine noch das andere nachgewiesen, niemand weiß mit absoluter Sicherheit, ob Robert Lazar entsprechende Erlebnisse auf S4 hatte oder nicht. Die wirklich ungeheuer komplexe und vielschichtige Schilderung seiner Erlebnisse wirkt absolut lebensecht, sie ist unfraglich beeindruckend. Doch kann nicht mehr bestritten werden, dass es einige Schwachstellen gibt, die so manche UFO-Forscher in den Vereinigten Staaten ebenso wie im Ausland weltweit zu dem Schluss führten, Lazar sei nichts als ein ausgemachter, wenn auch sehr geschickter Schwindler. Es gibt einige dunklere Kapitel in seiner Vergangenheit, die es Gegnern außergewöhnlich leicht gemacht haben, ihn zu diskreditieren. Doch jedes Ding hat bekanntlich zwei Seiten. Und wenn ein Mann an geheimen Projekten arbeitet und gleichzeitig leicht erpressbar oder unglaubwürdig gemacht werden kann, ist das auch eine Sicherheit für den Fall, wie er bei Lazar eingetreten ist, nämlich dass der ehemalige Mitarbeiter aussteigt und die Öffentlichkeit informiert. Man kann ihn im Handumdrehen als Schwindler hinstellen. Robert Lazar gab nach seinem ersten unverdeckten Auftritt in Klaas TV etliche Radio- und Fernsehinterviews, so auch wiederholt für die Radioshow, Billy Goopman Happening, und andere Sendungen. Auch Geld begann eine Rolle zu spielen, wobei man schon feststellen muss, dass Lazar weder ein Heiliger ist noch ein anderer, der gerade seinen Job verloren hat, eine Bezahlung abgelehnt hätte. Tim Goode erwähnt in diesem Zusammenhang auch Lazars Verhandlungen mit dem japanischen Sender Nipan TV. Angeblich hatte, Zebab, das Honorar für ein Interview eingesteckt, das in Japan erst mit ihm stattfinden sollte, und er sei von dem Sender verklagt worden. Laut Goode aber war die Sache doch etwas anders gelagert. Nipan TV hatte bereits in Las Vegas ausführliche Interviews mit Lazar aufgezeichnet und ihm dafür eine Summe von 3000 Dollar gezahlt. Als nächster Schritt waren dann die Gespräche in Japan geplant. Doch einen Tag vor der Abreise erhielt er dann wieder einmal einen Drohanruf. Seine Tour nach Japan. Geheimbasis Area 51. Wurde eine Reise ohne Wiederkehr. Deswegen sagte er weitere Interviews mit den Japanern ab und erhielt auch kein zweites Honorar. Ein wenig verwunderlich ist allerdings, dass Lazar die Warnung in diesem Falle ernster nahm als sonst. Aber Außenstehende können natürlich leicht reden. Zebab, wurde zum Mysterium, viele fragten sich, was er nun wirklich für eine Persönlichkeit war und versuchten, seinen Lebensweg so genau es nur ging zu erforschen. Nun, was ist er für ein Mensch? Bisher haben wir seine Geschichte so kennengelernt, wie Lazar sie geschildert hat. Wir haben uns fast sämtliche Konjunktive erspart, sämtliche, wenn's, aber's, angeblich's, sämtliche Fragen und Einwände, schon der besseren Lesbarkeit wegen. Nun sollen aber doch einige wesentliche Probleme angesprochen werden, auf die gründliche Erforscher von Lazar's Hintergrund und seiner Biografie gestoßen sind. Einige davon sind so rätselhaft, dass sie eine Konspiration um ihn bereits wieder zu bestätigen scheinen, andere sind eher kurios und wieder andere verbleiben bis auf den heutigen Tag in einer nebulösen Zone, einem eigenen kleinen Trimland. Allen schon das Alter von Bab erschien so manchem Suspekt. Denn Lazar hatte in jenem Jahr, als er S4 bereits wieder verließ, gerade einmal das 30. Lebensjahr erreicht. War es überhaupt möglich, dass so ein doch noch ziemlich junger Mann einen derartigen Job bekommen konnte? Nicht zu vergessen, bereits 1982 hieß es im Los Alamos Monitor, Lazar sei ein Physiker, ohne Promotion. Damals war er gerade einmal 23 Jahre alt. Er musste also schon außergewöhnlich gut sein auf seinem Gebiet, um das zu schaffen. Jim Goodall lernte Bab Lazar bereits kurz vor der S4-Periode, kennen, im November 1988. Sie trafen sich im Haus von Lear, mit dem zusammen Goodall einige Aufnahmen des Tonopatest Range gemacht hatte. Jim Goodall wollte das Bildmaterial möglichst schnell entwickelt haben, und als Bab Lazar erklärte, Er habe zu Hause eine entsprechende Anlage für den erforderlichen C-41-Prozess, begleitete Goodall ihn. Im Auto sagte Lazar zu Goodall, Sie wissen, ich bin Physiker und gewohnt, nur an Dinge zu glauben, die ich mathematisch beweisen oder aber anfassen kann. Ich mag John, aber er hat doch wirklich lauter Dreck im Kopf. Wie kann ein derart intelligenter Mann wie er, jemand aus einer berühmten Fliegerfamilie nur an UFOs glauben? Lazar selbst hat immer gesagt, er habe Physik studiert, an den renommierten Instituten Caltech, dem California Institute of Technology sowie dem MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Er nannte die Namen von Professoren und die ungefähre Zeit, wann er dort eingeschrieben gewesen sein will. Natürlich begannen außer George knapp wie gesagt. Sebab, Fakten und Faktionen. Noch etliche andere mit genauen Nachforschungen, vor allem Tom Mahort, der eine hervorragende Zeittafel zusammengestellt hat, Glenn Campbell und Stanton T. Friedman, einer der führenden Roosevelt-Forscher und bekannt für sein unerschüttliches Behaaren auf der Echtheit der Majestik 12 Papers. Friedman fand heraus, dass Lazar einen Abschluss an der W. Trespa Clark High School in Westbury auf Long Island besitzt. Als Nummer 261 bei einer gesamten Klassenstärke von 369 scheint Lazar nicht unbedingt das Gewesen zu sein, was man landläufig eine, Leuchte, nennt. Doch auch einige andere hochintelligente Menschen verstreiten bekanntlich auf der Schulbank ehematten Glanz. Allerdings merkt Friedman an, dass sowohl Kaltech als auch das mit niemanden aufnimmt, der nicht zu den besten 10% eines Abschlussjahrgangs zählte. Lazar im hinteren Drittel hätte also demnach wohl überhaupt keine Chancen dort gehabt. Lazar erwähnte den Namen eines gewissen Professor Duxler, der ihn am Kaltech unterrichtet hätte. Nach Prüfungen ergaben, dass ein Professor dieses Namens tatsächlich existierte. Allerdings hatte er nie am Kaltech gelehrt. Duxler, Professor für Mathematik und Physik, war vielmehr am Pierce College in Los Angeles anzutreffen. Und auch vom Pierce College hatte Lazar gesprochen. Er behauptet, im Jahr 1976 dort gewesen zu sein. Hatte Bab hier einfach etwas durcheinander gebracht. Tatsächlich sagte er nicht nur bei einer Gelegenheit, dass er sich schlecht an Jahreszahlen erinnern könne und so manches vermische. Überhaupt hat er offenbar Probleme mit Zahlen und Namen. Er kann sich beispielsweise nicht mehr an bestimmte für das Antriebssystem wesentliche Frequenzen erinnern, in einem Falle nicht einmal an Größenordnungen. Ihm fiel auch nicht mehr ein, wie die beiden Betriebsarten des Raumschiffs genannte wurden, der Niedrig- und der Hochgeschwindigkeitsmodus. Er sprach dann vom Alper- und Beta-Modus. Bei einer anderen Gelegenheit meinte er sogar, er sei sich nicht hundertprozentig sicher, ob es nun wirklich das Element 115 war oder vielleicht doch 114, das als Energiequelle diene. Und das, obwohl er erklärt, die Identifizierung von, Element 115, sei sein einziger Beitrag gewesen, den er auf S4 geleistet habe, was in Anbetracht der nur wenigen Aufenthalte auf S4 ohnehin eine unfassbare Leistung wäre. Diese Auskünfte erscheinen wirklich zweifelhaft. Andererseits hat er sich in weit unbedeutenderen Details nie wieder sprutschen, weshalb man sich schon fragt, ob er entweder bestimmte Informationen nicht vermitteln will oder ob er eine Art Gehirnwäsche hinter sich hat. Er selbst erzählt, auf S4 sei er entsprechenden Prozeduren unterzogen worden, die seine Erinnerung verwirrten. Das wiederum konnte wohl nur dann geschehen, wenn sein Beitrag weitgehend abgeschlossen war, wie hätte er sonst forschen sollen. Eine gewisse Zeit lang suchte Lazar wegen seiner Geheimbasis-Arie 51 Offenbaren, auch seinen Freunden auffallenden Gedächtnislücken den Hypnotherapeuten Leine Keck in Las Vegas auf, doch helft das letztlich nicht viel. Immerhin bestätigte Keck den Verdacht, man könne Lazar Medica Mente gegeben haben, darunter eine möglicherweise angsteinflößende Droge. Während der Hypnose soll Lazar sich an ein Mikkel erinnert haben, das nach Fichte roch. Befragt nach Lasas Glaubwürdigkeit antwortete Keck, sein Unterbewusstsein glaubt diese Dinge vollständig. Hatte man ihm auf S4 wirklich möglicherweise Substanzen verabreicht, die sämtliche Erinnerungen nach einiger Zeit zersetzen? Nun, möglicherweise hatte Lazar wegen solcher Behandlungen ja auch jenen Professor Duxler anstatt nach Los Angeles auf die Caltech-Universität, Nordritge, verlegt. Tatsächlich erinnerte sich Duxler daran, dass Lazar einen Elektronikkurs bei ihm belegt hatte. Hingegen verliefen erkundig Ungehen und Nachforschungen beim Caltech und mit jeweils ergebnislos. Keine Spur von Lazar In der nach dem berühmten Physiker Robert Andrews Millikan benannten Caltech-Bibliothek stehen sämtliche Jahrgänge des studentischen Almanachs, Zbignac T. Keine Seite der Ausgaben zwischen 1977 und 1982 enthält einen Hinweis auf, Zbapp. Wie Lazar erklärt, habe er seinen Mesters Degree, Magister, in Physik wahrscheinlich 1982 am mit erworben. Glenn Campbell hat zahlreiche Dokumente des Institutes durchgekämmt, wieder nichts. Ein gewisser Professor Hosefield, der sich dort an Lazar erinnern würde, tauchte genauso wenig auf. Auch Stanton Friedman wurde nicht fündig. Früher stellte er noch vorsichtig fest, bei einigen Geschichten kann man wirklich nicht sagen, ob sie wahr sind oder nicht. Bei Lazar ist das so. Ich lege seine Akte in meinen größer als grauen Korb kleiner als. Ich habe Friedman später öfters gefragt, welche Meinung er über Lazar und seine Geschichte hat, worauf er nur abwinkte und ohne zu zögern sagte, er ist ein Schwindler. Das belegen meine Nachforschungen über seine Ausbildung. Natürlich gibt es ein paar sehr geheime Sachen dort in Nevada. Aber das hat nichts mit Lazar zu tun. Strafen die enttäuschenden Resultate am Kaltdäch und mit Lazar nicht unwillkürlich Lügen? George Knapp meint dazu, diejenigen, die denken, sie seien nun wirklich auf etwas gestoßen, weil sie keine Aufzeichnungen über seinen Schulbesuch finden können, sollen bitte bedenken, dass dies die erste Entdeckung war, die bei den Ermittlungen gemacht wurde und nun kaum als Enthüllung bezeichnet werden kann. Die einzige Aufzeichnung, die belegt, dass Lazar irgendwo aufs Kalitsch ging, stammt von einem einzigen Elektronikkurs bei einem Junior Kalitsch in Kalifornien. Stellt Los Alamos Leute mit solch einem Hintergrund ein? Diese Frage führt zum nächsten Abschnitt. Sebab, Fakten und Faktionen In Lazars Leben Wie er sagt, kam er 1982 zu den Landen in New Mexico. Sollte das stimmen, müsste man sich wirklich fragen, wie das möglich war. Ganz unabhängig davon, dürfte jedes Gespräch zwischen Lazar und einem Physiker sehr schnell zeigen, ob er nur einen Elektronikkurs besucht oder aber ein komplettes Studium hinter sich hat. So etwas lässt sich nicht leicht vorspielen. Solche Gespräche haben stattgefunden. Und niemand kann bisher behaupten, Lazar wisse nicht, was er sagt, auch wenn er oft unklare Angaben bezüglich bestimmter Daten macht, wenn es um die Raumschiffe auf S4 geht. Woher aber sollte er seine Kenntnisse genommen haben? Und was hatte es mit seiner Beschäftigung auf Los Alamos auf sich? Wieder eine interessante Geschichte. Anfangs fehlten auch hier alle Bestätigungen. Die Laboratorien stritten gegenüber Knapp und anderen schlichtweg ab, dass ein Robert Lazar jemals für sie gearbeitet habe. Doch Knapp ließ nicht locker. Schließlich entdeckte er in einem speziellen Landtelefonbuch den Namen von Lazar. Immer noch hieß es, man besitze keinerlei Aufzeichnungen über ihn, was nun doch schon etwas merkwürdig klang. Nach jahren ständigem Nachborens erhielt Knapp schließlich die Auskunft, dass tatsächlich eine Personalnummer von Lazar aufgetaucht sei. Er habe für einen Subkontraktor, eine dem Land zu arbeitende Firma namens Kirkmaier gearbeitet. Wie Knapp feststellen musste, zeigte sich Kirkmaier, KM, noch um einiges weniger hilfsbereit wie die Landl. Schließlich hieß es dort im Sommer 1992, die Daten ehemals Angestellter würden nur einige Jahre aufgehoben, von Lazar sei nichts mehr vorhanden. Pech! Mit Blick auf Lazar's Beschäftigungsverhältnis bei Kirkmaier urteilt Friedmann, das scheint angemessen, da die Mesoneneinrichtung, die in dem Monitorartikel eckige Klammer auf als Arbeitsplatz Lazar's eckige Klammer zu erwähnt wird, ist eine Benutzereinrichtung. Sie wird von Teams benutzt, die von überall her kommen, um ihre Ausrüstung für Beschleunigerexperimente aufzubauen. Rund tausend Leute können hier pro Jahr durchmarschieren. Sie arbeiten im Labor, nicht für das Labor. Sie werden im Telefonbuch verzeichnet. Er eckige Klammer auf Lazar eckige Klammer zu war scheinbar ein Techniker. Knapp forschte weiter und fand nun mehr Zeugen, darunter einen Physiker namens Giovanni Netti. Auch er arbeitete in Los Alamos und steht in jenem Telefonverzeichnis. Und er erinnert sich an Lazar, der tatsächlich an geheimen Projekten in den Landel gearbeitet habe. Diese Aussage ist allerdings doch einiges wert, denn welches Interesse sollte Wannenetti haben, Lazar's Behauptungen zu unterstützen? Bis heute sind für eine derartige Vermutung keine Hinweise aufgetaucht. Zuvor hatten einige Kritiker zu bedenken gegeben, dass Lazar, selbst wenn er im Lande Telefonbuch stent und selbst, wenn er bei KM gearbeitet hatte, er ja beispielsweise Tvertner dort hätte sein können, weit davon entfernt, mit irgendwelchen geheimen Geheimbasiserie 51 Projekten betraut gewesen zu sein. Nun gab es also einen Physiker, der erklärt, Lazar sage die Wahrheit. Und Knapp fand zwei weitere Personen in den Laboratorien, die diese Behauptung ebenfalls bestätigen, allerdings in diesem Zusammenhang nicht genannt werden möchten. Knapp erwähnt auch, dass Lazar's erste, 13 Jahre ältere Frau Karol Nadine, einige Bonnistron, gleichfalls auf Los Alamos tätig war, worüber Lazar nicht zu gerne spreche, aus welchen Gründen auch immer. In der Hochzeitsurkunde heißt es, Lazar sei Elektroingenieur, während Karol darin als Elektrotechnikierern bezeichnet wird. Karol nahm sich übrigens Ende April 1986 das Leben, sie vergiftete sich mit Kohlenmonoxid. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Dieses tragische Ende dürfte in Zusammenhang mit einer weiteren dubiosen Geschichte stehen, denn Lazar hatte nur zwei Tage vorher seine spätere, Sorgenbringerin, Therese Mouac geheiratet, offenbar als er seine Ehe mit Karol noch nicht gelöst hatte, jedenfalls haben sich bisher keine Scheidungsunterlagen gefunden. Lazar heiratete Therese seltsamerweise am 12. Oktober 1986 ein zweites Mal, diesmal gab sie einen falschen Namen an, Jackie Dian Evans. Um Lazar gibt es eine ganze Reihe ungewöhnlicher Vorgänge. Doch im Meer noch zu den, härtesten Nüssen, die es für all jene armen Biografin Lazarus zu knacken gilt, zählen die fehlenden Informationen über seine Ausbildung. Irgendwo muss er seine doch tiefreichenden Kenntnisse erworben haben oder ist er nur ein überaus geschickter Autodidakt. Wenn schon die Universitäten keine Aufzeichnungen mehr über ihn besitzen, müsste doch wenigstens er selbst irgendwelchen Nachweise besitzen. Doch nichts. Er sagt, sie seien entwendet worden. Sämtliche Aufzeichnungen über ihn seien gelöscht worden, während andere Dokumente in die Archive, eingepflanzt, worden seien, die seine Glaubwürdigkeit zerstören sollten. Sicherlich ist das möglich, wie die meisten Dinge, sinniert Tom Maguot. Das würde aber bedeuten, sich an vielen Rollen mit Mikrofilm zu schaffen zu machen. Da keine der vorhandenen Rollen im Bereich der Aufzeichnungen über Lazar irgendwelche Schnitte zeigt, könnte der einzige Weg, diese Daten zu implantieren, darin bestanden haben, die komplette Rolle auszutauschen. Auch müsste sich jemand an den Mästerbändern zu schaffen marschen, von denen dann jene von der Öffentlichkeit benutzten Mikrofilme hergestellt werden, und das, obwohl die Mästerbänder in Tresoreumen aufbewahrt werden. In einer Billy Goodman-Radiosendung vom 20. Dezember 1989 wurde Lazar von einem Anrufer gefragt, warum er letztlich an die Öffentlichkeit ging, und Lazar erklärte, was das Fass schließlich zum Überlaufen brachte, war, dass ich mir Sorgen machte, was nun geschehen würde, nachdem ich Sebab, Fakten und Faktionen das Programm verlassen hatte. Ich stellte eine Routineanfrage wegen meines Geburtszertifikats, das ich nur für einige Identifikationszwecke benötigte, und mir wurde gesagt, dass es nicht existiere. Ich war in jenem Krankenhaus nicht einmal geboren worden. Ich saß etwa eine Woche über der Sache und wunderte mich, und dann fing ich an, bei früheren Arbeitgebern und auch bei anderen Institutionen nachzuforschen, und auch diese Information waren verschwunden. Und so gelangte ich zu der Idee, dass bald jemand verschwinden würde, und das ist der Grund warum ich den Fernsehsender kontaktierte und im Wesentlichen alles nach außen dringen ließ. Konnte das tatsächlich stimmen? Aus mehreren Unterlagen geht hervor, dass Robert Scott Lassar am 26. Januar 1959 in Coral Gablis, Dade County, in Florida als Sohn von Albert und Phyllis Lassar geboren wurde. Wie Tom Mahut erfuhr, können und allergen darüber an zwei verschiedenen Stellen aufbewahrt sein, in einem spezialen Büro des Gesundheitsministeriums und im Geburtskrankenhaus. Bislang suchten Lassars, Biografen, allerdings nur im Krankenhaus danach, ohne fündig zu werden. Der Grund, in Florida werden Aufzeichnungen aus Krankenhäusern nicht als rechtskräftige Dokumente behandelt und demnach dort auch nicht sorgfältig aufbewahrt. Also war nach nunmehr 30 Jahren nicht mehr damit zu rechnen, etwas zu finden. Zum anderen wurde 1987 in Florida ein Gesetz erlassen, nachdem alle Geburtsurkunden als vertrauliche Dokumente zu behandeln sind. Von da an sind diese Urkunden niemand anderem außer dem eigentlichen Inhaber zugänglich. Lassars Behauptung, man habe aus ihm, absichtlich eine Unperson gemacht, steht also keineswegs auf sehr sicheren Füßen. Im Gegenteil. Auch heizte er sich offenbar noch ein ganzes Bündel anderer Probleme auf, von denen jedes einzelne ohne weiteres ausgereicht hätte, ihn voll und ganz zu diskreditieren. Und er war selbst daran schuld. Das führt uns auch wieder zu dem weiter oben angesprochenen Punkt, trotz seiner unbestrittenen Vielseitigkeit, seiner ebenso von niemandem bestrittenen hohen Intelligenz und seines verblüffenden Wissens war er jemand, der im Handumdrehen zum unglaubwürdigsten Menschen gebranntmarkt werden konnte, den man sich nur vorstellen kann. Ihn umzubringen, wäre absolut überflüssig gewesen. Es scheint unvorstellbar, dass jemand mit einem derart obskuren Hintergrund wie er überhaupt wirklich an einem Projekt auf, Triemland, beteiligt gewesen sein könnte, welcher Natur auch immer dieses Projekt gewesen sein mochte. Und es ist schon ein gehöriges Maß an Neutralität erforderlich, um nicht zu sagen an Objektivität, Bindestrich, um seine skrupellose Seite von derjenigen zu trennen, die seine nicht unerheblichen Insiderkenntnisse umfasst und einige spannende Bestätigungen, um die es noch gehen soll. Einige Geheimbasiserie 51 Werden vielleicht zumindest mit dem Unterton der Entrüstung feststellen, dass man die Behauptungen dieses Mannes nicht auch noch verteidigen sollte. Doch geht es überhaupt nicht um Verteidigung, sondern schlichtweg um eine einigermaßen ausgewogene Darstellung der in Wirklichkeit noch viel komplexeren, Lassergeschichte. Und dazu zählt beides, die Schattenseiten wie auch diejenigen Hinweise, die dafür sprechen, dass er auf, Triemland, gewesen sein kann und dort möglicherweise wirklich mit nicht-irdischer Technologie konfrontiert wurde. In gewissem Sinne kämpfen wir auch bei Lassers Persönlichkeit mit einer Art, Dr. Jekyll-Syndrom. Wenn man sich Lassers Leben ansieht, wie es sich mittlerweile nach sehr umfangreichen Nachforschungen in einem beinahe endgültig zu nennen den Zustand präsentiert, dann zeichnen sie das Bild eines in vielerlei Hinsicht sehr umtriebigen und ungewöhnlichen Mannes, der allerdings nicht nur forschte oder immer wieder auch von einem Fettnäpfchen ins nächste trat, sondern darüber hinaus oft das Leben eines Spielers, führte, und er spielte ganz offensichtlich auch mit dem Leben und Wohlergehen Andorra, wofür Carols Schicksal sicher das beste Beispiel ist. Bleiben wir für den Moment also noch bei seinen erschreckend zahlreichen Schattenseiten. Auf gewisse Weise verhielt sich Robert Lassar unheimlich naiv. Wenn man seine Geschichte als reinen Schwindel ansehen würde, müsste man zugestehen, dass sie einige Komplexität besitzt und intelligent ausgearbeitet ist. Andererseits machte er dann wieder derart plumpe Aussagen und Bemerkungen, dass manche darin schon versteckte Anspielungen oder Hinweise auf bisher unentdeckte Hintergründe sahen, oder sie aber als Zeichen einer puren Desinformation betrachteten. Nahezu unglaublich ist, dass ein Mann, der eine unglaubliche Geschichte glaubhaft vertreten will, vor laufender Kamera ohne zu zögern sagt, Er habe einmal ein Computersystem und eine Videoanlage für ein Bordell in Las Vegas installiert. Prostitution ist in weiten Teilen Nevadas erlaubt und keine weitere Affäre. In Reno und ebenso in Las Vegas allerdings ist sie illegal. Mit jenem illegalen Bordell im Newport-Cove-Appartement-Komplex verbindet sich auch wieder eine spezielle Geschichte. Denn die Besitzerin, eine gewisse Toni Bulloch, zählte einige teils höher gestellte Beamte aus Las Vegas zu ihrem Kundenkreis, darunter auch Polizisten. Und hier bestand eine gegenseitige Übereinkunft, solange sie ihr Gewerbe nicht auf umliegende Hotels auszuweiten versuche, würde man sie gewähren lassen, zumal sie sowohl der Polizei von Las Vegas als auch dem FBI immer wieder als Informanten gedient habe. Jetzt natürlich gab es ein größeres Problem, in Gestalt von Robert Lazar, der nicht nur über die Existenz von S4 und fliegenden Untertassen sprach. Sebab, Fakten und Faktionen. Sondern auch über ein Bordell in Las Vegas. Die Sittenpolizei und einige zuständige Büros in Las Vegas mussten nun handeln, denn hier äußerte sich ein jederzeit zugänglich Erzeuge, denn sie nach dem Namen und der Adresse jenes Etablissements befragen konnten. Toni Bulloch war natürlich außer sich, als, ihre, Cops ihr sagten, die Sache sei wegen Lazar aufgeflogen. Nach ihrer Verhaftung erklärte sie, Lazar sei es gewesen, der den gesamten Betrieb überhaupt erst aufgebaut habe. Haff hingegen sagt, dass Bab nur wenige Wochen dort zu tun hatte und dann wieder ging, auch wenn, die Madame sich in ihn verliebte und ihm 50% der Einnahmen anbot, wenn er bliebe. Sie gab eckige Klammer auf in ihrer ursprünglichen Aussage vor der Polizei eckige Klammer zu zu, dass sie im Jahr 1971 eine Prostituierte wurde, als Lazar zwölf Jahre alt war. Der Richter nahm ihr nicht ab, dass Bab sie in irgendetwas hineinzwang. Trotz allem hatte die Polizei Lazar wegen Zuhälterei angezeigt und es kam zum Verfahren. Lazar wurde wegen sechs Kapitaler vergehen angeklagt. Bei der bestehenden Situation war es allerdings völlig unverständlich, warum ihn sein Verteidiger drängte, sich vor dem Gericht schuldig zu erklären. Richter John Lehmann wunderte sich noch vor dem Urteilsspruch, wie es denn möglich sei, dass jemand, über den es keinerlei Strafakten gebe, die Schuld unter den gegebenen Umständen auf sich nahm. Und er fragte sich, warum Lazars Verteidigung nicht zumindest auf, grobe Ordnungswidrigkeit, plädierte hatte und Tony Bulloch zu guter Letzt nicht mit angeklagt worden war. Selbst in den Reihen der Anklage herrschte Verwunderung. Staatsanwalt John Lukens stellte eindeutig fest, dass Lazar in keiner Weise dem Bild eines typischen Zuhälters entspreche. Das Gericht erhielt auch Schreiben von George Knapp und dem demokratischen Politiker James Bill Brey, um Lazar zu unterstützen. Das letztendliche Ergebnis war, dass eine dreijährige Gefängnisstrafe auf Bewährung ausgesetzt und Lazar zu 150 Stunden den Arbeit in einer gemeinnützigen Einrichtung verpflichtet wurde. Ironischerweise brachte er seinen gemeinnützigen Dienst zu Ende, indem er noch ein anderes Computersystem installierte, diesmal für Clark County, Nevada, so erinnert sich Genehaf nicht ganz unbelustigt. James Bill Brey übrigens war bereits früher von George Knapp eingeschaltet worden, um ihn möglichst bei der Erforschung der Beschäftigungsverhältnisse von Lazar zu unterstützen. Wie Knapp sagt, erhielt er nach einiger Zeit von Bill Breys Büro in diesem Zusammenhang die Auskunft, dass, dies einer der seltsamsten Fälle sei, den ihr Büro jemals bearbeitet hatte, und dass alle der zu Lazar's Akten befragten Behörden jedem Schritt auf diesem Weg ausgewichen seien. Alles in allem versetzte die Enthüllung, Lazar sei in eine Prostitutionsaffäre verwickelt gewesen, ihm und seiner ganzen, ohnehin so fantastischen Geheimbasis Area 51 Geschichte über S4 und die fliegenden Untertassen einen kräftigen Schlag Seine Glaubwürdigkeit schien ein für allemal dahin zu sein. Tatsächlich machte nicht nur sein persönlicher Hintergrund einige Probleme, sondern auch seine Auffassung der physikalischen Konzepte, nach denen angeblich die Raumschiffe oder zumindest jenes von ihm analysierte, Sportmodell, funktionieren sollte. Der Reaktor scheint in seinem grundsätzlichen Aufbau wirklich sehr einfach zu sein, verdächtig einfach. Ebenso merkwürdig ist die Feststellung, dass mittelstern nur 223 Gramm des Elements 115, wie sie im Reaktor vorhanden gewesen seien, eine jahrzehntelange Energieversorgung gewährleistet wäre. Selbst bei einer verlustfreien, hundertprozentigen Umwandlung würde diese Menge nicht ausreichen, um interstellare Distanzen zu überwinden. Das belegt eine simple Rechnung. Wahrscheinlich hatte man auf S4 nicht umsonst insgesamt 450 Kilogramm des seltenen Materials Gelagert. Diese Zahl stammt von Lazar selbst. Und er sagt, man könne jene Substanz nicht auf der Erde künstlich herstellen. Also musste sie von den Fremden an Bord mitgenommen worden sein. Auch sie seien nicht in der Lage, das Material zu synthetisieren. Es stamme vielmehr aus natürlichen Produktionsstätten, nämlich dem Inneren ungeheuer massereicher Sterne, die in der letzten Phase ihres Daseins unter unvorstellbaren Energiefreisetzungen schwerste Elemente produzieren und dann als kosmische Bomben mit aller Gewalt explodieren würden. Auch diese Behauptung klingt utopisch. Doch ist völlig richtig, dass solche detonierenden Riesensterne, sogenannte Supernovae, in aufeinanderfolgenden Fusionszyklen immer schwerere Elemente synthetisieren. Weniger vorstellbar ist das von Lazar beschriebene Prinzip der Beeinflussung von Raum und Zeit. Zwar scheint der Gedanke, einen fernen Ort im Kosmos anzupeilen und Gravitationsverstärker darauf zu fokussieren, um ihn gewissermaßen an sich heran zu ziehen, durchaus faszinierend. Nur kann sich kaum jemand vorstellen, wie das funktionieren soll. Die starke Eigengravitation des Raumschiffs müsste normalerweise zur Selbstzerstörung führen. Aus solchen und ähnlichen Unstimmigkeiten geht wohl hervor, dass Lazar in mancher Hinsicht zwar interessante Ideen anspricht, aber doch eben zu einem Großteil auch einfach spekuliert. Wenn die Raumschiffe auf S4 einen Antrieb besitzen, der angene Herr so konstruiert ist, wie er es beschreibt, müssen weitere Systeme vorhanden sein, die sie stabilisieren. Dafür, dass sie und überhaupt jene Anlage auf S4 existieren, gibt es hochinteressante Hinweise. Und auch Lazar selbst bleibt trotz der vielen offenen Fragen, trotz einiger sehr dubiose Hintergründe und trotz so manch unwahrer Behauptung in mancherlei Hinsicht ein Rätsel. Sebab, Fakten und Faktionen Im August 1990 beispielsweise fand sich ein Formular, das offenbar seine Beschäftigung beim Marine-Geheimdienst belegt. Es handelt sich um ein sogenanntes W2-Formular zur Lohn-Einkommensteuer von 1989, Lohnsteuerkarte. Als Arbeitgeber ist darauf das United States Department of Naval Intelligence in Washington D.C. verzeichnet. Neben seiner Sozialversicherungsnummer finden sich auf dem Dokument einige andere recht aufschlussreiche Angaben. Zunächst fällt nach diversen Abzügen ein relativ niedriges Gehalt von 958,11 Dollar auf, das BAP für einen Zeitraum von 5 Tagen auf S4 gezahlt worden war. Am augenfälligsten aber war unfraglich eine Buchstabenfolge in der rechten oberen Ecke des Dokuments, hier stand hinter einer Ziffernfolge klar und deutlich MAJ zu lesen. Das Formular rief natürlich einiges Interesse hervor. Natürlich hieß es, einen W2-Vordruck könnte sich jedermann recht leicht beschaffen und selbst ausfüllen, also warum nicht auch Lazar? Freilich hatte er das tun können. Nur fragt sich, ob ein Schwindler einen so niedrigen Betrag eingefügt hätte, wenn er sich als Wissenschaftler in einem Programm wie dem auf S4 ausgab. Auf der anderen Seite bleibt offen, wie hoch die Arbeit von Wissenschaftlern dort vergütet wird. Was sind das im Übrigen überhaupt für Leute dort? Sicher können wir nicht davon ausgehen, dass Lazar ein typischer Vertreter dieser Gruppe war. Er selbst sagt, er habe nie verstanden, warum ausgerechnet er eine Chance bekam, an die ratigen Dingen mitzuarbeiten. Vielleicht, so mutmaßt er, weil er oft unausgetretene Pfade verfolgte, weil er die Dinge in einer Weise anging, die vielleicht nicht der Norm entsprach, genauso wenig wie sein gesamter Charakter, und er daher gewissermaßen einen frischen Wind in die Forschung brachte. Vielleicht war es, neben seiner leichten Diskreditierbarkeit, also seine Vielseitigkeit und Experimentierfreude, die ihn nach S4 verschlug. Auch der Kontakt zu Taylor dürfte eine Rolle gespielt haben, so meint er. 1990 übrigens wurde Taylor in einem Interview gefragt, ob er Lazar kenne. Seine Antwort fiel recht seltsam aus. Sie lautete sinngemäß, ich kenne diesen Mann nicht. Das heißt, es kann sein, dass ich ihn kenne, aber mich nicht mehr erinnere. Vielleicht war er sogar ganz sympathisch. Aber wissen Sie, Sie bedrängen mich hier mit Fragen, die ich nicht beantworten möchte. Schon einigermaßen seltsam, diese Auskunft. Nun, was waren die anderen auf S4 für Leute? Waren sie auch in irgendeiner Weise außergewöhnlich, waren sie experimentierfreudig? Das ist doch wohl anzunehmen. Waren sie diskreditierbar? Wir wissen es nicht, ebenso wenig, wie bekannt ist, ob sie vielleicht alle über den einen, Zufallskanal, eingeschleust wurden, über den Mann, der die Bomben liebt. Lazar zumindest sagt, er hatte kaum bis gar keine Gelegenheit, mit den anderen zu sprechen. Geheimbasis-Ärie 51 Unterredungen seien nicht gestattet gewesen. Sicherlich nicht gerade die beste Atmosphäre für wissenschaftliche Forschung. Im Übrigen seien auch nicht sehr viele Wissenschaftler involviert gewesen. Bab spricht von 22 Leuten. Stanton Friedmann scherzte einmal, so viele Leute braucht die Regierung ja schon, wenn sie eine neue Mausefalle konstruieren will. Kurios. Kurios auch deshalb, weil zwischen 1982 und 1988 genau 22 Wissenschaftler, die auf Erie 51 Schrägstrich Triemland gearbeitet hatten, ein eher nach dem anderen einen mysteriösen Tod starben. Wenn die Idee nicht so abwegig wäre, möchte man fast an, Schichtwechsel, denken. Vielleicht waren sie ja auch mit ihrem niedrigen Gehalt nicht zufrieden. Der erste und wohl auch einzige, der den zu jener W2-Bescheinigung gehörigen Gehalts-Scheck zu Gesicht bekam, war, wie man sich beinahe schon denken kann, Genehaff. Auch er wunderte sich über die Summe, worauf ihm Lazar erklärte, dass er gar nicht glauben würde, wie schlecht Wissenschaftler oft bezahlt würden. Bab zeigte den Scheck ansonsten nicht einmal seiner Frau Tracy. Er sagt, er hatte vor, sich für dieses Geld noch einige elektronische Geräte zu kaufen. Doch Haft steht dazu, einen Scheck mit dieser Summe von Lazar gezeigt bekommen zu haben, mit exakt jenem Betrag, wie er auch auf dem W2-Papier ausgewiesen war. Nur, wirkte das Kürtel MAJ nicht recht aufgesetzt. Und was hatte es mit dem United States Department of Naval Intelligence auf sich? Offiziell gab es lediglich ein Office of Naval Intelligence. Damit schien auf ein neues Bewiesen, das Lazar gemogelt hatte. Ganz so leicht können wir uns die Sache allerdings auch nicht machen. Denn, es stimmten doch recht viele Informationen auf dem Formular, und zwar solche Informationen, die interne Art war in. Woher sollte sie Lazar kennen? Eine Nachprüfung unter Angabe von Babs Sozialversicherungsnummer ergab keinerlei Einträge seit 1983. Interessanterweise meldete der Computer bei dem Versuch, seinen letzten Arbeitgeber herauszufinden, Security Violation, Sicherheitsverletzung. Das System verweigerte also eine Datenangabe, mit anderen Worten musste Lazar offensichtlich an klassifizierten Projekten beteiligt gewesen sein. Der ehemalige NASA-Mitarbeiter Bab Oechsler, der das W2-Formular genau unter die Lupe nahm, fand noch andere interessante Dinge heraus. So zeigte sich, dass die ersten beiden Stellen von Lassers Identifikationsnummer, ID, 46 bis 1.07.639, mit einer Steuerabteilung in South Dakota in Verbindung standen und die anschließende Ziffernfolge vertraulich war. Die auf dem Formular angegebene Postleitzahl, 20.038, geht auf ein Büro des Office of Naval Intelligence in Maryland zurück, und das Office of Management and Budget OMB besitzt tatsächlich eine Nummer der Serie 6700, wie sie von einem Büro in Albuquerque verwaltet wird. Die Omb. The Bab. Fakten und Faktionen. Nummer auf dem Formular lautet e-6722-EMAJ. Lassar musste also schon recht gute Kenntnisse besitzen, um das Formular zu fälschen. Und er arbeitete offensichtlich doch an klassifizierten Projekten. Jim Goodall hatte die W2-Karte zur Verifizierung an einen Marine-Captain geschickt, der sich dazu bereit erklärt hatte. Doch er ließ nie wieder etwas von sich hören. Gutall nahm die Karte auch mit ins Office of Naval Intelligence, Pentagon. Wie er erzählt, nahm ein Sekretär das Formular mit in das Büro eines Admirals, der kurz darauf persönlich auf Gutall zuging und erklärte, ich weiß nicht, woher Sie das haben, aber ich möchte es nicht noch einmal hier sehen. Ich befehle Ihnen, dieses Büro auf der Stelle zu verlassen. Kein Kommentar. Es gab noch mehrere ähnlich unerklärliche Reaktionen auf dieses Formular. Was aber hatte es mit dem offiziell nicht existenten Department auf sich? Zunächst einmal können wir uns ganz allgemein mittlerweile ohne weiteres vorstellen, dass bestimmte Dinge, die angeblich nicht existieren, eben doch irgendwo vorhanden sind. George Knapp kommentiert die Sache mit dem Formular folgendermaßen, Ich möchte auch bemerken, dass Lazars umstrittene Lohnsteuerkarte vom Gericht als legitim betrachtet wurde. Für diejenigen, die mit der Sache nicht vertraut sind, Lazars erhielt seine Lohnsteuerkarte per Post vom Department of Naval Intelligence, Nachrichtendienst der Marine, seinem Arbeitgeber bei es viertens Lazars und ich hatten beide versucht, diese Information zu bekommen, und wir waren schon drauf und dran aufzugeben, als sie eines Tages ankam. Wie sich herausstellte, gibt es kein Department of Naval Intelligence, sondern nur ein Office of Naval Intelligence, also war etwas faul, und die Leute vermuteten, Lazars müsse sie selbst ausgefüllt haben. Ich finde, es ist zumindest genauso wahrscheinlich, dass sie ihm in dieser Form zugeschickt wurde in der Annahme, dass er und ich sie als Beweis seiner Ehrlichkeit herumreichen würden, ohne sie genau zu überprüfen. Jemand würde dann die Diskrepanz entdecken, und das bisschen Glaubwürdigkeit, das ihm noch geblieben war, wäre mit einem Mal dahin. Natürlich war auch für Knapp einer der interessantesten Punkt jenes Kürzel MAJ, die Arbeitgebernummer war dabei der Hauptpunkt des Interesses. Ein Forscher namens John Andrews verbrachte, mit einiger Hilfe von Bob Oechsler, Monate damit, der Arbeitgebernummer nachzuspüren. Die Antwort kam schließlich vom Finanzministerium, das feststellte, dass die Arbeitgebernummer zurzeit nicht verwendet werde und dass es keine Möglichkeit gebe, herauszufinden, ob sie in der Vergangenheit verwendet wurden sei. Das heißt also, der mächtige Internal Revenue Service, der herausfinden kann, was sie und ich 1983 für Bewirtung aufwendeten, kann nicht herausfinden, ob jemand diese Arbeitgebernummer verwendet hat. Es fällt. Geheimbasis Area 51 Schwer, das zu glauben. Andrews sagt, er ist sich zu 85% sicher, dass Lazar die Wahrheit sagt über die Lohnsteuerkarte. Wie Knapp ausführt, forderte Andrews verschiedene Behörden auf, eine offene Stellungnahme zu beziehen und Lazar eindeutig als jemanden zu bezeichnen, der die Unwahrheit sage, wenn dies tatsächlich zutreffen sollte. Doch niemand habe seinen Namen auch nur in den Mund genommen. Gut, das mag nun nach Effekt Haschirei klingen, doch zumindest stimmen die grundsätzlichen Ergebnisse zur W2-Karte nachdenklich. Bab Lazar erklärte sich auch einverstanden, sich Tests mit einem Lügendetektor zu unterziehen. Der Experte Ranzler erhielt widersprüchliche Daten. Ein Test schien Lazar zu bestätigen, während ein anderer nahe legte, dass er nicht die Wahrheit sagte, daher riet Zlau zu unabhängigen Tests. So veranlasste der Ex-Copterre Tavernetti, dass insgesamt vier zusätzliche Überprüfungen stattfanden. Die Ergebnisse scheinen Lasas auf Richtigkeit zu untermauern. Einer der noch hinzugezogenen Experten meinte, Bab könne möglicherweise eine Geschichte erzählt haben, die sich zwar ereignet habe, die er aber nicht selbst erlebt, sondern von jemand anderem erfahren habe. Tim Good erwähnt übrigens, Tavernetti habe angeblich den Anruf einer Behörde erhalten, die erfahren wollte, warum er sich mit einer Sache befasse, mit der er eigentlich besser nichts zu tun haben sollte. Und bald nach den ersten öffentlichen Auftritten Lasas sei dann im Januar 1990 bei Tavernetti eingebrochen worden, wobei dahingestellt bleibt, ob diese Aktion mit Tavernettis Lasar-Forschungen in einem Zusammenhang stent. George Knapp führte gleichfalls weitere Überprüfungen durch. Er brach T. Lasar mit einem ehemaligen Mitarbeiter von R.I.A. 51 zusammen, der über ein Jahr dort tätig war und natürlich sehr gezielte Fragen stellen konnte, um herauszufinden, ob Lasar jemals dort gewesen war. Teils erkundigte er sich in jenem rund zweistündigen Gespräch nach recht banalen Dingen, unter anderem wollte er von Bab wissen, wie die Kantine und die Cafeteria aussah, wo sie sich befand und wie man sein Essen bezahlte. Wenn Lasar alle Fragen dieser Art beantworten konnte, schien die Folgerung eigentlich unausweichlich, dass er weder spekulierte noch nacherzählte, sondern wirklich selbst dort war. Wir haben das Wort von George Knapp, Lasar bestand den Test. Der Ingenieur habe sich unzweifelhaft positiv über Lasars Aussagen geäußert. Im Sommer 1990 ereignete sich dann ein weiteres Hochinteressantes-Treffen. Ex-Astronaut-Doktor Edgar Mitchell, Apollo-14-Astronaut und Sech-Stehermann auf dem Mond, führte im Verlauf von drei Tagen intensive Gespräche mit Robert Lasar. Sein Ergebnis, Lasar war viel zu gut über diverse Fakten informiert und konnte dies nur durch seine Beteiligung an hochgeheimen Projekten sein. Sebab, Fakten und Faktionen Der bekanntlich sehr skeptisch eingestellte Astrophysiker, Kommunikatierenswissenschaftler und UFO-Forscher Doktor. Jacques Fallet zeigte sich ebenfalls beeindruckt von Lasars Story, die in mancherlei Hinsicht anders war als viele übliche UFO-Geschichten. Auch Lasar selbst war anders, er wusste, wovon er sprach und verwechselte keine physikalischen Begrifflichkeiten, er erwies sich als ein naturwissenschaftlich gebildeter, vor allem im technischen und astronomischen Bereich über durchschnittlich gut informierter Gesprächspartner. Allerdings gab es dann wieder recht absurde und irritierende Behauptungen. Lasar hatte beispielsweise erwähnt, während eines Experiments auf S4 sei ein Reaktor explodiert. Die beteiligten Wissenschaftler hätten zuvor versucht gehabt, ihn einfach auseinander zu sägen. Und dann, bei der wiederen Betriebnahme, sei er in die Luft gegangen. Ein Unfall, den die Experimentatoren freilich nicht überlebten. Dieser Verlust habe im Übrigen gleichfalls dazu geführt, dass die Leute von S4 an neuen, wohl etwas qualifiziertären Wissenschaftlern interessiert waren und Lasar einstellten. War er vielleicht eine Übergangslösung? Kaum. Normalerweise wird man bei Geheimprojekten nicht ständig versuchen, neue Mitwisser anzuwerben. Jedenfalls wäre das Verhalten jener Forscher völlig abstrus. Jeder sagt das, inklusive Bab-Laser. Die Geschichte vom explodierten Reaktor scheint gerade zu grotesk. Sollte sie sich zugetragen haben, dann hätte man auch Jerry Lewis als verrückten Professor auf S4 anstellen können, und Roland Emmerich hatte dann gar nicht so sehr daneben gelegen mit jenem lächerlichen Doktor. Brac ishokun, Brent Spinner, in der Alleenklamotte ID4. Also, was steckte wiederum dahinter? Hatte man Lasar Märchen aufgetischt? Wurde er mit aller möglichen Desinformation vollgepumpt? Ich kenne einige amerikanische Forscher, die sagen, Bab-Laser ist nichts als ein Werkzeug gewesen. Ihm wurde Dinge zu keinem anderen Zweck gezeigt, als eben dem, sie ihm zu zeigen. Nicht mehr und nicht weniger. Es ging nicht um Forschung. Er sollte darüber erzählen, doch was er mitbekam, war nicht das eigentliche Forschungsprogramm. Für dieses, Bühnenszenario, würde auch die spärliche Instrumentierung der Laboratorien dort sprechen, über die sich nicht nur Lasar gewundert hatte, dafür würde auch die spärliche Besetzung mit Wissenschaftlern sprechen und deren mangelnde Qualifikation, die allerdings auch damit begründet wurde, dass nicht die besten, sondern die loyalsten Leute ausgesucht werden mussten, in Anbetracht der extremen Geheimhaltung. Auch Jacques Falle erhält die S4-Erlebnisse von Lasar für Reines Theater, womit er nicht sagen will, dass Lasar lügt. Mit einem Satz, wir wissen es schlicht und einfach bis heute nicht. Glenn Campbell schrieb deswegen einmal, in meiner Sicht verhält es sich mit der Lasar-Frage ähnlich wie mit dem Rätsel, das Captain Kirk jenem üblen Roboter stellt, um Geheimbasis-Arie 51, dessen Speicherkapazität zu überlasten und zur Selbstzerstörung zu führen. Man kann das stundenlang debattieren und nirgendwohrend damit gelangen. Ich sage, geben wir dem endlich Ruhe. Die meisten Leute scheinen vom Absoluten besessen, sie wollen genau wissen, ob eine Geschichte wahr ist oder nicht. Wenn sie denken, dass sie wahr ist, sind sie bereit zuzuhören. Wenn sie denken, dass sie eine Lüge ist, dann werfen sie sie sehr schnell über Bord, egal, welch anderer Einsichten sie anzubieten haben könnte. Die meisten wollen die Dinge im Schwarz-Weiß-Kontrast sehen. Sie können größer als grau kleiner als nicht tolerieren. Wie jener Roboter würden sie eher ihre Schaltkreise durchbrennen lassen und in Rauch aufgehen. Nun, Glenn hat sicherlich recht. Andererseits beschäftigt natürlich auch ihn immer wieder die Frage, was wirklich geschieht, unter anderem dort draus sehen auf S4, sonst hätte er wohl gar nicht erst mit seinen Nachforschungen begonnen, sonst wäre er wohl nicht auch zu einer gewissen Meinung bezüglich der Präsenz von außerirdischen und geheimer Regierungsprojekte gekommen. Einmal sagte er zu mir, wenn man mit ehemaligen Regierungsangestellten spricht, bekommt man viele. Hier hielt er kurz inne und kniff seine Augen zusammen, ein für ihn recht typisches Verhalten, und fuhr fort, wobei er die Augen noch eine Weile geschlossen hielt, so als ob er sich sehr genau konzentrieren müsse. Nun, es ist interessant zu sehen, dass viele ehemalige Regierungsangestellte diese Geschichten sehr ernst nehmen. Wir sprechen über Leute, die dort gearbeitet haben. Es scheint ein Interesse zu bestehen, dass die Geschichte nach außen dringt, in kleinen Portionen und über größere Zeiträume verteilt. Ich glaube, dass diese Behauptungen der Wahrheit entsprechen, dass eine außerirdische Rasse in Kontakt mit einem Teil der Regierung steht. Ich glaube auch, dass diese Enthüllungen heute von weit geringerer traumatischer Wirkung für die Öffentlichkeit sind, als dies in den 50er Jahren der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, dass die Geschichte herauskommen wird, wenn die Gesellschaft einen ausreichenden Grad der Reife erreicht hat, um damit umgehen zu können, dann, wenn diese Angelegenheit kein Big Deal, keine große Sache mehr ist. Ich denke, wir nähern uns diesem Zustand. Auf den folgenden Seiten werden wir unsere Schaltkreise noch ein wenig aufwärmen, um die Fragen, die Bab-Lasa um S4 aufgeworfen hat, ein bisschen weiter zu erforschen. Er hat auf das Geheimnis von Papose-Lake aufmerksam gemacht wie niemand anderer. Doch haben sich im Lauf der letzten Jahre immer mehr Bestätigungen aus unabhängiger Quelle eingestellt, dass er die Wahrheit sagen könnte. Geheimnis am Papose-Lake? Kapitel 10 Wieder einmal mit dem Gedanken im Hinterkopf, Dem Geheimnis von R.I. 51 weitere Details entlocken zu können, machten Jochen Kopp und ich uns am 25. September 1995 von Rachel aus auf den Weg zum Gipfel des Cicaboo Peak. Im Frühjahr jenes Jahres hatte die Air Force White Sides und Freedom Ridge eingenommen, so dass damit die beiden bislang wichtigsten und nächstgelegenen Sichtpunkte nicht mehr zugänglich waren. Der unermüdliche Glenn hatte in seiner Funktion als Wüstenrad der allerdings schon vor einiger Zeit jenen anderen Badgipfel ausfindig gemacht, der freie Sicht nach, Dreamland, Boot. Dummerweise befindet sich die Spitze des Cicaboo satte 42 Kilometer von Gromlage und der Area 51 Anlage entfernt und ist außerdem nur mit einigem Aufwand zugänglich. An jenem Morgen, an dem wir Rachel verließen, war die Sicht nicht besonders gut. Über der Landschaft lag ein Diesiger Schleier. Hoffentlich würde die Sicht bald besser werden. Wir fuhren den Highway 375 entlang, vorbei an der Hamilton-Entführungsstelle und der Black Mailbox von Steve Medin, von der Ausbald nach Lasas Enthüllungen ganze Gruppen von UFO-Beobachtern meist an Mittwochabenden nach den unhablitzenden Lichtern aus Schorhielten. Dann passierten wir die Grom-Lacker-Route, auf der in der Ferne ein Fahrzeug einen hellen Kometenschweif aus Stopp produzierte. War es die Security? Vielleicht. Uns interessierte das im Moment wenig. Nachdem wir den, magischen, Henkak-Summit überquert hatten, fuhren wir etliche Meilen bis zur Kreuzung mit der Interstate 93, die, links, nach Salt Lake City führt und, rechts, nach Alamo und Las Vegas. Wir bogen rechts ein, in südliche Richtung, und fuhren noch ein Stück über Alamo hinaus. Auf der Höhe der Paranagat-Seen, deren Umgebung ein Geheimbasis Area 51 Bisschen wie eine Oase in der sonst doch sehr öden Gegend wirkt, bogen wir schließlich auf eine recht und schlecht befahrbare Schotterstraße ab. Wir konnten nur sehr langsam fahren, der Zustand des Weges wurde immer schlechter und eine Panne wollten wir um keinen Preis riskieren in diesem absolut einsamen Eck. Keine Menschenseele war weit und breit zu sehen. Nach etwa 20 Meilen und mehreren Weggabelungen hatten wir schon einige Höhe gewonnen, immer mehr näherten wir uns dem Gebirgszug von Badgehr Mountain und Tikaburu Peak. Wir hielten uns entlang der Südroute, die zwar länger, aber nicht ganz so gefährlich war wie die nördliche. Von der Badgehr Spring Junction schließlich konnten wir noch etwa vier Meilen fahren und stellten dann unseren Wagen in der bewaldeten Zone zwischen Kiefern, Wacholder und Zedern ab. Wir konnten den richtigen Weg leicht finden, denn Glen hatte bereits überall kleine Steinhäufchen errichtet und Markierungsbänder angebracht. Nach einem ansonsten freilich eher beschwerlichen, steilen Aufstieg, der uns über weite Schotter-Ebenen und Granitflächen führte, erreichten wir zunächst den Zwischengipfel des Tikaburu und gelangten dann über einen Grad zum eigentlichen Ziel. Das letzte Stück war noch einmal ziemlich steil, dann waren wir auf unserer kleinen Beobachtungsplattform angekommen, dem Gipfel in zweieinhalbtausend Meter Höhe. Ein herrlicher Ausblick. Die Highways sahen wie kerzengerade Bindfäden aus, da unten in der Ferne verlief auch unsere, altvertraute, Gromlake rot. Wir waren wirklich weit abseits des Geschehens. Einsamkeit, wohin das Auge blickte. Nur eins schien zu fehlen, die Gromlake-Basis. Doch wenn man genau hinsah, konnte man sie schon erkennen. Ganz in der Ferne schimmerten die Hangars und ein kleiner Teil des hellen Gromlake. Trotzdem war ich ziemlich enttäuscht. Da war man erst einmal stundenlang unterwegs, um hier heraufzukommen, und dann dieser klägliche Anblick. Ich hatte noch die Aussicht von Wide Sides in Erinnerung, den ich ein paar Monate zuvor zum letzten Mal besucht hatte. Mit der Zeit schienen wir uns aber doch an die neue Situation zu gewöhnen, und auch die Luft wurde klarer. Außerdem hatten wir eine kompakte, aber doch sehr leistungsfähige Maxutov-Teleoptik dabei, die ich mir extra für diese Aktion besorgt hatte. Der erste Blick war schon überwältigend. Obwohl so viel Luft zwischen uns lag und eine Strecke von wie gesagt 42 Kilometern, die Anlagen waren nun perfekt zu erkennen. Obwohl wir nunmehr doppelt so weit entfernt waren wie von Wide Sides, hatten wir mehr Ruhe und außerdem machte das Spiegeltele die riesige Distanz mehr als Wett. Und es sollte noch besser kommen. Jetzt sahen wir uns erst einmal ein wenig auf dem kleinen Gipfelplattejahr um. Vorne, in westlicher Richtung, hatte Glenn bereits eine kleine Steinmauer als Geheimnis am Papose Lake Windschutz errichtet Dahinter stehen ein paar Büsche, dann geht es bei nahe senkrecht nach unten. Auf der anderen Seite befindet sich eine größere Feuerstelle und eine steinische, in der Glenn einige Utensilien verstaut hatte. Da lagen unter anderem auch zwei Klappstühle, offenbar hatte sich die Securete noch nicht hierher verirrt, und sogar ein kleines rotes Linsenteleskop, das wir uns für die Zeit unseres Aufenthaltes recht selbstherrlich ausliehen, so dass wir nun beide nicht ausschließlich auf das, unbewaffne Tee, Auge angewiesen waren. In seiner leicht skurrilen Art hatte Glenn sogar eine kleine Marienfigur auf dem Gipfel aufgestellt, die er die, Madonna des schwarzen Budgets, taufte. Nun, zur Beobachtung richtete es sich Jochen an einer recht exponierten Stelle ein, die ziemlich dicht am Steilhang liegt. Wir sprachen bald nur noch vom vorgeschobenen Posten. Ich für meinen Teil suchte mir eine möglichst windgeschützte Stelle direkt an der Mauer. Abgesehen davon, dass ich es sowieso nicht lange im doch immer kälter werdenden Wind ausgehalten hätte, musste natürlich auch die Teleoptik möglichst stabil aufgestellt werden. Der Wind machte uns wirklich Sorgen, denn gerade in den ersten Abendstunden pfiff er mit kräftigen Stößen um den Gipfel. Hoffentlich würden die Bilder gelingen. Kurz vor der Dunkelheit hatten wir noch einen ganzen Scheiterhaufen an Feuerholz besorgt, um später die Kälte etwas zu lindern. Die Flammen selbst sollten vom Winkel der viel tiefer liegenden Basis eigentlich nicht zu sehen sein, und selbst wenn die Wächter der Basis den Wärmeherd auf dem Tikaboh registrierten, uns ging es bei dieser Akteon in erster Linie um gute Fotos der Gebäude, und die konnten sie nicht so schnell verstecken. Interessant war übrigens der veränderte Sichtwinkel gegenüber der alten Position auf Weidseitz und Friedemritz. Nicht zuletzt auch wegen der größeren Höhe ließen sich nun zahlreiche weitere Einrichtungen im Norden der Basis erkennen, die früher nicht sichtbar waren, gerade auch die für Radartests aufgebauten schrägen Pylone, auf denen neueste Entwicklungen platziert werden, um ihre noch perfektioniertere Unsichtbarkeit unter Beweis zu stellen. Rackten deutlich sichtbar in die Höhe. Außerdem tauchten hinter den Ausläufern des Papose Mountain Range ungeheuer breite Straßenzüge auf. Ihre Breite ist schwer zu schätzen, aber sie kann durchaus zwischen 50 und vielleicht gar 100 Metern betragen. Mit zunehmender Dunkelheit gingen auf der Basis mehr und mehr Lichtähe an. Im Übrigen schien sich dort unten nicht viel zu tun. Wir hatten die letzte Jeanne bereits vor geraumer Zeit auf der großen Piste landen Gesehen, nun regte sich nichts mehr. Über uns breitete sich ein fantastischer Sternenhimmel aus, die Nacht wurde extrem klar. Hoffentlich würde auch am Geheimbasis Serie 51 Nächsten Morgen im Tal kein Dunst liegen Die frühen Morgenstunden sollten eigentlich das beste Licht liefern, um die Gebäude bei langem Schattenwurf deutlich fotografieren zu können. Doch jetzt stand erst einmal eine lange Nachtwache bevor. Jochen harte immer noch auf seinem vorgeschobenen Posten aus, und ich wunderte mich nur, dass er im Wind noch nicht zum Eiszapfen erstarrt war, während ich mich weiterhin hinter der Mauer und einem großen Holzbalken verschanzte und andauernd fotografierte. Nicht lange nach Einbruch der Dunkelheit entfaltete sich ziemlich plötzlich ein imposantes Schauspiel am Himmel etwas südlich von Gromlake. Wir werden wohl diesen Eindruck nie vergessen, als wir das erste Mal die berühmten Golden Orbs sahen, von denen eine nach der anderen über der weiten Wüstenlandschaft in strahlendem Orange aufleuchtete. Das sah nun wirklich fast auserwäglich aus. Ob diese hellen Lichtkugeln gleich unkontrolliert über den Himmel springen würden? Dann hätten wir nämlich wohl tatsächlich eine Begegnung mit den Lazarufus. Doch diese Kugeln schwebten lediglich einige Minuten majestätisch über dem fernen Gebirge, hinter dem sie dann qualmend verschwanden. Während dieser Sichtung sahen wir auch blitzende Flugzeuglichter und hörten, wie Bomben über dem Testgelände detonierten. Danach herrschte endgültig Ruhe. Nach einiger Zeit legte sich dann auch der Wind. Die Stimmung dort oben auf dem Berg war wirklich einmalig, wir vergasen beinahe Zeit und Raum um uns. Und die einzigen Lichter leuchteten dort drüben auf dem Gelände der nicht existenten Basis. Ansonsten konnten wir noch beobachten, wie die Security im Tal ihrer Arbeit nachging. Immer wieder leuchteten die Scheinwerfer ihrer Jebs auf, und gelegentlich zeigte sich ein Fahrzeug auf dem einsamen Highway. Ich versuchte derweil, in regelmäßigen Abständen Fotos mit den unterschiedlichsten Belichtungszeiten zu schießen. Hier oben störte uns wenigstens die Security in keiner Weise. Gelegentlich beobachteten wir den Komplex auch bei sehr hoher Vergrößerung, wobei mich ein Detail ganz besonders interessierte. Bereits im Frühjahr war mir in dunklen, mondlosen Nächten aufgefallen, dass in südwestlicher Richtung des Chromlacke ein kaum merklicher, matter Lichtschimmer über den Bergen zu erkennen war. Dieser Schimmer stammte nicht von Erio 51, die direkt daneben eine deutlichere Streulichtglocke über den Chrombergen in den Himmel zeichnete. Überall wo Licht ist, gibt es diese Erscheinung. Das Licht wird an den Staubteilchen in der Luft nach oben gestreut und verrät selbstverständlich die Quellen, die beispielsweise von Bergen verdeckt sind. Nun, vom Tikaboro-Peak aus, liegt Erio 51 in der direkten Sichtlinie. Meine Suche galt nun wiederum der zweiten Streulichtglocke, die irgendwo hinter den Paposebergenscheinen. Geheimnis am Papose-Lake? Musste. Es dauerte nicht lange und sie stand recht deutlich im Gesichtsfeld des Teleskops. Die Richtung stimmte exakt, genau dort musste der Papose-Lake liegen. Erst beim zweiten Hinsehen fiel uns dann auf, dass sich links und rechts neben dem großen Lichtschein noch je ein weiterer, kleinerer und noch schwächerer Streulichtgiegel am Himmel abzeichnete. Sie fielen eigentlich nur auf, wenn wir das Teleskop horizontal bewegten, eine, Methode, die man auch verwendet, wenn man bei astronomischen Beobachtungen lichtschwache Nebelobjekte besser erkennen möchte. Dort jedenfalls existiert offenbar wirklich eine zweite Anlage. Wo Licht ist, ist meist auch Leben. Beim Blick durch das Farnrohr musste ich daran denken, wie beispielsweise jenen an der Gegend um den Papose-Lake interessierten Regierungsleuten gesagt wurde, es gebe dort überhaupt nichts. Man könne dort nicht hin, das Gebiet sei radioaktiv verstrahlt. Vielleicht würde uns jetzt erzählt werden, das Leuchten sei die Radioaktivität. Was war das wirklich? Irgendwer schien dort Licht zu benötigen. Ich glaube eigentlich nicht, dass das Licht von kleineren Punktquellen noch am oberen Hang des Papose-Mountain stammte. Dazu schien mir die Verteilung zu breitflächig zu sein. Ich malte mir für einen Augenblick aus, dass vielleicht auf der anderen Seite des Berges die UFO-Hangars geöffnet worden waren, die nunmehr ein indirektes Licht abgaben. Reines Wunschdenken, gepaart mit der Verergerang, diese Szenen nicht sehen zu können. Dennoch, Lasas Behauptungen wurden wieder unweigerlich lebendig. Und ich musste auch an einige Briefe denken, die ich nach wiederholten Feuer-Anfragen von der, 1000 Air Force, Pentagon, erhalten hatte. Im Sommer 1995 begann ich mit einer Reihe Feuer-Erkundigungen, um zu prüfen, wie die Air Force sich zur Existenz von S-IV stellt. Zwar gibt es sogar zwei, S-IV, Gelände auf dem Nevada-Testgelände, doch da ich die geografischen Koordinaten und die militärische Luftraumbezeichnung genau angab, dürfte damit auch jegliches Missverständnis über den Ort vermieden worden sein. Natürlich weigert sich die Air Force ganz grundsätzlich, die Existenz von S-IV zu bestätigen oder auch nur zu dementieren. Unter Feuer besteht für die betreffende Behörde die Verpflichtung, nach bestimmten Aufzeichnungen zu suchen und zu bestimmen, ob das betreffende Material freigegeben werden kann. Ansonsten werden Fragen nicht beantwortet, zumindest besteht unter Feuer keine Verpflichtung dazu. Nun, ich bat um sämtliches verfügbares Material zu S-IV, und das FMSS-IMS, Feuer, Büro im Pentagon teilte mir am 20. Juli 1995 mit, man werde jede Anstrengung unternehmen, mir innerhalb von 10 Geschäftstagen zu antworten. 5. Geheimbasis-Ärie 51 Tage später kam eine weitere Benachrichtigung, dass eine angemessene Bearbeitung der Angelegenheit mehr Zeit erfordere und ich am 10. August ein Update der Überprüfung erhalten würde. Am 5. September kam die nächste Antwort, bitte nehmen Sie Bezug auf unser Schreiben vom 25. Juli 1995. In diesem Falle sind wir nicht in der Lage, die vom Akt eckige Klammer auf Feuer eckige Klammer zu vorgegebenen Zeitlimits einzuhalten. Wir benötigen zusätzliche Zeit, um die angeforderten Akten zu suchen, zu überprüfen oder zu duplizieren. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Nachfrage so schnell wie möglich bearbeiten werden. Mit Datum 11. September, kurz vor meiner Abreise in die USA, erhielt ich dann eine vorübergehend endgültige Auskunft. Hiermit beantworten wir Ihre, Freedom of Information Act, Anfrage nach Dokumenten-Aufzeichnungen über jegliche Installation. Mit der Bezeichnung, S4, lokalisiert auf dem Nellis AFB Reinsch N.V. Wir erhielten Ihre Anfrage am 13. Juli 1995. Mit Hinblick auf Ihre Anfrage können wir die Existenz oder Nicht-Existenz der von Ihnen erbetenen Informationen weder bestätigen noch ableugnen, da jede andere Antwort gegenwärtig und geeignet klassifizierte Information preisgeben würde, die von einer Freigabe unter Titel 5, United States Code, Section 552, b. 1, und Air Force Instruction 37 bis 131, § 10.1 ausgenommen ist. Mit dieser Aussage bestätigt das Department of Air Force weder, dass solche Aufzeichnungen existieren oder nicht existieren, noch streitet es dies ab. Eine übersichtliche Auskunft Immerhin, seltsam ist die in dem Schreiben nahegelegte Erklärung schon, eine Information könne nicht existieren, auch wenn sie gleichzeitig klassifiziert ist, aber trifft das nicht auch auf RE51 zu? Die Autorität, die den Riegel in jener Sache vorschob, war ein L. Eric Patterson, Leutnant Colonel, USAF, Director, Security and Special Programs Oversight. Ich hatte bisher noch nicht viel Glück dabei, mehr über Colonel Patterson zu erfahren. Einzig in einem Air Force-Dokument vom L. November 1995 zum Thema, Special Access Programs, erscheint sein Name als Geheimnis am Papuose Lake, Stellungnahme der Air Force zur Existenz oder Nicht-Existenz von S4. Archiv Verlasser Geheimbasis Area 51 Führender Offizier im OPR, dem Office of Primary Responsibility, hier wird ein Leutnant Colonel Leona E. Patterson genannt, und in Anbetracht des Kontextes dürfte man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt. Hier ist auch die Rede von einem, Special Access Required, SAR, Programs Oversight Committee, SPOC, das offenbar im Zusammenhang mit der Abteilung Special Programs Oversight in Verbindung steht. Ob Colonel Patterson auch der Air Force Hauptverantwortliche auf Area 5 Liter pro S-4 ist, steht nicht fest, doch diese Annahme scheint alles andere als vollkommen abwegig zu sein. In jenem Air Force-Schreiben wurde mir noch mitgeteilt, ich könne gegeben diese Entscheidung einen Spruch einlegen und eine neuerliche Überprüfung beantragen, was auch geschah. Dabei wies ich auf die Widersprügliche Aussagenlogik des Schreibens hin sowie auf die Paradoxie der sich mehr und mehr entwickelnd den OpenShires, Aktion, durch die Aufklärungsflüge auch über S-4 möglich sein würden. Da ich gerade aus den USA zurückgekehrt war und jene drei Streulichtkegel über dem betreffenden Gebiet gesehen hatte, interessierte es mich zu sehen, ob eventuell auch dazu eine Reaktion folgen würde, wenn ich diesen Sachverhalt kurz erwähnte. Am 31. Oktober erhielt ich eine Empfangsbestätigung, und am 19. Dezember 1995 teilte mir das Hauptquartier der Air Force in Washington mit, man werde die Einwände genau und so schnell wie möglich prüfen. Danach sollte die Angelegenheit wieder zum Büro des Luftwaffenministers zurückgeleitet werden, um endgültig entschieden zu werden. Bis zum heutigen Datum sind allerdings weitere Stellungnahmen ausgeblieben. Zu S-4 gibt es bis heute keine einzige nachgewiesen authentische offizielle Bestätigung. Im März 1994 bekam war der Herausgeber des Magazins, Close Encounter Granicles, CE Granicles, in Houston, Texas, einen Brief, der wie ein echtes USAF-Dokument aussah, mit Sicherheit aber nichts als Desinformation darstellt. Jenes Schreiben, angeblich verfasst von USAF-Kolonel Eregui Shaklai, datiert auf den 21. Februar 1994 und trägt den außergewöhnlichen Briefkopf, Department of the Air Force, Headquarters United States Air Force Special Projects Agency, Chromlacke, Nevada 89001, Nevada Testzeit. Darunter ist der Stempel, T.O.P. Secret, Ales Only, National Security Information, angebracht, streng geheim, N.U.R. zur Einsichtnahme, Nationale Sicherheitsinformation, was deutlich an die MAJESEC-12-Dokumente erinnert. Das Schreiben ist an den hochrangigen Wissenschaftler James Oberg, unter anderem NASA, Rockwell, McDonnell, Rendoven, gerichtet, der für seine scharfe Opposition gegen die UFO-Thematik bekannt ist. Shaklai hebt Obergs hervorragende Arbeit hervor, gerade auch seine Aktivitäten. Geheimnis am Papose Lake? Zur Diskreditierung des UFO-Themas, und bietet ihm die Position eines Damage-Control-Specialist, DCA, Schadenskontrollexperten, bei der Special Projects Agency an, denn im Zusammenhang mit der von dem Kongressabgeordneten Steve Schiff eingeleiteten Überprüfung des Roosevelt-Absturzes müsse man auch mit Ermittlungen zu RIE 5 Liter pro S-4 rechnen. Nun gehe es darum, mithilfe von Oberg zu zeigen, dass die Spur, die zu RIE 51 führt, kalt ist. Ausdrücklich und ohne Umschweife ist in diesem Brief die Rede von der außerirdischen Technologie auf S-4. So interessant das klingt, so unsinnig ist die Geschichte. Entweder wusste Oberg über die Vorgänge auf S-4 Bescheid, dann hätte der Schreiber nicht so deutlich davon sprechen müssen, oder er wusste es eben nicht. Doch dann hätte man Oberg sicherlich nichts in schriftlicher Form mitgeteilt, solange man sich nicht von seiner Mitarbeit überzeugt und ihm eine entsprechende Freistellung gegeben hätte. Das gesamte Schreiben wirkt ziemlich dick aufgetragen und plump. Am Schluss ist noch die Rede von einem gewissen, Dennis Mariana, der Oberg am 20. März 1994 mit einem privaten EG und G-Flug zur Testzeit begleiten würde. Ausgerechnet Dennis Mariana hatte sich der Fälscher geirrt oder vertippt, als er den Namen schrieb. Der CE-Mitarbeiter Rod Louis rief James Oberg an, um ihm einige Fragen zu stellen. Er bezeichnete zwar jenes Stubiosi-Usaf-Schreiben des, tatsächlich existierenden, Kolonel Schakley natürlich gleichfalls als Fälschung, konnte aber Louis angeblich nicht sagen, wo er am 20. März 1994 war. Bei einem Mann des Kalibers von Oberg wäre das allerdings eine merkwürdige Auskunft. So vermuten einige, der Obergbrief sei eine Art versteckter Tipp oder aber schlichte Desinformation, um die Geschichten über Driemland und Lasas Bericht nur wieder unglaubwürdig zu machen. Doch erschöpfen sich die Gerüchte über Flugscheiben auf Area 51 und es fiel keineswegs in Lasas Schilderungen. Alleine die bisher in diesem Buch erwähnten unabhängigen Berichte belegen schon die lange und entspräkend umfangreiche Tradition der mehr oder minder gut belegten Geschichten über UFOs auf dem Testgelände. Und eine Menge erstklassiger Zeugenaussagen sollte nicht leichtfertig vom Tisch gefegt werden. Auf einige verblüffende Beispiele kommen wir noch zurück. Auch George Knapp hat im Verlauf seiner langjährigen Nachforschungen eine ganze Liste unabhängiger Zeugen angesammelt und erklärt. Nimmt man Bablasa aus der Story über Area 51 heraus, ist es immer noch eine Story, dazu eine, die zumindest teilweise von Dutzenden von Leuten untermauert wird, mit denen ich in den vergangenen vier Jahren gesprochen habe. Ich möchte hier einmal einen Überblick über diese Personen geben, die nach knapps Ermessen glaubwürdig sind und außerdem, obwohl sie sich Geheimbasis Area 51 Untereinander nicht kennen, einem gemeinsamen Muster folgen. Unter diesen Zeugen befinden sich ein Golfprofi mit sehr guten Beziehungen zu hochrangigen Offizieren auf Nellies, dem einer jener Offiziere in privaten Unterredungen andeutete, Roosevelt habe sich tatsächlich ereignet, und er wisse davon, dass Teile des außerirdischen Flugkörpers nach Area 51 gebracht worden waren, g. der Steuerberater Roy Bührum, der in den 70er Jahren mehrere Clean Ten betreute, die ihm manches über die Vorgänge auf Area 51 erzählten und auch von den Wegen sprachen, die die Summen nahmen, welche für das Untertassenprogramm beschafft werden mussten. Nach einem Telefongespräch mit George Knapp seien zwei Regierungssagenten bei Bührum erschienen, die ihn ganz offensichtlich warnen wollten, nicht wieder mit einem Journalisten zu sprechen, g. eine im Gerichtswesen von Clark County tätige Frau, die für Holmes und Naffer, einen bedeutenden Kontraktor des Verteidigungsministeriums gearbeitet hatte. Sie sei auf einigen Treffen auf hoher Ebene zugegen gewesen, auf denen angeblich von den Flugscheiben auf Area 51 die Rede war, die ihres Wissens unter der Kontrolle eines Privatkonzerns stehen und nicht des Militärs. Zu einem mit knapp vereinbarten Treffen erschien sie nicht, da sie bald darauf aufmerksam gemacht wurde, nach wie vor unter Eid zu stehen. Ihr sei angeblich sehr deutlich gedroht worden, man wisse, dass sie und ihre Familie häufig weite Strecken fahren würden und dabei immer einmal ein Unfall geschehen könne. Auf diese Frau wurde Knapp von einem Polizeibeamten aufmerksam gemacht, der ihm diesen Einschüchterungsversuch auch als Grund nannte, war um die Frau nicht erschienen. Sie reagierte kein einziges Mal mehr auf weitere Anfragen von George Knapp, der jener Area 51 Ingenieur, den Knapp auch direkt auf Lassar ansetzte, um ihn mit Fragen über die Anlage am Gromlake zu bombardieren und so herauszufinden, ob er die Wahrheit sagte, G1EG und G-Flugingenieur, der zur Zeit seiner Beschäftigung auf Area 51 ein Haus einer bekannten Persönlichkeit gemietet hatte und dieser Persönlichkeit von den Flugscheiben erzählte, nachdem sich nach längerer Zeit ein Vertrauensverhältnis entwickelt hatten. Er gab aber keine Details weiter, da er befürchtete, seinen Job zu verlieren, wenn er als Quelle bekannt würde, ein Militärfotograf namens, Alfred, der zu Beginn der 60er Jahre auf NTS gearbeitet habe, um die Atomtests im Bild zu dokumentieren. Wie er erklärte, habe er als Fotograf auch ein Fernglas benutzen dürfen, im Gegensatz zu fast allen anderen Mitarbeitern, und so hätten er und Geheimnis am Papuose-Lake? Einige seiner Kollegen gelegentlich von einem Sichtpunkt westlich des Gromlake, S4 Nicht selten Metallscheiben gesehen. Alfred sei in Farmington nahe Aztec, New Mexico, aufgewachsen. 1949 sei er dort wie viele andere Zeuge einer UFO-Formation geworden. In jenem Jahr sei in der Region auch ein unbekanntes Flugobjekt abgestürzt. Die Air Force habe ihn über seine eigene UFO-Sichtung befragt. Später wurde er Militärfotograf, erhielt eine hochrangige, Q-Freistellung und wurde einem aus Deutschland stammenden Physiker namens Otto Krause unterstellt. Immer wieder gab es während der Testvorbereitungen lange Phasen, während derer die Fotografen nicht benötigt wurden. Sie saßen dann in einem Wohnanhänger und unterhielten sich über alle möglichen Dinge. Als Alfred einmal von seinen frühen UFO-Erlebnissen zu erzählen begann, überraschte ihn Krause damit, ihm beizupflichten, dass UFOs völlig real seien. Er sagte zu Alfred, dass sowohl in der Gegend von Roosevelt als auch bei Aztec ein außerirdischer Diskus niedergegangen sei. Als dieses Gespräch zwischen Alfred und Otto Krause stattfand, war der Roosevelt-Fall noch längst nicht wieder entdeckt. Krause erklärte, dass auch Wiesen geborgen worden seien, die man zunächst nach Weidsands verbracht habe, wo auch er in jener Zeit beschäftigt war. Auf Area 51 würde man versuchen, das Antriebssystem zu erforschen, und eigentlich sei nur der Antrieb das wirklich Geheime an den Flugscheiben. Ein weiterer EG- und G-Techniker namens Doug Schröder, der für seinen Konzern einen internen Film über diverse EG- und G-Programme drehen sollte, Er versuchte sich technischen Rat bei dem Filmproduzenten Bab Patrick zu holen. Die beiden wurden gute Freunde und irgendwann begann Schröder von Area 51 zu erzählen. Seine Geschichte deckt sich mit vielen anderen. Er sprach auch von speziellen Legierungen, die die Forscher an dem fremden Flugobjekt kennengelernt hatten. Schröder beschrieb seinem Freund Bab Patrick die genaue Route, wie er zum Stützpunkt vordringen könne und sagte, er solle zur Sicherheit einen Torkier-Anzug anlegen, damit seine Transpiration nicht möglicherweise von den im Gelände verteilten Ammoniakdetektoren entdeckt würde. Patrick soll dies tatsächlich getan haben und nicht entdeckt worden sein. George Knapp erfuhr Schröders Bericht von Patrick, konnte aber mit dem eigentlichen Informanten nie sprechen, der unter nicht ganz geklärten Umständen starb. Doch unterhielt er sich mit Schröders Frau und einem Kollegen, Doug Smith, der, laut Knapp, bekannte Biologe Doktor. Den Kran aus Las Vegas. Knapp erhielt mehrere Briefe, in denen er von verschiedenen Seiten auf Doktor. Geheimbasiserie 51 Kran aufmerksam gemacht wurde. Demzufolgen habe er die Körper aus serirdischer Wesen untersucht. Knapp nahm Kontakt zu ihm auf, und Kran zeigte sich bereit, ihm Dokumente als Beweis dafür zu übergeben, dass er Gewebe-Prappen aus serirdischer analysiert habe. Doch das Treffen fand nie statt. Knapp, er brach in der Tat alle Brücken hinter sich ab und verschwand. Ich erfuhr, dass er nun in einem Hotel in Las Vegas als Wachmann arbeitet, für einen Biologen sicher eine seltsame Karriere. Um die Liste an dieser Stelle einmal abzubrechen, Knapp nennt noch eine Reihe weiterer Zeugen und erklärt auch, dass der schon mehrfach genannte, bekannte Luftfahrtjournalist Jim Goodall seinerseits etliche sehr glaubwürdige Personen ausfindig gemacht hat, die wiederum von all serirdischer Technologie auf, Driemland, gesprochen haben. Goodall, der in der Tat hervorragende Recherchen zur, Steald, Technologie durchgeführt hat, gab Knapp zu verstehen, aufgrund seiner guten Kontakte drei vertrauliche Quellen zu kennen, die ihm die Existenz von außerirdischer Technologie in, Driemland, absolut glaubwürdig bestätigten. Eine dieser Quellen sei ein ehemals für Lockheed tätiger Ingenieur. Zu guter Letzt bezieht sich George Knapp auch noch auf das, Mitglied einer prominenten Familie Nevada's, einen Mann, der einen einwandfrei nachweisbaren Lebensweg mit unzweifelhafter Beteiligung an Geheimprojekten der höchsten Ebene vorweisen kann und Knapp genauso unzweifelhaft anvertraut habe, dass die Regierung bereits seit den 50er Jahren an außerirdischer Technologie Forsche Flugversuche mit den Scheiben seien bis in die späten 60er Jahre sehr problematisch verlaufen. Dieser Zeuge, der ein wissenschaftliches Studium hinter sich haben soll, bleibt bisher anonym, soll sich Knapp gegenüber aber immerhin damit einverstanden gezeigt haben, ein Videoband mit seinen Aussagen zu deponieren, das unmittelbar nach seinem Tod in aller Öffentlichkeit vorgeführt werden dürfe und bestätigende Aussagen enthalte. Die Zahl der Zeugen ist mittlerweile doch schon sehr groß und bald unüberschaubar geworden. Unter ihnen finden sich immer wieder auch Solke-Personen, die behaupten, unmittelbar auf R.I. 51 tätig gewesen zu sein, wie beispielsweise die in jüngerer Zeit aufgetretenen Forscher David Adale und Michael Wolf. Auch sie bestätigen im Prinzip das, was Bab Lassar sagt. Andere wiederum, die vielleicht nicht ganz so spektakuläre Geschichten erzählen, können ihre Beschäftigung auf R.I. 51 nachweisen und interessant die Zusatzinformationen zum Gesamtbild beisteuern. Eine Geschichte im Zusammenhang mit R.I. 51 steht allerdings in mancher Hinsicht wirklich für sich. Wahrscheinlich wird sich kaum herausfinden lassen, ob die letztendlich daraus resultierenden Hinweise authentisch sind. Geheimnis am Papose-Lake? Oder aber nur einem, Wunschbild, entsprechen. Doch ist diese Geschichte genauso interessant wie kurios. Im Jahr 1994 drangen zwei Teenager, wahrhaft geniale Hacker, in einige Computer bedeutender US-amerikanischer Institutionen und Militäre in Richtungen ein. Der von UFOs und aus Schaer-Irdischen Besessene, damals gerade 19 Jahre alte Engländer Matthew Befan knackte unter dem Namen Cooie, zusammen mit seinem drei Jahre jüngeren Freund Richard Prüke, Datastrian Cowboy, sämtliche erforderlichen Passwörter und Codes, um sich in die normalerweise unzugänglichen Netze und Dateien einzuklinken. Zu den Zielen ihrer illegalen Bemühungen zählten unter anderem die Rom-Laboratories, das Hauptquartier der USAF, Forschungseinrichtungen der Griffes Air Base, das NASA-Guard-Dart Space Flight Center, Lockheed Computers und die Wright-Pathoson Air Force Base. Nachdem ihm FBI und AFU sie auf die Schliche gekommen waren, erklärte Befan, ich wollte einfach Beweise für all jene Verschwörungstheorien finden, außerirdische Entführungen, die Roosevelt-Landung von 1947 und eine NASA-Fälschung der Mondlandung, und wo besser sollte man nachsehen als in deren Computer für Tess? Es war eine Herausforderung. Das britische Magazin Alien Encounters stellte Matthew Befan einige Fragen zu seinen Resultaten, von denen man zuvor nicht allzu viel erfahren hatte. Befan erzählte, dass einer der Computer auf Wright-Pathoson sehr unsicher gewesen sei. Einige Dokumente, die der Hacker dort fand, enthielten Informationen über einen Anri-Gravitation-Santrieb, der eine Geschwindigkeit im Bereich vom 12- bis 15-fachen des Schalls erreichen sollte. Ich weiß nicht genau, wie schnell das ist, meinte Kui, aber ich denke, das ist schneller als die meisten Flugzeuge, die wir heute kennen. Offenbar verwendet das mit dieser Maschine ausgestattete Fluggerät einen Reaktor, über den eine ganze Menge an detaillierten Zahlen und Skizzen dort zu finden war, aber ich habe keine Ahnung. Was das alles bedeutete. Ich kann mich erinnern, dass die Dokumente sich auf ein super schweres Element bezogen. Dieses Element sei der Haupttreibstoff für den Reaktor. Diese Beschreibung hätte fast von Lassar selbst stammeln können, bis auf die Erwähnung des Antischwerkraft-Antriebes. Nüchtern betrachtet, kommen etliche Erklärungen für diese Geschichte infrage. Befahren könnte sich alles bei nur einiger Kenntnis der UFO-Literatur aus den Fingern gesaugt haben. Zwar hatte er sich nachweislich Zugang zu normalerweise nicht zugänglichen Dateien verschafft, doch kann nicht nachgewiesen werden, ob er dort auch tatsächlich derartige UFO-Informationen vorfand oder nur aufgrund seiner Besessenheit von dem Thema hin zu fabulierte. Doch genauso kann er die Wahrheit sagen. Interessant ist seine Aussage, das System sei überraschend schlecht geschützt. Geheim Basis Area 51 Gewesen Könnte das bedeuten, dass die Air Force hier absichtlich ein angebliches Sicherheits-Lag schuf, um glaubwürdige Desinformationen zu verbreiten? Interessant ist auch, dass eine Strafverfolgung, Kujis, schnell aufgegeben wurde, da der gesamte Fall und das kostenintensive Einfliegen US-amerikanischer Zeugen nicht im öffentlichen Interesse stehe. Wenn Laser die Wahrheit sagt und Befahn sich nicht getäuscht hat, würde auch die Erwähnung der Antigravitation auf eine, gepflanzte, Fehlinformation hindeuten. Doch beinahe schon notorisch kursieren immer wieder Geschichten, die um einige charakteristische Aussagen kreisen, wie sie vor allem durch Bab-Laser zu S4 und den Vorgängen dort bekannt geworden sind. Wie gesagt, es gibt keine offiziellen Bestätigungen für die Existenz einer S4 Anlage am Paproselake. Doch wie sich gezeigt hat, lassen sehr interessante Beobachtungen darauf schließen. Beispiele dafür sind die Lichtgegel und das merkwürdige Verhalten der Air Force, wenn man etwas über S4 wissen möchte. Wenn es keine Einrichtung dieser Art gäbe, würde sicherlich kein Sprecherzögern zu sagen, die Geschichten seien allesamt Unfug. Aber es gibt noch weit mehr Hinweise und Indizien. Schon von Tikaboro Peak aus konnten wir bei über 200-facher Vergrößerung erkennen, dass hinter den nördlichen Ausläufern des Papose Mountain Range weitere Installationen existieren. Auf Satellitenaufnahmen sind ebenfalls Straßen zu erkennen, die um den vulkanischen Berg herum führen. Sie laufen am Fuß des Berges entlang und führen in Richtung zum Papose-Lake, enden allerdings offenbar im Nichts. An den Bergflanken und auch an anderen Stellen rund um den Papose-Lake sind nicht die kleinsten Hinweise auf Gebäude wie zum Beispiel Hangars zu erkennen. Die Tarnung der Anlage muss also wirklich gut sein. Vom Erdboden aus gibt es mindestens eine direkte Sichtverbindung bis hinüber zum Papose-Lake, allerdings ist die Entfernung beinahe hoffnungslos groß, um noch irgendwelche interessanten Details auszumachen. Rund 70 Kilometer trennen einen Beobachter auf dem Gipfel des MT. Stirling im Westen der Testzeit von Papose-Lake. Bisher hatte ich mir nur einmal vorgenommen, von dort aus zu beobachten, doch ich musste abbrechen, das Wetter war einfach zu schlecht. Glenn Campbell war natürlich auch auf diesem Badgipfel, den ursprünglich Tom Mahort als Sichtpunkt ausfindig gemacht hatte. Mit seinen guten Augen glaubte Glenn eine dunkle hohe Struktur auf dem Papose-Lake zu erkennen, möglicherweise ein Gebäude. Doch spätere Beobachtungen zeigen, dass er möglicherweise von einer natürlichen, dunklen Stelle dort in die Irre geleitet wurde. Von Vorbeiflügen nahe des Luftraums von Driemland und Papose-Lake war bereits die Rede. Mark Farmer, Interkip-Dor, Agent X, flog wie gesagt Anfang 1998. Geheimnis am Papose-Lake? Als Berichterstatter in einer F-16 über das Gelände, und er konnte nichts erkennen. Und doch scheint irgendetwas dort zu sein. Mein Rat Eberle, Swiss Mountainbad, der ein sehr weitgehendes Interesse an den Vorgängen auf, Driemland, besitzt, erzählte mir von einem ihm bekannten, ehemals auf Aerie 51 tätigen Testpiloten, der sich an einen merkwürdigen Umstand erinnerte. Ihm und seinen Kollegen sei nämlich unter Androhung sehr ernster Konsequenzen untersagt gewesen, von Gromlake aus auf einen der westlichen Gipfel zu steigen und hinunter in das nächste Tal zu blicken. Doch wenn dort nichts wäre, warum sollten die Piloten nicht in dieses Tal hinabsehen? Was dann im April 1997 geschah, das ahnte nicht ein einziger UFO-Forscher und auch sonst kaum irgendjemand. Gegen Ende des Monats sollte nämlich ein zu allem Entschlossener völlig unerkannt, aber dennoch nachweislich, tief in die gesperrte Zone vordringen, so weit, wie vor ihm wohl noch niemand zuvor. Und er sollte auf diesen lebensgefährlichen Trick fast bis zum südlichen Ende des Papose-Lacke gelangen. Ironischerweise hatte jener Mann, der dieses unverhältnismäßig hohe Risiko auf sich nahm und eindeutig sein Leben in mehrfacher Hinsicht aufs Spiel gesetzte, überhaupt kein Interesse an UFOs und einer Aufklärung der von Lazar vertretenen Geschichte über verborgene Hangars und Auserrödi. Scheraumschiffer auf S4 und dennoch gab es ebenfalls einen Grund, der bei ihm ein brennendes, unstillbares Interesse an genau jener Gegend entfachte. Der Amateurarchäologe Jerry Freeman aus Kalifornien war seit Jahren besessen davon, jenen verschollenen Emigranten aus dem Jahr 1849 nachzuspüren, die auf dem Weg von Utah ins Des Valley genau durch die Gegend des Papose-Lacke marschiert waren. Die, Lost Fortune Inners, die ich im dritten Kapitel bereits kurz erwähnt habe, sollen auf ihrer Mörderischen Tour insgesamt sieben Inschriften hinterlassen haben. Eine davon hatte Freeman sogar selbst entsteckt, und sämtliche anderen kannte er, bis auf eine, die an einer abgelegenen Felswand in den Bergen hoch über Papose-Lacke vermutet wird. Jahr auf Jahr hatte der Archäologe versucht, eine Ausnahmegenehmigung des Militärs zu erwirken, um mit seinem weder an Buffen noch an Spionage noch an anderen schädlichen Aktivitäten interessierten Team einen Blick auf jenen Felsen werfen zu können. Doch nichts, aber auch gar nichts heffreilich in dieser Sache, auch nicht die Intervention des kalifornischen Kongressabgeordneten, Bück, Mkeon. Als Leberg-Dolt, ein ehemaliger Kollege von Friemen, einen Air Force-Sprecher anrief und noch einmal nachhackte, gab der ihm zu verstehen, Nein Nein Zur Hölle Nein Geheimbasis Area 51 Wie Jerry Friemen sagt, hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal das Gesetz bewusst gebrochen. Doch nun blieb ihm keine andere Wahl. Trotz seines ausgeprägten Patriotismus, trotz aller Loyalität, er musste in das gesperrte Gelände eindringen, um endlich auf die eine oder andere Weise seinen Frieden zu finden. Er hatte kaum jemandem gesagt, was er plante. Jeder hätte ihn für absolut verrückt gehalten. Andererseits konnte er nicht ganz auf eigene Faust loslegen. Er benötigte jemanden, der ihn an die Sperrzone fuhr und wieder abholte, denn unmöglich konnte er ein Auto dort tagelang stehen lassen. Sein Fußmarsch würde über 100 Meilen durch das abgeriegelte Gelände führen und unter den besonderen Wehtingungen dort rund eine Woche in Anspruch nehmen, wenn überhaupt alles gut gehen sollte. Friemen entschloss sich, auch einem vertrauenswürdigen Pressevertreter Bescheid zu geben, dem Reporter Ken McCall von der Las Vegas Sun, sowie einigen Freunden. Sollte er zum vereinbarten Zeitpunkt nicht wieder auftauchen, mussten sie alarmiert sein. McCall hatte übrigens bereits Ende des Vorjahres über eine monatelange Expedition berichtet, auf der Friemen wesentliche Teile der Route jener Fortuninas verfolgte. So kannten die beiden sich bereits wenigstens einigermaßen gut und schätzten sich auch gegenseitig. Am Dienstagabend, dem 22. April 1997, war der lange ersehnte und dennoch ebenso gefürchtete Moment gekommen, Friemen war von seinem Bruder Doyle über eine unscheinbare Schotterstraße an die westliche Grenze des riesigen Sperrgebietes gefahren worden, hoch oben in die Gegend des Speck der Range. Nur ein kurzes Händeschütteln, dann machte sich Doyle wieder auf den Rückweg, während Jared an einer rostigen Absperrung zurückblieb, welche die normale Welt von Dreamland trennte, als ich die Gurte an meinem 50-Pfund-Rucksack festzog, redete ich mir ein, ich würde nur noch warten, bis der Mond ein wenig höher gestiegen wäre, bevor ich mich auf den Weg machte, doch in Wirklichkeit hatte ich Angst, so notierte Friemen in sein Tagebuch. Das enorme Ausmaß dessen, was ich zu tun vorhatte, irritierte meine Courage. Schließlich, nachdem ich noch einmal tief Atem geholt hatte, schritt ich über die Grenze und hinein in die größer als verbotene Zone kleiner als Neben allen zum Leben und Überleben in dieser ausgetrockneten Landschaft notwendigen Utensilien hatte Friemen auch ein Handy dabei, mit dem er seine Frau, Doyle und Klenk-Kall mittels sehr kurzer Anrufe informieren wollte. Sollte seine Verhaftung kurz bevorstehen, könnte er vielleicht ebenfalls seinen ständig mit einem Anruf rechnenden Freunden die momentane Position durchgeben. Eine Flucht wäre unsinnig, doch wenigstens müsste bekannt werden, dass er aufgegriffen wurde. Dann hätten die Wächter von Geheimnis am Papuose Lake Driemland, kein ganz so leichtes Spiel mit ihm. Würden sie ihn dann auf Nimmerwiedersehen verschwinden lassen, müssten sie öffentlich Stellung beziehen. Friemen hatte sich wirklich eine höllische Tour vorgenommen. Er musste sich so genau wie realisierbar an die Route halten, die vor nahezu 150 Jahren die Planwagen durch die Wüste genommen hatten. Er musste auch sehen, dass er an Wasserrissernuars vorbeikam, um seine Vorräte aufzufrischen. Und er konnte sich teils nur nachts vorsichtig im Staub kriechend vorwärts bewegen, um nicht von der schwer bewaffneten Security entdeckt zu werden. Von einer Bewegung auf die nächste konnte es bereits – aus – sein. Bei all dem nicht die Orientierung zu verlieren, ist eine Meisterleistung. Friemen musste außerdem seinen Zeitplan möglichst genau einhalten, um seinen Bruder an der vereinbarten Stelle zu treffen. Am Morgen des folgenden Tages hatte Friemen den steil aufragenden Skalmountain, den – Schädelberg – erreicht. Nach einem anstrengenden Weg suchte der Archäologe Schutz und Schatten unter einer Gruppe von Jashutris und weit eines Hochplattejahus. Nach einer kurzen Pause und einem Zustand zwischen Schlaf und Wachsein brach er wieder auf. Angestrengt von stundenlangem Klettern merkte er, wie er unvorsichtig wurde und gelegentlich allzu aufrecht marschierte. Plötzlich erstarrte er. Im Tal direkt vor ihm breitete sich eine völlig fremdartig anmutende Anlage aus, die die ganze Ebene auszufüllen schien. Friemen erschrak auch deshalb, weil er glaubte, sich verirrt zu haben, denn auf seiner Karte war keine Installation verzeichnet gewesen. Nach einigen Messungen war er sich dann aber wieder sicher, seinen geplanten Weg nicht verlassen zu haben. Als Friemen die Anlage sah, ließ er sich reflexartig auf die Knie fallen, dann nahm er seinen Feldstecher und versuchte, Einzelheiten zu erkennen. Nichts regte sich, diese Gebäude dort waren offenbar allesamt verlassen, Friemen taufte diese Anlage daher, statt der Toten. Doch dann fiel ihm ein besetztes Wachhaus auf, neben dem ein weißes Fahrzeug geparkt war. Schließlich sah er einen Wagen, der sich im Gelände bewegte und dann noch weitere. Überall waren Wachen. So blieb ihm nichts, als sich zwischen den Kakteen zu verstecken und abzuwarten. Er war nun schon so ungeheuer angestrengt, dass ihn schließlich der Schlaf übermannte, trotz dieser mehr als aufregenden Situation. Nachdem er etwa fünf Stunden lang ausgeruht hatte, schreckte ihn das Geräusch von Rotorblättern auf. Schnell zog der Hubschrauber vorbei, dann war wieder Ruhe. Ursprünglich wollte er direkt weiter zu einer Wasserstelle vordringen, doch diese unerwartete Stadt hinderte ihn daran. Er musste sie umgehen, und wahrscheinlich blieb ihm keine andere Wahl, als den anstrengenden Skull Mountain zu erklimmen. Eine gefährliche Verzögerung. Die Security. Geheimbasis Area 51. Blockierte den direkten Weg, die eigene Sicht war schlecht, und das Wasser war bereits bedrohlich knapp geworden. In tiefster Dunkelheit machte sich Friemen auf den Weg. Mit einem Male wurde im Tal, ein ganzer Wald aus Lichtpfosten blutrot, bevor er in brillantes Leuchten ausbrach. Und überall patrouillierten Wachen. Einmal erstrahlte nicht weit von ihm entfernt ein sehr helles Licht im Buschwerk, so dass Friemen schon glaubte, entdeckt oder vielleicht gar von Gkal verraten worden zu sein, der möglicherweise nicht länger mit Schuld am weiteren unbefugten Vordringen des unerbitischen Archeologen sein wollte. Doch noch geschah nichts. Allerdings dauerte eine Strecke, für die Friemen eigentlich nur eine Dreiviertelstunde veranschlagt hatte, nunmehr fünf Stunden. Während seiner Umwanderung des Komplexes fiel ihm ein besonders stark von der Security frequentiertes Gebäude auf, das mit Ketten eingegrenzt war und aus dessen einzigem Finch der ein strahlendes, pulsierendes Licht trat. Doch konnte er freilich nicht ergründen, was sich dort abspielte. Als er weiter marschierte, überkam ihn ein unerklärliches Unbehagen. Doch er hörte auf das, was ihm seine innere Stimme sagte und bewegte sich nur noch äußerst vorsichtig weiter. Er hielt inne und schaute sich durch sein Fernglas um. Er strauchelte beinahe, als er plötzlich nur rund zehn Meter von sich entfernt ein Security-Fahrzeug im Dunkeln stehen sah. Die Lichter waren aus, und die Geräusche des laufenden Motors konnte er kaum hören, da der Wind sie tückischerweise in die Gegenrichtung mitnahm. Wieder ein Hindernis, das heimlich umgangen werden musste. Mit einem Male gingen die Scheinwerfer an, der gefürchtete Wagen setzte sich in Bewegung und fuhr den Hang hinab, weg von Friemen. Noch ungefähr eine halbe Meile trennte ihn vom rettenden Wasser. Als er von einem sich mehr und mehr verengenden Weg in die Nähe einer befestigten Straße kam, wurde er natürlich wieder unruhig. Schließlich erreichte er eine gesicherte Abschrankung, die kräftig beleuchtet war. Er hörte das laute Dröhnen eines Generators und stand vor einem neuerlichen Hindernis, denn vor ihm blitzte eine riesige Lichtquelle ständig einen anderen Teil des Bodens grell an. Friemen beobachtete den Rhythmus eine, vertretbare, Weile und stellte fest, dass das Licht im Uhrzeigersinn blitzte. Vorsichtig bahnte er sich den Weg weiter vorwärts und versuchte, sich zeitlich auf das Blitzen einzustellen. Er gelangte dann zu einem Verbotsschild. Kein Durchgang, zu Wiederhandlungen werden bestraft. Keine Kameras, Zutritt nur für gekennzeichnetes Personal. Keine Feuerwaffen, Kameras, Telefone oder Ferngläser auf Befehl der L.A.N.L.L. Corporation Wieder eine Sperrzone innerhalb einer Sperrzone. Friemen fand später heraus, dass die Buchstabenfolge Los Alamos National Laboratories Limited bedeutete, Schöne Grüße von Edward Teller. Geheimnis am Papuose-Lake? Am frühen Donnerstag suchte Friemen erst einmal Schutz in einem alten Minenverschlag und schlief sechs Stunden lang. Nachdem er ein wenig gegessen hatte, musste er seinen ursprünglichen Vorsatz aufgeben, nur in der Dunkelheit zu laufen, denn er hatte durch die Totenstadt viel Zeit verloren. Bei Franchmann Fiat fand er einen großen, blau- und weißgestrichenen Hangar vor, der ihn wieder zu einem Umweg zwang. So kam er durch ein Krater zernarbtes Testgebiet, eine Gegend, in der unterirdische Atom-Versokie durchgeführt wurden. Ein erschreckender Gedanke. Vielleicht mochte es ihn jeden Moment in die Plutonium-Hölle reißen. Unweit von seiner gegenwärtigen Position lag tatsächlich das berüchtigte, Plutonium-Tal, verseuchtes Gelände. Mitten in der Wüste stieß er dort auf einen brachliegenden Kuter. Offenbar war er für Atomtests dort platziert, aber aus irgendwelchen Gründen nie zerstört worden. Friemen entschied sich dazu, die Nacht auf Freitag im Schutz des verrohtenden Hecks zu verbringen. Am nächsten Morgen begann ein neuer Abschnitt des Weges. Friemen ließ die nuklearen Testgelände des Department of Energy hinter sich und drang nun ein, in den sakrosankten Nellys Air Force Basebarm in Gonero-Rangie. Ich konnte spüren, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. Das hier war größer als die dunkle Seite des Mondes kleiner als oder wie mir ein Regierungsarchäologe in geflüsteter Ehefurcht sagte, das größer als schwarze Loch kleiner als. Ich hatte die unsichtbare Linie in ein größer als nicht existentes Gelände kleiner als überschritten. Das hier war das Testgelände für den überschaltschnellen Aurora-Kampfjäger und, was das mysteriöseste war, die sagenumwobene Heimstätte der legendären Air Force-Sammlung aus erirdischer Raumschiffe, die in neuen Hangars unter dem Al-Kali-Strand des Paprose-Lake gelagert sein sollen. Ein streng geheimes Reich. Friemen beschäftigten im Moment allerdings noch andere Fragen. Denn er wollte nun eigentlich ein kurzes Lebenszeichen mit seinem Handy von sich geben. Doch hatte er keinen Empfang mehr. Natürlich überlegte auch er, wie gefährlich die Benutzung eines solchen Funkgerätes innerhalb der Sperrzone war. Schließlich war eigentlich davon auszugehen, dass die Security ihn durch die Funkwellen schnell lokalisieren konnte. So war angeblich einmal ein Mann aus Las Vegas mit seinem vier Rad getriebenen Wagen auf den Friedemrich gefahren, als dieser Bergrücken noch nicht vereinnahmt worden war. Als er auf der Anhöhe angekommen war, rief er mit seinem Handy einen Freund in Las Vegas an. Da er nicht zu Hause war, sprach er ihm auf den Anruf Beantworter, du wirst nicht glauben, wo ich gerade bin und was ich hier vor meinen Augen sehe. Und hier sind mehrere Security-Fahrzeuge, die alles beobachten, was ich gerade tue. In diesem Moment knackte es angeblich in seinem Telefon, und eine Stimme sagte, Ja, Sie haben ganz recht, wir sehen und hören alles, was Sie machen. Geheimbasis-Area 51 Nun, vielleicht ist das nur eine Geschichte. Doch gerade dort, wo sich Freeman aufhielt, war Vorsicht ohne Frage in jeder Beziehung angebracht. Allerdings ging er davon aus, dass die Funkwellen in diesem zerklüfteten Gelände so stark hin und her geworfen würden, dass eine schnelle Identifikation und Lokalisierung des Signals nicht möglich sein würde. Riskant. Aber sein gesamter Ausflug war letztlich nichts als ein ungeheures Hazardspiel. Um nun wenigstens kurz telefonieren und sich mittels abgemachter Codes verständigen zu können, musste Freeman eine gut exponierte Anhöhe hinaufsteigen, nur so bestand die Chance, doch noch eine Verbindung herzustellen. In völliger Dunkelheit begann er den Aufstieg entlang einer gefährlichen Felswand und hatte das Plateado gegen 10 Uhr nachts erreicht. Tatsächlich funktionierte die Verbindung. So schnell es ging gab er seinem Bruder Deuer kodiert durch, dass er einen Tag länger als geplant benötigen würde. Freeman band sich zur Sicherheit während der Schlafenszeit fest und verbrachte eine unbequeme Nacht. Am Vormittag des 26. April, einem Samstag, war es endlich soweit. Nachdem er bereits wieder ein Stück weiter vorgedrungen war und nun auf einem Bergrücken zwischen umgefallenen Kakteen auf dem Boden lag, sah der Archäologe endlich das Ziel. Dort vor ihm lag Papose Lake, die innerste Seele von Driemland, so notierte er in sein Tagebuch. Friemen konnte nichts Besonderes sehen, lediglich weiter im Norden flog ein Blackhawk-Hubschrauber, offensichtlich zur Überwachung von Gromlake. In der Nacht zum Samstag hatte Friemen auf einer Hochebene gelegen, von der aus er den größten Teil der Paposeberge überblicken konnte. Am nordwestlichen Himmel leuchtete der helle Kometale Bob, sonst war alles ruhig. Doch dann fielen Friemen Lichter auf, an der nahe der Berge liegenden Seite des Papose Lake. Security-Fahrzeuge? Hangertore, die sich öffneten und wieder schlössen? So fragt sich Friemen. Doch schnell wandte er sich wieder von diesen Fragen ab, er wollte darüber nicht spekulieren, denn er hatte sich nicht wegen der UFOs so unvorstellbar weit in die Sperrzone vorgewagt. Wie er sagt, wollte er auch gar nicht wissen, was dort vor sich geht, denn ihm ging es nicht darum, die nationale Sicherheit zu verletzen. Am Samstag um die Mittagszeit blickte der Archäologe noch einmal lange hinüber zu jenem rätselhaften See, den kaum jemand so zu Gesicht bekam wie er nun gerade in diesem Augenblick. Dann brach Friemen zum Nürkanüon auf, um sich endgültig der Inschrift zu widmen. Papose würde er von dort aus nicht mehr sehen können. Eine Ironie des Schicksals war aber nicht nur, dass er kaum nach Papose und seinen UFO-Geheimnissen Ausschau hielt, sondern auch, dass er die Geheimnis am Papose lache? In Schrift nicht fand. Die einzige Entdeckung war ein Hufwesen für Ochsen, das noch von den Fortuniners stammte. Langsam wurde die Situation für Friemen aber doch grundsätzlich sehr kritisch, und der Rückweg war noch lang. Abgesehen von der Begegnung mit einer Klapperschlange hatte er nahe auch noch einige andere Probleme. Am bedrohlichsten war wohl die noch verbliebene Wasserration, die schnell zur Neige ging. Und Kenne Spring, das nächste verfügbare Reservoir, war über 30 Kilometer entfernt. Nun stellte Friemen auch fest, dass der Akku seines Handy leer und er damit völlig abgeschnitten von der Außenwelt war. So entledigte er sich aller überflüssigen Dinge, die er noch bei sich trug, auch des Telefons und seines Feldstechers, und versuchte, auf diese Weise leichter und schneller voranzukommen. Doch dies war auch jene Stunde, zu der er von einer existenziellen Angst überwältigt wurde. Beinahe von Moment zu Moment trocknete er aus, er spürte bald keinen Tropfen Feuchtigkeit mehr in seinem Mund. Nachdem er in der Nacht mit letzter Kraft weitere 16 Kilometer Marschiert war, erreichte er eine kleinere Anlage des DOE. Dort gab es Wasser, aber auch die Security, die keinerlei Mitleid für seine Lage empfinden würde. In einem beinahe nur noch als Wunder zu bezeichnenden Akt gelang es Friemen, sich mit der aufsteigenden Sonne im Rücken anzuschleichen, seine beiden Flaschen aufzufüllen und schnellstens davon zu stehlen. Ganz offenbar rechnete die Security so weit innerhalb des Sperrgebiets nicht mehr mit einem Eindringling und war weniger auf der Hut. Ganz offenbar auch hatte man hier keine allzu umfangreichen Überwachungssysteme installiert. Nur die extremen Notlage bewegte Friemen im Übrigen zu diesem normalerweise verheerenden Schritt. Wie er sagt, wäre ihm in jenen Momenten völlig egal gewesen, wenn die Security die Waffen auf ihn angelegt hatte, als er seine Kanister füllte. Am Sonntagmorgen gegen 11 näherte er sich endlich wieder Mercury. Zu dieser Zeit sollte es eigentlich besser als in der Woche möglich sein, das weite Gelände bzw. die Sperrzone auch bei Tageslicht zu durchstreifen. Kurz vor der befestigten Straße begann Friemen loszurennen. Plötzlich tauchte ein Sicherheitsfahrzeug auf einem Berg auf. Friemen ließ sich sofort ins Gebüsch fallen. Der Wagen fuhr vorbei, die Begegnung blieb ohne Folgen. Friemen musste daran denken, dass sich die Fort Dünners damals in jener Gegend genauso vor den Indianern gefürchtet hatten, wie er sich jetzt vor der Security. Am nächsten Tag musste Friemen wieder die Totenstadt hinter sich bringen gehen. Und er durfte in seiner allgemeinen Erschöpfung keinen Fehler machen, nicht den kleinsten. Er konzentrierte sich doppelt auf jeden Schritt, den er machte, genauso wie auf jede mögliche Falle, jedes Geräusch, alles, was auf die Gegenwart des mächtigen Gegners schließen ließ. Dicht vor Mercury. Geheimbasis Serie 51 war wieder mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. So kroch Jerry Friemen nur noch auf dem Boden entlang, robbte auf den Bauch vorwärts. Rund fünf Kilometer von der erlösenden Grenze entfernt, entschied sich Friemen, die sieben Stunden bis zur Dunkelheit abzuwarten. Sieben zusätzliche lange Stunden auf verbotenem Territorium. Sieben lange Stunden, in denen ihm noch alles mögliche widerfahren konnte. Die Spannung wurde unerträglich. Friemen notierte später, Teufel, ich wollte nur noch raus. Endlich war er nur noch wenige hundert Meter von der Grenze entfernt, da tauchte mit einem Mal ein schwarzer Laster auf. Wieder ließ sich der Eindringling wie ein Stein fallen. Doch diesmal musste der Fahrer ihn entdeckt haben, er war doch ganz offensichtlich gut zu sehen. Jedes Hindernies hatte Friemen gemeistert und nun, so kurz vor der Rettenden Straße und dem öffentlichen Land. Doch der Laster fuhr tatsächlich weiter. Nichts als Glück. Offenbar hatte der Fahrer gerade in die andere Richtung geschaut. Jetzt konnte Friemen Anlauf auf den letzten Hügel nehmen. Sein Bruder wartete bereits auf der anderen Seite. Friemen war wieder ein freier Mann. Ein nahezu unglaubliches Abenteuer und dennoch hat es sich tatsächlich zugetragen. Daran besteht kein Zweifel. Friemen war im Sperrgebiet von Driemland und kam auf bis nur wenige Kilometer an das Ufer von Papuselage heran. Er Er hat auf seinem Trip sogar einige Aufnahmen gemacht. Glenn Campbell sprach wenige Monate nach der außergewöhnlichen Tour mit ihm und sagt ebenfalls, er war definitiv dort, innerhalb von drei Meilen von Papuselage entfernt und etwa fünf Meilen von Lasas größer als Siegret Sauger Base kleiner als. Er erwähnte, das Gebiet mit seinem Feldstecher genau abgesucht und dabei nichts gesehen zu haben, keine Strukturen oder Lebenszeichen. Es gab dort nicht einmal einen Teststand auf dem See, wie zuvor berichtet worden war. In der Nacht sah er zwei Lichter in der Nähe des Papuselage. Auf Fotografien zeigte er mir, wo er die Lichter sah. Das sich bewegende Licht konnte schlüssig als Fahrzeug interpretiert werden, das am Fusse des Papusel Range entlang fuhr, während die Örtlichkeit des Stationeren Lichtes übereinstimmt mit, nun, Lazars Geheime Untertassen Basis. Warum will Lassar nicht größer als beerdigt kleiner als bleiben? Das heißt, das Licht befand sich an der Basis des Papusel Range, in der Nähe des Sees, ziemlich genau in der Mitte des Bergzuges, wenn man von Süden darauf blickt. Ich befragte ihn nicht nach der Dauer der Lichterscheinung oder der Zeitspanne, die zwischen der Sichtung des bewegten und des stationären Lichtes lag. Freeman ist besessen von der 49er Folklore, nicht von UFOs oder geheimen Flugzeugen, und er schien ein bisschen naiv zu sein, was Area 51 angeht. Als er mir zeigte, wo er das stationäre Licht sah, hatte er anscheinend keine blasse Ahnung davon, dass dies die Stelle von Lassars behaupteter Basis war. Geheimnis am Papusel Lackel? Ich betone dabei natürlich, dass das Licht alles sein konnte. Es signalisiert lediglich eine gewisse menschliche Präsenz, nicht notwendigerweise einen Hangar. Jedoch ist jedes Licht bedeutend in dieser Region, wo überhaupt keines vermutet wird. Größer als für das Protokolle Freeman war ein verdammter Narr, und wenn er mich vorher über seine geplante Expedition informiert hätte, dann hätte ich ihm abgeraten. Wenn er nicht ein erfahrener Wüsten Survivalist wäre, der vorher schon von Utah nach Kalifornien marschiert war, dann wäre er entweder an Dehydration gestorben oder hätte sich aber den Wachen ergeben, um das zu verhindern. Der war also nun ein Mensch dem Geheimnis so nahe gekommen, dass ihn gar nicht weiter interessierte. Nur ein wenig weiter in Richtung Papuselake, und Freeman hätte möglicherweise sehen können, ob dort ein gut getarnter Hangarkomplex in die Flanken des Berges gebaut war und ob jenes mysteriöse Licht, das er am Abend von der Anhöhe aussah, vielleicht wirklich aus einem geöffneten Hangartodrang. Immerhin scheint sich durch diesen Bericht zu bestätigen, was uns auch vom Gipfel des Tikaboro aufgefallen war, nämlich dass in der Nähe des Papuselag nächtliche Aktivitäten entfaltet werden und Lichter existieren. Während wir allerdings von einem Wochentag auf den anderen beobachteten, Montag auf Dienstag, hatte Freeman die Umgebung des Trockensees auf ein Wochenende erreicht, so das mit eingeschränkter Aktivität zu rechnen ist. Doch aus den bisherigen, naturgemäß nur sehr spärlichen Beobachtungen scheint eines hervorzugehen, jenes Gelände am Papuselake, das laut Lassar als S4 bezeichnet wird, scheint wirklich nicht ganz, unbewohnt, zu sein. Tagsüber konnte bisher noch niemand irgendetwas erkennen, das auf eine Basis hinweist. Demnach müssen die entsprechenden Hangars außerordentlich gut getarnt sein, sofern es sie tatsächlich gibt. Die stationären Lichter in der Nacht könnten ein Hinweis darauf sein. Aurora, die Zukunft hat längst begonnen. Kapitel 11 Dreamland, dieses so ungewöhnliche Sperrgebiet, scheint aus Brinae unendlichen miteinander verflochtenen Rätseln, Mysterien und Legenden zu einer teils untrennbaren Einheit kombiniert zu sein. Eines der hartnäckig stehen Mysterien und Gerüchte zur R.I. 51 betrifft ein hyperschnelles Flugzeug, dessen populärster Name auch in diesem Buch bereits öfters gefallen ist, Aurora, ein in all seinen Eigenschaften noch weit utopischeres Flugzeug als viele andere Entwicklungen am Gromlacke, ein Flugzeug, von dem manche ebenfalls glauben, es sei ein irdisches Derivat aus erirdischer Technologie. Auch Lazar hat erzählt, Aurora einmal auf, Dreamland, gesehen zu haben. Für die Existenz dieses mehr als exotischen Vogels sprechen mittlerweile sehr viele indirekte und auch zahlreiche direkte Gründe. Aufmerksam wurden diverse, Ornithologen, der schwarzen Flugzeugprojekte bereits in den 80er Jahren. In den Budgetaufstellungen des Pentagon für 1985 erschien direkt unterhalb den Zeilen für die U-2 und die SR-71 jener geheimnisvolle Codename Aurora. Die U-2 war freilich bekannt, ebenso die SR-71, doch was bedeutete Aurora? Offenbar hatte hier ein Sensor einen Fehler begangen und ein noch absolut geheimes schwarzes Projekt eingetragen, eines jener, unakno-pflegdet- Spatial-Axis-Programms, deren Existenz offiziell abgeleugnet wird und die nur einem sehr speziellen Personal zugänglich sind. Seitdem vermuteten viele Beobachter der Szene, dass wieder etwas im Schwange war, das Lockheed oder wer auch immer mit einer, sehr großen Sache, beschäftigt war. Wie anders erklärte sich auch der Schritt der Air Force, den Blackbird SR-71 völlig sang- und klanglos in Rente zu schicken? Am 6. März 1990 brach Blackbird Nummer 64 bis 17972 den Geheimbasis-Area 51 Geschwindigkeits- und Zeitrekord zwischen Los Angeles und Washington und wurde anschließend dem riesigen National Air and Space Museum anvertraut. Nur, warum? Denn ein besseres, schnelleres Flugzeug als die SR-71 war nicht bekannt. Und die US-Luftwaffe hätte im Normalfall niemals auf eine solch fantastische Maschine verzichtet, wenn nicht eine andere, noch viel fantastischere Maschine einsatzbereit im Hangar stand. Selbst die U-2 war noch nicht in der Versenkung verschwunden, obwohl sie ein Jahrzehnt vor dem Blackbird entstanden war. Es musste unfraglich einen Nachfolger für die SR-71 geben, der sich höchstwahrscheinlich hinter dem G.I.M.N., schwarzen Projektnamen Aurora verbarg. Mit Aurora verhält es sich ähnlich wie mit den UFOs, wenn auch nicht ganz so extrem. Ihr Name geistert immer wieder durch die Medien, allerdings mit weitaus weniger belustigt den Kommentaren. Augenzeugen werden in der Regel auch nicht lächerlich gemacht. Und obwohl nicht gerade wenige vertrauenswürdige Augenzeugen einen bisher absolut unbekannten Flugzeugtyp gesehen haben, der sämtlichen Anforderungen an einen Nachfolger der SR-71 gerecht wird, gibt keine offizielle Behörde zu, dass ein solches Flugzeug wirklich existiert. Geheim bleibt eben geheim. Wahrscheinlich ist Aurora auch nicht der offizielle Name des Projekts. Zumindest dürfte er mittlerweile geändert worden sein. Das hätte auch den Vorteil, alle Vorjahr-Anfragen zu Aurora wahrheitsgemäß damit zu beantworten, ein solches Projekt existiere nirgends. Mck Guinness kennt das Spiel mit Namen aus seinen Recherchen sehr gut. Abgesehen von der verwirrenden Vielfalt von Bezeichnungen geheimer Projekte, arbeiten auch ganze Konzerne und Institutionen immer wieder unter Decknamen. Seien es Scheinfirmen nach Art von CLJ, oder das Virginia Procurement Office, hinter dem sich, Wink Guinness herausfand, niemand anderes als DCIA verbarg, und das Maryland Procurement Office, das für gewöhnlich als NSA bezeichnet wird. Namen sind Schall und Rauch, doch haben sie dennoch meist eine tiefere Bedeutung. Bei Geheimprojekten mag die Bedeutung lediglich dem Zweck der Verwirrung dienen, so dass der Name keinerlei Rückschlüsse auf seinen Träger zulässt. Übrig bleiben Schall und Rauch, sowieso fast stets die Begleiteffekte eines schnellen, künstlichen Flugkörpers. Aber genug der Wortspiele. Jedenfalls dürfte das neue Flugzeugprojekt ohnehin so komplex sein, dass ein Name sicherlich nicht ausreicht. Als ich mich vor einigen Jahren am Ende des Rollbahnfeldes von Nellys AFB in Las Vegas mit Tim Gerlach traf, einem Flugzeugkenner und Nellys Experten, sprachen wir hauptsächlich über, Aurora. Gerlach ist nicht der einzige, der von einer ganzen Gruppe an Flugzeugen ausgeht, die in jenem neuen Projekt zusammengefasst sind, und er ist Aurora, die Zukunft hat längst begonnen. Ebenfalls überzeugt, dass diese Gruppe nicht nur auf dem Reißbreit existiert. Tatsächlich kristallisierten sich mit der Zeit mehrere voneinander verschiedene, unidentifizierte Flugzeugtypen heraus, darunter neben der superschnellen, Aurora, als eigentlicher SR-71-Nachfolger auch ein manchmal als, Mutterschiff, bezeichnetes großes Flugzeug, das der wenig glückhaften, XP-70, Valkyrie, ähnelt, sowie ein relativ kleines, Fledermaus-ähnliches Steat-Flugzeug. Bekannt als die R3A Black Manta. Eine ganze Weile lang glaubten einige Journalisten und, Schwarzweltexperten, den wahren Namen für, Aurora, gefunden zu haben, in Form von Programmelement 0401316F, eines klassifizierten Flugzeugs, das auch unter dem Code, SENIUR-CITIZEN, gehandelt wird. Vielleicht verbarg sich dahinter möglicherweise sogar die ganze geheime Familie. Paul Mckginnis, Träder, der schon erwähnte intime Kenner der Schwarzenprogramme, dessen Ergebnisse und Einsichten auch im Internet abgerufen werden können, www.frugi.org, stieß allerdings im Spätsommer 1994 auf ein Dokument des Verteidigungsministeriums, in welchem genau jenes Programmelement, kurz beschrieben wird. Dieses auf Oktober 1994 datierte Papier bezeichnet SENIUR-CITIZEN als ein fortschrittliches Takti-Schieß-Transport-Flugzeug. Offenbar nicht das, was man sich unter, Aurora, vorstellt und auch nicht unter dem Mutterschiff, das die Aurora, aufgeschultert, auf ein bereits nicht unbeachtliches Tempo bringen soll, um sich anschließend abzukoppellen, während Aurora von nun an mit seinem eigenen exotischen Antrieb davon zischt. SENIUR-CITIZEN scheint als Trägerflugzeug nicht in Frage zu kommen. Wenn KGIN es Recht hat, dann dürfte SENIUR-CITIZEN eher Ausrüstung und Trappen für spezielle Einsätze, Special Operations Force, befördern und die eigentliche Aurora sich hinter einer in keiner Weise näher bezeichneten Programmnummer werbergehen. 0603223 F Kein Wunder, dass bis heute noch hauptsächlich Gerüchte über Aurora im Umlauf sind, auch über den glücklichen Luftfahrtkonzern, der den Zuschlag erhielt, jenes Geheimnis zu realisieren. Vermutlich hat Lockheed-Skunkwörks seine Finger wieder tief im Spiel, auch der Rockwell-Konzern, vielleicht gar als Hauptbeteiligter. Und General Dynamics, das ein hochgeheimes Programmhundert unter seinen Fettichen hegt. Der INCIG-Skunkwörks-Chef Ben Rie, banalisierte, schließlich den Namen Aurora. Wie er erklärt, verbirgt sich dahinter nichts anderes als die Bezeichnung für jenen Wettbewerb, der einst zwischen Skunkwörks und Northrop ausgetragen wurde, als es um den Zuschlag für den Stealth-Bomber ging. Bekanntlich erhielt Northrop den Auftrag. Doch scheint Rie bei einer anderen Gelegenheit einige aufschlussreiche Andeutungen gemacht zu haben. Kurz vor seinem Tod erhielt Rie einen Geheimbasis-Arrie 51 Anruf von Jim Goodall und sprach dabei indirekt über die Eigenschaften der Aurora. Er äußerte sich enttäuscht über eine kurz zuvor von dem Modelldesigner John Andrews geschaffene Version des geheimen Jades. Rie bemängelte, dass ein zu zwölffacher Schallgeschwindigkeit, macht zwölf, fehlges Flugzeug, das von flüssigem Methan angetrieben wird, gerade mal vom Testgelände bis nach Pasadena in Kalifornien käme und dann keinen Treibstoff mehr hätte, bei den von Andrus angegebenen Massen. Um sinnvoll einsetzbar zu sein, müsse das Volumen eines solchen Flugzeugs schon viermal größer sein, als Andrus sich das vorstelle. Das waren präzise Daten, und Goodall für seinen Teil interpretierte Riechsspekulation als einen Hinweis. Indem er die physikalischen Unmöglichkeiten eines kleinen Modellflugzeugs kritisierte, wie sie im 1 zu 1 Maßstab auftreten würden, gab er die Fakten zum echten Vorbild als Ergebnis locker dahergesagter logischer Überlegungen preis. Denkbar wäre das schon. Hochinteressant ist auch die Geschwindigkeitsangabe. Erste Vermutungen gingen in die Ritz-Trunk, dass Aurora eine maximale Geschwindigkeit von 6 bis 8 Mach erreichen würde, vielleicht auch 10. Alles darüber schien doch zu utopisch. Interessant ist diese Angabe auch deshalb, da sie dem Wert entspricht, den der Hacker, QI, Matthew befahren, bei seiner Suche nach außerirdischer Technologie im Computer der Wright-Patterson-Basis gefunden hatte. Was konnten Zeugen über, Aurora, berichten, über jenes so geheime Flugzeug, über das die USA bis heute nicht einen ihrer NATO-Partner informiert zu haben scheinen? Die bekannteste Sichtung der, Aurora, ereignete sich im August 1989, als der schottische Ingenieur und Ölprospektor Chris Gibson eine sehr ungewöhnliche Flugzeugformation über der Borinsel Galveston-Kiesa. Gibson ist ein speziell trainierter Flugzeugbeobachter. Er war Mitglied des, British Royal Observer Corps, zur Identifizierung feindlicher Flugzeuge. Was er im August 1989 über der Nordsee sah, war eine Gruppe von vier Maschinen, von denen drei identifizierbar waren. Die Sicht war gut, es herrschten gute Wetterbedingungen mit nur einer Dunstschicht in großer Höhe. Gibson erkannte eine große KC-135-Tankmaschine und zwei F-LL-Läger, die auf der linken Seite der KC-135 flogen, während direkt hinter der großen Maschine noch ein langgestrecktes, matt-schwarzes Dreieck flog, das mindestens die Größe einer F-111 besaß. Offenbar wurde das unidentifizierbare Flugzeug gerade von der KC-135 aus betankt. Der Luftraum über Galveston-Ki ist als, Ertor-Refurling-Arie 6a, tatsächlich für diese Zwecke vorgesehen. Als Gipsens Sichtung und auch andere kaum abzustreitende Beobachtungen eines unbekannten dreiecksförmigen Flugzeugs schließlich. Aurora, die Zukunft hat längst begonnen. Die ungewöhnliche Gruppe von vier Flugzeugen, die Chris Gibson im August 1989 von der Nordsee aussah. Das Dreieck hinter der KC-135 dürfte Aurora gewesen sein. Grafik nach Chris Gibson und Gräme Winton-Swidman Bekannt wurden, im Fall Gibson erst drei Jahre später, Bindestrich, sah sich die US Air Force unter Zugzwang, und so versuchten die Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, solche Berichte über angebliche Hochgeschwindigkeitsflugzeuge aufzuklären. General Walter S. Hoagle, zu jener Zeit zuständiger Chef für Öffentlichkeitsarbeit, erklärte, bei dem Objekt über der Nordsee habe es sich wohl um einen, Vulkan, Bomber der britischen Luftwaffe gehandelt. Doch ist dieser Flugzeugtyp weder von einer KC-135 aus betankbar noch besitzt er die Größe und Form des beschriebenen, nach wie vor unidentifizierten Flugkörpers. Nun, Hoagles Bemühungen in Ehren, aber seine Erklärungen sind in den Wind geschrieben, spätestens seit er vorgab, dass die Basis am Grumlake nicht existiere. Hoagle sagte auch, er wisse nicht, ob die USA versucht hätte nachzuprüfen, ob im August 1989 Tankmanöver durchgeführt wurden, bei denen FLLL und KC-135 Maschinen in Einsatz kamen. Zu Aurora im Allgemeinen und einem möglichen Aurora-Auftankmanöver im Speziellen konnte ich 1996 einige interessante Details erfahren. Geheimbasis Area 51 Ein Air Force-Techniker auf einer kalifornischen Luftwaffenbasis, der unter anderem für die Wartung der von den Rom-Laboratorien entwickelten taktischen Radarsysteme TPS-43 und TPS-75 zuständig ist, erzählte mir von seinem Freund und dessen Job auf einer KC-135. Seine Aufgabe war, den Ausleger für die Tankverbindung in der Luft zu bedienen. Bei KC-135 Missionen zur Betankung eines TPS-Credits, bei dem es sich seiner Meinung nach eigentlich nur um Aurora gehandelt haben kann, war stets bewaffnetes Personal vom USE und vom FBI anwesend. Bemerkenswert ist die Feststellung, dass die Flüge angeblich nie am Tag stattfanden, vielleicht nur die Regel bei Flügen über US-Territorium-Landmaßen? Generell fliege die Aurora aus der Halb der Testgebiete nur in der Nacht. Während des Manövers befanden sich die FBI und USE-Leute nach Auskunft des Air Force-Mannes zusammen mit ihm im Heck der KC-135 nur während der Kopplungsphase des Auslegers an die potenzielle Aurora wurde ein Scheinwerfer auf das geheime Flugzeug gerichtet, jedoch nur gezielt auf die Verbindungsstelle. Merkwürdig klingt die Beschreibung des Flugzeugs, das rötlich geglüht habe, als ob es von außen durch die Atmosphäre gekommen sei. Aurora, die Göttin der Morgenröte Leitet sich der Name von dieser Eigenschaft ab? Zumindest ist klar, dass selbst das aerodynamisch ausgefeilteste Flugzeug bei Geschwindigkeiten im zweistelligen Machbereich extrem starker atmosphärischer Reibungshitze ausgesetzt ist und daher durchaus in bestimmten Bereichen zu glühen beginnen kann. Das unbezeichnete Flugzeug habe eine entfernte Ähnlichkeit mit einer F-117 gehabt, allerdings, mit viel kürzeren Flügeln, die etwa in einem Winkel von 30 Grad zum Rumpf standen und kaum merklich in ihn übergegangen sein sollen. Das Flugzeug wirkte sehr schlank. Was die Flugleistungen von Aurora angigen, so wollte sich jener Zeuge nicht äußern, allerdings nicht aus Gründen der Geheimhaltung, sondern weil er darüber schlicht und einfach nichts wisse. Er erwähnte lediglich noch, dass von ihm als, Aurora, angesprochene Flugzeug tragegelbe und rote Lichter an seiner Unterseite sowie ein oder mehrere grüne am Heck. Eine Aurora befinde sich angeblich auf der kalifornischen Biale Air Force Base, die eine Tradition als Stützpunkt hochgeheimer Flugzeuge besitzt. Auch die SR-71 trat ihren Dienst auf Biale an, im Jahr 1966. Nun sollen auch laut anderen Zeugenaussagen ein bis drei Auroras auf dieser Luftwaffenbasis untergebracht sein. Der an den Auftankmanövern beteiligte Air Force-Angehörige erklärte auch, es gebe noch ein, anderes, Flugzeug als die Aurora, spezifizierte diese Aussage aber nicht. Aus einer anderen Quelle, die diese Auskunft bestätigte, geht hervor, dass dieses Flugzeug Aurora, die Zukunft hat längst begonnen. Nicht das, Mutterschiff, war und auch nicht die TR-3A, sondern möglicherweise etwas, das noch geheimer und utopischer ist. Angeblich musste das Auftankmanöver der Aurora bei einer extrem hohen Fluggeschwindigkeit stattfinden, offensichtlich wegen der speziellen Antriebstechnologie des geheimen Jits. Die maximale Geschwindigkeit einer KC 135, die baulich mit dem Boeing 707 verwandt ist, wird mit etwa 966 Stundenkilometern angegeben. Doch in diesem Fall soll die Geschwindigkeit auf 1100 Stundenkilometer erhöht worden sein. Dazu mussten etliche Modifikationen vorgenommen werden, vor allem der Einbau stärkerer Triebwerke, doch war dies bei weitem nicht der erste Fall, bei dem eine KC 135, Bindestrichmaschine umfunktioniert wurde. Ein anonymer Insider hat zwar einige Zweifel bezüglich der Aussagen jenes KC 135-Teammitglieds geäußert und sagt, dies alles stimmen nur zum Teil, ohne allerdings zu sagen, welche Angaben seines Wissens nun korrekt sind und welche nicht. Im Herbst 1995 erhielt ich ein Schreiben eines befreundeten Mathematikers, der ebenfalls einige interessante Informationen über das Aurora-Projekt erhalten hatte. Am Vortag war er mit einem ehemaligen leitenden Ingenhür des deutschen, Sänger, Hyperschall-Projektes zusammengetroffen, den er direkt auf Aurora ansprach. Ohne Umschweife, erklärte sein Gegenüber, dass dieses Flugzeug tatsächlich existiere. Seit ungefähr zehn Jahren sah der Jet in der Luft, habe allerdings noch einige, Kinderkrankheiten, die einen regelmäßigen Einsatz verhinderten. Die Triebwerke würden so funktionieren, wie sie der amerikanische Autor Bill Zweedman in seinem Buch über Aurora beschrieben habe und stammten vom Triebwerkskonzern Brett und Whitney. Wie er laut Auskunft des Mathematikers auch sagte, sei Aurora für ihn und die anderen Sänger-Mitarbeiter eine Inspiration gewesen. Mein Bekannter schrieb mir noch, die Angaben waren natürlich off the record. Doch vielleicht können sie sie in den USA verwenden. Mein Kontaktmann trug sie in einem Ton vor, als wäre größer als Aurora kleiner als das normalste von der Welt, und er meinte auch, dass die USA damit irgendwann an die Öffentlichkeit gehen. Fragt sich nur wann. Die angesprochenen, Kinderkrankheiten, scheinen auch in einigen tödlichen Crashs geendet zu haben. Seit den 80er Jahren hat es eine Reihe von mysteriösen Unfällen gegeben, nach denen unidentifizierte Top-Secret-Flugzeuge unter höchster Geheimhaltung geborgen wurden. Bis heute konnte niemand Einzelheiten erfahren. Am 26. März 1984 wurde die Gegend um, Driemland, von einem ungewöhnlichen Donnerschlag heimgesucht, als der als gelegentlich recht blindwütige, aber auch sehr durchsetzungskräftige Major-General Robert, Bobay, Band mit einem supergeheimen Jade in die Flanke eines Berges stürzte. Geheim Basis Area 51. Nachdem er die Kontrolle über das Flugzeug verloren hatte. James Band wäre das nicht passiert, oder er hätte den Absturz zumindest ohne größere Blessuren überlebt. Doch der echte Band kam dabei ums Leben. In Anbetracht der Geheimhaltung um den Vorfall war kein Wunder, dass schnell über ein neues Superflugzeug der Amerikaner getuschelt wurde, und es gingen auch Gerüchte die Runde, Band sei mit einem Flugkörper aus erirdischer Herkunft unterwegs gewesen. Die offizielle Version der Geschichtete lautete dann, der General habe an jenem Unglückstag eine sowjetische MiG-23 gesteuert. Zwei Jahre später, 1986, ereignete sich ein anderer unaufgeklärter Absturz, diesmal zu allem zusätzlichen Überfluss im kalifornischen Sequoia Park, einem Naturschutzgebiet. Die wiederum streng geheime und demnach unidentifizierte Maschine stürzte nur etwa 20 Kilometer nördlich von Bagersfield in der Sierra Nevada ab und ließ ein 60 Hektar großes Waldgebiet in Flammen aufgehen. Die Luftwaffe beantwortete keinerlei Fragen, weder zur Herkunft noch zur Natur des havarierten Flugzeugs. Sowohl das Gebiet des Kernriver Canuern als auch der Luftraum darüber wurden sofort gesperrt. Aus mehreren Quellen zickerte durch, dass in den kalifornischen Wäldern eine, F-19, abgestürzt war, so bezeichneten die Modellbauer von Testos den später als F-117A bekannten Stealth-Fighter. Bis heute sind die beiden Zwischenfälle nicht aufgeklärt, doch ist sehr gut denkbar, dass sie noch nicht mit Aurora, sondern mit den heute bekannten Stealth-Versionen in Verbindung standen. Andererseits verwundert ein wenig, dass Benry in seiner Autobiografie, die sich in großen Teilen der Konstruktion der F-L-17A widmet, zum Beispiel den Bandcrash lediglich in einer Fußnote erwähnt. Ein ähnlicher Zwischenfall hat sich am 26. September 1994 gegen Mitternacht auf der englischen Boss-Combidown-Basis in der Nähe von Stonehänge ereignet. Als am nächsten Morgen Flugzeugbeobachter wie üblich die startenden und landenden Jets vom Zaun aus beobachten wollten, wurden sie von Straßensperren und der Polizei ferngehalten. Das Gelände war völlig abgeriegelt worden. Einige Augenzeugen sahen allerdings ein mit Planen zugedecktes Flugzeug, von dem nur zwei Heckleitwerke zu sehen waren. Demnach schien es sich um einen völlig unbekannten Flugzeugtyp zu handeln. Sowohl das britische als auch das amerikanische Verteidigungsministerium leugneten später ab, dass sich überhaupt ein Unfall auf Boss-Combidown ereignet hatte. Zwei Wochen nach diesem Zwischenfall wurden dort merkwürdigerweise eine zivile Boeing 737, Registrierung NL-178X, und eine auf einen New Yorker Bank registrierte Gulfstream-Maschine beobachtet, Flugzeuge, die sonst nie auf Boss-Combid gesehen wurden und deren Typen an die für Jeanne-Flüge eingesetzten Maschinen denken lassen. Aurora, die Zukunft hat längst begonnen. Bereits drei Jahre vor dem Boss-Combid-Zwischenfall beobachteten Zeugen, wie ein undefinierbares Flugzeug mit einer gewaltigen Geschwindigkeit von der schottischen Macrihanes Air Force Basis aufstieg. Es beschleunigte überraschend schnell aufmacht. Drittens dieses Resultat erhielt ein Fluglotsee der Royal Air Force und meldete sich in seiner Verblüffung bei Macrihanes, um nachzufragen, was dies gewesen sei, die lapidare Antwort, vergessen sie, was sie gesehen haben. Hatte er sich geirrt oder halluziniert? Sicherlich nicht. Denn ein anderer Zeug ist kennt direkt in der Flugschneise des geheimnisvollen Jets, der mit einem apokalyptischen Donnern über seinem Kopf hinwegzog und davon roschte. Am 11. Mai 1992 wurde der Journalist Glenn Imre vor seinem Haus in Atlanta, Georgia, von einem höllischen Donner aufgeschreckt und sah, wie ein sehr großes und absolut feinartiges Flugzeug über ihn hinwegzog. Es besaß eine Beschreibung zufolge Delta-förmige Flügel und zwei rechteckige Abschnitte, die wie Auspufföffnungen aussahen. Während Imre sich vergebens bei diversen Institutionen erkundigte, so zum Beispiel bei Lockheed und der Dobbins Air Force Base, meldeten sich im Verlauf der Tage nach Imres Sichtung noch etliche andere, die den Jet gesehen hatten. Wenige Monate später, im August 1992 wurde Holland von einem ähnlichen Donnergrollen heimgesucht, durch dessen Gewalt Fensterscheiben zu Bruch gingen. Natürlich kam es gerade in Nevada immer wieder zu Zwischenfällen, bei denen derartig laute Geräusche vernommen wurden, die so extrem waren, dass die Erde zitterte. Aurora, ist in der Lage, Himmelsbeben, auszulösen. Es klang, als ob der Himmel aufgerissen würde, mit diesen Worten verglich ein Zeuge den unerträglichen Lärm, wie er zu Beginn des Jahres 1990 von der Edwards Air Force Base ausging, als nachts ein unbekanntes Flugzeug in Richtung Pazifik startete. Im Dezember 1992 hörte auch Glen Campbell Geräusche, die ganz offenbar auf Aurora zurückgingen, einen dumpfen, sehr niederfrequenten, Pulsschlag, der offenbar in Flugphasen geringer Geschwindigkeit von jenem utopischen Fluggerät ausgeht. Bills Wiedmann, dessen Erkenntnisse zum Antrieb von Aurora von den meisten Experten geteilt werden, gilt davon aus, dass Aurora von einem Pulstriebwerk bewegt und beschleunigt wird, einer sogenannten Pulsdetonation Wave Engine, Ptwe. Die Pulsfrequenz steuert den Schub, sodass ein niederfrequentes und deutlich vernehmbares Pulsen eben bei geringen Geschwindigkeiten auftritt, während die Geräusche bei hohen Geschwindigkeiten in einen beinahe unerträglichen donnernden Lärm übergehen. Einzelheriten zur Funktion dieses exotischen Antriebs sind freilich nur wenigen bekannt, die allerdings nicht darüber sprechen dürfen. Am besten dürfte das System mit einer Art umgedrehter, Kanone, verglichen werden können. In Geheimbasiserie 51 Einem nur einseitig offenen Rohr wird ein energiegeladenes Gemisch aus Luft, Wasserstoff und Methan zu genau kontrollierten Explosionen veranlasst, das heißt zu einer im Normalfall extrem schnellen Explosionsfolge. Durch weitere Hilfsverfahren wie fortwährende kleinere Explosionen wird die Hauptdetonation gerichtet, hin zum abgeschlossenen Ende des Rohres. Der dabei entstehende gewaltige Schub stößt das Flugzeug nach vorne, wobei natürlich die Pulsfolge so schnell ist, dass eine kontinuierliche Fortbewegung einsetzt, nicht etwa stoßartige Sätze oder Sprünge, wie sie andererseits die Lazarufus scheinbar vollführen sollen. Nun werden am Himmel gelegentlich auch optische Effekte beobachtet, ganz spezielle Kontensmuster, die mit Aurora in Verbindung gebracht werden. In einer Linie liegen über weite Strecken verteilt Abgasringe und Wölkchen. Offenbar entstehen sie, wenn Abgase während der Explosionen durch Öffnungen ins Freie treten. Ob diese Erscheinung aber wirklich ein eindeutiger Hinweis darauf ist, dass kurz zuvor Aurora höchst persönlich über den Himmel zog, sei allerdings vorerst noch dahingestellt. Vielleicht gibt es wirklich sehr charakteristische Kennzeichen für Aurora-Kondensmuster, doch ist, Vorsicht, geboten, denn aufmerksame Beobachter haben festgestellt, dass die Seeswölkchenmuster, das auch, Donuts und Herob, Krapfen am Seil, genannt wird, gleichfalls bei Flügen des Blackbird SR-71A auftritt. Allerdings dürfte der kaum auszuhaltende Lärm der Triebwerke und das tiefe klopfende Pulsgeräusch ein deutlicher Anhaltspunkt für die Beobachtung eine Aurora sein. Zeugen beschrieben dieses Geräusche immer wieder so wie eben jenes andere erschreckend laute Grollen. In der Gegend von Los Angeles bebte der Himmel immer wieder im Frühjahr und im Sommer 1993, für die Bewohner dieses Landstrichs doppelt erschreckend, denn sie rechneten mit einem großen Erdbeben. Am 22. Februar suchte ein solches Beben Las Vegas heim. Als Jochen Kopp und ich im September unsere umfangreichen Aufnahmeserien von Ticaboro Peak ausdurchführten, sollten sich noch einige sehr merkwürdige Dinge ereignen. Nach einer durchwachten Nacht schliefen wir beide gegen Morgen für kurze Zeit ziemlich erschöpft ein. Die Dimmerung hatte schon eingesetzt, als ich sah, wie sich direkt neben meinem Kopf irgendetwas Helles und Langes immer mehr vorregte. Ich war sofort schlagartig wach, denn im ersten Moment dachte ich an eine kleinere Schlange. Ich wartete bewegungslos und versuchte, das Tier aus dem argen Winkel zu begutachten, was bei den schlechten Lichtbedingungen nicht möglich war. Und plötzlich huschte das Ding zurück. Ich drehte mich um und sah den Schatten zwischen den Beinen des Stativs und dann hinter dem Steinwall verschwinden. Offenbar hatte ich die Pfote irgendeines nah. Aurora, die Zukunft hat längst begonnen. Geh es gesehen. Jedenfalls war ich nun wieder hellwach und blickte hinunter zur Basis. Einige Lichter brannten dort noch, ansonsten war nichts Außergewöhnliches zu erkennen. Old Faithful, musste ich wohl auch gerade verpasst haben, jene Janemorg-Maschine, deren Lande-Scheinwerfer beim Anflug auf Area 51 von manchen Ufologen schon mit Begeisterung gefilmt und als originales, Laserraumschiff, verkauft wurden. Jochen dürfte wohl auch schon eine Weile wach gewesen sein, er ist ohnehin im Gegensatz zu mir alles andere als ein, Morgenmuffel. Nun, bald wurde es heller, und wir warteten gespannt und auch etwas verfroren auf die ersten Sonnenstrahlen, die uns hier oben wohl bald erreichen würden. Tatsächlich sollte es doch eine ganze Weile dauern, bis die, kleine Ortschaft, dort weiter unten Licht abbekam. Wieder ein Grund, Dreamland, auch als die, schwarze Welt, zu bezeichnen. Doch als endlich das erste goldgelbe Licht über die weite Ebene fiel und ein Gebäude nach dem anderen zu beleuchten begann, zeigte sich erst die Detailfülle der Anlagen. Darauf hatten wir gewartet. Der Vormittag bot eine ungemein klare Sicht bei bester Beleuchtung. Plötzlich sieht Jochen ein dreiecksförmiges Flugobjekt am Himmel über Area 51 und macht mich darauf aufmerksam. Als ich vom Fernrohr aufschaue, kann ich zunächst nichts erkennen. Doch dann scheint es aus dem Nichts zu entstehen, als es uns wieder seine, Breitseite, zukehrt, es ist nicht die legendäre Aurora, aber immerhin die B2, der Stealtbomber. Etwas schwerfällig zieht er seine Kreise über dem Testgelände. Offensichtlich steht ein geheimer Test bevor. Oft steigen dann Stealtbomber auf, nicht zuletzt, um die Gegend nach unerwünschten Beobachtern abzusuchen. Es war das erste Mal, dass wir eine B2 in Aktion sahen. Während sie wieder in nordwestliche Richtung abzog, widmeten wir uns wieder der Basis. Mir fiel nun vor dem Hangar 18 ein großes helles Flugzeug auf. Es kennt an der Südrampe direkt vor dem riesigen Gebäude. Ich machte ein paar Aufnahmen davon. Seltsam, normalerweise standen dort keine Janet 737, auch wenn die Maschine auf den ersten Blick durchaus als solche hätte durchgehen können. Um mehr sehen zu können, nahm ich die Kamera herunter und schraubte ein Okular an, mit dem ich das Flugzeug bei über 200-facher Vergrößerung betrachten konnte. Visuell konnte ich weit stärker vergrößern als fotografisch, da das Auge die Luftunruhe und Zitterbewegungen der Optik korrigiert, während Fotos nur ein verwaschenes Etwas zeigen würden. Deshalb konnte ich das, was ich nun durch das Instrument sah, fotografisch nicht ausreichend dokumentieren. Dort stand ein weißes Flugzeug, dessen Schnauzespitz wie die einer Concorde zu sein schien und auch ähnlich nach unten abgesenkt war. Ich hatte den Eindruck, dass die Marschlinie Delta Fermi Getragflächen besitzt. Mit Sicherheit lässt sich das aber nicht. Geheimbasis Area 51 Der, Stealth, Bomber rückt in Sicht. Überwachungsflug um Area 51, beobachtet von Tlicabur Peak Aufnahmenverfasser Aurora, die Zukunft hat langst begonnen. Sagen, denn trotz der großen Höhe in der wir uns gegenüber der Basis befanden, entstand durch die sehr große Entfernung doch ein recht flacher Blickwinkel. Aber ich würde sagen, es waren Delta Flügel. Am rückwärtigen Ende der Flügel erstreckte sich der Rumpf noch ein ganzes Stück. Allerdings wirkte er dort außergewöhnlich dünn. Und dann schloss sich noch eine auffallend große Heckflosse an. Alles in allem kam mir das Ganze vor wie eine Mischung aus einer Concorde und einem Segelflugzeug. Und ich erinnerte mich in jenem Moment auch an den Bericht eines anonymen Rüstungskontrollanalytikers, der im Jahr 1991 etliche streng geheime Landsat-Satellitänbilder von Gromlacke untersucht hat. In der Nähe der westlichen Hauptpiste, 14R32L, sah er drei große, aber unidentifizierbare weiße Flugzeuge mit Delta-Truckflächen. Einmal kam ein Freund von mir freudig auf mich zu und erklärte, er hätte nun endlich gefunden, was für ein Flugzeug ich auf der Basis gesehen hätte. Ich horchte auf, wurde neugierig und freute mich meinerseits, dass er sich mit diesem Thema befasste. Leider waren wir beide enttäuscht, als er mir eine XB-70, Valkyrie, zeigte und ich ihm sagte, das könne sie nicht gewesen sein. Das Leitwerk sah anders aus, recht wünkeliger in meinem Fall, und ausscheidem stimmte der Unterbau neben vielen anderen Details nicht. Die riesigen Luftheinlässe, kombiniert mit dem Antrieb, Fahrwerksschacht und Waffenbucht der XB-70 gab es bei jenem Flugzeug nicht. Um zu erkennen, ob die Maschine vor dem Grumhaupthangar ebenso wie die XB-70 jene etwas kurios wirkenden Kennartvorflügel direkt hinter dem Cockpit besaß, reichte die Auflösung nicht. Allerdings zogen sich die Haupttruckflächen nicht bis zum Ende des Rumpfes. Ich erhielt noch mehrere Hinweise auf Flugzeuge, die unsere Beobachtung aufklären sollten, meist auf die XB-70 oder auch die Supersonic Transport, SST, den Entwurf für einen Concorde-Nachfolger. Bis jetzt entsprach allerdings keiner davon wirklich dem, was wir vom Tikaboro aus gesehen hatten. Am Himmel begann es wieder zu grollen, und wieder sahen wir den Stealt-Bomber, der nun direkt in unserer Richtung flog. Er kam näher und näher heran, sodass er nun sehr schön zu erkennen war. Ich versuchte daher, so schnell wie möglich wieder die Kamera an die Teleoptik zu koppeln, um ein paar Fotos zu machen, aber der Bomber war schneller, obwohl er, nur, ein Unterschallflugzeug war. So hatte ich wenigstens während seiner ersten Sichtung die Gelegenheit zu ein paar Aufnahmen, auch wenn er noch sehr weit entfernt war. Nachdem der Bomber in die Nähe des Tikaboro gekommen war, drehte er wieder ab und verschwand. Jetzt wollte ich Jochen eigentlich das Flugzeug vor dem Hangar 18 zeigen und schaute zuvor selbst noch einmal kurz durch die Optik, und ich schaute in die Röhre. Dort war nichts. Geheim Basis Area 51 Mehr Entweder war der Jet schon gestartet oder aber schnell außer Sicht weitergebracht worden, auf welche Weise auch immer. Vielleicht hatte man uns von der B2 aus gesehen und ein für diesen Moment angesetztes Projekt geändert? Wir wissen es nicht. Der Bomber kam uns zwar relativ nahe, trotzdem war er nicht direkt am Gipfel vorbeigezogen. Uns trennten sicher noch etliche Meilen von ihm. Jedenfalls, den Jet 4 H18 konnte Jochen nicht mehr sehen. Bald geschah dann etwas anderes, noch weitaus beeindruckenderes. Denn mit einem Male überraschte uns ein unfassbares, tiefes Grollen, das wir in dieser Art noch nie gehört hatten. Dieser wirklich einschüchternde Lärm wirkte noch unheimlicher, weil er sich mit einem schon katastrophal zu nähenden Tempo vom fernsten Norden in Sekundenschnelle an uns vorbei oder um uns herum, vor uns, hinter uns, wie auch immer, in den fernsten Süden bewegte. Das war keine Täuschung. Hier musste ein Flugkörper mit enormer Geschwindigkeit geflogen sein, irgendwo auf dem Testgelände. Zu sehen war überhaupt nichts. Es gab nur diesen höllischen Lärm, der so schnell verschwand, wie er aufgetreten war. Ob ein Zusammenhang mit dem merkwürdigen Jet 4 Hangar 18 bestand, ob ein Zusammenhang zu Aurora bestand, wir wissen es nicht. Denkbar ist es schon. Ich könnte mir zum Indest vorstellen, dass die helle Maschine am Gromlake das, Mutterschiff, gewesen sein könnte, während das Grollen wohl eher von Aurora selbst stammen musste. Ob wir an diesem Tag wirklich, Aurora zeugen, wurden? Wahrscheinlich werden wir das so schnell nicht erfahren, wenn überhaupt jemals. Auch wenn Aurora ein höchst ungewöhnliches Flugzeug ist, das möglicherweise beides in jeweils noch perfekterer Weise vereint, die ungeheure Schnelligkeit des Blackbird und die angenäherte Radarunsichtbarkeit von Stealt, dann ist es immer noch ein Flugzeug, dessen Flugmuster und Eigenschaften sich normalerweise nachvollziehen lassen müssten. Und wieder müssen wir unweigerlich an Robert Lazar und seine außerirdischen Flugscheiben denken. Unerklärliche Sichtungen Kapitel 12 Wir leben in einem Zeitalter, in dem die technologische Revolution selbst für Experten bestimmter Fachbereiche zu einer undurchschaubaren, hochkomplizierten Gesamtsituation geführt hat. In vieler Hinsicht befindet sich auch die militärische Forschung und Anwendung in einem zwar größtenteils absolut geheim stattfindenden, aber dennoch indirekt nachvollziehbaren Umbruch. Stichworte wie EMP, nichtletale Waffen und Informationskrieg machen die Runde, neben tausend anderen Inventionen. Die US-Luftwaffe jagt in unseren Tagen viele spektakuläre Flugkörper über den Himmel, und immer wieder überraschend in weniger Eingeweihten die ungeheure Findigkeit militärischer Produkte genauso wie die Spitzfindigkeit des militärischen Dragons. Unerklärliche Objekte, die blitzend und blitzschnell durch die Nacht ziehen, können alles Mögliche sein, gerade dann, wenn sie in der Nähe großer militärischer Testgelände beobachtet werden. UFO-Beobachter hätten es noch vor 20 Jahren sehr viel leichter gehabt als heute. So wird das Thema immer irritierender, vielleicht sogar unergründbar. Tatsächlich haben manche schon aufgegeben, sich mit UFOs zu befassen, da ihnen schlichtweg die Möglichkeiten fehlen, wirklich hinter die Kulissen zu blicken. Natürlich, eine deprimierende Situation, mit der man sich hier abfinden soll und wohl auch muss. Und wer kann schon wirklich hinter die Kulissen blicken? Und, kann man denen, die hinter einige Kulissen blicken dürfen, kann man denen, Insidern, den trauen? Schließlich müssen die aussehendsten Händen ständig mit Desinformation rechnen. Bei allem Für und Wider, bei allem Abwägen, allen Zweifeln und aller Verwirrung, es bleibt eine Art Bodensatz des Unerklärlichen. Dieser Bodensatz besteht aus einem seit Jahren und Jahrzehnten feststehenden Muster, das allzu stimmig ist. Als dass es sich Geheimbasis-Area 51 Als ein buntes Gemisch interessanter Konfabulationen hinweg erklären ließ sie. Da sind nun einmal die von zivilen wie militärischen und geheimdienstlichen Quellen gleichermaßen geschilderten Zusammenhänge, die wirklich als solche zu bezeichnen sind. Weltweit voneinander unabhängig gemachte Aussagen fügen sich passgenau aneinander, oder einst das andere bestätigend ineinander. Immer wieder berichten Angehörige der Streitkräfte hinterher vorgehaltener Hand von fremden Wesen, UFU-Entführungen, der Erforschung von außerirdischer Technologie hauptsächlich auf Area 51-S4, sie berichten von geheimnisvollen Projekten wie Regleitz und HBAC. Personeln, die sich mit dieser Thematik befassen, werden überwacht, abgehört, verfolgt und eingeschüchtert. Genauso kursieren seltsame Dokumente sowie völlig ausweichende und absolut unstimmige Aussagen offizieller Stehlehen. Und es gibt eine große Zahl an über jedes Maß utopisch wirkenden Sichtungsberichten unidentifizierter Objekte. An diesen Berichten ist oft besonders interessant und auffallend, dass sie nicht erst seit 20 oder 30 Jahren zirkulieren, sondern Parallelen in älteren Berichten besitzen, die wiederum nach einer gleichartigen Erklärung verlangen. Denn vor einem halben Jahrhundert war die Militärtechnologie einfach zwangsläufig noch nicht so weit fortgeschritten wie heute. Und wir wollen an dieser Stelle überhaupt nicht versuchen, über ebenfalls in keiner Weise erklärbare Himmelsbeobachtungen noch früherer Zeiten zu diskutieren, das wäre ein weites Feld. Doch allein aus den in diesen wenigen Zeilen angedeuteten Gründen dürfte nicht jedes außergewöhnliche Objekt am Himmel sich so leicht mit der Bemerkung erklären lassen, hier habe das Militär einfach einmal wieder ein neues Spielzeug ausprobiert. Das wäre genauso unsinnig, wie zu behaupten, jedes blinkende Licht am Himmel wäre ein außerirdisches Raumschiff. In Anbetracht der rasanten technologischen Entwicklung gerade seit Beginn unseres Jahrhunderts und dann offenbar nochmal in einem weiteren Schub seit dem Beginn der 50er Jahre, glauben einige Autoren und UFO-Forscher, dass sich in dieser Entwicklung, also nicht zuletzt auch in den so utopischen Projekten, wie sie unter anderem mit Nachdruck am Grom Laker durchgeführt werden, ein unheimlicher Hintergrund abzeichnet, eben, dass das irdische Militär sich die Erkenntnisse aus sairdischer Technologie zunat zäh macht. So abstroß das klingt, nach all dem, was heute bekannt ist, können wir keinen wirklich plausiblen, keinen wirklich gültigen Grund nennen, warum das nicht in letzter Konsequenz so sein könnte. Nur ließen sich die übergehen G-Form einen zum anderen wohl in den meisten Fällen nur kaum definieren. Die heutigen Studien über modernste Technologie des Militärs vermitteln jedenfalls ein eindrucksvolles Bild von dem, was zur Zeit an vorderster Front unerklärliche Sichtungen der geheimen Forschung getestet wird. Und wieder spielt Grom Laker-Rio 51 eine ganz zentrale Rolle. In den vergangenen Jahren wurde eine ganze Menge neuer Informationen über so manch utopische Fortentwicklungen bekannt, umfangreiche Studien wie, Air Force 2025, und, New World Vistas. Nur einige Beispiele aus den so vielfältigen Szenerien, wie sie am Grom Laker verfolgt werden. Eine neue Generation von Stealt Die neuen Produkte der Tarn-CAP-Pen-Technologie gehen weit über bisherige Konzepte hinaus. Nun mehr sollen sie ihrer Bezeichnung noch weitaus gerechter werden, denn mittlerweile geht es nicht mehr nur um Radar-Unsichtbarkeit, sondern auch um die Tarnung im sichtbaren Bereich. Neue Stealt-Vergütungen werden nach dem sogenannten Smart-Chain-Konzept mit elektrischen Spannungen versorgt, welche die Radarreflektionen der Oberflächen nochmals stark reduzieren können, um rund 40 bis 50 Prozent. Eine zusätzliche Eigenschaft der neuen Elektrovergütung ist eine Art Cameleon-Effekt, der das Flugzeug der jeweiligen Hintergrundfarbe und Herrlichkeit anzupassen vermag. Insgesamt zielen die neuen Technologien auf eine scheinbare multispektrale Unsichtbarkeit ab, zumindest in drei wesentlichen Bändern, dem Infrarot, dem sichtbaren und dem Radarbereich. Im Zusammenhang mit der Verwendung von elektrischen Spannungen an Stealt-Vergütungen sei auch noch einmal an jene geheime Gruppe erinnert, auf deren Informationen zu Spannungen an den B2-Flügel kannten sich schon 1992 die Zeitschrift AW und ST-Bezog. Schon seit einiger Zeit finden immer noch streng geheime Versuche mit elektromagnetischen Pulswaffen, EMP, statt. Was darüber mittlerweile bekannt ist, gibt wahrscheinlich nur einen schwachen Eindruck der tatsächlichen Möglichkeiten. Die US-Luftwaffe hat jedenfalls bereits GEIM-Tests von EMP-Waffen durchgeführt, die auf Cruise Missilesgerät steht wurden. Kleine Elektromotoren und automatische Zündungen konnten dabei ohne weiteres außer Gefecht gesetzt werden. Im Radio- und Mikrowellenbereich sollen hochwirksame Systeme zum Einsatz kommen. Bereits wenige Gramm-geheime Explosivstoffe können bewegte Ziele wie Panzer oder gar gesamte Missilebatterien mit einem Schlag vernichten. Hochenergetische Laser ersetzen Bomben und erreichen eine weitaus bessere Zieleingrenzung. Der Einsatz neuer Drogen soll die Einsatzkraft, also Präzision und Durchhaltevermögen, deutlich steigern. Über Schallmissalls werden in die Lage versetzt, ein nur einzukündiges elektronisches Signal einer Bodenluftrakete zu analysieren und sie im Umkreis von 300 Kilometern innerhalb einer Minute zu zerstören. GEIM-Basis-ÄRIE 51 Mehr und mehr sollen auch unbemannte, und zur Zeit auch unbekannte, Systeme eine wichtige strategische Rolle im Arsenal des 21. Jahrhunderts spielen. Die heute bekannten, Drohnen, wie die D21 oder auch neuere Orbs, Unmanet Areal Vehicles, wie Tier 2 und sein Nachfolger Tier 3, Darkstar, geben sicherlich nur wenig Einblick in den derzeitigen Stand der Entwicklungen. Der größte Vorteil dieser Körper ist freilich ihre nur von materiellen Bedingungen begrenzte Manövrierfähigkeit, die natürlich in weit extremeren Bereichen angesiedelt ist als beim menschlichen Organismus. Ein Pilot erträgt im bewussten Zustand und für etwas längere Zeit ein Eigengewicht von gerade einmal dem Zehnfachen der Erdanziehung-Fallbeschleunigung, kurz, 10 Gramm. Die unbemannten Vehikel können Manöver durchführen, die heute zwischen 15 und 20 Gramm für die betreffenden Projekte angegeben werden, auch wenn die strukturelle Belastbarkeit oft höher ist. Außerdem sparen die Konstrukteure erhebliche Kosten, da all die Gerätschaften, die zur Versorgung und Sicherung eines Menschen in einem Hyperschalliert unabdingbar sind, hier weggelassen werden können. Eine so kostengünstige wie effektive Technologie kann natürlich nur von großem Interesse sein. So haben einige Fachleute auch darüber nachgedacht, ob nicht auch die legendäre, Aurora, ein unbemanntes Flugzeug ist. Sollte sie allerdings wirklich ein würdiger Nachfolger der SR-71 werden wollen, dann wäre wohl ein Pilotensitz im Preis inbegriffen. Sicherlich werden die Strategen letztlich auch nie komplett auf das menschliche Gehirn an Bord eines Jets verzichten wollen, selbst wenn sie es könnten. Es scheint jedenfalls undenkbar, dass die US-Luftwaffe auf einen superschnellen, hochtechnisierten aber auch bemannten Jet verzichten würde, der alles Dagewesene übersteigt. Doch wir wollen uns nicht allzu sehr in Fragen um die neueste Kriegstechnologie verlieren, ohnehin ein recht deprimierendes Thema. Mir ging es an dieser Stelle mehr darum, einen kurzen, Überblick, zu verschaffen, der trotzdem anhand einiger weniger Beispiele gleichzeitig andeuten soll, welche zusätzlichen und verwirrenden Technologien neben bereits älteren Erfindungen wie den Brilliant Peplies, der SDI-Zeit existieren und Gete steht werden. So sind viele Nächte am Grumlager und auf der Testzeit von sehr merkwürdigen Erscheinungen erfüllt, die den Himmel durchaus, verzaubern, können. Dennoch, wir kommen in geradezu notorischer Weise wieder zurück zu Bablasa und seinen, fliegenden Untertassen, denn ein paar Dinge, die unerklärliche Sichtungen sich, sehr gelegentlich, über dem weiten Testgelände zeigen, geht so zu sagen, über jede Hutschnur. UFO-ähnliche Objekte wurden allerdings nicht nur direkt über Area 51 oder S4 auf dem Testorial von Nevada beobachtet. Ein interessanter Vorfall ereignete sich bereits in den 80er Jahren, ist allerdings erst viel später ins Bewusstsein der Zeugen gelangt. Während einer Radiosendung mit Bablasa wurden einige Anrufe entgegengenommen, die von Personen mit Wissen über UFOs stammen sollten. Zwei Anrufer erklärten, sie würden Personen kennen, die auf dem Tonopatest-Range gearbeitet hätten, sich aber an nichts mehr erinnern könnten, was dort geschah oder auch nur an Einzelheiten ihrer Tätigkeit. Eine Mitarbeiterin wusste nichts mehr über ihre immerhin sechs Monate währende Arbeit auf dem Tonopatest-Range, TTR. Sie erinnerte sich nur noch an einen Krankenhausaufenthalt, bei dem ihr ein Arzt eine Nadel in den Nacken getrieben habe. Glenn Campbell weiß, um welche Mitarbeiterin von Tonopat es sich handelt. Da die Zeugin weitgehend anonym bleiben möchte, spricht er von ihr stets als, Athena. Im Vertrauen erhielt ich ihren wahren Namen und eine Telefonnummer, unter der ich sie erreichen kann. Doch natürlich werde ich mich an die Abmachung halten und kann die Zeugin gleichfalls nur als, Athena, bezeichnen. Ihre Geschichte ist relativ kurz, aber interessant. Athena war als Radaroperatörin auf dem TTR beschäftigt und dann auch auf dem benachbarten Tolikapik, in einem übrigens ebenfalls sehr geheimnisvollen Gelände auf der Testzeit, die außer RRI-51 und S4 noch etliche ebenfalls sehr mysteriöse Einrichtungen besitzt. Erst einige Jahre nach ihrem Ausscheiden auf TTR fragte sie jemand, was sie dort eigentlich genau getan habe. Das Problem war, dass sich Athena lediglich daran erinnerte, mit dem Radar beschäftigt gewesen zu sein, aber in dem Moment, als sie nach weiteren Informationen gefragt wurde, fiel ihr erst auf, wie wenig sie noch von jener Zeit wusste. Sie war so schockiert über ihren regelrechten Gedächtnisverlust, dass sie einen Hypnotherapeuten aufsuchte. Tatsächlich konnte er zumindest einiges aus dem Unterbewusstsein zurückholen. So begann sie sich wieder zu erinnern, wie sie für eine spezielle Nachttermin herangezogen wurde, zusammen mit anderen Technikern, mit denen sie zuvor allerdings noch nie gearbeitet hatte. Ihre Aufgabe war wie üblich, einen Teil der Radarausrüstung von einem geschlossenen Wohnanhänger auszubedienen, um ein Ziel in der Luft anzupeilen. Doch sie entdeckten keines. Als sie und ihre Kollegen aus dem Trailer gingen, während ihre Vorgesetzten dort einige Details besprachen, sah sie ein disk-OS-förmiges Flugobjekt. Sie erinnerte sich später, nach der Hypnose, auch Geheimbasiserie 51 daran, dass mehrere leuchtende Scheiben am Himmel aufgetaucht seien. Doch dann reißt alles ab, von diesem Punkt ab bleibt im Gedächtnis von Athena eine Lücke. Das nächste, woran sie sich erinnert, ist die Klinik, die sich ihrer Meinung nach auf Eri 51 befand. Glenn fragt sich er zu Recht, hatte die Erfahrung in der Klinik irgendetwas mit ihrem, Missing-Time, Erlebnis zu tun, und meint damit jenes Zeitloch, das Menschen haben, die behaupten, von UFOs oder auch Militärpersonal entführt worden zu sein. Ich habe von Studien gelesen, so ergänzt Glenn, die anzeigen, dass das Langzeitgedächtnis während der Nacht im Gehirn größer als fixiert kleiner als wird, und dass jemand, der den Schlaf in irgendeiner Weise blockiert, die Erhaltung von Erinnerungen beeinträchtigen kann. Dies öffnet die Möglichkeit einer drogeninduzierten Amnesie, ohne dadurch alles Übrige im Gehirn einer Person komplett zu beeinflussen. Möglicherweise ist das tatsächlich mit Athena geschehen. Während ihre UFO-Sichtung über dem Testgebiet bereits eine Weile zurückliegt, gibt es auch einige interessante Augenzeugenberichte aus den 90er Jahren, die allesamt nach meiner Beurteilung einen glaubwürdigen Charakter besitzen. Anfang März 1993 startete Kevin Vogt, der an der Universität von Las Vegas studierte, mit einem etwas ungewöhnlichen Einfall in die Semesterferien. Er hatte sich vorgenommen, einmal nach Aurora Ausschau zu halten, dem so geheimen und legendären Superflugzeug. Vielleicht hatte er ja doch ein bisschen mehr Glück als andere und würde etwas davon am Himmel über Area 51 zu sehen bekommen. Gesagt, getan. Also setzte er sich in seinen alten silbernen VW Käferdiesel und tackerte los. Er war nicht schlecht ausgerüstet für seinen Trip. Unter anderem hatte er neben etlichem Proviant einen Radardetektor dabei, einen Kompass, eine kräftige Taschenlampe, warme Handschuhe, einen Hut, einen starken Felstecker, eine präzise Karte und, nicht zu vergessen, eine geladene Taurus 357 Magnumpistole. Als erfahrener amerikanischer Militärflugzeugbeobachter wusste Vogt zum einen hin, was er für seine Tour benötigte, zum anderen kannte er sich nach zahlreichen Konsultationen von Red Flag Manövern auch sehr gut mit sämtlichen denkbaren Flugzeugtypen aus. So leicht konnte man ihm demnach nichts vormachen. Allerdings ging er manchmal vielleicht doch ein bisschen sorglos vor. Das resultierte zunächst einmal darin, dass Vogt in jenem unwechsamen Gelände rund um die Sperrzone mit seinem Wagenboden auf einen größeren Stein krachte und die Ölwanne beschädigte. Er war die Grumlackerroute schon ein gehöriges Stück entlang gefahren und bereits von der Security erspäht worden. Nun konnte er nicht mehr weiterfahren und nahm daher seine Sachen heraus, um nach den Kamutudes zu suchen. Es war bereits unerklärliche Sichtungen. Später Nachmittag, und Rachel bzw. Alamo sind beide von dort aus viel zu weit entfernt, um zu Fuß in einer auch nur einigermaßen akzeptablenen Zeitspanne dorthin zu gelangen. Also beschloss Vogt, sich erstmal eine Anhöhe auszusuchen, um nach anderen menschlichen Wesen Ausschau zu halten. Bald wurde es dunkel, doch vorerst ließ Vogt seine Taschenlampe ausgeschaltet, um seine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Außerdem ging bereits der Mond auf. Die Entfernungen sind in der offenen Wüste täuschend, und mein Weg dauerte länger, als ich geschätzt hatte, so erinnert sich Kevin, der nun eine Anhöhe voller Jashu-Trees entlanglief. Gerade glaubte er, wieder einer dieser schönen Kaktuspalmen ausweichen zu müssen, als er sah, wie er nun stattdessen vor einem hohen Pfosten stent. Die Spitze war von einer großen silbernen Kugel gekrennt. Und er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass genau diese Kugeln die Grenze zur Area 51 strikt markieren. Also lief er weiter durch das recht unwegsame Gelände, das abseits jeder Schotterstraße lag. Schließlich war er am Gipfel angelangt und erschrak bis ins Mark. Denn vor ihm breitete sich die geheime Anlage aus, deren Hangars und Gebäude sich über einen weiten Teil des westlichen Ufers von Gromlacke verteilen. Jetzt wusste er, dass er bereits ein deutliches Stück in die Sperrzone vorgedrungen war, und er fragte sich, wie es kam, dass er dort so leicht hingelangt war. Natürlich lagen noch viele Meilen zwischen ihm und der Anlage, aber allein der Umstand, ungehindert über die Sperrlinie gekommen zu sein, verwunderte ihn doch. Nun, manchmal geschieht es eben. Es ist in diesem gewaltig großen Gebiet nahezu unmöglich für die Security, selbst unter Einsatz ausgeglühgelster Sicherheitsmaßnahmen und elektronischer Meldevorrichtungen, alles ständig zu beobachten. Letztlich ist für sie auch nur wichtig, jeden Eindringling rechtzeitig zu erwischen, bevor er zu nahe kommt. Doch reicht es natürlich schon, wenn überhaupt jemand so weit vordringt, dass er die Basis sehen kann. Damals, als Kevin Vogt seinen, Ausflug, machte, waren Friedemrich und White Sides noch nicht eingenommen, insofern war es auch noch möglich, legal, und direkt von der Grenze aus, einen Blick auf die angeblich nicht existente Basis zu werfen. Nur, die einzigen legalen Orte waren eben jene beiden Berge. Jeder weitere Sichtpunkt lag und liegt nach wie vor unweigerlich bereits innerhalb der Restricted Area. Nun, Kevin Vogt hatte seine Lage zu spät erkannt und konnte nichts mehr daran ändern. So entschied er sich, erst mal eine Weile dort zu verhaaren und zu beobachten. Gegen kurz nach acht bemerkte er immer mehr Flugzeuge, die in einem weiten Kreis über der Area flogen. Diese Manöver machten den Eindruck von Patrouilleflügen. Vogt wechselte immer zwischen der Beobachtung des Himmels und der Basis. Gegen acht Uhr und fünfzehn. Geheimbasis Area 51 Minuten sah er, wie ein Flugzeug langsam zum Hauptrullfeld von Area 51 fuhr. Dort blieb es eine Weile lang stehen. Dann hob die Maschine schnell und lautlos ab, wobei für den Eindruck der Geräuschlosigkeit sicherlich die Entfernung verantwortlich war. Nun stellte sich ein orangefarbenes Leuchten ein. Es war nicht so, wie wenn jemand einen Lichtschalter anmacht, erinnert sich Vogt, sondern eher langsam, so als wenn man an einem Reostart eckige Klammer auf regelbarer elektrischer Widerstand eckige Klammer zudreht. Es dauerte etwa zwei bis drei Sekunden, um volle Helligkeit zu erreichen. Das Licht hüllte das Flugobjekt ein, so dass ich die Positionslichter nicht mehr länger sehen konnte. Innerhalb von 15 Sekunden schien das Flugobjekt zu stoppen und direkt über dem Gelände zu schweben, etwa 100 bis 150 Meter über dem Boden. Es schien sich in dieser Position rund fünf Minuten lang nicht zu rühren. Als nächstes ging das Flugobjekt schnell von einem Halt über zu relativ schneller Bewegung, dann begann es wieder zu schweben. Diese Prozedur wiederholte sich noch einige Male in unterschiedlichen Höhen über dem Boden. Nur wenige Sekunden vor der Landung hörte das mysteriöse orangefarbene Glühen auf und das Flugzeug rollte wieder zu den Hangars. Diese Erscheinung erinnert natürlich wieder deutlich an etliche, oft als Unsinn abgetane Schilderungen über glühende Flugobjekte und Scheiben sowie insbesondere an die Beschreibung jenes Technikers, der an Bord einer KC-135 ein rötlich glühendes Flugzeug auftankte. Dieses gewiss magisch wirkende Glühen lässt auch an Experimente mit den faszinierenden Airspikes denken, Luftstacheln, die die Reibung an der Kontaktflache zwischen der Luft und der Oberfläche eines Flugkörpers verhindern sollen. Ein Laserstrahl oder auch Mikrowellenstrahl soll einer großen Zahl von Luftmolekülen ihre Elektronen entreißen, sie also ionisieren und dadurch einen als, inverse Bremsstrahlung, bekannten Effekt auslösen. Dabei kommt es zu Leuchteffekten. Der Luftstrom wird letztendlich auf diesen Wege geleitet und vom Flugzeug ferngehalten. Die Erfindung stammt von den beiden Wissenschaftlern Laik Myrabo und Uri Reitzer, die bereits erfolgreiche Tests im Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York, durchgeführt haben. Im Prinzip können mithilfe der Airspikes den Ergebnissen von Myrabo und Reitzer zufolge Flugzeuge jeglicher Form, auch, fliegende Untertassen, auf sehr hohe Geschwindigkeiten gebracht werden. Angestrebt wird die 25-fache Schallgeschwindigkeit, da dieses Tempo erforderlich ist, um ins All hinaus zu schießen. Nun, Kevin Vogt glaubt nicht, dass das von ihm beobachtete Flugzeug die Aurora war. Doch in jedem Falle wurde er Zeuge eines außergewöhnlich interessanten Tests. Gegen Mitternacht entschied sich Vogt, sich wieder vom Gelände zu stehlen. Doch als er von den Bergen wieder auf die Grom unerklärliche Sichtungen Lakeroth gelangte, war er immer noch einige hundert Meter innerhalb des Sperrgebietes. Als ihn die Security ertappte, war er bereits wieder auf öffentlichem Land, und das war sein Glück. Natürlich war die Security wenig erfreut über den nächtlichen Besucher, der zudem noch eine geladene 357er Magnum in der Tasche hatte. Besonders kritisch wurde die Sache, als einer der Du des Kevins Spuren zurückverfolgte und sah, dass sie über die Grenze führten. Kevin versuchte ihnen zu erklären, dass er mit seinem Wagen liegen geblieben war. Nachdem er über eine Stunde lang mit erhobenen Armen da stand, während zwei automatische Waffen auf ihn gerichtet waren, kam schließlich der Sheriff, um den Fall zu übernehmen. Er fuhr mit ihm zu der Stelle, an der Kevins Wagen stand, um zu überprüfen, ob die Geschichte stimmte. Als beide dann gemeinsam nach Alarme fuhren, fragte ihn der Sheriff, was er denn wirklich vorgehabt habe. Er versprach ihm, nichts davon ins Protokoll zu nehmen, da er die doch recht missliche Situation des Studenten offenbar erkannt hatte. Vogt erzählte ihm alles nach Bestemwissen und Gewissen, worauf der Sheriff sagte, Kevin habe am Abend eine, Special Operation, beobachtet, und er habe sehr viel Glück gehabt, dass ihn die Security nicht direkt auf dem Sperrgelände ertappte, was in dieser Situation wohl sehr ernste Konsequenzen für ihn gehabt hätte. Er erzählte ihm auch, dass die vielen anderen Flugzeuge, die über der Aerie kreisten, nur eine Aufgabe hatten, sie sollten das geheime Flugzeug sofort abschießen, wenn sich dessen Pilot dazu entschließen würde, die Grenzen von Aerie 51 zu überfliegen. Im Laufe der vergangenen Jahre habe ich mit einigen Zeugen sprechen können, die mir geradezu einstimmig von ihren Sichtungen extrem ungewöhnlicher Flugobjekte über Aerie 51 berichtet haben. Auch der junge Isaac sah nur wenige Tage, bevor wir gemeinsam die F-IV-Absturzstelle Besicht IG-Ten, ein Flugobjekt über Aerie 51, das mitten in der Bewegung innehielt, schwebend verharrte und dann auf der Stelle umdrehte. Es dauerte, bis Isaac überhaupt von seinen Erfahrungen sprach, denn sowohl er und sein Freund Roger zählen zu den Anwohnern, die nicht gerade begeistert davon sind, dass viele nur wegen der Ufus in die Gegend kommen, nichts aber wegen der interessanten Landschaft. Etwa anderthalb bis zwei Jahre zuvor, also um 1995 herum, sah Isaac zusammen mit Rogas Bruder Roy ebenfalls eine spektakuläre Formation am Himmel. Sie hatten sich gerade an einen der Seen im Norden von Rachel begeben, um dort zu fischen, als etwa vier bis fünf goldgelb oder orangefarbene Objekte erschienen. Sie sahen richtig kiek aus und machten allesamt völlig parallel riesige, sprunghafte Bewegung gehen über den Himmel, genauso, wie Lazar berichtete. Diese unidentifizierten. Geheim Basis Area 51 Flugkörper zeigten sich bei helllichtem Tage. Sie waren etwa eine halbe Stunde zu sehen, vielleicht auch etwas länger, dann verschwanden sie so schnell, wie sie aufgetaucht waren. Im Januar 1994 beobachtete ein Fotojournalist unerklärliche Lichterscheinungen über dem Luftraum von Popolose Lacke, natürlich ohne direkten Blick auf den See selbst. Auch dieser Mann ist in der Beobachtung von Flugzeugen geübt und war gerade deshalb von dem überrascht, was er nun sah. Denn auch das Objekt, das dort über den Bergen aufgetaucht war, vollführte Bewegungen, wie sie mit konventioneller Flugzeugtechnologie nicht mehr erklärbar waren. So verharrte es schwebend an einem Ort, um anschließend einen unvermittelten Satz von einigen Winkelgrad zu machen. Im November 1994 beobachtete eine Familie auf einer kleinen Urlaubstour ebenfalls ungewöhnliche Lichterscheinungen. Sie kam pierte bei Rölyte, in der Nähe von Beatty, einem Ort im Westen der Testzeit. Am frühen Abend tauchte ein Objekt auf, das etwa so hell wie der Jupiter leuchtete, sowie ein weiteres schwächeres, das in Zickzack-Bewegungen über den Himmel sprang. Bei dieser Sichtung ist allerdings nicht ganz einfach festzustellen, ob das Objekt nur hin und her zu springen schien, weil näher liegende Anhaltspunkte fehlten und das Auge der Beobachterin durch die stets vorhandene Eigenbewegung des Augapfels den Eindruck eines erratisch bewegten Objektes entstehen ließ. Glenn Campbell nennt diesen Vorgang den Hummel-Effekt, Bumblebe-Effekt, allgemein als autokinetische Illusion bekannt. Ebenso können die blinkenden Positionslichter eines Flugzeugs durchaus Verwirrung stiften und wiederum den Eindruck eines springenten Objekts entstehen lassen. Strobe-Effekt Erst ab einer bestimmten Größenordnung, wenn die Erscheinung mehrere Grad, springt, wird die Angelegenheit wirklich unerklärlich. Dann dürfte das beobachtete Objekt wirklich derartige Bewegungen ausführen. Jene Familie beschrieb auch sehr genau das, Phänomen, der Golden Orbs, wie sie gelegentlich am nächtlidschen Himmel bei, Driemland, zu sehen sind. Sie konnten sich diese Erscheinung zwar nicht erklären, doch übertrieben sie in der Darstellung nicht, was dafür spricht, dass auch ihre übrigen Beschreibungen den Tatsachen entsprechen. Interessant ist auch, dass im gleichen Monat, im November 1994, ein ungewöhnliches Video zusammen mit Radaraufzeichnungen an die Öffentlichkeit kam, das ebenfalls ein merkwürdiges Objekt zeigt und von mindestens einem Radaroperateur des Nellys Drehend herausgeschmuggelt worden sein soll. Das Video besteht aus mehreren Sequenzen und gibt neben Radardaten auch die Stimmen von Personnel der Radarstation wieder. Das in einer Höhe von rund 11.000 Metern kreisende Objekt wurde als unidentifizierter Eindringling beschrieben und sollte mit einer Missile Unerklärliche Sichtungen Beschossen werden 20 Sekunden nach dem Start der Missile kam die Meldung der Kollision, Sekunden darauf hieß es, das Objekt sei zerstört worden, was bald wieder dementiert wurde, nachdem sich das UFO nun wie es heißt mit hoher Geschwindigkeit und vermittelt in südliche Richtung fortbewegte. Offenbar hatte es keinen Schaden genommen. Als Quelle des Videos wurde ein gewisser, Steve, genannt, worauf Glenn mit dem Analytiker der Sequenz sprach, dem Journalisten Cook De Caro, der auch eine Sendung über den berühmten UFO-Zwischenfall bei der Bandwaters-Basis in England produziert hatte. De Caro erklärte, die Quelle sei legitim, es handele sich um einen ehemaligen RVS-Angehörigen. Allerdings ist kaum anzunehmen, dass das Personal von S4 seine UFOs von Nellis Leuten in Gefahr bringen lassen möchte oder gar abschießen lässt. Der Zwischenfall vom November 1994 müsste also einen anderen Hintergrund besitzen. Allerdings, wenn man einmal spekulieren möchte, dann könnten die Verantwortlichen auf S4 sich vielleicht mittlerweile sicher genug sein, dass die dort vorhandenen Flugscheiben nicht von konventionellen Geschossen verletzbar sind, um einen Test zu riskieren. Wenige Monate später zeigten sich dann wieder merkwürdige Lichter am Himmel. Leider hatte ich das betreffende Datum wieder recht knapp verpasst. Ende März 1995 erzählte mir Cook Clark, dass er in der Nacht vom 18. auf den 19. März ein echtes UFO gesehen habe, ein Objekt von der etwa zwei- bis dreifachen Helligkeit des Jupiter, das wiederum die so typischen, Laserbewegungen, produzierte, wie Clark sagt, sprang es in Sekundenbruchteilen zwischen weit voneinander entfernten Punkten hin und her. Mein guter Freund Dale Darby aus Kalifornien war im Sommer 1996 mit einer kleinen Künstlergruppe zu einem Workshop für Weltraumkunst zur Forschungsstation auf dem White Mountain östlich von Bishop an der Grenze zu Nevada aufgebrochen. Von dort aus bietet sich eine gute Aussicht in Richtung der Testgelände von Nellies und Tonopah. Dale hat einige Zeit ein astronomisches Observatorium geleitet und ist ein sehr erfahrener Beobachter, ebenso ein sehr begabter Kunstmaler, dessen Werke schon auf Ausstellungen, im Fernsehen und in Zeitschriften gezeigt wurden. Und er ist auch ein hervorragender Koch, sein Barbecue werde ich nicht so schnell vergessen. Nun, an jenem Abend auf dem White Mountain sollte Dale zusammen mit einigen Zeugen eine Beobachtung marschen, die er sein Leben lang nicht vergessen wird. Wie Emmy sagte, waren auch ein paar ziemlich hartgesottene UFO-Skeptiker bei diesem Treffen versammelt, und auch er war vorsichtig mit dem Thema. Nachdem sie die unheimliche, weil völlig unerklärliche Erscheinung gesehen hatten, wurden sie allerdings doch nachdenklich, so meint Dale. Gleich nach seiner Sichtung. Geheim Basis Area 51. Schrieb er mir, ja, es war ein definitives UFO. Ob es außerirdischen Ursprungs war oder von außerirdischen gesteuert wurde, ist reine Spekulation. Dort draußen ist etwas höchst faszinierendes, worüber ich mehr herausfinden muss. Ich bin überwältigt von diesem Zwischenfall und all den Möglichkeiten und Konsequenzen, die er mit sich bringt. Die Köchin eckige Klammer auf auf der Station eckige Klammer zu, Carolette, sagte, sie habe von dort oben schon oft die verrücktesten Lichter gesehen. Sie arbeitet dort seit neun Jahren. Später fuhren wir mit Dale in der Nacht hinaus zum Fuß von Weitzeits, um zu beobachten, und obwohl sich die, Fremden, bisher nicht mehr zeigten, waren wir sicherlich nicht zum letzten Mal dort. Doch was sahen Dale und die anderen an jenem Abend vom Gipfel des White Mountain aus? Am besten, wir lassen ihn selbst noch einmal zu Wort kommen, eingetragen waren wir als Forschungsgruppe über geologische Formationen, die am White Mountain auftreten. Jede Menge zutage liegende Granit- und Dolomitgrate, die fast an eine Mondlandschaft erinnern. Das Basislager befindet sich in einer Höhe von 3800 Metern, und der Gipfel erhebt sich zu majestätischen 4346 Metern. Dieser Ort bietet die Vorteile einer sehr geringen Luftfeuchtigkeit und eines beständigen Himmels, was für die Astronomie günstig ist. Wir kamen am Freitag spätabends an, räumten eigentlich nur unsere Sachen weg und richteten uns für die Nacht ein. Der nächste Tag war klar und für diese Höhe beinahe warm. Die Künstler, die dort waren, wussten, dass ich für den UFO-Kurierbilder von UFOs gezeichnet hatte und glaubte, dass es die RIE 51 wirklich gab. Jedes Mal, wenn sie sahen, dass ich durch mein Fernglas schaute, forbten sie mich, ich hielte wohl nach UFOs und Raumschiffenausschau. Aber ihre Ansichten sollten sich bald ändern. Ich schaute genau nach Osten, und plötzlich erschien über einem Gebirgszug ein kirschrotes Licht. Es strahlte sehr hell, und ich musste einfach annehmen, dass es mindestens 80 Kilometer weit Weg sein musste, um sich so über den Berg erheben zu können. Warum war es so hell? Plötzlich beschrieb das Licht eine Reihe sich aneinander anschließender Kreise und bewegte sich dabei mit äußerst hoher Geschwindigkeit, dann schoss es mit erstaunlicher Geschwindigkeit nach Süden davon. Um ehrlich zu sein, das machte mir Angst, und meine Nackenhaare standen zu Berge, als wäre es eine Szene aus einem Science-Fiction-Film. Dale war zu diesem Zeitpunkt so gebannt von dem, was er sah, dass er nicht daran dachte, andere als Zeugen zu rufen. Doch bald sollte es dazu eine Chance geben. Am nächsten Morgen schaute ich nach Tonopah hinüber, und das helle Objekt war immer noch da. Auch ein paar andere Vorschähe waren da und warfen einen Blick darauf. Sie wussten nicht, was es war. Unerklärliche Sichtungen schienen sich aber für das Objekt zu interessieren. Ich beobachtete es etwa eine Stunde lang und ging dann zum Frühstück ins Haus. Danach teilte mir ein anderer Wissenschaftler mit, er habe das helle Licht beobachtet und gesehen, wie es plötzlich, ausgeschaltet, wurde. Doch die verblüffendste Beobachtung stent noch bevor, später am Abend war es für mich wieder an der Zeit nachzusehen, wie es um den Himmel stent. Ich trat nach daraus sehen, und ein paar Augenblicke später stieg über demselben Gebirgszug im Osten von White Mountain ein strahlend helles, weißes Licht auf und schweppte auf der Stelle. Nun kümmerte sich Dale darum, dass er ein paar Zeugen organisierte. Als er mit den anderen wieder aus dem Stationsgebäude kam, war der leuchtende Flugkörper immer noch da. Jupiter war zu sehen, und dieses Objekt war heller als er. Wir schätzten seine Größe auf minus dreieckige Klammer auf nach einer astronomischen Helligkeitsskala im Bereich der Venushelligkeit eckige Klammer zu und die Entfernung auf etwa 100 Kilometer in östlicher Richtung. Diese Entfernungsschätzung basierte auf der Identifizierung von Höhezügen, hinter denen das UFO auftauchte. Das Objekt vollzog eine Reihe von Bewegung umgehend von links nach rechts, beschrieb mit hoher Geschwindigkeit eine Reihe aneinander anschließender Kreise dem Berg hinunter, stieg rasch wieder bis auf seine vorherige Höhe auf, vollzog dann eine Reihe sinusartiger Wellenbewegungen in Richtung Süden und schoss dann mit einer Geschwindigkeit von 20 Grad pro Sekunde nach oben in eine Wolke. Es war immer noch so hell, dass es die Wolke von hinten erleuchtete. Ein bekannter amerikanischer Astronom, der allerdings anonym bleiben möchte, hat sich mit der Sichtung befasst und aus den Daten berechnet, welche tatsächliche Geschwindigkeit das Objekt besessen haben muss. Wenn man die Winkelgeschwindigkeit und die Entfernung kennt, ist das freilich kein großes Kunststück, doch ist es immer gut, wenn ein qualifizierter Unbeteiligter sich einer ungewöhnlichen Angelegenheit annimmt. Das einstimmige Ergebnis seiner Rechnungen und derjenigen von Dale ergibt, dass jenes Objekt sich mit rund 140.000 Stundenkilometern bewegt haben muss, das entspricht rund Mach 120. Und das innerhalb der Erdatmosphäre. Die Beschleunigungsandrücke beim Aufsteigen und diversen Manövern müß sind unvorstellbar hoch gewesen sein. Als ich mich wenige Monate später mit jenem Astronomen traf, wollte er zwar nicht so konkret werden, doch auch er sagte, er wisse nicht, was für ein Objekt das gewesen sein könne und schloss im Übrigen nicht aus, dass Ufos nicht nur existieren, sondern darüber hinaus wirklich extraterrestrische Raumschiffe sind. Natürlich waren das gleichfalls inoffizielle Auskünfte seinerseits. Später in jener Nacht sah der Ehe noch ein weiteres unerklärliches Objekt. Ich ging nach oben und beobachtete Tonoppaar. Dort leuchtete ein strahlend. Geheim Basis Area 51 Helles orangefarbenes Licht, mindestens fünfmal so hell wie der übrige Stützpunkt. Es schien heller zu werden und dann wieder bis zur Helligkeit der anderen Lichter auf dem Stützpunkt zu verblassen. Dann sah ich ein leseartiges rotes Licht, das etwa 15 Grad über den Stützpunkt anstieg. Auf der Stelle schweppte Etwa um weitere 10 Grad Anstieg Wieder auf der Stelle schweppte Und dann mit unglaublicher Geschwindigkeit nach Norden flog und verschwand. Einige Zeit, nachdem Dale dieses Objekt verfolgt hatte, kam ein Kollege auf die Plattform und konnte noch weitere Manöver verfolgen. Dale ist hin und her gerissen, wenn es um eine Interpretation dessen geht, was er in diesen beiden ereignisreichen Nächten erlebte. So meint er. Die Objekte waren eindeutig unbekannte Flugobjekte. Das bestritt keiner. Was war es? Ich wünschte, ich wüsste es. Mein Gefühl sagt mir, dass das keine Alliens aus einer anderen Welt waren, sondern wahrscheinlich hochgeheime Militärflugzeuge, die auf Tonopar und Aria 51 entwickelt wurden. Man muss sich daher fragen, woher sie die Technik dazu hatten. Wird in der Aria 51 und auf Tonopar tatsächlich eine Technik rekonstruiert, die möglicherweise aus dem bei Roosevelt erbeuteten Raumschiff stammt? Simulatoren Kapitel 13 An einem Augusttag im Jahr 1987 machten sich Don Henry und Kevin Ives auf, um in der Nähe ihres Wohnortes Alexander in Arkansas auf die Jagd zu gehen. Die beiden 17-Jährigen kamen nicht mehr zurück. Angeblich begingen sie Selbstmord. Sie lagen nebeneinander auf einer Bahnlinie, und der Logführer sah die Körper in der Dunkelheit der Nacht nicht rechtzeitig genug, um den Zug noch zum Stillstand zu bringen. Obwohl sie beide in keiner Weise unglücklich wirkten und ganz offenbar nicht den geringsten Anlass zu einer diratigen Tat hatten, obwohl sie niemals düstere Gedanken geäußert hatten, obwohl sie nie deprimiert zu sein schienen, irgendein Problem soll sie in den Freitod getrieben haben. Dieser Fall erregte im amerikanischen Bundesstaat Arkansas' größtes Aufsehen, auch das FBI wurde eingeschaltet, doch selbst nach jahrelangen Untersuchungen konnten die Hintergründe des Falles nicht aufgeklärt werden, dann schließlich wurden die Bundesermittlungen eingestellt, völlig unverständlicherweise. Wer hat die Macht, eine Bundesermittlung abzublocken? fragte einmal Linda Ivers, Kevins Mutter. Einer der wesentlichen Untersucher in diesem Fall war der medizinische Gutachter von Arkansas, Dr. Famu Malak. Er erklärte den Tod der beiden Jungen schließlich als, zufälligen Todesfall. Doch das alles konnte einfach nicht stimmen. Auf Initiative der Mutter von Kevin Ivers wurden weitere Untersuchungen und medizinische Untersuchungen an den Körpern ihres Sohnes und seines Freundes durchgeführt. Dabei stellten sich einige Details heraus, die nichts als einen gewaltsamen Tod nahe legten. So wies Don Henrys Körper deutliche Stichverletzungen auf. Alles deutete darauf hin, dass Don und Kevin ermordet und dann auf die Bahnlinie gelegt worden. Geheim Basis Area 51 Waren Immer mehr zeigte sich, wie, schlampig, der erste Autopsiebericht von Dr. Malak ausgeführt war. Zahlreiche Details fehlten, nur wenige Informationen drangen an die Öffentlichkeit. Als Verwandte das Gebiet um die Fundstelle, die offenbar nicht die Todesstelle war, absuchten, fanden sie zu ihrem Entsetzen einen abgerissenen Fuß. In Dr. Malaks Bericht war nicht einmal die Rede davon, dass ein Fuß fehlte. Auch enthielt der Bericht keine Fotos des Schauplatzes. Alles in allem fügte sich ein mysteriöses Fakt an das nächste und rückte gerade Dr. Malak in ein merkwürdiges Licht. Doch war dies nicht das erste Mal. Er hatte in vielen ungewöhnlichen Fällen in Arkansas, bei vielen sehr geheimnisvollen Morden, seine Hände als Untersucher und Gutachter im Spiel, wobei seine Ergebnisse sich oft als werden grotesk und unangemessen erwiesen. Seine Inkompetenz schien Methode zu besitzen. Anders lassen sich seine Aussagen nicht interpretieren. In einem Fall lag ein Opfer mit fünf Einschüssen auf seinem Untersuchungstisch und Malak erklärte den Fall als Selbstmord. Ein anderes Opfer war geköpft worden, doch Malak kam zu dem Schluss, dass der Mann an einer natürlichen Ursache gestorben war. Tatsächlich, hier spielte man als arglose Inkompetenz eine Rolle. Interessanterweise hatte Malak einmal dafür gesorgt, dass Virginia Kelly, die Mutter von Präsident Clinton, der zu jener Zeit noch Gouverneur von Arkansas war, vor einigem Ärger bewahrt wurde. Sie war zu jener Zeit als Anästhesieassistentin in einem Krankenhaus tätig und machte einen entscheidenden Fehler, der zum Tod der Patientin führte. Die behandelte Frau war von einem Stein getroffen, den ein jüngerer Mann auf sie geworfen hatte, aus welchen Gründen auch immer. Malak verkehrte die Sachlage in der Weise, dass dieser Steinwurf als Todesursache hingestellt wurde, nicht aber die fehlerhaft durchgeführte Anästhesie. So kam jener Mann zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Clinton, kümmerte, sich seitdem gut um den Doktor, der seiner Mutter manche Unannehmlichkeiten erspart hatte. Nicht weit entfernt von der Bahnlinie und der Stelle, an der die beiden Jungen aufgefunden wurden, befindet sich der Ort Mena. Und das, was hier in dunklen Nächten geschieht, war auch der Grund für den Tod von Don und Kevin. Sie hatten sich zur falschen Stunde am falschen Ort befunden und wurden schonungslos beseitigt. Denn Mena ist ein außergewöhnlich wichtiger Knotenpunkt im Drogenschmuggel. Die beiden befanden sich gerade in jenen Momenten in den Wäldern von Mena, als eine wichtige Aktion stattfand, auf einem Gelände, das von Drogenschmugglern als A-12 angesprochen wird. Dafür gibt es Zeugen. Denn außer Don und Kevin waren zu jener Zeit noch andere Jugendliche in dem Waldstück, die noch einmal davon kamen. 1993, sechs Jahre nach dem brutalen Mord, meldete sich. Simulatoren 251 Ein 18-Jähriger, der damals gesehen hatte, wie die beiden Jungen umgebracht wurden. Die Ermittler stellten fest, dass seine Aussagen schlüssig sind, zudem gibt es weitere Informanten und Zeugen, die dieses Bild erherten. Etliche Untersucher, Detektive wie Polizeiangehörige, haben ihren Dienst quittiert, aufgrund der extremen Gefahr, die mit jeglicher Recherche in diesem Fall verbunden ist. Doch die Geschichte scheint noch eine als sehr ordentlich düstere Zusatzkomponente in sich zu tragen. So manche Hinweise lassen den einen oder anderen Untersucher vermuten, dass der groß angelegte Drogenschmuggl von Mena unter Beteiligung von Regierungseinrichtungen und Geheimdiensten stattfindet, also deren Billigung hat, ganz entgegen der offiziellen Kampagnen gegen die Drogenmafia. Und das wäre nicht das erste Mal. Es gibt nachweislich eine Dreiecksbeziehung Drogen-Todregierung, nur dass diese Beziehung anders aussieht, als offiziell dargestellt. Gerade der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA ist schon lange in derartige Aktionen verwickelt. So hat in den 80er Jahren eine CIA-Spezialeinheit auf Haiti, die den Kokainhandel auf der Insel bekämpfen sollte, selbst Drogengeschäfte getätigt. Es gibt andere Beispiele. Die CIA finanzierte Kontrarebellen in Nicaragua mit Geldern, die aus der Kokainproduktion in Westbolivien flössen. Interessant ist, dass mit der Regierung Bush auch das Drogenproblem massiv in den USA ausgebrochen ist, trotz der Anti-Drogenkampagne von Bushs Frau Barbara und der Panama-Intervention gegen Diktator Nuriga und dessen Beteiligung am internationalen Drogenhandel. Ob diese zeitliche Übereinstimmung nur ein Zufall ist, bleibt dahingestellt. Interessant ist aber auch, dass George Bush eine Zeit lang auch Direktor der CIA war. Der Journalist Daniel Hubsicker hat sich, so weit möglich, ausführlich mit den, Train-Diss, also dem Doppelmord von Mena beschäftigt, einem Mordfall, der im Übrigen noch viele Facetten besitzt, die allerdings nun doch zu weit führen würden. Hubsicker stellte fest, dass in die Sinistrin-Aktionen von Mena einige hochqualifizierte Personen verstrickt waren, hochrangige Nähde-Angehörige und Angehörige von Teams spezieller Operationen. Das waren unsere besten und tapfersten Männer, rätselt Hubsicker. Und hier ist, was ich wissen möchte. Wer überzeugte? Eckige Klammer auf sie Eckige Klammer zu, dass dies, was sie tun, in den besten Interessen unseres Landes sei. Welche gültigen Gründe könnten existieren, die dazu führten, den Apparat der nationalen Sicherheit unseres Landes in die Drogenindustrie einzubinden. Zusammen mit einem Insider fuhr Hubsicker in schwärzester Nacht hinaus nach Mena. Er berichtete nie sehr viel von dieser Fahrt und von dem, was er dort sah. Er erzählt lediglich von einem Hangar und einem halben Dutzend Focker-Maschinen, die auf einem Vorplatz standen. Doch einige. Geheim Basis-Arie 51. Wenige Sätze lassen tief blicken, ich werde niemals so lange ich lebe unsere Mitternachtsfahrt nach Mena vergessen. Ich bin überzeugt, dass das, was ich dort in jener Nacht sah, eine voll funktionstüchtige und in Betrieb befindliche geheime Regierungseinrichtung war. Damit meine ich nicht eine geheime Anlage der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Oh, nein. Was ich glaube, gesehen zu haben, und was ich glaube, das heute in Mena existiert, ist eine Einrichtung einer geheimen Regierung, welche die Regierung der Vereinigten Staaten leitet. Damit könnte allerdings manches klar werden, möglicherweise. Schon oft wurde von verschiedenen Seiten die Frage gestellt, wie die topgeheimen Projekte, gerade ein derart komplexes Projekt wie das vermutete UFO-Programm auf S4, ständig finanziert werden können. Natürlich gibt es das schwarze Budget, doch der Weg des Geldes ist nicht leicht zu verfolgen, und die Gesamtsummen dürften neben den Geheimprojekten zur Entwicklung neuer Militärtechnologien nicht auch noch ausreichen, um ein UFO-Projekt vollständig zu finanzieren. Drobengelder könnten hier eine wesentliche Rolle spielen. Beeindruckend ist auch Hubsikas Charakterisierung der beteiligten Personen und seine Frage, was in aller Welt sie überzeugen konnte, damit das Beste zu tun. Eine objektive Betrachtung der Geschehnisse wird natürlich niemals nahelegen, derart grausame Morde zu verteidigen. Nichts in aller Welt rechtfertigt vergehen dieser Art. Doch müssen einige hochstehende Persönlichkeiten durch kaum denkbare Gründe überzeugt worden sein, tatsächlich das Richtige durch ihre Beteiligung am Drogenhandel zu tun. Und was hat es mit der Regierung auf sich, die über der US-Regierung steht? Es ist immer ungewöhnlich aufschlussreich, wenn Informationen aus völlig unterschiedlichen Gebieten zur Deckung gebracht werden können. Gerade auf dem Sektor der UFO-Forschung und im Zusammenhang mit ARIO 51 wird immer wieder eine Instanz erwähnt, die über allen bekannten Instanzen steht. Als 1984 der Grom Mountain Range legalerweise vom Militärverein nahmt werden sollte und dann auch vereinnahmt wurde, kam es zu einer sehr hitzigen Debatte zwischen John Seiberling, dem Vorsitzenden eines Ausschusses des Repräsentantenhauses, der sich Ländereien und Nationalparks widmete, und dem RVs-Sprecher John Rittenhouse. Rittenhouse erklärte, die Entscheidung sei auf einer, sehr viel höheren Instanz, als der seinen gefällt worden. Darauf erwiderte Seiberling, es gibt keine höhere Instanz als die Gesetze der Vereinigten Staaten. Offenbar doch. Im Oktober 1997 erklärte der schon erwähnte Astronaut Edgar Mitchell, wir blicken auf wahrscheinlich rückkonstruierte Technologie in den Händen von Menschen, die nicht unter Regierungskontrolle stehen oder jettet dem Typ von Kontrolle auf hoher Ebene. Ich finde das ziemlich alarmierend. Simulatoren 253 Mit Blick auf die Technologie selbst, arbeite ich mit Leuten zusammen, die wissen, was in unserer technologischen Datenbank steckt und was dem modernen Militär zugänglich ist. Die sogenannte ET-Technologie, die Fähigkeit Motoren und Flugmaschinen zu bauen, deren Charakteristika die UFO-Sichtungen widerspiegeln, ist im Arsenal keiner einzigen Nation vorhanden, aber sie existiert. Wenn es also größer als Back-Engine-Rate-Technologies kleiner als gibt, so befinden sie sich wahrscheinlich in den Händen einer Gruppe von Einzelpersonen, früher der Regierung zugehörig, vielleicht auch dem Geheimdienst, früher unter Kontrolle eines Privatsektors mit einiger Aufsicht durch das Militär und die Regierung, aber diese Aufsicht besteht wohl nicht mehr länger. Ich nenne das eine größer als heimliche Gruppe kleiner als. Für mich ist das ziemlich irritierend. So laufen immer mehr Fäden zusammen, die zumindest darauf hinweisen, dass hinter der uns bekannten Regierung eine andere Regierung steht, zumindest ein weitgehend abgekoppeltes und entsprechend selbstständiges Element, das nach Ansicht einiger Forscher sowie bestimmt erzeugen möglicherweise das Resultat jener Einrichtung der Majestik. Zwölf Gruppe ist, die vor Jahrzehnten als Sonderkommission zur Untersuchung der bei Roosevelt und andernorts niedergegangenen Flugscheiben eingerichtet wurde und sich mit der Zeit völlig von der eigentlichen Regierung loslöste. Um nunmehr ein offenbar unkontrollierbares Schattendasein zu führen. Diese Hintergründe würden letztlich auch die Aussagen eines Mannes bestätigen, mit dem Glen Campbell seit längerer Zeit in Kontakt steht. Der Bericht dieses Zeugen, der zunächst nur unter dem Pseudonym Jarrod bekannt war, mittlerweile aber auch unter seinem eigentlichen Namen Bill Uhose, ähnelt in großen Teilen der Darstellung von Bob Lazar. Und ähnlich wie bei Lazar, so gibt es auch im Falle Uhose eine Reihe an Ungereimtheiten. Uhose sagt, dass er seine Informationen mit Wissen und Billigung seiner ehemaligen Vorgesetzten preisgibt. Möglicherweise resultiert daraus, dass er verpflichtet ist, seine Erzählung mit Desinformationen zu versetzen. Doch zu welchem Zweck sollte er dann überhaupt von seinen Erlebnissen berichten? In solchen Fällen bleibt letztlich nichts als pure Spekulation. Nur um eine solche Spekulation als, Lösungsvorschlag, anzubieten, es könnte, wie schon früher angesprochen, beispielsweise sein, dass die Verantwortlichen in gewissem Grade daran interessiert sind, dass bestimmte Informationen über die Anwesenheit einer außerirdischen Zivilisation und Tests an außerirdischen Flugkörpern Stück für Stück, sozusagen, häppchenweise, an die Öffentlichkeit gebracht werden. Um eine gewisse vorbereitende Wirkung zu zeitigen. Diese, Häppchen, sollten dann somit nachweislich unglaubwürdiger Information vermengt sein, dass man sie nicht allzu ernst nimmt. Geheimbasis-Ärie 51 Vielleicht möchte man die Reaktion der Öffentlichkeit austesten und sich der Wahrheit über Jahre hinweg immer mehr nähern. Die Geschichten werden glaubhafter und detaillierter. Zur Vorbereitung auf die endgültige und kaum zu glaubende Wahrheit wäre dies vielleicht ein geeigneter Weg. Vielleicht ist es das, was Lazar meint, wenn er sagt, er könne verstehen, wenn Details über die Technologie geheim gehalten werden, Details über den Antrieb und dessen Energieerzeugung, doch er könne nicht verstehen, dass man nicht wenigstens die Grundsituation darlegt, nach dem Prinzip, wir sind im Besitz von außerirdischer Technologie und erforschen sie. Wir haben Kontakt. Doch wer weiß, vielleicht wäre schon diese Auskunft zu viel. Zu Jarod-Bill-Uhrhose sagt Klien, Jarod ist ein pensionierter 70-jähriger Ingenieur, den ich durchaus gern gewonnen habe. Er erzählt diese Geschichte ohne zwei Deutlichkeiten. Wie er sagt, arbeitete er an der Entwicklung von Flugsimulatoren für außerirdische Raumschiffe bzw. für die Reproduktion von solchen Raumschiffen. Seiner Ansicht nach gibt es überhaupt keine Frage darüber, dass es genau das war, wofür er arbeitete. Und er behauptete, außerirdische in einem seiner Arbeitsbereiche direkt gesehen zu haben. Er wurde auch darüber in Kenntnis gesetzt, wie die US-Regierung in Kontakt mit den Fremden gekommen ist. Nun, ich gehe seine Geschichte nicht als wahr oder falsch an, sondern suche ihn auf, um seinen Bericht zu hören, so wie man bei einer eingeborenen amerikanischen Kultur zum Häuptling gehen wird, um zu hören, was er darüber zu sagen hat, wie das Universum funktioniert. Und ich finde die Geschichte in jedem Falle faszinierend. All meine Sinne sagen mir, dass er eckige Klammer auf Jarod eckige Klammer zu mir die Wahrheit erzählt. Aber ich erwarte nicht, dass andere Leute das glauben, da sie nicht den persönlichen Zugang zu ihm besitzen, den ich habe. Aber dies gibt mir eine solidere Basis, um Einblicke in diese Geschichte zu erhalten. Jarods Geschichte ist durchaus nicht wenig komplex. Sie zeichnet sich in vielerlei Hinsicht durch große Ähnlichkeit mit Lasas Bericht aus, auch wenn sie durchaus als eigenständige Geschichte angesprochen werden kann. Wie Jarod sagt, arbeitete er über einen Zeitraum von 30 Jahren als Maschinenbauingenieur am Design von Flugsimulatoren, die Piloten die Möglichkeit geben sollen, sich mit der fremden Technik vertraut zu marschen, im Prinzip also wirklich typische Flugsimulatoren, nur mit untypischen Vorbildern. Und noch perfektionistische ausgearbeitet als im Normalfall. Jarod erklärt, diese Simulatoren würden das komplette Raumschiff umfassen, nicht nur etwa das Cockpit als Steuerzentrale. Sie seien innen und außen nahezu absolut identisch nachgebaut, mit einem einzigen Alufallenden-Unterschied, dort, wo sich gewissermaßen die Natt zwischen den Simulatoren 255. Jarods UFO Simulator Grafik, Glen Campbell Beiden Untertassenhälften befindet, wurde ein etwa ein Meter hoher, Saum, oder, Ring, eingefügt, um Menschen den Zutritt zum Schiff zu erleichtern. Es gäbe zwar eine Reihe von kritischen Maßen, die unbedingt eingehalten werden müssten. Doch die Höhe des Raumschiffs sei nicht problematisch. Geheim Basis Area 51 Jarod betont allerdings auch, dass er selbst keinen Einblick in die Technischen hinwegte, Untergründe hätte, das heißt weder in die Funktionsweise des Vorbildes noch in diejenige des Simulators. Er arbeitete im strikten Rahmen der Sektionierung, also der sehr engen Aufteilung der Aufgabengebiete, und sei nie über derartige Dinge informiert worden. Im Zuge seiner so geheimen Tätigkeit sei es auch nie möglich gewesen, andere Fachleute bei spezifischen Problemen direkt anzusprechen. Sämtliche Anfragen mussten zunächst an den Vorgesetzten gerichtet und dann von dort an die betreffenden Zielpersonen weitergeleitet werden. Für die Antwort galt selbstverständlich die umgekehrte Prozedur. Jarod, den Glenn manchmal auch als, Lazar Senior, bezeichnet, darf laut Order seiner ihn nach wie vor kontaktierenden und kontrollierenden Oberen eine Reihe an Informationen nicht preisgeben. Dazu zählen seine Aussage nach technische Daten, Zeichnungen, Fotografien, Skizzen, Illustrationen, alle Personaldokumente, Firmen, militärische Group Plan, Codenamen, Namen von involvierten Personen und einiges mehr. Nicht zuletzt ist er auch nicht befugt, den Namen der Einrichtung zu nennen, auf der er gearbeitet hat. Er spricht diese Anlage lediglich als, Facility X, an, was natürlich eine imaginäre Bezeichnung ist. Glenn seinerseits vermutet, diese Anlage könnte auf den Los Alamos Laboratorien in New Mexico zu finden sein. Das liegt schon allein wegen der engen Verbindung zu Area 51 durchaus sehr nahe. Jahrhund betonte auch, dass Edward Teller eine hochste Händepersönlichkeit innerhalb jener Schattenregierung sei. Ganz deutlich hat Jahrhund immer wieder betont, es gäbe eine von der uns bekannten Regierrang unabhängige Sektion, die er als Satellite-Government bezeichnet, als Satellitenregierung. Die Entscheidung fiel nicht bis zur Eisenhofer-Administration im Frühjahr 1953. Der Präsident ließ eine Gruppe bilden, deren Vorsitzender Vizepräsident Nixon war. Um Juni 1953 herum wurde dann die endgültige Entscheidung getroffen, eine größer als Satelliten-Regierung kleiner als zu scharfeen. Diese separate Regierung würde nur zu unterstützenden Zwecken mit der US-Regierung zusammenkommen. Personal, das mit jedem Bereich von Flugscheibenbergungsoperationen in Verbindungstent und Wissen aus erster Hand besaß, wurde mit Hinblick auf die Satelliten-Regierung neu ernannt. So entstand mehr und mehr ein eigenständiger Komplex mit eigenen Regeln und eigenen Sicherheitsbestimmungen. Laut Jahrhund nimmt die Ausstellung von Sicherheitsfreistellungen auf dieser Ebene zwei bis drei Jahre in Anspruch, und er bezeichnet die schnelle Rekrutierung Lasas als einen ungewöhnlichen Ausnahmefall, den er wiederum dem Kontakt zu Edward Teller zuschreibt. Dabei bleibt natürlich bis heute fragwürdig, was Teller über Laza wusste, welche Eigenschaften er an ihm kannte und offenbar auch schätzt Tee, die ihn letztlich nach jenem so kurzen persönlichen Kennenlernen dazu. Simulatoren 257 Bewegen, ihn als Mitarbeiter für S4 einzusetzen Und genau hier wirft Jahrhund die Frage auf, wie wichtig und relevant das Programm in Wirklichkeit war, das Laza am Papuselage kennenlernte. Denn wie er meint, sei dieses Programm nur eine Art Theater gewesen. Laza sollte später über das, was er sah, berichten. In Wirklichkeit sei die Forschung schon viel weiter gedehren. Einen wirklichen Einblick habe Laza eigentlich nie erhalten. Doch schien das Szenarium den Erlebnissen von Jarod wie gesagt in vielen Aspekten zu ähneln. Auch Jarod und seine Kollegen wurden geprieft, also kurz und über Blickschäft über die Zusammenhänge informiert. Sie erfuhren von mehreren UFO-Abstürzen, die sich in den 40er und 50er Jahren aus unerfindlichen beziehungsweise ungenannten Gründen im Westen der USA ereignet hatten. Neben Roosevelt ging es in den der Gruppe vorgelegten Papieren vor allem auch um einen Zwischenfall, der sich 1953 bei Kingman, Arizona, ereignet haben soll und bei dem vier Wesen lebend geborgen Morden sein sollen. Nach dem Unfall drang ein spezielles Team in das fremde Objekt ein. Die Männer betraten den Flugkörper mit Atemmasken und Schutzanzügen, wie man sie in Reinräumen trägt. Als sich die Mannschaft im Inneren des Schiffs befand, fiel plötzlich die Kommunikation aus. Nach rund einer Stunde kam die Gruppe wieder nach draußen und befand sich in einem verwirrten Zustand. Sie rissen sich die Masken herunter, warfen sie weg und sagten, sie hätten Magenbeschwerden. Keiner der Leute konnte sich mehr anders erinnern, was sie im Inneren des Raumschiffs gesehen oder erlebt hatten. Sie litten allesamt unter einer starken Amnesie. Ein Mitglied dieser Gruppe soll später gesagt haben, ich würde lieber ein Raketenschiff in die Hölle nehmen, als noch einmal zurück in dieses Flugobjekt zu gehen. Nach diesem ungewöhnlichen Vorfall wurde das runde, etwa 10 Meter messende Objekt versiegelt und getarmt auf einen Transporter verfrachtet, der normalerweise für Schormenpanzer eingesetzt wird. Der endgültige Bestimmungsort war nach Auskunft von Yarot, eine geheime Testanlage in Nevada, während das Team des Spezialeinsatzes zu medizinischen Untersuchungen zur Facility X gefahren wurde. Die vier fremden Wesen, die innerhalb der Insider-Gruppe nur noch als die, Boys, bezeichnet worden seien, wurden laut Yarot in eine medizinische Einrichtung gebracht, in der sie von Medizinern, Bio-Astronauten, Physikern, Chemikern und Sprag-Experten betreut worden sein sollen. Yarot zeichnet alles in allem ein positives Bild der Fremden, das nicht von jedermann geteilt wird, obwohl UFO-Forscher aus Zeugenaussagen ohnehin die Existenz mehrerer Gruppen von Außerirdischen ableiten. Die erste Kommunikation soll zwischen dem größten der fremden Wesen und dem auf dem bio-astronautischen Bereich spezialisierten Ingenieur stattgefunden haben. Geheim Basis Area 51 Dieses Wesen, das sie wegen seiner freundlichen Augen, Smiling-Eyes, nannten, habe den Wunsch geäußert, zusammen mit den übrigen drei Wesen zum abtransportierten Raumschiff gebracht zu werden, das heißt auf die geheime Einrichtung. Innerhalb des Testgeländes von Nevada. Nach langen Überlegungen seitdem zugestimmt worden. Als sie im Hangar waren, inspizierten die Fremden das Schiff. Zuvor hatte es einen ständigen Summton abgegeben, doch bald nachdem die vier Wesen in das Innere gegangen waren, hörte dieses Geräusch auf. Dann forderte, Smiling-Eyes, den Bio-Ingenieur auf, mit in das Fluggerät zu kommen. Nach einer Weile kamen beide wieder hervor, wobei der Ingenieur im Gegensatz zu den Mitgliedern des Spezialteams einen gelösten und unversehrten Eindruck machte. Für die kommende Zeit wünschten die Fremden, auf dem Nevada-Testgelände zu verbleiben und baten um diverse Ausrüstung und Informationen. Auf diese Weise sei schließlich eine Art Zusammenarbeit entstanden, bei der die fremden Wesen mit den Technikern und Wissenschaftlern kooperierten, ohne allerdings sämtliche Details ihrer Technologie zu enthüllen. Wie Jarod meint, schienen sie einerseits wie Lehrer, die Aufgaben stellen, ohne die Lösungen mitzuteilen, damit die Schüler sie in Eigenarbeit finden würden. Sie schienen auch daran interessiert, einige Informationen ihrer Technologie gegen das Element Bohr auszutauschen, das für sie eine besondere Rolle spielte. Die größten Bohrreserven befinden sich in den Vereinigten Staaten, vor allem in Bohren, Kalifornien, einer Örtlichkeit, die diesem Stoff auch seinen Namen gegeben hat. Glenn macht darauf aufmerksam, dass Bohren in unmittelbarer Nachbarschaft der geheimsten Bereiche der Edwards Air Force Base liegt. Das zweitgrößte Vorkommen befindet sich in Tronau, ebenfalls Kalifornien, und ebenfalls gelegen neben einer hochgeheimen militärischen Anlage, China-Lagenhevel Weapons Center. Der Ingenieur Jarod arbeitete die meiste Zeit in einem typischen Konstruktionsbüro an seinem Reißbrett und zeichnete Entwürfe für die grundsätzlichen Komponenten des Raumschiffs, in die später die Technik eingepflanzt werden sollte. Bei aller Sektionierung musste er dabei natürlich auch gewisse Angaben darüber erhalten, denn sonst hätte wohl kein Teil ins andere gepasst. Gelegentlich wurde er auch zum originalen Simulator verbracht, an dessen Verwirklichung er die ganze Zeit arbeitete. Dort, in diesem für sämtliche Tests präparierten Raum, begegnete er auch einem All-Seriodischen-Wesen, das als, wissenschaftlicher Übersetzer, innerhalb des GIMN-Regierungsprogrammes gearbeitet habe. Aufgrund dessen, dass dieses Wesen den Namen Jarod trug, nahm Bill U-Hose später auch das Pseudon im Jarod bzw. Jarod II an, wobei er sich auf den echten A-Seriodischen immer als Jarod L bezog, dessen Fähigkeit er sehr bewundert. Simulatoren 259 Habe Im Falle der Namenswahl wurde also Bill U-Hose zum Simulator. Wenn Jarod L spricht, hörst du es in deiner eigenen Stimme, so erinnert sich Jarod II, der allerdings kaum Möglichkeiten zu einer Kommunikation gehabt haben will. 1997 übrigens wurden auf verschiedenen Fernsehsendern, auch in Deutschland, kurze Video-Ausschnitte gezeigt, auf denen angeblich ein Außerirdischer zu sehen ist, der auf der ARRI 51 festgehalten wird. Wie dazu bekannt wurde, soll ein Informant namens, Victor, dieses Video aus dem geheimen Komplex heraus geschmuggelt haben, als es bei Digitalisierungsarbeiten übergangsweise in einem Raum geringerer Sicherheitsstufe verwahrt wurde, was allerdings kaum glaubhaft ist. Im Übrigen ist auch auf dem Band selbst nicht viel zu erkennen, dass die Aufnahme als authentisch auszeichnen könnte, und selbst dann wäre Vorsicht angebracht. Das Bild ist dunkel, man sieht gerade einmal den Kopf eines fremden Wesens, der keinerlei Mimik aufweist. Die Szene wirkt durch und durchgestellt, und ein unvoreingenommener Betrachter hat durchweg den Eindruck, dass semplique Bewegungen des Wesens ihren Ursprung in den Händen der vermeintlichen Ärzte haben, die recht hektisch an der Kreatur zu arbeiten scheinen. Für zusätzliche Verwirrung sorgt das Licht einer Taschenlampe, die wohl etwas Dramatik und zusätzliche Bewegung ins Bild bringen soll, wenn schon das Wesen selbst sich nicht rührt. Mittlerweile sind außerdem Bilder aus der Herstellung einer Episode der Mystery-Serie, Dark Shears, bekannt geworden, die ein dem Aria 51 Außerirdischen verblüffend ähnliches, Kunst, Geschöpf zeigen. Mit Fälschungen, die zu einer Diskreditierung der gesamten UFO-Forschung führen, muss man gerade auf diesen wohl allzu verlockenden Gebiet eben leider immer rechnen. Bill U. Hose, Jaro II erwähnte noch ein merkwürdiges Detail. Er behauptet, die Außerirdischen hatten eine höhere Form des Ungarischen gesprochen. Bekanntlich ist Ungarisch eine sehr schwer zu erlernendes Brakei, ich selbst habe mir nie die Mühe dazu gemacht, obwohl meine Vorfahren aus Ungarn stammen. Ich denke auch, dass man diese Sprache nur bei seltenen Gelegenheiten verwenden kann. Vielleicht auf S4? Nun, dort werde ich sicher niemals hinkommen. Warum sollten die Außerirdischen ausgerechnet diese Sprache gewählt haben, dazu noch eine höhere und wohl kryptische Form? Vielleicht, weil gerade um die Jahrhundertwende eine auffallend große Zahl bedeutender, oft jüdischer Wissenschaftler aus Ungarn stammte und später nach den USA auswanderte. So bekannte Physiker wie Leos Zilat, Eugene P. Wigner, Theodor von Karmann und natürlich etwa Teller stammten aus Ungarn, um nur einige zu nennen. Nicht zu vergessen, dass Laza in Ungarn ebenfalls ein häufiger Name ist. Und um all dem noch. Geheim Basis Area 51 Eins drauf zu setzen, existierte, existiert noch. In Budap ist ein Hotel namens, Majestek. Wie auch immer, vielleicht sollte nur jene spezielle Gruppe ungarischer Wissenschaftler, die tatsächlich in Los Alamos eine Art Illigenleben führte und von Kollegen als die, Außerirdischen, angesprochen wurde, mit den echten Außerirdischen kommunizieren. Jarod II jedenfalls hat keine Erklärung für die Sprachgewohnheiten der Fremden, und offenbar ging diese Angelegenheit auch eher auf die scherzhafte Titulierung zurück, die den Ungarn von Los Alamos verpasst wurde. Edward Teller selbst ließ sich von Freunden als, et, ansprechen. Alles in allem klingt Jarod's Report schon ein wenig merkwürdig, manchmal trotz etlicher Parallelen zum, Fall Laza, doch eher wieder wie eine Parodie auf dessen Geschichte. Mittlerweile zählt Jarod's Erzählung auch zur, Folklore, um RIO 51 und die geheimen Anlagen in Nevada bzw. New Mexico. Andererseits deutet sie offenbar auch auf faktische Hintergründe hin. Wie gesagt gibt es einige Hinweise auf die Existenz einer Satellitenregierung, die aus sehr unterschiedlichen Quellen stammen. Möglicherweise schmückt Uhose seine Darstellung absichtlich mit unglaubwürdigen Elementen aus, um nicht zu ernst genommen zu werden und nicht Gefahr zu laufen, unter Druck gesetzt zu werden. Möglicherweise hat er sich alles auch nur ausgedacht. Doch ist er keinesfalls ein Mann, der die Öffentlichkeit und den Profit sucht, und dies spricht doch deutlich für ihn, wenn auch für ihn als Desinformant. Jedenfalls zeigt er sich in der Regel nur vor kleinen Gruppen und hat alle Angebote, darunter diejenigen großer Sender, abgelehnt, wenn es darum ging, die Sache an die, große Glocke, zu hängen. Vielleicht ist aber einfach auch die Wirklichkeit so fantastisch, dass niemand sie glauben will oder kann. Spinnennetz der Geheimnisse, das, Ende einer Erie. Kapitel 14 Wenn man sich eine genaue Karte des Nevada-Testgeländes ansieht und sich noch einmal die Größe dieses Gebietes vor Augen führt, kann man sich unschwer vorstellen, dass hier noch zahlreiche geheime Anlagen schlummärmen, von denen wir bis heute kaum etwas oder vielleicht überhaupt nichts wissen. In offiziellen Karten sind ohnehin nur wenige Stützpunkte und Basen des Geländes eingetragen, natürlich fehlen sämtliche Hinweise auf Area 51 und S4, überhaupt keine Frage. Gerade einmal die Trockenseen sind vermerkt. Doch ist klar, dass, Dreamland, in ein regelrechtes Netzwerk weiterer geheimer Komplexe eingebunden ist, von denen zum Teil wenigstens andeutungsweise die Rede war, zum Beispiel von so rätselhaften Geländen wie Tolikapik, Area 13,19 oder 27, dem Kieshaier-Airstrip und etlichen anderen ungewöhnlichen Orten. Allerdings erstreckt sich das Netzwerk der Geheimnisse weit über die Testzeit hinaus zu anderen riesigen Militäreinrichtungen der Vereinigten Staaten, von denen eine ganze Reihe im Ruf steht, außerirdische Technologie zu beherbergen. Selbst wenn eine Satellitenregierung den alleinigen Zugang zu allen UFO-Geheimnissen hätte, ließe sich sicherlich zum einen eine gewisse Mitwisserschaft anderer Institutionen nicht vermeiden. Zum anderen dürfte sich diese eigenständige Regierung nicht auf einen Komplex beschränken, sondern auf zahlreichen Militäranlagen mit besonderen Beobachtungsstützpunkten und hochgeheimen Spezialkomplexen vertreten sein. Nicht umsonst vermuten bis heute einige UFO-Interessenten und Forscher, dass sich auf der Wright-Pettersson-Luftwaffenbasis in Deuton, Ohio, ein Zentrum zur Erforschung außerirdischer Technologie befindet. Immerhin sollen die Überreste des so mysteriösen Roosevelt-Objekts dorthin gebracht worden sein. Zwischen Area 51 und Wright Geheimbasis Area 51 Patterson gibt es eine ganze Menge an Verbindungen. Vor Jahren wurden auf dem riesigen Stützpunkt in Ohio die Stealt-Programme insgeheim koordiniert. Bis heute wird im Wright-Laboratorium weiterhin geheimstes Stealt-Forschung betrieben und genauso ist die Basisforschungszentrum für Fremdtechnologie, das sich unter dem legendären, allerdings sehr täuschenden Projekt Blue Book vor Jahrzehnten als Foren-Technology-Kentier mit UFO-Sichtungen auseinandersetzte. Doch ist Wright-Patterson nur ein Beispiel in einer verwirrenden Vielfalt militärischer Einrichtungen, die offensichtlich an Area 51 und die dortigen Projekte gekoppelt sind. Die großen Versuchsgelände finden sich hauptsächlich im Westen der Vereinigten Staaten, der durch seine bis auf die Küstengebiete und einige Ballungszentren größtenteils sehr gering gesiedelte Gebiete und ein meist hervorragendes. Wette Ideale Bedingungen für Testflüge bietet Geheime Versuchs im Richtungen finden sich dort in so großer Zahl, dass fast das eine an das nächste anschließt. Gerade die neuesten Entwicklungen auf dem Sektor extrem schneller und geheimer Flugzeuge verlangen nach möglichst großen Flächen, über denen sie geflogen werden können. So wurde im Laufe der Zeit der amerikanische Westen zu einer unvergleichlich ausgedehnten militärischen Spielwiese In Kalifornien finden sich ebenfalls unzählige geheimnisvolle Gelände, zum Beispiel die Theon Range, die direkt unheimlich wirkenden Betonstrukturen des Helendale-Komplexes, die rätselhafte Plant 42 und so weiter. Sie alle auch noch zu beschreiben, wenn auch nur annähernd, würde den Rahmen dieses Buches freilich sprengen, ebenso eine Darstellung des weltweiten Netzes einiger mit Area 51 vergleichbarer und vielleicht sogar ebenfalls zusammenhängender Basen. Doch wenigstens einige Zusammenhänge sollen abschließend noch kurz erwähnt werden. Schon lange gibt es deutliche Belege dafür, dass eine enge Verbindung zwischen Area 51 und der Edwards Air Force Base in Kalifornien besteht. Die letztendliche Bestätigung dafür hat sich schließlich im Sommer 1996 eingestellt. Alles begann damit, dass eines Tages ein Kuvert in Linz Research Center ankam, das ein seltsames Handbuch enthielt, genauer gesagt ein 29-seitiges Heft, das ganz offenbar als Informationsbroschüre für die Sicherheitskräfte von Area 51 bestimmt war. Alle Einzelheiten im Text wiesen darauf hin, sei es die Nennung der Testzeit, sei es die Angabe eines DET3, worauf wir gleich zu sprechen kommen werden, sei es die Angabe von bestimmten Überwachungsstationen, Papose Mountain, PL-P7, Bald Mountain, RL-R7, seien es die Anweisungen für die Festsitzung von Eindringlingen oder die Anweisung, als Vertragsnehmer stets EG und G zu nennen bzw. als RVs-Angehörige davon zu. Spinnennetz der Geheimnisse, das, Ende einer Area. Sprechen, auf, Pittman Station, in Henderson bei Las Vegas beschäftigt zu sein. Gerade dieser Name, Pittman Station, begann Glenn mehr und mehr zu interessieren. Er fand ihn auch in Adressangaben derjenigen Notare, die bei der Vereidigung der Sicherheitskräfte, also der Kammerdudes, eingeschaltet wurden. In einem Falle war wieder von Pittman Station die Rede. Während des von Jonathan Turley angestrengten Prozesses gegen die Air Force, bei dem es um den Tod derjenigen Arbeiter ging, die jene giftigen Stealtvergütungen in langen Krägen verbrennen mussten, wurde übrigens verlangt, die Postleitzahl, englischen Zeepcode, für die geheime Installation anzugeben, was natürlich ein übler Trick war, denn die offiziell gar nicht vorhandene Basis, besaß keine Postleitzahl. Allerdings gibt es laut des Handbuchs eine Postleitzahl für Pittman Station, 89.044. Doch genau wie die Airie, so gibt es auch diese Postleitzahl offiziell nicht. Nun wurde die Sache immer interessanter. Pittman Station ist in Wirklichkeit lediglich eine schon lange aufgelassene Poststelle, die heute auch als Deckname für Ari 51 keine Rolle mehr spielt. Mit der Zeit war schon verwunderlich festzustellen, wer eigentlich alles auf Pittman Station arbeitete. R. Stanton, ein gründlicher Leser von Camp Wiles, D. Isadrat, begann daraufhin, im Internet nach dem Begriff, Pittman-Statieren, zu suchen und stieß auf diese Weise auf den NASA-Astronauten Carl Erwin Walz. In einer Pressemeldung der amerikanischen Raumfahrtbehörde aus dem Jahr 1990 stent zu lesen, dass Walz in Henderson, Nevada, wohne und gegenwärtig die Position eines Flight Test Programmanagers des Air Force Flight Test Center, AFTK, bekleide, auf Pittman Station. Zum ersten Mal zeigte sich eine deutliche Verbindung zum AFTK. Nunmehr begann ich mich gründlich über Walz zu informieren und fand sowohl im Kompendium, wo's who in space, als auch gleichzeitig im Internet etliche Informationen über ihn. Sowohl in jenem biografischen Lexikon der Raumfahrtgrößen als auch in einem Dokument des NASA London B. Johnson Space Center stand eindeutig zu lesen, dass Walz während des interessierenden Zeitraums in der Funktion eines Flight Test Programmanagers auf DET3, das heißt Detachment 3 tätig war. Somit war klar, dass Pittman Station mit DET3 identisch war und beides wiederum offenbar als Kommandozentrale von Area 51 angesprochen werden kann. Das AFTK-DET3 aber befindet sich nirgendwo anders als auf der kalifornischen Edwards Air Force Base. Somit ist also kaum mehr zu bezweifeln, dass zumindest eine wesentliche Zentrale auf dem Edwards-Komplex zu finden ist. Interessanterweise trägt das AFTK das passende lateinische Motto, Ad-In-Explorator, auf zum Unerforschten, und wurde am 25. Juni 1951 ins Leben gerufen. Könnte das Jahr 1951 für die 51 in der Area stehen? Logisch wäre diese Annahme zumindest. Kann das auch bedeuten, dass die Area 51 nicht erst seit 1954 in Geheimbasis Area 51 Betrieb ist, so wie es aus der bisherigen Chronik hervorgeht, brach man wirklich bereits 1951 zum Unerforschten auf, vielleicht im Rahmen des UFO-Projekts, red leid, das laut den Aussagen diverser Zeugen im selben Jahr gestartet wurde. Vielleicht mussten die geheimen UFO-Projekte erst später an den Paproselag überlaget werden, Verzeihung, verlegt. Wieder ein Bündel an Fragen, das bislang unbeantwortet zurückbleibt. Einige Beobachter der Szene glauben, auch in unseren Tagen sei eine Verlagerung der Gewichte, erfolgt. Bald, nachdem Bablasau mit seiner Geschichte über Area 51 an die Öffentlichkeit getreten war, meinte John Lear, dass die außerirdischen Flugscheiben an einen anderen geheimen Ort verbracht worden seien, einen Ort, der noch versteckter, unzugänglicher und vor allem unbekannter als Area 51 war. Tatsächlich gewann ja dieses Militärgelände in den Jahren nach 1989 sehr schnell an Popularität. Offenbar zeigte übrigens das sowjetische Militär bereits unmittelbar nach Lasas als dem Fernsehauftritt im Mai 1989 ein gesteigertes Interesse an Grom- und Paproselage und verstärkte die Satellitenaktivität deutlich. Wie auch im Meer, man kann sich eigentlich schon vorstellen, wie heißt es den Wächtern, den Hütern der Geheimnisse dort geworden sein muss. Andererseits, Satellitenbahnen lassen sich im Voraus berechnen, und das Militär kann seine Tests darauf abstimmen. Man muss die Untertassen nicht gerade dann auf die Terrasse rollen, wenn ein neugieriger Vogel über das Gelände fliegt. Schwieriger sind wie schon erwähnt die, unberechenbaren, Jäger im Sinne der Wüstenratte, die sich zu jeder Zeit auf Bergspitzen einfinden können. Allerdings, deren Möglichkeiten sind freilich nur sehr beschränkt. Was denn können wir heute schon unter besten Voraussetzungen von Paproselage aussehen? Und die ungewöhnlichen Sichtungen brachen auch in jüngster Zeit nicht ab. Trotzdem, Lazar, Glenn Campbell, Videos von Aria51er Userioti, Binderstrich Scheen, ID4 und weiß Gott was mehr mussten genügend Anlass für einen Umzug bieten. John Lear vermutet die Flugscheiben heute auf dem ausgedehnten Weitsandstestgelände in New Mexico. Im Sommer 1997 erschien dann in der amerikanischen Zeitschrift, Popular Mechanics, ein Artikel des für Wissenschaft und Technik zuständigen Redakteurs Jim Wilson. Sein Beitrag erregte einiges Aufsehen. Nur, die Art und Weise, in der Wilson zu überprüfen versuchte, ob Aria51 immer noch in Betrieb ist, grenzt ans lächerliche. Er fuhr hinaus Richtung, Triemland, und bog in eine Schott-Tier-Straße ein, die seiner Ansicht nach direkt auf das Sperrgelände führte. Schließlich kam er an eine Abschrankung mit einigen Hinweisschildern auf das nahe Bombentestgelände. Solche Schilder sind auf den abgelegenen Schott-Tier-Straßen dieser Gegend keine Seltenheit. Der Wilson meinte, direkt am Tor zu Aria51 zu stehen, gab er rund eine Viertelstunde lang Lichtsignale und Spinnennetz der Geheimnisse, das Ende einer Aria hübte, um das Militär oder sonst wen auf sich aufmerksam zu machen. Da sich aber niemand blicken ließ, folgerte Wilson, es sei auch niemand da. Alles sah seiner Ansicht nach aus, als ob die Anlage mittlerweile vielleicht gar voll und ganz verlassen worden war. Doch ganz offenbar war Wilson nicht bis zur echten Grenze der Aria vorgedrungen. Denn dort gibt es nirgendwo Tore oder Abschrankungen, wie er sie beschrieb. Wahrscheinlich war er viel eher an der Grenze zu Rönchland angekommen. Niemand, der die Vorgänge auf Aria51 seit längerem genau verfolgt, konnte diesen Part von Wilsons Artikel wirklich ernst nehmen. Vielleicht täuscht der Eindruck auch deshalb, weil mittlerweile die Security nicht mehr so streng ist, wie in früheren Zeiten. Der Grund dafür dürfte weniger darin liegen, dass auf Aria51 keine geheimen Projekte mehr stattfinden, sondern ganz einfach durch die 1995 erfolgte Einnahme von Friedemrich und Whitesides bedingt sein. Vom Boden aus können, Besucher, sowieso nicht sehen, also warum soll sich die Security so sehr darum scheren. Wer heute auf Whitesides aufsteigt, bekommt auf jeden Fall Probleme, denn die Security hat insgesamt immerhin doch rund 3 bis 4 Stunden Zeit, den oder die Eindringlinge abzufangen. In der Regel sehen sie einen schon beim Aufstieg. Bis man den gesamten Weg hinter sich gebracht hat, dauert es schon seine Zeit. Zeit ist ein gutes Stichwort, denn aus der Totale betrachtet, hat man auf der Aria ohnehin viel Zeit. Ich will damit sagen, dass ein derartig großer Komplex nicht errichtet wird, um dann, aus eigentlich relativ lächerlichen Gründen, von heute auf morgen aufgegeben zu werden. Dazu ist das alles doch ein wenig zu teuer. Die Betreiber von Aria51 haben gewiss den längeren Atem, und warum auch sollten sie erst noch die beiden Berge einnehmen und dann gleich den großen Umzug starten. Bis jetzt ist noch jeder gekommen und wieder gegangen, ob Bob Lazar oder auch Glenn Campbell, der immerhin ein paar Jahre lang direkt vor der, Haustür der Allianz, ausgeharrt hat. Auch der Parkplatz am Jeannette Terminal in Las Vegas ist nach vor gut ausgelastet. Die Frequentierung hat sich dort in den vergangenen Jahren nicht merklich geändert. Kurzzeitige Schwankungen gibt es immer wieder, keine Frage. Außerdem ist fraglich, ob ein neues Testgelände, gerade für außerirdische Technologie, über eine längere Zeit unbekannt, unbemerkt bleiben würde. Wahrscheinlich würde die ganze Geschichte von Neuem beginnen. Aria51 hat diese Zeit bereits hinter sich. Wer heute UFOs über dem Himmel von, Driemland, sieht und darüber berichtet, erzählt von Dingen, die seit vielen Jahren dort geschehen. Mittlerweile ist das dort jeder gewöhnt. Doch Tim Wilson hat sicherlich nicht völlig Unrecht, wenn er annimmt, dass bestimmte geheime Projekte an andere Orte verlagert wurden. Natürlich. Geheimbasis-Aria51 Werden viele der am Chromlake getesteten Fluggeräte genau wie die SR-71 oder Stealt irgendwann dem Teststadium entwachsen und in Betrieb genommen, eben auf anderen geheimen Militärbasen. Wilson glaubt, in Utah auf eine heiße Spur gestoßen zu sein. Er nimmt an, dass dort Hyperschallflugzeuge wie die X-33 von Lockheed Martin Gitte steht werden, vielleicht bereits erste Versuche mit dem Prototypen von, Venture Star, einem für das kommende Jahrtausend als Space Shuttle-Nachfolger geplanten Fluggerät. Auch ein Projekt mit dem Codenamen, HEF-Region, soll laut Wilson in Utah entwickelt werden, ein ultraschneller Senkrechtstarter. Er soll in eine Höhe von rund 70 Kilometern aufsteigen und eine Geschwindigkeit vom 15-fachen des Schalls erreichen können. Jim Wilson sagt, die neue, Area 51, heiße, Area 6413, die dem sogenannten White Suns Utah Launch Complex angehöre. Und damit wären wir eigentlich wieder bei John Lear, denn der besagte Komplex ist dem White Suns Gelände in New Mexico unterstellt, das der Ex-Gear-Pilot ja als neue Forschungsstätte für die aussahirdische Technologie tituliert hat. HEF-Region, startet zwar vertikal, ist aber kein sogenanntes V-Doll, also kein, Vertical Take-of-and-Landing, Vehicle, das auch senkrecht wieder nach unten kommt. Vielmehr benötigt es eine lange Landepüste. Daher soll der extrem abgelegene Dac-Vail-Proofing-Ground bzw. das darauf gelegene Michael-Arme-R-Field als Landeplatz dienen. Wir gelangen damit allerdings beinahe vom Regen in die Traufe, denn auch um den Dac-Vail-Proofing-Ground, auf dem sich unter anderem Laboratorien für Experimente zur biologischen und chemischen Kriegsführung befinden, haben sich bereits einige ungewöhnliche Vorfälle ereignet. Wenn man sich einmal überlegt, welche Orte sich am besten dazu eignen, supergeheime F-Technologien vor den Augen neugieriger Zaungeste zu verbergen, fallen einem hauptsächlich zwei Orte ein. Zunächst einmal ein einsames Territorium in irgendeiner Wüste, möglichst verborgen hinter Hohenbergen, also etwas wie R.I. 51 und S. 4. zum anderen könnten auch Inseln im Meer in Frage kommen. Und wenn man sehr schnelle Flugzeuge testet, dann ist wohl beides am besten. Auf diese Weise sind längere Testflüge möglich, sowohl Start- als auch Landebahn liegen auf Unzugangikem-Gebiet. Noch besser wäre es freilich, eine Art Flugschneise zu haben, mit anderen Worten sollte möglichst auch das Gebiet zwischen Start und Ziel möglichst wenig öffentliches Land umfassen. Wenn man sich die Karte der westlichen Staaten genau ansieht, kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass all diese Bedingungen offenbar in einem Sektor erfüllt sind, zumindest an Meerland. Es gibt eine Linie, die von R.I. 51 und Nellis über das China-Lagen-Nebel-Weapons-Center und die Edwards-Airforce-Base bis zum Point. Spinnennetz der Geheimnisse, das, Ende einer R.I. Mugu an der Pazifik-Küste führt und von dort hinaus aufs Meer, zu den Channel Islands. Tatsächlich wurden entlang dieses Luftkorridors zahlreiche ungewöhnliche Flugobjekte und UFO-artige Lichter beobachtet. Viel leicht sind diese Inseln der Schlüssel zu weiteren Geheimnissenrand um R.I. 51. Die Channel Islands zählen größtenteils zu einem, gleichnamigen, Nationalpark und können teils besucht und umschifft werden. Zu diesem offenen Teil gehören die beiden Anacapa-Inseln, Santa Barbara Island, Santa Rosa Island und San Miguel Island. Mit größeren Geheimnissen in diesem Teil der Inselgruppe ist eigentlich nicht zu rechnen. Mich begannen daher die drei übrigen Inseln mehr und mehr zu interessieren, Santa Catalina Island, San Clemente Island und San Nicolás Island. Ob hier irgendwelche militärischen Installationen zu finden sein würden? Tatsächlich gab es in geografischen Lexika einige Hinweise darauf. So lernte ich, dass der Zugang zu dieser auch als, Kaliforniens Galapagos, bezeichneten Inselgruppe bis zum Jahr 1979 verboten war, da sie teilweise Privatbesitz und teils auch militärische Sperrzone waren. Bedeutete dies, dass diese Inseln nunmehr allesamt frei zugänglich sind? 1980 entstand der Channel Islands Nationalpark, der allerdings wie gesagt nur aus fünf Inseln besteht. Was war aber mit dem Rest? Santa Catalina Island scheint aus dem Kreis der potenziell. Ein unmarkierter Helikopter über dem Gelände des Duckvale Proofing Ground. Heute sollen die Area 51 Projekte innerhalb des Green River Komplexes weitergeführt werden. Aufnahme, Verfasser Geheimbasis Area 51 Geheimen Inseln auszuscheiden Schon eine auf dem Atlas eingezeichnete Fährverbindung lässt kaum vermuten, dass hier großartige Geheimaktivitäten durchgeführt werden. 1919 war Catalina Island in den Besitz des Kaugummimagnaten Vrigliu gelangt, seitdem gehen dort offenbar bis Polmannschaften wie Touristen gleichermaßen ein und aus. Somit blieben nur noch zwei interessante Inseln übrig. Clemente und Nicolás Im Januar 1996 erkundigte ich mich bei der Parkverwaltung nach näheren Informationen und erhielt tatsächlich die erwartete Auskunft. Beide Inseln sind Sperrgebiet der Navy. Bablasa arbeitete offenbar für die Navy, und auch Area 51. Scheint eng mit der Navy verknüpft. Einige betrachten sie sogar als Marineauskunft der US-Marine über militärische Einrichtungen auf den Channel Islands, insbesondere Sankt. Clemente Island Archivverfasser Spinnennetz der Geheimnisse Das Ende einer Area Stützpunkt Jedenfalls sieht es nunmehr so aus, als ob die Spur in die richtige Richtung führen könnte. Im Januar 1996 versuchte ich noch über das Department of Navy in Portuien M. einige weitere Informationen zu erhalten. Allerdings verfüge man dort nicht über eine aktuelle Geschichte der Marineinstallationen auf St. Clemente Island, so teilte mir der Marinehistoriker Dr. Vincent A. Tansano mit Ich wollte gar nicht versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Konnte es sein, dass man dort einfach nicht mit der Information herausrücken wollte. Nun, sicher darf man nicht überall gleich finstere Gründe annehmen, wenn kein weiteres Material verfügbar ist. Über das ebenfalls weitgehend vom Militär beanspruchte San Nicolás Island erreichten mich wenigstens einige interessante Zusatzinformationen. Aus einigen Kopien geht hervor, dass früher Indianer auf der Insel Angiseedelt waren, von denen der letzte im Jahr 1835 evakuiert worden war. Bereits am 31. Januar 1933 erklärte man dieses Eiland offiziell unter der, Ausnahmebestimmung 6009, zum Waffentestgelände, und 13 Jahre später erhielt San Nicolás Island den Status eines US Naval Missile Center. In den folgenden Jahren wurde die Anlage weiter ausgebaut. Die Investitionen sollen sich auf etwa 30 Millionen Dollar belaufen haben. Bald wurden neue Gebäude errichtet, diverse Strukturen aus Beton und andere Komplexe. Und, eine Rollbahn. Sollte sie ausreichend lang sein, könnte eventuell die Möglichkeit bestehen, geheime Flugzeuge dort zu verwahren. Ob auch Aurora auf San Nicolás oder eventuell auf San Clemente zu landen vermag, ist eine ungeklärte Frage. Überhaupt hoffe ich, bald etwas mehr über diese beiden interessanten Inseln zu erfahren, die auch genau in jener Verbindungslinie liegen, die zu Area 51 führt und auf der immer wieder auch UFOs gesichtet worden sind. Ich habe mich gefreut, als Steve Douglas, ein Experte für Area 51 und neueste, immer noch geheime Flugzeugtechnologie, im Jahr 1997 ebenfalls seine Vermutung äußerte, die Channel Islands könnten eine Art verlängerte Arm von Area 51 sein. Douglas, der bereits spektakuläre Aufnahmen des hochgeheimen Black Manta machen konnte, glaubt auch nicht daran, dass die Projekte nunmehr in Utah fortgesetzt werden, weit eher noch auf Weitsands, das in den vergangenen Jahren einige Erweiterungen erfahren hat. Doch so, wie es augenblicklich noch den Anschein hat, hat Area 51 in keiner Weise an Aktivität eingebüßt. Neueste Zeugenaussagen wie auch zahlreiche andere Erkenntnisse scheinen eine sehr deutliche Sprache zu sprechen, nämlich dass viele der geheimnisvollsten und spannendsten, der unheimlichsten und utopischsten Projekte genau dort stattfinden, auf Area 51 am Gromlacke und S4 am Paproselacke. Driemland, ist wach. Nachwort 271. Nachwort. Anhang. Area 51 ist nach wie vor ein Mysterium geblieben, nach aller Forschung und allen Anstrengungen, hinter die Kulissen, zu blicken. Auch heute Nacht, 18. März 1998, ist uns das auf ein Neues bewusst geworden, als Marina und ich wieder einmal den Highway 375 in Richtung Rachel entlang fahren. Gewiss, wir sahen keine UFOs oder Ausschairdischen, dennoch ereignete sich ein seltsamer Zwischenfall. Wir hatten soeben die Gromlacke-Route passiert und befanden uns auf der, legendären, Strecke zwischen Henkak und Coyote Summit, als wir beide plötzlich deutlich eine beruhigende Musik hörten, die aus den Lautsprechern unseres ausgeschalteten Autoradios kam. Wie das geschehen konnte, ist uns zumindest im Moment ein Rätsel. Nachdem wieder Stille herrschte, drang nichts als ein Roschen aus den Boxen. Denn abgesehen davon, dass wir die Antenne abgeschraubt hatten, reicht ohnehin kaum ein Radiosender in diese, gottverlassene, Gegend. Sollte uns nun etwa eine, unheimliche Begegnung, bevorstehen? Sollte nun mir gleich die Auto-Elektrik verrückt spielen und der Motor versagen, wie bei einem jener typischen UFO-Zwischenfälle. Doch nichts. Wir setzten unsere Fahrt vielmehr ungestört fort und konnten auch am Himmel nichts Außergewöhnliches entdecken, doch jene, Geistermusik, war ein Fakt. Angekommen im Little Little A, Le, In, erzählten wir Pets und Joe noch kurz von unserem kleinen Erlebnis, und bald tauschten wir einige merkwürdige Geschichten über, Dreamland, und UFOs aus. Ein älterer Herr, der erst vor kurzem nach Rätsche gezogen war und in den 50er oder 60er Jahren beim Strategie-Erkament unter General Le Maier diente, berichtete uns von seinen Sichtungen ungewöhnlicher Lichter und Flugobjekte, die in weiten Zick-Zack-Sprüngen und Rechtwink liegen muss dann über den Himmel huschten, und so waren wir schon am ersten Abend wieder voll ins Gefängengehen von, Erio 51, und ihren Geheimnissen.